Dara vs. Sinan. Strategie von links. Ich glaube, das wird lustig. Sinan! Hi! Dara! Hallöchen! Ich grüße dich. Ich grüße dich. Ja, wir wollen mal ein bisschen quatschen. Der große Kampf der Titanen. Endlich. Endlich ist es mal soweit. Ja, viel wurde über uns geredet. Viel wurde über Dritte geredet. Endlich reden wir mal direkt miteinander. Ich hatte dir ja vorgeschlagen, ich würde voll gern für den Anfang, also ich weiß nicht, du hast gesagt, du hast das gemacht, den politischen Kompass-Test. Genau, ich habe den auch gemacht. Ich weiß noch nicht dein Ergebnis. Du kennst mein Ergebnis nicht. Ich finde das einfach nur mal gerade ganz spannend, bevor wir in den heißen Talk gehen. Wo sind wir denn gelandet? Fangen wir mal... Machen wir es mal spannend. In welchen Quadranten bist du denn? Äh, ich bin... Äh, 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 links oben. Links oben? Ganz, ganz, ganz weit oben. Ich glaube, hier habe ich ihn gar nicht drin. Ich gucke mal, wie ich das hier einblenden kann. Ich pausiere das mal ganz kurz. Hier habe ich ihn ja noch drin, glaube ich, in der Szene hier. Ja. Da kann man meinen sehen, ne? So, ne? Ich bin hier ganz unten links. Gesellschaftsliberal. Sehr gesellschaftsliberal. Aber eben wirtschaftlich... Sehr, äh, regulativ orientiert. Ähm, ja. Nur so viel dazu. Machen wir weiter gleich. Guck mal kurz, wie ich das hier einblenden kann. Das glaube ich dir nicht. Warte, wenn ich das jetzt mache, dann verschiebe ich, glaube ich, dich. Das ist, glaube ich, das ist ein Problem. Na, ich gucke mal kurz. Nein, ist es auch nicht. Ist es auch nicht. Nein, Quatsch. Äh, 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 äh. Ich hab den, ich, ich find diesen politischen Kompass-Test ziemlich mau. Ich hab nämlich alle Fragen so beantwortet, ähm, als, als wär ich ein Neonazi oder als wär ich Höcke. Ja, manche Nazis sind ja tatsächlich, was Ökonomie angeht, nicht ganz so, ähm, rechts. Die sind ja teilweise halt für nationalen Sozialismus, würde ich nicht mal sagen, aber Höcke würde ich, hätte ich auch eingeordnet in so eine Art Nationalsozialdemokratie oder sowas ähnliches. So hätte ich jetzt Höcke eingeordnet. Natürlich halt mega autoritär im, im gesellschaftlichen Bereich. Sieht man ja, ne, sehr weit da oben. Aber, äh, ja, also das hätte ich mir bei Höcke vorstellen. Ich hätte vielleicht gedacht, dass es doch noch ein bisschen weiter rechts ist, ne, im ökonomischen, aber gut, wer weiß, ob Dara das überhaupt richtig gemacht hat, ne. Ähm, wahrscheinlich wollte auch einfach nur den, den Test quasi, Art Absurdum, ähm, stellen irgendwie. Äh, also man sollte diesen politischen Kompass natürlich auch nicht zu ernst nehmen, ne. Das ist, äh, ich finde, als grobe Orientierung finde ich es nicht schlecht, aber man sollte natürlich nicht jetzt auf jeden einzelnen Punkt so, so genau eingehen, ob der jetzt genau stimmt. Ich habe jetzt schon diverse Tests gemacht. Ich habe, glaube ich, noch hier noch einen anderen Test irgendwo offen. So, was kam da raus? Wo ist gerade noch raus? Das finde ich, glaube ich, den noch offen habe irgendwo. So, ah, guck mal hier. Da habe ich auch nochmal ein Ergebnis, das kann ich mal zeigen. Ich glaube, das sieht man jetzt nicht so gut, doch, ist mal ganz gerade zu sehen. Das ist halt in der YouTube-Szene jetzt drin. Das kam bei mir raus, ne. Das wäre meine Flagge. Ist doch geil, ne. Könntest du auch nochmal schön eindeutschen hier. Auch vielleicht kurz. Ja, das ändert sich gar nicht, aber hier oben wird es nochmal kurz erklärt, ne. Ist egal. Man kann es ja auch so sehen. Also, ne, progressiv bin ich auf jeden Fall, konservativ bin ich nicht so sehr, aber, ne, ein bisschen bin ich auch konservativ, ne. Capitalism, ne. 9 Prozent, ne. Capitalism. Ne, Kommunism. Hui. Ja. Regulativ bin ich schon. Was viele Sachen angeht hier, laissez-faire. Kurz halt drauf an. Ich weiß aber jetzt nicht genau, auf was sich das jetzt wieder genau bezieht. Weil Regulation bezogen auf Wirtschaft, klar. Ne, da bin ich Planwirtschaft. Ich bin richtig, ich bin kurz vor Stalin wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht, wie viel Geld das sich selber da eingeheimst hat. Ja. Ökologie, Produktion, ne. 50-50 sogar. Revolutionär bin ich, bin ich gar nicht. Ich bin ein Ehrenreformer. Ehrenreformer bin ich. Internationalistisch bin ich schon ganz stark. Nicht so sehr nationalistisch. Nicht viel drin. Und halt eher, äh, 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 daran interessiert, ne, dass man halt, ähm, Leute wieder juristisch wieder in die Gesellschaft bringt. Also, dass man eben wieder mehr in die Gesellschaft integriert, wie sagt man, ja, rehabilitieren halt, ne. Steht ja dran. Ja, aber, ne, es gibt auch Fälle, wo ich dann sag, okay, Knast, ne, betrifft so richtig krasse Betrugsgeschichten und so Kram. Also, wenn, in dem Moment, wo du weißt, dass Leute ganz bewusst, ähm, Taten begehen und wenn das, äh, weniger aus, irgendwie im Affekt heraus oder aufgrund von irgendeiner, äh, psychologischen Prägung. Also, klar, es gibt auch Leute, die werden halt, ähm, irgendwie so oder so, weil sie halt, ähm, keine Ahnung, halt auch vielleicht keine, nicht die beste soziale Erziehung hatten. Aber, ne, da hat man auch nochmal so eine Übersicht, was den Test angeht. Also, deswegen, ich bin ja hier bei diesem Kompasstest eher links unten. Aber was Wirtschaft angeht, ne, bin ich halt Kommunist. Und dann kommt halt das dabei raus. Okay, dann hast du, hast du, hast du, ja gut, aber hast du denn, hast du denn auch mal versucht, einfach nur so mit deinen echten Ansichten? Ich hab den auch mal richtig beantwortet. Okay, wo liegst du dann? Also, dass der, dass der Test natürlich nicht perfekt ist, ähm, das hatte ich auch mal in meiner Sendung, also da liegst du dann? Ja. Okay. Das ist, äh, da liegt er? Das sieht man gerade gar nicht, ne? Hier, so. Ich sehe ihn jetzt. Doch, man sieht's. Ja, okay. Ich sieht meine Leertaste hier nicht gerade. Moment mal. Und, äh, ja, und das ist halt eben so das Ding, ne? Also, man beantwortet, also, ne, ich hab halt wirklich versucht, so, ich wär ein Neonazi. Ja, ja, ich war so. Also, man fährt das Ganze jetzt alles. Ja. Und dann kommt plötzlich am Ende, äh, ja, man ist halt hier irgendwo im linken Bereich. Was will uns da damit sagen, dass, dass die, dass die Rechtsdemokraten, Rechtsdemokraten doch nicht recht haben, also ich meine jetzt, oder, oder welche, die schon rechtsradikal sind, so diese AfD-Fans und so weiter, dass die doch damit recht hatten, dass die Nazis links waren. Also, natürlich, die Nazis waren, glaube ich, ökonomisch jetzt nicht ganz rechts, das muss man leider sagen, aber ich glaube schon bei dem, wenn man mal allein bedenkt, was Hitler in Steuerhinterziehung auch gemacht hat, und, ähm, die waren aber jetzt nicht sozialistisch. Also, das waren sie definitiv nicht, sie waren halt vielleicht maximal, waren sie, was es ökonomisch angeht, vielleicht sozialdemokratisch, wobei, das passt auch wiederum nicht, weil sie halt die Gewerkschaften so stark bekämpft haben, ne, und man hat Sozialdemokraten natürlich eingesperrt, weil die nicht national und angepasst genug waren. Aber, okay, da, da bin ich von Dara gar nicht mal so weit weg hier, also, ich bin ja auch in dem unteren linken Feld, also, das heißt, da, da bin ich eigentlich mit Dara gar nicht so weit weg. Wir haben wahrscheinlich komplett gegensätzliche, ähm, taktische, strategische Herangehensweisen, aber, ähm, naja, mal gucken. Ich bin gespannt, was noch alles erzählen wird. Gott, das wird lange dauern. Ich weiß nicht, ob ich das fertig kriege. Drei Stunden, wie das. Könnten sie auch ein bisschen beschleunigen mal, vielleicht geht das ja, wenn wir da einfach ein bisschen mal hier auf 1,25 machen, machen wir mal. Ja, ja, immerhin hat er ja die, immerhin hat er ja die, die autoritäre und die liberale Achse dann doch durchaus richtig erkannt. Äh, ich hab auch mal gesagt in einem Video, man muss bei diesem, bei diesem politischen Kompass das ja immer so betrachten, ähm, natürlich kannst du jetzt sagen, selbst wenn du versuchst, das ultra-rechtsfaschistisch einzutragen, dann sagt er dir komischerweise immer noch, leicht links, aber halt definitiv autoritär. Ja, das ist aber gar nicht die Frage, die mich ja persönlich interessiert hat. Ähm, mich interessiert, wie weit liegen wir auseinander, weil dafür kannst du einen Test natürlich total benutzen, weil es spielt ja keine Rolle, ob das gesamte Koordinatensystem verschoben ist. Ja. Ja, die Frage ist, wie weit liegt man eigentlich auseinander und, äh, ich sehe, also wenn ich, jetzt muss ich mir deins nochmal angucken, dann ergibt es, also du bist ja schon. Mhm. Ähm, ja, da ist auf jeden Fall, äh, da ist Sinan schon rechter als ich, aber das überrascht mich jetzt nicht, also so hätte ich Sinan eigentlich auch gesehen. Also eigentlich bestätigt das eh auch, was ich von Sinan gedacht habe, weil eben, daran bin ich jetzt ein bisschen überrascht, aber es ist Sinan nicht. Also ich weiß, dass er jetzt wirtschaftlich schon auch ein bisschen auf den Markt, auch mehr auf den Markt, äh, Wirtschaft auch ein bisschen setzt. Also ich würde, ich würde Sinan so einordnen, das, was die Linke noch vor, vor, vor paar Jahren war und irgendwo so zwischen Linke und SPD halt. Und, aber vielleicht dafür nochmal etwas gesellschaftsliberaler, weil die Linke war, glaube ich, vor, vor zehn Jahren irgendwo weiter oben. Aber, glaube ich, ungefähr auch auf der, ähm, auf der, ähm, ja, doch auf der ökonomischen Achse da schon so, so ungefähr, wo jetzt Sinan auch ist. Also ungefähr an dem Punkt halt. Naja, man sieht es ja jetzt gar nicht, ne, man muss mal kurz hier rüberschalten, dann sieht man es nochmal, das hat man ja gar nicht gesehen, wenn er mein Bildchen hier das überdeckt, ne. Da ist Sinan jetzt. Und die Linke war, glaube ich, etwas weiter oben, noch bis vor ein paar Jahren, soweit ich weiß. Die SPD ist noch ein bisschen weiter Richtung, ja, Richtung Mitte. Ja, weiß ich nicht genau. Manchmal wird die SPD auch schon oben rechts eingeordnet, ne. Da wurden ja auch schon manchmal alle Parteien oben reingesetzt. Also, glaube ich, außer die Linke oder so. Aber ich, das kam mir auch schon vor, ne, so, so, gesellschaftsautoritär und, ähm, ökonomisch eher wirtschaftsliberal. Das ist für mich eigentlich immer noch die absolut beschissenste Kombination, die man eigentlich haben kann. Gesellschaftsautoritär und wirtschaftsliberal. Also, wenn jemand wirklich ganz oben rechts ist, ne, dann, dann fällt es selbst mir irgendwann schwer zu sagen, okay, ich kann doch mit dir diskutieren, weil ich dann denke, du hasst ja nicht mehr alle. Du willst in das Leben der Leute eingreifen, aber du willst so richtig, das ist, glaube ich, dann Mussolini oder sowas ähnliches. Das ist dann wahrscheinlich wirklich so, ähm, so, ähm, ja, so richtig Faschismus, ne, aber dann halt noch so richtig Ellenbogen im Ökonomischen, ne, sich gegenseitig wegkukurriert, ne, the winner takes all. Ja, könnte auch zu Trump passen, ne. Weiß ich nicht, aber das ist irgendwie, naja, gut. Schauen wir mal weiter. Oh Gott, ich hatte so ein bisschen so oft pausiert und das nach zwei Minuten fünfzig. Extrem weit links und sehr liberal, das, äh, finde ich ja, da bin ich ja total begeistert, da bin ich sogar ein bisschen weniger liberal und eher Richtung Mitte halt, äh, orientiert, aber wir stellen mal fest, wir bewegen uns zumindest in ähnlichen, äh, Bereichen, also man kann jetzt nicht... Ja, viele landen unten links auf, muss man tatsächlich sagen, aber ich finde, das ist auch ehrlich gesagt eine ganz, ähm, ich weiß auch nicht, aber, äh, weil die Leute verstehen die Welt auf, äh, auf verschiedene Arten und Weise, ne, aber ich glaube, wenn du schon letztlich der Größte ist, der Arsch bist, denkst du so, ich misch mich nicht in die privaten Belange von Menschen ein, als die persönlichen Belange, ne, egal wer wen heiratet oder wer was auslädt oder wer welche Frisur trägt oder laute so Zeug, das ist eben selber belassen, aber in der Wirtschaft haben wir halt eine soziale Verantwortung und sagen, wir machen, wir gucken halt, dass alle mitgenommen werden, dass alle halt, ähm, gut leben können. Das ist ja so ein, so, so ein Konsens, den man halt finden kann, jetzt ist natürlich halt immer die Frage, ne, wie extrem macht man das? Ich switch nochmal hin und her, damit man das bei Sina nochmal kurz sieht, ne, wo er steht, ähm, ja, also, das ist ja das Interessante, dass sich da eigentlich relativ viele Leute finden, das heißt, da hätte man ja eigentlich, rein politisch betrachtet, ein unglaublich hohes Potenzial, Wähler zusammenzukriegen, also, dass Leute wirklich zusammenkommen und erkennen, dann, aha, okay, wir sind alle irgendwo, ja, gesellschaftsliberal, ähm, linksökonomisch, also ein bisschen mehr auf, auf, ne, regulieren, ein bisschen schon, äh, mit, ne, nicht hier irgendwie der totale Kapitalismus loslassen, ne, also ein bisschen so, also sagen wir mal von Sozialdemokratie oder soziale Marktwirtschaft bis hin zu Sozialismus und ich glaube, da sind, äh, viele Leute schon mal drin oder demokratischer Sozialismus, ne, wie, ne, man kann auch durchaus der Meinung sein, dann sehe ich ja auch so, dass man in der, im Sozialismus eigentlich gerade die Demokratie auch am besten verwirklichen kann, aber im Grunde genommen hat man da so ungefähr so eine, so ein Einigkeitsfeld, wo man merkt, okay, so die Richtung, ne, und dann müsste, dann, dann, dann wüsste man schon ungefähr, da könnte man schon vieles besser machen, was jetzt gerade schiefläuft seit einigen Jahrzehnten, wenn man wenigstens, wenn sich die, keine Ahnung, es könnten, ich glaube, das Potenzial wäre bis zu 50, 60 Prozent in Deutschland, die dann sagen würden, hey, das ist doch eigentlich gar nicht so falsch, wenn man so, ähm, orientiert wäre, ne, da könnte man vielleicht einiges erreichen. Da, da denke ich dann halt so, ne, damit müsste man einfach, äh, damit könnte man einfach dafür sorgen, dass, dass, äh, einiges vorangehen könnte, ne, deswegen müssen wir jetzt die Demokratie abschaffen, dann einfach, dass wir den Leuten aufzwingen und, ja, nee, Spaß natürlich nicht. Ja, dann müssen wir uns halt irgendwie hinbewegen, ne, jetzt ist die Frage, wie schaffen wir das? Da wird uns da sicherlich sehr befriedigende Antworten geben, wie wir das erreichen, ne, dass wir uns etwas zusammensammeln und erkennen, ne. So, wir wollen alle unsere Dinge leben, mehr oder weniger, und wir wollen halt eine Wirtschaft, die erstmal, sag ich mal, an der Gemeinschaft orientiert ist, ne, damit halt alle gut leben können. Mal gucken, ob Tara eine gute, eine gute Herangehensweise gefunden hat, wie man da Menschen zusammenkriegt, damit, damit wir dieses Ziel erreichen, ne, so, so. Mal gucken, ne, also. Nicht sagen, dass wir bei diesem Test diametral gegenüberstehen würden. Nö, das hab ich auch, äh, nie so gesehen. Ich hab ja, wir haben uns ja auch schon mal unterhalten, äh, bei der Gamescom, hab ich ja auch gesagt, so wahrscheinlich meine Eltern, so alte Grünwähler, ne, die, äh, die fänden dich wahrscheinlich super. Ja, ich hab ganz viele, ich, meine, ja, ja, das ist, das ist so Haupt, Hauptzuschauerschaft. Da hat's so lange probiert, bis er endlich, ganz links war er vielleicht. Von mir, äh, ältere Grüne, die, äh, die finden, glaub ich, ganz dufte, was ich mache. Und auch SPD hab ich relativ viele. Ja, das kann ich mir halt vorstellen, ne, also, das sind so Leute, die, äh, die dann, weißt du, meine, meine Eltern, die, äh, ne, ne, meine Mutter ist Akademikerin, so mein Vater, der hat ein kleines Unternehmen, und ich konnte deshalb auch immer ziemlich gutbürgerlich aufwachsen, äh, so, ne, wir haben halt beide, äh, natürlich auch noch... Also, ich würd schon mal sagen, also, ich komm ja auch aus einer, von eher mittelschichtigen, ähm, ich darf nicht mittelstand sagen, ne, das ist ja mal, das betrifft ja die Unternehmen und so, Entschuldigung, bin da ein bisschen schlappig bei den Begriffen. Ne, also, ich komm ja auch aus eher einer mittelschichtigen Familie, aber eher untere Mittelschicht, würde ich sagen. Also, schon etwas über der Arbeiterschicht kann man vielleicht, äh, also, meine Eltern waren halt Angestellte, so einfach, ne. Also, wir haben jetzt keinen klassischen Arbeiterjob gehabt, sondern schon waren halt Angestellte, ne, und halt im öffentlichen Dienst und so weiter. Also, die haben zwar schon ganz okay verdient, ne, also, man muss sich auch erst mal leisten können, im Raum Tübingen zu wohnen, das ist gar nicht so billig, ne. Allerdings verdient man natürlich auch entsprechend auch ein bisschen mehr. Aber es ist schon so, dass auch meine Eltern, ne, die hatten ja noch zwei Geschwister, war nicht immer so einfach, war auch nicht so Geld jetzt von der Familie da, also nicht jetzt von der Verwandtschaft so, dass man jetzt irgendwie viel geerbt hätte oder so, ne. Also, man muss schon sagen, dass ich, insbesondere durch das Gehalten meines Vaters, ne, konnte sich was aufgebaut werden, muss man einfach mal so sagen. Aber es war schon auch zeitweise knapp, ne, und Urlaub, äh, gab's zwar hin und wieder, ja, aber jetzt nicht die krass teurenden Urlaube, ne. Also, doch, wir waren schon halt auch mal in Südeuropa, ne, aber wir waren jetzt nicht irgendwie, äh, meistens waren wir in so Ferienwohnungen halt, ne, und haben auch, äh, selber gekocht und so, also so Hotelkram haben wir eigentlich nicht so gemacht. Ähm, wir waren auch schon, äh, ich war auch schon mal in einer FKK-Anlage. Ja, weil wir mich schon nackt sehen, ne. Ähm, ja, aber ansonsten, also da, da ist Dara definitiv, äh, privilegierter als ich, da bin ich mir relativ sicher. Er hat, da, 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 glaube ich, mehr Privilegien gehabt, ne. Alter, weiser Mann, Dara, du. Er ist, ne, er ist, glaube ich, noch, er stammt ja, glaube ich, mehr aus der Türkei noch irgendwie, ne. Aber er ist trotzdem weiß genug. Trotzdem alter, weiser Mann. Privilegiert ohne Ende. Was fällt ihm ein? Sauerei. Soll sich schämen. Einfach, einfach privilegiert aufgewachsen. Da kommt er einfach in der falschen Familie auf die Welt. Was fällt ihm ein? Auch die Migrationsgeschichte, die halt so, ich sag mal, besonders ist für viele, die, ähm, also für mich war es halt immer was Besonderes, weil es halt praktisch niemanden gab in meinem Alter damals, äh, der einen deutschen Elternteil, einen türkischen, beziehungsweise kurdischen Elternteil hatte. Ah, kurdisch. Du hast kurdische Eltern, oder was? Ja, mein Papa ist halt Kurde aus der Türkei. Und, ähm, und, äh, ja, ich bin da, hatte... Deswegen hasst du mich. Richtig? Ja, halb Türke, halb Kurde, ne. Jetzt ist einiges klar. Am Ende geht's wieder nur um die alten Geschichten, ne. Das steckt in mir drin. Das steckt einfach in mir drin. Du glaubst gar nicht anders. Der Deutsche in mir, der hasst dich, weil du Ausländer bist, der Kurde... Und der Kurde hasst mich, weil ich Türke bin. Jetzt haben wir doch alles geklärt. Und stell dir mal vor, als käme Tobias Huch rein, ne, der sich sehr für Kurdistan einsetzt, da müsst ihr in dem Fall aber sagen, da ist ihm der Türke wahrscheinlich, äh, sympathischer, ne. So kann die Welt halt sein, ne. Frech beendet, wir haben's geregelt. Äh, definitiv, äh... Zumal, äh, Sinan ist für mich halt wirklich, also, ganz ehrlich, Sinan ist für mich wirklich einfach deutsch, sehr deutsch. Ähm, und, ne, das sind halt dann Leute, die haben die Kurde immer gewählt, äh, die können den ganzen Tag was von Sozialismus und so weiter erzählen, aber, äh, wenn, wenn, also meine Mutter, die ist halt Germanistin, äh, ne, so, wenn die dann halt irgendwas von Gendern hört und so, dann denkt sie sich halt auch nicht diese, ne, und denkt sich halt, ne, also, damit kann ich nicht sterben, wird sie sterben im Spiel. Es war, war nicht auf den Inhalt bezogen, ich hab mich einfach nur verschluckt. Ja, deswegen kam das Gordes im Twitch-Ding zu sterben. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, wegen nach. Okay, also, das heißt, du würdest dich selber, okay, deine Eltern hast du, äh, gesagt, so, du dich selber, du würdest dich definitiv ganz klar als, als Links bezeichnen, sehe ich das richtig? Ja, ja, also, ich bin linksradikaler durch und durch. Linksradikaler, linksradikaler durch und durch, ja. Sogar radikal? Ja, ja, definitiv. Ja, ja, ja. Ich will halt schon, ne, Kapitalismus überwinden und, okay, also, deswegen, wenn er dann die Wahl hat zwischen Wagenknecht und Lindner, wählt er lieber Lindner. Weil er glaubt mit Lindner, mit Christian Lindner, mit dem alten Arbeiterkämpfer, ne, da werden die den Kapitalismus definitiv hinter uns lassen. Ich, man muss, man muss aber jetzt fairerweise sagen, dass Dara vielleicht auch einfach denkt, da ist, da, er findet vielleicht diesen, diesen Kurs halt von Wagenknecht in Richtung Russland, so, den findet er, findet er aus seiner Sicht halt so, ihr geht, ne, dass er sich in dem Fall halt für einen eher Liberalen halt entscheidet. Kann halt auch vielleicht von einem oder zwei Standpunkten halt abhängen, wo man halt total in die andere Richtung geht. Also, ne, man muss natürlich immer verstehen, die Leute haben halt verschiedene Motivationen und, und, und so weiter und, ja. Linksradikal, aber nicht links, also, nur, dass man das vom Verständnis her, radikal, absolut, also radikale Maßnahmen mit linker Politik, aber extremistisch nicht. Wäre ich ja auch, ne, im Grunde genommen. Wobei, ich bin halt wieder reformistisch, nicht von heute auf morgen. Ich nenne mich vielleicht mal keckigerweise linksextrem oder sowas, weil, um halt irgendwie... Das ist keckig, also das macht man. Keckig. Ja. Ja, klar. Ja, Dara, gute Idee, ne, auf linksextrem zu machen, auf intolerant, ne, das, das, das hilft, das, das, ja. Ab Ende des Tages hilft das sehr, sehr viel, ja. Okay. Ganz keckig. Finde ich spannend, also, ich, ich würde, ähm, ich käme nie auf die Idee, auch nicht im Scherz, glaube ich, mich selber Extremist zu nennen, äh, boah, krass. Also, weil, also für mich ist immer so, das ist so der Bereich, wo ich so denke, okay, also Extremist heißt ja, wenn ich richtig informiert bin, dass das, das geht hin bis zu gewaltbereit, ne, also Veränderung durch Gewalt. Also, da bin ich natürlich als Pazifist und, äh, jemand, der Gewalt ablehnt. Ähm, ich würde mich, wie gesagt, auch nicht als, äh, Pazifist oder sowas bezeichnen, aber jetzt weniger im politischen Kontext, Servus Neongelb. Ähm, ich würde mich im politischen Kontext, äh, auch als Gewalt ablehnend bezeichnen, wobei ich, ich hab das ja schon, äh, vorgestern gesagt, äh, wenn's zum Beispiel, ähm, um Verteidigung geht oder so. Also, also, ich bin nicht grundsätzlich dagegen, dass man ein bisschen Militär hat, um sich verteidigen zu können. Servus Hanfmatt. Ähm, also, ich bin da grundsätzlich nicht gegen, auch ein bisschen, äh, in der Lage zu sein, in der Lage zu sein, sich zu verteidigen, aber so wie es jetzt momentan halt strukturiert ist, auch mit der NATO und so weiter, da müsste schon was ganz Neues kommen, da müsste man sich nochmal komplett neu aufstellen und, klar, also, bevor ich jetzt ins Militär investiere, investiere ich lieber in Soziales und so weiter. Also, erstmal muss man sich halt um die Leute kümmern im Land und, ähm, da wir jetzt nicht akut bedroht sind, würde ich sagen, also, selbst auch, ich glaube nicht, dass Putin auch Deutschland angreifen will oder sowas oder auch, ich glaube auch nicht, dass die Amis, keine Ahnung, Rammstein als, als, ähm, äh, wie sagt man, Kolonie vielleicht errichten. Ist es ja fast schon, ne, aber, äh, ich weiß nicht, also, ähm, also, am Ende des Tages, ne, ich glaube, ich werde das einfach heute auch so oft sagen wie Dara, am Ende des Tages, ähm, ist es mir schon wichtig, dass wir, ähm, erstmal, ne, um die Leute im Land kümmern, ne, also, ist ja auch egal, ob das jetzt Migranten sind, Deutsche sind oder Bio-Deutsche sind, vollkommen egal, ne, alle, die hier im Land leben, die hier, äh, äh, ja, ja, die muss man sich halt zuerst kümmern, bevor man halt irgendwie in Panzer investiert oder sowas. Ja, klar, wenn jetzt, wenn wir jetzt akut bedroht wären, müsste man wahrscheinlich dann halt mal Geld locker machen oder so, also, es wäre schon gut, wenn wir halt, äh, verteidigungsfähig wären, ne, das wäre schon ganz gut. Und, dazu bräuchten wir aber jetzt auch nicht endlos viele Soldaten, sondern, ähm, vielleicht dann, wäre es vielleicht besser, wenn man dann in eine, wenn man ein modernes Militär hätte, wo man auch nicht so viele Menschen da reinbringen muss. Egal, äh, Pazifist, da bin ich deswegen nicht, ich bin weitestgehend, kann man das sein, ne, man ist Pazifist oder nicht, aber ich bin schon eher Pazifist. Äh, aber wenn es ums, äh, Private geht, also, klar, wenn mich halt jemand, wenn mir nicht die Wahl lässt, wenn ich mich verteidigen muss, bin ich verteidigungsbereit. Also, ne, also, ich weiß, dass, dass es Momente gibt, wo man sich nicht immer, ähm, nur mit Worten wehren kann, das geht halt manchmal nicht. Es gibt halt manchmal Leute, die, die, denen ist das egal, da kann es noch so nett sein oder so sehr zuvorkommt. Dass wir der Wange hinhalten, funktioniert, äh, meiner Meinung nach nicht immer so gut. Na gut, machen wir weiter. Also, zuckt da natürlich schon zusammen. Okay, wenn du jetzt sagst, es ist wirklich nur rein scherzhaft gemeint, aber, puh. Für mich zählt das halt einfach, wie weit man, oder wie, wie krass man die Gesellschaft irgendwie verändern möchte. Ähm, und auch der Verfassungsschutz unterscheidet nochmal zwischen gewaltbereiten Extremisten und eben nicht gewaltbereiten Extremisten. Und, äh, genau so sehe ich es halt auch. Ich hab halt auch noch nie mit irgendeinem Stein auf irgendwen geworfen oder, äh, na, immerhin. Ja, die Vorstellung, so, 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 äh, von Dara bei so einer Demo, so, der, Dara auch mit so, mit so, mit so einer Sturmmaske oder so, ne, und jetzt geht Dara richtig ab, so. Ja, ja, da ist die Polizei hier am Start. Da werfe ich jetzt erstmal einen Stein. Irgendeinem Gewalt anzutun oder sonst was. Aber natürlich, ähm, also ich find's trotzdem, äh, sinnvoll, das Thema Gewalt ehrlich zu handhaben. Beispielsweise, dass das in manchen Epochen der, äh, deutschen Geschichte oder eben, äh, generell der Menschheit... Ja, wo es Metal-Roxi... ...legitim war, beziehungsweise notwendig war, dass, äh, sich Unterdrückte zum Beispiel gewaltsam wehren, ähm, ne, das, äh, finde ich... Aber wir haben uns, aber würdest du sagen, also wenn man das mal so nimmt, wir würden doch schon, stimmst du mir zu, wir leben ja schon ein bisschen jetzt in einer anderen Zeit. Also zumindest in Deutschland, wir haben uns ja weiterentwickelt, oder? Also wir haben auch schon ein bisschen was erreicht. Richtig. Also... Also, da würde ich halt sagen, ne, so, das ist halt, also für mich ist halt hier Gewalt sehr begrenzt legitim, ne? Also das kann das nicht sein, weil... Also wenn jetzt irgendwie eine Veranstaltung irgendwo in Ostdeutschland wird von Neonazien überfallen und die, äh, Menschen wehren sich damit Gewalt... Ja, guck mal, das ist ja Notwehr. Ja, ja, okay, also, ne, lautere, richtig, super. Zählt ja nicht, also Notwehr ist ja sowieso, ist ja auch, äh, ist ja erlaubt, das ist aber nicht die Frage. Die Frage ist ja, willst du politisch etwas durchsetzen und bist bereit, das durchzusetzen, sogar mit Anwendung von Gewalt? Also da wäre für mich, okay, okay, dann bin ich beruht. Also da würde ich nicht sagen, dass, also, da muss man jetzt wirklich daran zugutehalten. Also, äh, am Ende des Tages, ne, ich werde, ihr könnt das jetzt mitzählen, ich werde, ich werde versuchen, das öfters zu sagen als Dara. Ne, äh, würde ich, ja, er ist kein Extremist, sagen wir es mal so, aber er, er hat sehr fragwürdige Strategien, glaube ich. Glaub ich, weil... Weil ich mich jetzt nicht so wirklich antworten kann. Ja, okay, weil das ist dann, wo ich dann wirklich sage, also, ähm, man muss sich da auch mal, ich weiß, Achtung, jetzt gleich nicht mit Hufeisen sofort schmeißen, aber, äh, wenn wir dasselbe natürlich mal auf der, auf der gegenüberliegenden Seite betrachten würden, wenn sich einer hinsetzen würde und sagt, ja, ich bin auch rechtsextrem, ich bin recht radikal, äh, ich bin auch, aus Scherz sage ich... Wie kann man eigentlich so einen Counter einfügen, äh, am Ende des Tages, ich würde das gern mitzählen, oder jemand macht sich Notizen und zählt jedes Mal mit oder schreibt es in den Chat rein, das wäre mir egal. Immer wenn, wenn, wenn Dara das nachher sagt. Also, ich, ich sage es jetzt am besten nicht mehr, ich lasse es nur noch Ihnen sagen. Manchmal rechtsextrem, Alter, da würden natürlich die Leute sehr stark zusammenzucken, ne, ist ja auch klar, also, geschichtlich, äh, haben wir gesehen, die eine Seite hat es in Deutschland schon mal hart übertrieben, um es mal fast schon, also, um es mal ein bisschen, das klingt schon fast zu scherzhaft. Und, äh, deswegen sind wir natürlich da wesentlich entspannter, äh, ich meine, unentspannter, was das anbelangt, aber das ist interessant, dass wir das bei, bei Links nehmen wir das so hin und, äh, zucken da ja nicht so zusammen, ne? Also, würdest du mir da zustimmen? Ja, es ist häufiger, also, wird es halt einfach als legitim gesehen, also, die Gesellschaft mag Gewalt, also, ne, also, wir haben ganz viele Filme, die präsentieren uns Gewalt, wir haben, äh, in Star Wars, da gibt es dann die Rebellenallianz, die sich dann gegen das, äh, Imperium, praktisch Space-Nazis währt. Aber, ähm, ja, oder halt, äh, Filme, Videospiele, aber das ist einfach Kultur, würde ich sagen. So, wenn, wenn es halt dann halt einfach Actionfilme gibt und so, dann hat, haben sich die Leute halt nicht wirklich auf die Fresse gehauen, sondern haben halt einen Film gedreht, wo dann die Gewalt halt dargestellt wird. Aber das muss ja nicht heißen, dass man, äh, dann selber gewalttätig ist. Man kann ja Dinge künstlerisch verarbeiten. Das ist vielleicht gerade das, was halt was Kultur ausmacht, dass man halt eine Lage ist, die, die, ähm, den menschlichen Instinkt, Instinkt anzuerkennen, aber dann eben daraus zu lernen, wie man damit umgeht. Und dass man halt dann eine andere Methode findet halt. Das ist halt letztendlich das, was, ja, das macht Kultur aus, würde ich sagen. Deswegen, ah, ich bin kurz davor, wie da am Ende des Tages, wie, äh, wie, wie da zu sagen. Nee. Ich denke, Gewalt, Aggression ist da, aber man muss halt vernünftig damit umgehen können. Genauso wie Hass, lauter so Sachen. Man kann das nicht komplett tilgen irgendwie, das ist halt irgendwo da, aber man, nur weil ich was hasse, ist es halt keine Legitimation, dass ich halt jemanden, keine Ahnung, weg, wegballe oder sowas. So, selbst wenn ich Hass empfinde, muss ich lernen, mit meinem Hass umzugehen. Und da gibt es halt auch niemanden, der dann sich so denkt, so, das geht ja aber nicht, das sind ja extremistische Mittel oder sowas. Ja, das ist interessant, also in Kunst und Kultur sind wir schon, also gerade in Filmen, gerade diese ganzen Rage-Movies und sowas, also irgendwie einer erfährt Ungerechtigkeit, dann lieben es die Menschen, selbst Justiz zu sehen, die lieben es die Gewalt zu sehen, weil sie ist ja dann gerechtfertigt und dann ist es ja auch in Ordnung und dann kann man den Gewaltexzess ja auch mal ein bisschen feiern. Ich bin immer froh, wenn den Menschen auch bewusst ist, dass das halt Kunst, Filme, Fantasie und so weiter ist. Das ist dann so ein bisschen wie, wenn Danger Dan davon singt, den Song kennst du ja wahrscheinlich, Kunstfreiheit gedeckt und so, da ist ja auch, wenn das letzte Mittel bleibt, Militanz oder wie das heißt. Ich finde das ein super Song, ich finde, das wühlt auch was in einem auf. Trotzdem habe ich immer so die Hoffnung, dass so jedem klar ist, das ist Kunst, das ist nicht ernst gemeint. Da habe ich manchmal so ein bisschen Sorge. Also ich finde ja, man sollte dann den Wortlaut genau betrachten, das letzte Mittel, was uns bleibt, ist Militanz. Also ich finde schon, dass die Feinde der Demokratie wissen sollten, dass es eine demokratische Bevölkerung gibt, die im äußersten Notfall, um die Demokratie zu verteidigen, das dann auch mit Gewalt tut und das nicht einfach so hinnimmt. Das muss man tatsächlich sagen. Der Rechtsstaat reagiert so gar nicht und du kannst einfach wirklich, du kannst dir sicher sein, dass die halt einfach vorhaben, den Rechtsstaat eher abzuschaffen und dann so eine Art Diktatur dann aufzubauen. Also wenn es da richtig viele Zeichen gibt, dann klar, finde ich, wäre es auch legitimiert zu sagen, okay, dann werden wir uns auch mit Gewalt. Nur ich glaube, da sind wir zum Glück noch nicht. Ich würde es aber trotzdem bei einzelnen Leuten auch in der AfD nicht ausschließen, dass sie auch bereit wären, so einen kompletten Systemumsturz zu machen. Also da gibt es dann zu viel Nähe zu Reichsbürgern und sonstigen, sag ich mal, Gruppen, die nicht so demokratieorientiert sind. Und vor allem, wenn ich das auch mal wieder so höre, was ist der Wille des Volkes, lauter Sokran, dann hört man ja schon immer mal wieder so ein paar Sachen bei denen. Und da die ja auch geduldet werden. Und ich habe jetzt erst wieder Chrupalla gesehen bei Markus Lanz, der dann wieder alles hier wegdiskutiert, sagt, ja, das hat der mal gesagt und da ist das mal gefallen. Ja, ich kann aber nicht für die sprechen, während er Parteivorsitzender ist. Aber das sind so Sachen, wie gesagt, da müsste sich dann eine Demokratie immer noch so wehren. Also es gäbe irgendwann einen Punkt, wo du natürlich dann auch sagen musst, okay, jetzt reicht's. Wenn man die NSDAP damals aufhalten soll, oder beispielsweise jetzt im Iran findet immer noch eine Revolution statt und hoffentlich gelingt die auch irgendwann. Und da wehren sich die Menschen auch mit Gewalt. Da würde ich denen auch sagen, ja, mach das doch mal mit Thales Friedlich. Genau, also da sind wir aber dann wieder, also wir messen das Mittel dann ja daran, was eben vorliegt. Also du hast jetzt gerade zum Beispiel gesagt, Iran oder so, wo wir definitiv so einen, ja, keinen Rechtsstaat haben. Ich weiß dann immer nicht genau, wenn man das dann hier in Deutschland schon mal so propagiert, dann denke ich mir immer, okay, ich verstehe, du willst vielleicht so das letzte Mittel schon mal klar machen. Aber ich denke mir auch so, okay, wir sind glücklicherweise auch noch sehr weit davon entfernt. Also wir haben ja hier keinen Iran, wir haben hier keinen Terrorstaat, wir haben hier einen Rechtsstaat, wir haben immer noch eine Demokratie. Manchmal habe ich so das Gefühl, also ich weiß nicht, ob du den Stream von Seth Van Dorn gesehen hast oder so, der dann ja auch schon davon redet, wenn die und die an die Macht kommen, dann ist er auf der Straße und fantasiert fast schon von bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Ich bin dann immer so ein bisschen, okay, sind wir schon so weit, aber das liegt wahrscheinlich deiner Meinung nach im Auge des Betrachters, oder? Also von dem Seth, der ja da auch auf Twitch streamt, ein relativ kleiner Streamer, von dem habe ich bisher sehr wenig gesehen und in letzter Zeit auch eher sehr viel Ungutes gehört und mir das dann angeschaut. Da würde ich dann eher jetzt, also natürlich irgendwann mal mit dem in Kontakt geblieben, so aktuell halte ich mich da eher zurück, wenn es um die Unterstützung jetzt für ihn jetzt speziell geht. Aber jetzt mal abgesehen jetzt von der Person, ja, also die Frage ist ja immer, wann ist die Situation erreicht? Wann hätte man sich gegen die NSDAP damals verteidigen sollen? Wann hätte man auf die Straße gehen sollen? Damals hat noch Albert Einstein zusammen mit anderen Intellektuellen dazu aufgerufen, Kampfverbände zu bilden, dass die SPD und die KPD sich zusammenschließen und dass sie antifaschistischen gewaltsamen Widerstand auch gegen die NSDAP leisten sollen. Es gab ja einen Aufstand in Mössingen, da gab es ja den Mössinger Generalstreik 1933, also da haben sich ja dann die Kommunisten in Mössingen auch, ich weiß nicht, ob da auch Sozialdemokrat mit dabei waren, die haben ja dann wirklich so eine Art Protest und so ein, ja, wir sind eine Demo veranstaltet, so einen richtigen Protestlauf durch die Stadt und das war der einzige Aufstand in Deutschland gegen Hitler, also gegen Hitlers Machtergreifung. Das gab es nur in der Stadt Mössingen, also könnt ihr mal googeln, Mössinger Generalstreik, also da gab es halt Kommunisten in der Stadt und auch Linke halt generell, also heute ist, soweit ich weiß, die Stadt ist halt eher auch noch etwas progressiv, wobei jetzt gibt es ja auch CDU da, alles mögliche, aber das ist schon, ja, es war die einzige Stadt in Deutschland, die halt gegen Hitler sich gewehrt hat. Das sind auch dann einige von denen, die sind dann nachher in den Knast gekommen, die sind dann auch abgeholt worden und so weiter und das hat den Nazis dann nicht so gut gefallen, aber da gibt es auch einen kleinen Film drüber aus dem Jahr 81 oder so, glaube ich, und da werden die Zeitzeugen da auch nochmal interviewt, da waren auch Teilnehmer dabei und die sagen fast alle, dass sie das genauso hätten wieder gemacht. Also nur einer hätte gesagt, der hätte es nicht gemacht, weil sonst in Deutschland nichts passiert ist und er halt dafür in den Knast gekommen ist, aber ansonsten alle, die da mit dabei waren, haben gesagt, also die noch gelebt haben zu dem Zeitpunkt, die waren auch schon gute 80 oder so, die haben alle gesagt, ja, würde ich gleich wieder machen. Und das ist so interessant, denn du hörst auf einmal so jemand so Schwäbeln und du verbindest ihn mit Schwäbisch eher oft eher so etwas Konservatives oder fast schon Gemäßigtes, jetzt mal gesehen von Stuttgart 21, wo es ja auch ein bisschen heiß herging, aber das ist dann schon interessant, wenn du dann so einen Urschwaben hörst und dann sagst du, okay, ja, gegen Hitler sofort nochmal demonstriere, also das war schon wie geil. Dann war es aber nun mal zu spät. Ja, genau. Letztlich unterhalten wir uns eigentlich ja nur, weil ich würde dir im Kern gar nicht widersprechen, ich wäre auch der Erste, der auf der Straße ist, der wirklich in den absoluten Widerstand gehen würde, wenn ich eine Machtübernahme oder etwas sehen würde, wo ich sage, okay, das ist jetzt wirklich etwas, das endet in einem Gesetz, das ist Faschismus oder so. Ich glaube, wir haben nur einen anderen Schwellenwert, wann das bei uns sozusagen anspringt. Also du sagst sozusagen, man muss jetzt vielleicht schon aktiv werden, man muss jetzt schon mal klar machen, das letzte Mittel, was uns bleibt. Und ich denke mir so, okay, das klingt mir alles schon sehr nach Waffenscharf machen und irgendwie, ich bin da noch nicht. Klar, jetzt könntest du sagen, ja, du bist naiv, ging auch damals super schnell und so. Ja, ich bin tatsächlich, ich habe es ja auch gesagt, also was jetzt diese Demos angeht, also was die Demos jetzt angeht, ich finde das trotzdem richtig, weil das gehört halt auch zu der Demokratie dazu, dass halt Leute dann sagen, hier läuft was schief. Ich bin auch immer skeptisch, was so Massenproteste angeht, weil ich muss halt immer, wenn es halt um so Massenbewegungen geht, habe ich natürlich immer auch so ein ungutes Gefühl halt, aber ich kann jetzt nicht erkennen, dass diese Demos gerade jetzt besonders aggressiv werden oder so oder dass hier jetzt einfach nur der Herr, der in irgendeine Richtung läuft, kann man sagen, es gibt immer bei jeder Protestaktion, bei jeder Demo gibt es natürlich auch immer ein paar Mitläufe halt. Das hast du auch bei Fridays for Future gehabt oder so, das ist halt so, das kann man dann auch kritisieren, da verhalten sich doch manche oft nicht so schlau, weil sie halt einfach nur dabei sein wollen, aber wie bei Fridays for Future, wenn man dann viel Müll hinterlässt oder so, ist auch eine keine geile Aktion, gerade wenn man die Umwelt oder das Klima retten will. Aber wie gesagt, ich finde die Demos, dass die jetzt gerade stattfinden, finde ich trotzdem gut. Und was ich mir noch wünschen täte, dass halt die Leute, die da wirklich Probleme mit haben, dass die halt auch digital mehr werden. Also nicht im Sinne jetzt, nicht so wie Dara das macht oder Karl, sondern wirklich einfach nur mal auch, ja, aktiv ist, auch mal den Kommentarspalten, halt diesen ganzen Leuten auch ein bisschen was entgegensetzt, die da immer wieder ihre Narrative bestätigen, die auch immer die gleichen Phrasen dreschen und wirklich, die ganze, gerade bei YouTube ist das so extrem und ich denke mal wieder so, das kann man nicht ewig immer so stehen lassen und denen dann irgendwie das Feld überlassen, die dann mit 30 Troll-Accounts da agieren. Und da wünsche ich manchmal, dass es da so unter allen Linken so einen gewissen Zusammenhalt gäbe, dass man sich das halt nicht bieten lässt. Ich weiß, man könnte jetzt sagen, ja, bringt ja alles nichts oder so, aber ich finde schon, die haben so ein Machtgefühl, dass sie quasi, dass sie über Social Media quasi versuchen, ja, die Gesellschaft halt insgesamt zu verändern, dass die Leute immer denken, da ist so eine schweigende Mehrheit, ne, und die sind alle potenziell eher rechts- oder AfDner, ne, nur, ähm, äh, die sieht man halt doch nicht, ne, die trauen sich das halt nur im Internet, ne, aber eigentlich denkt das ganze deutsche Volk so und das versuchen die halt immer mal wieder durch diese Dominanz mit Social Media zu suggerieren. Die versuchen dann einfach zu sagen, ja, eigentlich gibt's doch den Volkeswille, ne, und eigentlich wollen doch die Deutschen keine Migranten oder eigentlich wollen die Deutschen das und das nicht, ne. Deswegen ist schon mal gut, dass es halt die Demos gibt, damit die halt wissen, okay, es gibt halt nun mal auch im Land Leute, die sind auch nicht mal Fan der Grünen oder der SPD oder sonst wie, das sind auch Leute aus verschiedenen Parteien, ne, äh, die haben genauso Kritik an der Regierung, nur die wollen halt diese AfD-Scheiße trotzdem nicht. So, die, die, die sind vielleicht, jede, das sind vielleicht sogar auch Nichtwähler oder so, die auch, äh, sagen, ihr könnt weder die Ampel wählen oder die Union oder sonst wer, ähm, aber ich will auch nicht die AfD wählen, vielleicht könnt ihr nicht mal BSW wählen, was auch immer, ne, aber, ähm, es ist schon wichtig, dass, dass, dass auch die, die Rechtsaußenleute einfach wissen, ey, ihr könnt da noch so viel, äh, im Internet eure, eure, ähm, scheiß, äh, ja, weiß ich, Propaganda raushauen, eure, eure ganze, ich nenne es, ne, ihre Metapolitik, was es da alles gibt, aber es gibt Leute, die darauf keinen Bock haben, deswegen, ich finde zumindest gut, dass es halt solche Demos gerade gibt, man kann im Einzelnen wieder kritisieren, ne, sind die jetzt irgendwie alle wieder so oder so, ne, sind die jetzt irgendwie alle grünen Fans, ne, wie ich es gerade eben gesagt habe, ne, weiß ich, es ist auch erstmal egal. In dem Moment ist es schon mal wichtig zu sagen, hier, ganz egal, wo wir da jetzt genau stehen, ne, ne, aber hier auf diesen AfD-Mis haben wir keinen Bock. Deswegen finde ich die Demos trotzdem richtig. Also ich finde, ich finde, ich finde, also wir bezeichnen uns ja gerne als wehrhafte Demokratie und ich finde, ähm, das sollte immer klar sein, dass, ne, und das steht ja auch sogar im Grundgesetz drin, man hat das Recht auf Revolution, also das gibt es, ne, als Grundgesetzartikel, dass wenn jemand die, äh, Verfassung abschaffen möchte, beziehungsweise die Demokratie abschaffen möchte, dann hat das Volk in Deutschland das Recht, Widerstand zu leisten, um die Verfassung und die Ordnung, demokratische Ordnung wiederherzustellen. Und jetzt wird es kompliziert. Welche Mittel setzt du ein? Weil wenn du undemokratische Mittel einsetzen möchtest, hast du natürlich sofort einen krassen Widerspruch, weil du eventuell dann sozusagen in dieses Momentum... Also da steht drauf, das Recht auf Widerstand zum Schutz der Verfassung. Also, Revolution lese ich da jetzt, glaube ich, nicht. Also Widerstand, ja. Widerstand ist ja gut. Aber Recht auf Revolution, ist das, steht das da irgendwo? Ich kann, hab das jetzt leider auch nicht hier, äh, auf Lager. Also ich kann das jetzt auch nicht gerade so rausfahren, aber Recht auf Revolution? Revolution, hm. Naja, wenn das da was sagt. Also Recht auf Widerstand ist ja, ist ja unumstritten, also ist ja klar. Also natürlich, also Recht auf Widerstand hat man. Also wenn jemand Demokratie abschaffen will, dann ist es ja das Mindeste. Ich war Tierschutzparteiwählerin, gehe ich ganz offen und ehrlich. Jetzt habe ich mich überschossen, ich gehe überhaupt nicht mehr wählen. Aber, aber war bei den Bauernprotesten mit bei meinem Onkel. Ja, Tierschutzpartei ist ja, glaube ich, nichts Verfassungsproblematisches oder so, oder irgendwie was Verfassungsfeindliches. Ich glaube, das ist halt auch... Ja, ist ja okay. Also musst du ja, was heißt zu ehrlich zugeben, ist ja, glaube ich, jetzt keine, keine schlimme Sache, die zu wählen. Also, ich lästere ja immer ein bisschen über die CDU und so, ne? Gebe ich ehrlich zu, aber, ähm, aber letztendlich ist das ja trotzdem eine Partei, die mit der Verfassung konform geht, ne? Also da habe ich auch nicht... Ich würde auch mit CDU-Wählern ganz normal reden. Verfälzt, dass du sagst, ich muss jetzt schon undemokratische Mittel einsetzen, bevor das passiert, weil die wollen ja undemokratische Mittel, also die wollen die Demokratie abschaffen. Und, äh, das ist so ein bisschen, ich schmeiß die Atombombe, bevor sie die schmeißen, oder wie darf ich das verstehen? Ja, es ist halt, also aus meiner Sicht ist es gewaltneutral, in Anführungszeichen. Da ist nur die Frage, zu welchem Ziel. Wir haben auch die Polizei, wir haben auch das Militär. Wir sehen das nicht im Widerspruch zur Demokratie. Das sind auch Institutionen, wo wir dann sagen, das ist eine legitime Anwendung von Gewalt, aber am Ende ist es halt immer noch Gewalt. Und, ähm, deswegen... Na gut, kann man sozusagen auch so sehen, ne? Dass die gewisserweise auch einfach, ne, Staatsschutz, ne? Also, es ist halt so, ne? Klar, die Polizei hat ja auch eine Gewaltlegitimation für bestimmte Fälle. Ähm, geht ja dann halt auch darum, wenn jemand natürlich irgendwie ein Straftäter ist oder so, oder wenn jemand halt, ne, den Geiselnahme hier macht oder sowas, ne? Dann, äh, klar, darf die Polizei natürlich auch mit Gewalt antworten. Wenn halt Menschenleben gefährdet werden in irgendeiner Form, wenn Leute, keine Ahnung, betrogen werden, beklaut in irgendeiner Form, ja, klar, da brauchst du halt einen Rechtsstaat. Und der hat dann halt auch, ähm, das Recht auf Gewalt sozusagen, aber... Naja, das ist dann nochmal eine andere Form von Gewalt, ne? Deswegen am Ende des Tages zählt ja nicht, ob Gewalt oder nicht. Ah, am Ende des Tages. Sondern welche... Oh, ich muss das mitzählen. ...gewalt, Legitimität oder nicht. Und deshalb, ähm, sehe ich halt nicht Gewalt als undemokratisches Mittel. Ganz viele demokratische Errungenschaften, die wir heute genießen, wurden gewaltsam erreicht. Ja, aber dann, du musst ja trotzdem mit der Zeit natürlich auch gehen und sagen, also, sie wurden ja erreicht, äh, unsere jetzige Verfassung wurde ja erreicht, das Grundgesetz wurde ja erreicht. Jetzt kannst du ja nicht immer wieder sagen, ja, ja, aber vor, vor x Jahren, äh, da, da musste man ja Gewalt anwenden, um das zu erreichen. Also, dann, dann, irgendwann musst du ja auch mal sagen, nee, nee, der Vorteil dessen, der Revolution damals, ist der Zustand, den wir jetzt haben. Ja. Und wenn du dann natürlich hingehst und sagst, ja, jetzt passt uns das irgendwie nicht, ähm, also ich sehe da so ein bisschen, ich bin in der türkischen Geschichte nicht gut, ne? Ich bin da nicht gut drin, ich, ich, ich hab nur im Kopf, dass da relativ viele Militärputsche waren. Und da hab ich mich dann auch immer gefragt, war das dann regelmäßig so, ja, das hat denen jetzt irgendwie die Entwicklung grad nicht gefallen? Na ja, gut, dann müssen wir jetzt nochmal kurz putschen, nochmal gerade mit dem Militär aufräumen und dann klappt's aber. Ja, aber das ist so der Gag, ne, du willst, also, lässt du praktisch, äh, den Fall in die Diktatur zu, damit einfach, damit sowieso Gewalt gegen das Regime unausweichlich wird, um sich daraus zu befreien und nimmt man dem Ganzen das Ganze vorweg. Und das ist natürlich super schwer, dann eben auszutarieren. Und da bin ich dabei, wann ist denn jetzt der Punkt, wann ist der Punkt? Aber trotzdem muss man eben, und dann finde ich, machst du es dir da sehr einfach, indem du sagst, nee, ich lehne das halt praktisch immer ab, ähm, muss man eben sich die Frage stellen und halt auch eventuell den Mut haben zu sagen, ja, okay, ne, so, okay, ich muss schon, ich muss schon diesen Moment irgendwo im Kopf haben. Ja, ab dem Zeitpunkt muss man die AfD dann mit eventuell gewaltsamen Mittel bekämpfen, bevor sie in der Lage ist, bevor sie in der stärksten Position ist, äh, dass die eben, ähm, ja, dann über den Staat gewaltsam, ähm, das gesamte Volk unterdrücken kann, beziehungsweise die Menschen in Deutschland und darüber hinaus. Und deshalb, weil ich in der Lage bin, das Parteienverbot, das steht ja im Grundgesetz, beziehungsweise gibt es im... Jetzt ist halt nur die Frage, ob das halt bisher schon so klar ist. Also, ich, ich meine, die meisten Leute sagen ja jetzt, wenn wir uns ein Verbot jetzt, äh, ja, da versuchen, täte, ne, wenn man versuchen würde, da so ein Verbot, so ein Verbot halt durchzusetzen, dann, ähm, ja, dann würde das halt nicht durchgehen. So, also, weil es da halt einfach noch, das reicht nicht aus halt leider, ne. Also, ich persönlich würde sagen, ja, die Zeichen sind zu erkennen, ne. Also, was Verbotsfähiges steht schon ein Stück, ein Stück weit im Raum, aber es ist, es ist halt immer noch nicht ausreichend, so. Da wirst du halt viel konkreter noch in deren, deren Wahlprogramm und so weiter drinstehen. Und daher ist es halt einfach schwierig. Und wenn, vor allem, wenn du jetzt das schon so in, in den Raum stellst wieder, ohne dass du schon was Konkretes vorzuweisen hast, dann sorgst du natürlich auch schon wieder dafür, dass die dann wieder so dieses, ähm, Märtyrer-Image dann haben, dass sie sagen, ach, wir werden schon wieder gejagt, ne, obwohl wir gar nichts gemacht haben, nur wegen, weil Höcke vielleicht mal was gesagt hat, oder, äh, das war doch gar nicht so gemeint und so und so, ne. Und da können sie halt schon wieder, äh, dann so sagen, ach, guck mal, wir werden hier wieder gejagt von der bösen BRD-System, was auch immer, Diktatur, was die doch immer wieder da sehen. Das ist halt das Problem, deswegen, man sollte sowas erst dann auch in den Raum stellen, wenn man wirklich was Konkretes, äh, vorzuweisen hätte. Also, wenn man wirklich dann auch sagen kann, okay, wir haben jetzt, ne, wir haben jetzt eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Verbot durchkriegen könnten, ne, und vorher würde ich halt erst gar nicht darüber groß reden, sondern einfach ganz, ist, einfach beobachten, ne, schauen, was, was, was entwickelt sich, auch programmatisch und wie auch immer. Das wäre manchmal besser, wenn man die, ich sag mal so, wenn man die selber die Falle tappen lassen würde und es gar nicht so sehr hysterisch vorher auflädt, sondern einfach ganz nüchtern sagt, aha, mhm, ja, okay, ne. Und da, das ist halt wieder, was halt die Presse dann halt oft macht, ne. Ich will nicht wieder sagen, die Medien, ne, aber das war dann halt auch der Zeitung und Fernsehen oder was auch immer, ne, die das dann schon vorher schon so wieder hochkochen. Aber am Ende geht's ja dieser Presse wieder nur darum, dass sie halt, ne, irgendwie auch Klicks gemacht hat oder irgendwelche, äh, ja, Zeitungen verkauft haben, wie auch immer. Ähm, ich hab halt eher nicht den Eindruck, dass da, äh, das Fernsehen, also jetzt, egal ob es öffentlich-rechtlich Rundfunk ist oder Privatfernsehen oder Zeitung, ich hab nicht den Eindruck, dass die, dass sie das jetzt machen, um irgendwie die Demokratie krass zu schützen. Das kommt mir oft nicht so vor. Also, da mag's natürlich wieder Ausnahmen geben, ne. Wahrscheinlich selbst vielleicht sogar bei Springer mag's da Ausnahmen geben, aber ich hab schon eher den Eindruck, dass die das halt wieder nur machen, um was aufzubauschen. Aber da kommt halt am Ende nicht viel Konkretes bei rum. Und dann können die, kann halt die AfD jedes Mal sagen so, ja, guck mal, wir werden wieder gejagt, aber es ist nichts wirklich, ne, es ist nichts, ähm, nachzuweisen so richtig, ne. Und das ist halt, ähm, das ist dann eher ein Eigentor am Ende. Ne. Und genau daraus, ähm, kann dann die AfD auch wieder punkten. Soviel AfD wählt und die dann verbietet, dann löst nicht, das löst nichts. Ja, guck mal, Hanfmatt, aber bei der NPD haben sie zum Beispiel, also jetzt die Heimat, ne, heißt die ja, äh, haben sie ja genau gegenteilig argumentiert. Da haben sie gesagt, da war die NPD immer so unbedeutend, dass sie gesagt haben, ein Verbotsverfahren oder ein Verbot, äh, lohnt sich nicht, weil die irgendwie zu irrelevant wären. Also da ist dann auch wieder so das Ding, was ist, ja, was jetzt? Also ist die Partei zu groß oder ist sie zu klein? Das ist halt auch wieder so das Ding, so, also da finde ich das Argument, dass sie zu groß ist, ähm, ja, also ich würde das überhaupt nicht von der Größe abhängig machen. Ich würde sagen, entweder eine Partei ist verfassungsfeindlich oder sie ist nicht verfassungsfeindlich. So, davon würde ich es letztendlich abhängig machen. Ist eine Partei verfassungsfeindlich oder ist sie es nicht? Und wenn eine Partei 0,5 Prozent, äh, äh, hatten den Wahlen und, äh, sie ist verfassungsfeindlich, dann, dann, dann verbiete ich auch eine verfassungsfeindliche Partei, die 0,5 Prozent hat. Also, wenn die 35 Prozent hat, verbiete ich auch eine mit 35 Prozent. Letztendlich muss es doch darum gehen, ähm, guck mal, ich werde jetzt einfach am Ende des Tages mit letztendlich wahrscheinlich ersetzen. Ähm, es geht doch dann wirklich darum, ähm, ob, ob die Punkte normal zutreffen oder nicht. Und wenn es bei der AfD Punkte gäbe, die ausreichend sind, dann wird sie halt nochmal verboten. Auch mit, keine Ahnung, 25 Prozent im Bund. Jetzt ist hier ja, glaube ich, weitestgehend auf 18 Prozent abgerutscht, ne? Auch interessante Zahl. Vielleicht wollen sie ja da bleiben. Ähm, ja, wird man sehen halt. Aber ich würde das unabhängig von den Wahlergebnissen machen oder von den Umfragewerten, sondern, ähm, ja, am Ende des Tages, gut, das ist voll ansteckend, ne? Das ist richtig ansteckend, Edara, du Penner. Im deutschen Gesetz allgemein, damit man eben so einen Fall verhindern kann. Und auch wenn es sozusagen ein undemokratisches Mittel ist, gilt es ja, die Demokratie damit zu verteidigen, indem man eben antidemokratische Parteien verbietet. Was ja so, weil die Menschen können nun mal auch demokratisch die Demokratie abschaffen. Ich weiß, das kennen wir in den ganzen Ländern, also, ne? Also, Ungarn und Co., also das Beispiel haben wir ja überall, ne? Du lässt dich demokratisch wählen, um sie dann sukzessive abzubauen. Klar, ich kenne das Prozedere und ich kenne die Gefahr und deswegen ist ja auch das, was ich in meinen Videos zum Beispiel mache, äh, genau vor dieser Gefahr eben waren. Ähm, ich bin mir nur noch nicht sicher, wie die Strategie dagegen aussieht. Also klar, du sagst jetzt so, eventuell ist das so, dass man diese Mittel ergreifen muss. Ähm, ich bin mir nicht mal sicher, also du hast ja jetzt gesagt, deine Strategie oder deine Frage ist sozusagen, ähm, vielleicht muss man dann eben auch mal zu undemokratischen, gewaltvollen Mitteln greifen, um die Demokratie zu schützen. Ich weiß nicht mal, ob das klappt. Also ich weiß nicht mal, ob das... Wir sind auch schnell wieder beim Toleranzparadoxum, ne? Haupt, äh, da wären wir jetzt mal sozusagen bei, bei der, bei der Strategie, ähm, was ist sozusagen eine, eine Strategie, die wir, die wir anwenden können? Weil jetzt, also, was, was wäre denn so ein praktisches Beispiel? Sagst du zum Beispiel Parteienverbot, wäre so eine, ein, ein Mittel, was du vielleicht... Also ich glaube halt nicht an Parteienverbot, ne? Also Parteienverbot von mir aus, also wer sich dafür einsetzen möchte, soll das machen. Was meinst du mit, da glaubst du nicht dran, was heißt, was soll das heißen? Ja, das ist, was passieren wird. Dafür braucht es eben, das ist ja die Ironie. Also je stärker eben eine rechtsextreme Partei ist, desto eher ist die Politik nicht gewillt, sie zu verbieten. Das ist ja so das Bescheuerte. Ja, aber wiederum, ne, also, äh, es trifft ja teilweise das Gegenteil zu. Bei der NPD hat man, glaube ich, was weiß ich, Jahrzehnte lang rumgemacht, ne? Dann kamen sie immer auf 9 Prozent, damals in Sachsen oder so. Ich glaube, da hat das ja auch mal ein gutes Ergebnis in Beck-Pom. Die, die Replikaner hatten damals so ein Auf und Ab, wobei die waren, glaube ich, nicht ganz so extrem noch wie der NPD. DVU gab es ja auch noch, ne? Aber, ähm, als die NPD ihre 9 Prozent hatte und im Sächsischen Landtag war, da, da, da ging die Diskussion los. Da hat man gesagt, ja, nee, geht irgendwie nicht, ne? Und als sie dann irgendwann total abgerutscht ist und irrelevant geworden ist, ne? Da hat man gesagt, jetzt lohnt sich's nicht mehr. Also das ist, also da muss man sich wirklich mal entscheiden, was jetzt. Dara sagt jetzt auch wieder, die Partei ist zu groß, machen sie es nicht. Okay, wenn die Partei zu klein war, haben sie es auch nicht gemacht. Das würde ich einfach unabhängig davon machen, wie viel Prozent eine Partei hat. Also, was hätte, äh, also, äh, 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 wenn, wenn die, also wenn die Weimarer Republik damals diese Mittel gehabt hätte oder die Möglichkeiten und, 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 und es war klar, zum Beispiel, dass die NSDAP nun mal, äh, danach die Republik abschaffen will, ne? Wenn das, äh, nachzuweisen war, ne? Durch das Buch Mein Kampf und alles, was damit zu tun hat, ne? Die Reden, die schon vorher geschwungen worden sind, äh, bevor dann die Nazis an die Macht kamen, äh, dann wäre, es scheißegal, ob die Nazis dann 30, 35 Prozent hatten, aber das ist doch genau das, was doch, ähm, äh, Dara doch eigentlich auch einfordert. Also, ein Parteienverbot wäre letztendlich das, äh, äh, ähm, ja, zivilisierte Mittel sogar, also, bevor man jetzt irgendwie alles in Schutt und Asche wirft und sagt, jetzt kommen die Nazis, jetzt müssen wir ganz, äh, 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 radikal und extrem werden, ne? Ähm, es war, wie gesagt, auch nicht komplett falsch, aber vielleicht ist der Versuch halt, wenn man merkt, okay, eine Partei ist halt, ähm, verfassungsfeindlich, dann sollte man das, das zivilisierte Mittel an, äh, äh, anwenden, die Partei eben, ja, ihrer Grundlage zu entziehen, indem sie einfach sich auflösen muss und das halt eben aufgelöst wird, wenn es nachzuweisen ist, ist ja klar, das ist halt das Schwierige daran, ne? Ne, du musst es nachweisen können. Weil dann eben beispielsweise es generell einen Rechtsdrall gibt in der Politik, die CDU und die FDP, die wollen das nicht, weil sie versuchen ja irgendwo dort diese Wähler wieder zu sich zu holen, das kannst du ja nicht machen, indem du, ähm, gemein bist zur AfD, dann hast du, äh, was hast du gemein? Also, du, also, du, also, du, also, die Parteien, die sowas durchsetzen könnten im Bundesrat, Bundestag und so weiter, ähm, äh, äh, ja. Aber du, du, du zweifelst an der Umsetzbarkeit, aber wenn es umsetzbar wäre, wäre es denn, also, würde das für dich irgendwas helfen? Jaja, das auf jeden Fall. Was würde dann, was würde sich dann ändern? Also, die Partei wäre dann weg, aber die Menschen, die sagen ja dann, also, was, was machen die dann? Die Menschen, die die jetzt vorher gewählt haben. Ja, die würden dann gucken, dass die bedünftige Parteien wählen. Achso, also, die, 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 der, der Aufklärungsprozess, der findet dann danach statt? Ja, klar. Also, es ist ja erstmal eine Zwischenlösung, natürlich musst du danach gucken. Okay, also, es ist einfach so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen Zeit, so ein Puffer einbauen, dass du sagst, jetzt haben wir das erstmal kaputt gehauen und, äh, jetzt müssen wir uns aber, aber, aber du weißt schon, dass du das natürlich in dem Moment, wo du das kaputt hattest. Das ist ja nicht die beste Lösung, aber viel Radikalisierung findet ja auch durch die Partei statt. Also, die Partei selber schafft ja auch ihre Wähler. Und, ähm, natürlich ist es ein wichtiger, äh, ist es wichtig, dass dieser, dass dieser Faktor aus dem Spiel genommen ist, damit man dann eben auch vielleicht es schafft, vernünftig, ähm, die Menschen wieder eben, äh, zur Vernunft zu bringen, die dann übrig bleiben. Ja. Und das Ding ist halt, sagen wir mal, die leisten dann Widerstand, weil die dann halt der Meinung sind, boah, ähm, jetzt, äh, jetzt, äh, jetzt bleibt uns das übrig, als irgendwelche Terrorzellen zu organisieren. Okay, das wäre, das wäre schon, das wäre schon sehr krass. Ich gehe eher davon aus, dass... Wir gehen mal nicht mit 20 Prozent AfD-Wählern, aber natürlich wäre halt wahrscheinlich, ähm, ne, so bei manchen dann, äh, wäre dann sozusagen der Punkt erreicht, so jetzt, äh, jetzt ist der Tag X, jetzt haben wir gar keine andere Wahl mehr, unsere einzige Möglichkeit legal, die Macht zu ergreifen, ist jetzt weg. Äh, wir müssen jetzt, äh, in den gewaltsamen Widerstand, äh, so jetzt schnappe ich mir meine, äh, meine ganzen Gewehre, die ich mir zusammengesammelt habe und mein ganzes Reichsbürger-Equipment und, äh, organisiere mich jetzt mit anderen und dann, äh, wir gehen jetzt Terroranschläge auf die Politik oder so. Okay, du könntest dir vorstellen, dass das das sogar provozieren könnte? Dass das provozieren könnte, aber das Ding ist halt, das ist sozusagen so ein Risiko, was ich dann in Kauf nehmen würde, weil du dann auch wieder rechtsstaatlich gegen die Menschen natürlich dann vorgehen kannst, weil wer Terrorismus betreibt, den kannst du halt, den kannst du halt, den kannst du halt auch legal vorgehen. Ey, dann, dann haben wir, dann haben wir inländischen Terrorismus, ne, ist schon scheiße, die Zeit war schon nicht geil, also. Ja gut, also besser, als dass der Staat selbst der Terrorist ist, ne? Ja, ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, ähm, ja, wäre das dann so, was kommt dann genau, ne, das wissen wir ja irgendwie alle nicht, äh, ich will es auch ungern ausprobieren, deswegen versuche ich ja dagegen zu argumentieren, aber wir stellen ja fest, wir haben ja grundsätzlich dasselbe Ziel, wir haben nur unterschiedliche Ideen, wie man da hinkommt, ne, also, äh, würdest du mir denn dazu wenigstens zustimmen, also, also was heißt so, ne, wenn man jetzt, also, ne, also, ich hab natürlich einige Kritikpunkte an dir, ne, und an dem, was du tust, ne, aber wenn ich jetzt einfach nur isoliert jetzt deine Videos oder dein Content gegen die AfD betrachte, dann finde ich, das ist halt alles größtenteils okay, ne, das ist halt, das ist vielleicht aus meiner, also auch aus meiner Sicht, ne, also, ich glaub halt an eine Vielfalt von Strategie, und, äh, während ich eher der Meinung bin, man muss halt eine starke Haltung zeigen, man muss halt eben als eben demokratische Gesellschaft zeigen, dass man wehrhaft ist und dass man eben auch, ähm, äh, gut, also, ne, als, äh, als Beste, was aus meiner Sicht gegen Rechtsextremisten funktioniert, ist, die lächerlich zu machen, ähm, damit... Aber wie, wie, wie ist der Wirkung? Weiß ich nicht, das glaub ich, weiß ich, immer mit dem lächerlich machen, man darf einfach nicht vergessen, dass einfach ein Teil der Wählerschaft halt immer noch nicht, doch keine Faschisten sind und wenn man die weiter lächerlich macht, dann macht, dann sorgst du halt für noch mehr Frustration und auch für mehr, wie soll ich sagen, auch, ähm, Misstrauen auch, also, ich finde schon, dass, ich kann schon verstehen, was er auch manchmal meint, dass es halt manchmal Sachen gibt, wo man einfach sagt, komm, die sind so absurd, ne, aber, äh, letztendlich muss man sich ja trotzdem irgendwie, ähm, ja, dem inhaltlichen Diskurs halt einfach stellen und ich weiß, die AfD sabotiert den auch teilweise, aber, äh, das gibt ja trotzdem einfach Punkte, wo man die packen kann, also, wo du ja genau weißt, was sie, äh, was sie halt wollen, ne, um auszulachen oder dumm zu nennen, überzeugt niemanden. Ja, glaube ich halt auch nicht, also, vor allem, äh, ich, das Problem ist halt, äh, du musst halt immer schauen, mit welchem Image kannst du auch so ein bisschen, ähm, äh, mit welchem Image kannst du halt so verbunden werden oder was ist so ein bisschen der Nachteil? Ich glaube, der, der linksprogressiven Szene generell in Deutschland, also, wenn man jetzt Szene quasi alle Menschen meint, die irgendwo dem linken Spektrum oder dem, sagen wir mal, dem progressiven Spektrum zuzuordnen sind, man muss ja bedenken, die, die Differenzierung, passieren das ja auch oft nicht so aus, so, für die ist Grün gleich links, SPD ist gleich links, so, so, die, die halt momentan AfD will, tut das ja manchmal sehr grob auch, ähm, zuordnen, ne, oder sagen dann halt, na, die sind halt alle so eh links. Und den haftet ja schon seit geraumer Zeit so, so, äh, so ein, äh, wie soll man sagen, so ein Ruf halt an, die haben, die haben so einen Ruf, sehr elitär zu sein. Und, äh, gerade so dieses von oben herab, ne, und die Nazis, die sind eh alle dumm und die haben alle keine Ahnung und, äh, bla bla und wir sind ja eigentlich viel intelligenter, wir haben Soziologie studiert und wir kennen uns ja viel besser aus und wir haben Bildung und ihr nicht, ne. So, und wenn du halt, äh, das ist halt genau dieses von oben herab dann und ich glaube, das hat mit damit zu tun, dass rechts so gut punkten konnte, weil du merkst ja, dass ganz viele, die, sag ich mal, eher aus dem, sag ich mal, aus dem proletarischen Bereich noch kommen, die Arbeiter sind oder so, dass sie inzwischen gerne rechts wählen, weil sie da das Gefühl haben, ernst genommen zu werden. Und das ist das Entscheidende. Und wenn du nicht ernst genommen wirst, das, das kenne ich aus meinem persönlichen Privatleben auch, das ist richtig nervig, wenn du so Leute hast, die, du, du redest, äh, an die ran, ne, oder hast irgendwie ein Anliegen und, ähm, nicht nur mir ist schon passiert, es geht anderen auch so, Leute, so, das, das macht wirklich wütend. Also, wenn, wenn dich jemand die ganze Zeit lächerlich macht und, und wie so eine Witzige behandelt, äh, äh, das ist nicht geil. So, das sorgt eigentlich für viel Wut und, und Frustration und, ähm, äh, das ist keine gute Idee, das, da denkt man dann immer, ne, man, 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 man schwebt so über die Leute und man ist unangreifbar, aber das kommt halt oft im Leben auch zurück. So, du, du solltest halt dein Gegenüber schon immer mit einem Mindestmaß und Respekt behandeln, ne, ich rede von einem Mindestmaß, klar, da musst du ja nicht wie hochachtungsvoll, brauchst du nicht jedem gegenübertreten, aber es gehört schon dazu, dass man eine, eine, eine Sprache oder einen Ton findet, der einfach angemessen ist und dass man Leute nicht lächerlich macht, das finde ich überhaupt nicht gut. Das ist halt, äh, genau das, was wir, gerade als Linke, die ja eigentlich normalerweise alle ansprechen wollen, wir wollen, oder möglichst viele, wir wollen ja eigentlich, äh, ne, die Interessen der, der, der Unterschicht, der Mittelschicht und so weiter, wir wollen ja die Leute vor allem ansprechen. Also muss ich vor allem diese Leute, dieses Klientel und diese Schicht, muss ich auch mit, ja, schon mit einem gewissen, mit, so wie es die SPD im Wahlkampf gesagt hat, aber leider politisch nicht umsetzen, ne, aber Respekt ist tatsächlich wichtig und der Respekt ist halt vielen Leuten abhandengekommen. Betrifft aber jetzt wiederum nicht nur die, die Progressiven oder die Linken, wie auch immer, sondern findet man auch teilweise bei irgendwelchen AfDlern, die dann auch sagen, so, ähm, äh, was will denn dieser Soziologiestudent, der hat ja noch nie gearbeitet, der hat ja keinen Plan von der Welt oder Studienabreiche oder sonst was, ist genauso respektlos, so, das ist genauso kacke, dann auch immer zu sagen, oder die Ricarda Lang, die ist so fett oder was auch immer, finde ich genauso kacke, das ist, ich finde halt generell, dass da halt, äh, das Niveau die letzten Jahre insgesamt echt, das ist richtig runtergegangen. So, und das ist halt was, was ich ja dann auch wiederum zu allen sage, dass ihr, ey, bitte versucht's mal wieder ein bisschen mehr Niveau. Das Ding ist halt nur, es ist halt mal wie es ist. An den Linken, Progressiven wird da eine höhere Erwartung, ja, wie soll man sagen, man hat halt eine höhere Erwartung. Man erwartet halt von Progressiven, Linken ein bisschen mehr, dass die, dass die sich eigentlich für, für, für die kleinen Leute einsetzt, ne, und auch für, für Leute, die vielleicht auch intellektuell nicht immer das höchste Level haben, ne, so war das halt früher mal, die jetzt vielleicht nicht irgendwie auch gleich, äh, Abituren alles hatten, ne, und wenn dann ein potenzieller Wähler, der so aus, ne, ich kann mich da ja mitzählen, ne, die jetzt nicht hochintellektuell sind, ich kann ein bisschen nachdenken und so, aber wenn ich jetzt schon so einen Satz manchmal zusammenbaue, dann stolpe ich dreimal, ne, weil ich dann irgendwie, äh, den Begriff nochmal irgendwie vergessen habe oder was ich sagen wollte. Aber es gibt ja einfach nochmal einfach gestrickte Leute oder einfacher gestrickte Leute und wenn die dann andauernd dann von so elitären Linken eins ausgewischt bekommen und einfach für lächer, also wenn die lächerlich gemacht werden, das ist gar nicht gut, weil das sorgt nun mal halt für Wut, für Frust, für Zorn und so weiter und ja, manche Leute, die dann politisch nicht so, äh, bewandert sind, also ich hab mich ja Zeit, also Zeit meines Lebens auch mit Politik so weit beschäftigt, ne, ich hab ein bisschen Ahnung von Politik und von, von, von Entwicklung der letzten Jahrzehnte, aber viele halt eben nicht. So, und dann, überleg mal, das ist jetzt jemand, der ist 15, 20, wegen mir aber auch noch älter als Mitte 30, so, und der war jetzt besonders nie politisch unterwegs und dann geht er zu linken, progressiven, grünen, wie auch immer, ne, und wird dann einfach wie so eine Witzfigur behandelt. Ja, was glaubt ihr, wo, wo, wo der hingeht? So, das heißt, dir bleibt halt trotzdem nichts anderes übrig, als die Sorgen und Nöte dieser Menschen ernst zu nehmen. Und selbst wenn die dann eventuell AfD wählen oder aus Frust, aus, aus Protest, wie auch immer, dann nimm diese Leute ernst, mach's hier nicht lächerlich. Das hat auch einfach ein bisschen was mit Epathie zu tun. Und dieses, was ich halt finde, äh, einer linken Kultur, ähm, eine, eine linke Kultur sollte nicht von Mobbing geprägt sein. Es ist eine Form von Mobbing eigentlich, wenn man so will. Und das ist halt so, der, der Witz ist ja, äh, dass, dass, dass wir jetzt die Mittel anwenden, die, die Rechten vor, die Rechtsaußen vor allem vor ein paar Jahren selber eingeführt haben. Also auch so ein bisschen diese, diese, die, ja, die Zerstörung der politischen Kultur auch so ein bisschen. Also ich hab ja neulich wieder auch die Rede ja von Weidel da gesehen, ne, wenn man dann sagt, ne, diese Regierung hasst Deutschland und so Kram. Wo ich dann echt denke, das ist halt so weit drüber, so, man kann halt an Scholz den ganzen Mister kritisieren und all das, ne, aber der hasst nicht Deutschland. Das ist halt Unsinn. Und das ist halt genau dieses, die Mittel, die sollten wir halt auch nicht anwenden. Und es, es ist halt leider so, äh, von einem Linken würde ich jetzt selber auch erwarten, erwarte ich auch ein bisschen, äh, etwas Empathie, wenn es um bestimmte Bevölkerungsgruppen geht. Und eben nicht ein, ein draufkloppen, lächerlich machen, haha, was für ein, was für ein Faschoidiot oder sonst was. Man weiß ja nicht mal im Einzelfall, ob das überhaupt ein Faschist ist, sondern ob das einfach nur ein frustrierter Mensch ist, der vielleicht, keine Ahnung, seit zehn Jahren arbeitslos ist, der, der, ähm, keine Ahnung, vielleicht auch andere Probleme noch hat, psychische Probleme, was auch immer, ne, ich kann da ein Lied ja von singen. Äh, ja, also ich zum Beispiel, ich, 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 von meinem Lebenslauf her gesehen, ich könnte der klassische AfD-Wähler eigentlich sein. Also ich könnte wirklich einer sein, der sagt so, ach, die Migranten und die, die Asylströme und all das, da könnte ich jetzt so sagen, oh ja, das ist das Problem, ne. Ich, zum Glück bin ich nicht so, aber, so, ich hätte halt wenig Bock, dass, dass ich da lächerlich gemacht werde. Ich werde deswegen trotzdem kein AfD-Wähler, weil ich weiß, dass die nur auf so frustrierte Menschen wie mich warten. Haben sie aber den Falschen erwischt. Aber, das ist halt so. Behandle halt auch deine politischen Gegner, vielleicht sind sie auch nur vorübergehend politische Gegner, behandle sie trotzdem mit Mindestmaß und Respekt, besonders wenn es um Wähler geht. Ja, dass sie jetzt Höcke nicht abfeiern wollen, das ist klar. Höcke ist halt für mich auch einfach ein Spinner, also für mich, ne. Aber trotz allem bekommt er eine Stück weit Legitimation von irgendwelchen Wählern. Also muss ich, äh, 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 die Motivation der Wähler, die, die muss ich halt analysieren. Das habe ich echt schon lange geredet, aber ich musste das mal kurz ein bisschen auseinandernehmen. Und das ist halt, was ich meine. Und wenn dann so Dara da so selbstgefällig da auf Twitch sitzt und dann sagt so, haha, ja, die sind halt alle dumm und haha, ja, das hat halt dazu geführt, dass die Linke, äh, zu einer Splitterpartei geworden ist, ne. Ähm, BSW hat jetzt, egal wie man zum BSW jetzt auch wiederum steht, ne, wie gesagt, ich finde nicht alles geil an der, an der BSW, aber innerhalb weniger Wochen geht die Partei teilweise jetzt auf 7,5 Prozent, war jetzt glaube ich das Höchste und hat dadurch jetzt schon fast, eigentlich schon doppelt so viel wie die Linke aktuell. Wo, da muss ich mich doch als Linke einfach fragen, was habe ich falsch gemacht? Natürlich kann ich sagen, ja, das sind irgendwelche, äh, rechte Narrative, die im oberen Raum stehen und, keine Ahnung, aber hey, ich muss halt auch dafür sorgen, dass ich mich einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, ich muss mich halt um die Bedürfnisse der kleinen Leute kümmern und sie ernst nehmen. Also, wenn dann so Vertreter halt auf Twitch sind oder auch auf X oder sonst wo auf welchen Plattformen und die permanent Leute, die aus diesem, aus dieser, äh, aus diesem Arbeitermilieu oder was auch immer, wenn die von dort kommen oder auch Arbeitslose, scheißegal, ne, oder untere Mittelschicht, wenn ich die permanent lächerlich mache, ja, das ist doch, das sind doch die Leute, die ich ansprechen will. Das ist doch dumm. Also, das ist doch wie, als würde man sich selber, äh, ja. Ich muss es nicht sagen. Also, man, 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 vergrault sich halt seine eigenen Wähler. Passt ja in meinem Titel jetzt hier rein, ne. Aber das ist halt, was ich die, was ich dazu echt nur sagen kann. Ich versuche, das Ding wirklich durchzuhalten. Aber jetzt haben wir erstmal, wir haben jetzt glaube ich ein Sechstel geschafft. nicht mal mal gucken vielleicht streame ich ja bis 3 Uhr was passiert dann? ich will das mal durchdenken das ist ja auch so das Prinzip Volksverpätzer und so, wir machen die lächerlich funktioniert nicht funktioniert nicht, du sorgst für noch mehr Frust, für noch mehr für noch mehr Misstrauen du züchtest dadurch deine eigenen, die AfD-Wähler die du angeblich nicht haben willst, die du dann später wiederum bekennst und dich wunderst, dass so viele sind, machst die wieder lächerlich das ist ja fast schon so ein Teufelskreis das ist wie so ein Kreislauf dann, der durchgezogen wird, du machst Menschen lächerlich du nimmst sie dich ernst, zack, erst hast du noch mehr frustriert, dann sagen, ich bin nämlich nicht verstanden, also werde ich aus Protest AfD dann sagen Leute wie Dara wiederum, ach jetzt sind die plötzlich wieder da, jetzt sind es ja noch mehr geworden, also mach ich die wieder lächerlich ich weiß nicht manchmal denke ich so das kann der doch nicht ernst meinen es kann doch nicht sein ernst sein, ohne Scheiß also also da denke ich dann echt manchmal, ist das irgendeine False Flag Aktion oder ist das irgendwie, trollt der sich dann nur in die linke Zähne rein und am Ende sagt dann so Dara irgendwann, haha bin du doch AfD geil, ne manchmal frage ich mich wirklich, also da muss ich jetzt echt da muss man, glaube ich muss meine Mütze hier langsam in Alu umwickeln oder so aber ich frage mich manchmal wirklich, die können doch nicht so blöd sein und glauben, dass das funktioniert mit dem lächerlich machen also wenn ich dann manchmal dann halt zum Beispiel hier, ähm äh wenn ich manchmal da auch Karl da sehe wenn er dann da sitzt und so reingrinst auch bei Dara manchmal denke ich so, ey sind das echt so raffinierte Burschen und wer hat die da hingeschickt frage ich mich dann echt manchmal aber gut, jetzt müssen wir eigentlich mal gucken, ob man ein Stückchen weiterkommt die, die das, die dafür anfällig sind die einfach keinen Bock haben, lächerlich gemacht zu können aber das sind dann meistens schon aber das sind natürlich aber gleichzeitig glaube ich halt an die Vielfalt von Strategie und glaube halt, okay, manch anderer der läuft dann vielleicht eher zu demjenigen und lässt sich dann überzeugen von demjenigen, der versucht sozusagen sachlich ruhig jemanden zu überzeugen also ich glaube zum Beispiel daran, wenn du dein jetzt mal nur den AfD, Anti-AfD-Content machen würdest, dass dann eventuell einige AfD-Wähler, die sind halt abgeturnt dann von mir und lassen sich davon nicht irgendwie überzeugen oder zur Vernunft bringen und die stoßen dann auf dich und werden dann eventuell durch dich überzeugt weil du eben dann für sie das Ganze ein bisschen freundlicher rüberbringst Okay, also das heißt ja, also so gesehen aber da macht doch jeder seinen Job im Grunde genommen also wegen mir kann ja auch Dara tun, was er will weil er tut ja nichts Verbotenes insoweit man kann den Stil kritisieren genauso wie man den bei Sinan kritisieren kann oder so aber im Grunde genommen macht dann halt jeder sein Ding aber dann könnte man doch wenigstens aufhören sich ständig dann so krass anzugreifen also ich würde jetzt Dara auch nicht die ganze Zeit nur noch angreifen und sagen, dann macht er halt sein Ding finde ich zwar nicht cool inhaltlich oder sagen wir es mal so Kritik, die muss immer noch sein aber es ist halt die Art und Weise wie man das macht wenn man zum Beispiel sagt Sinan macht dann irgendwie Content für Rechte oder oder ist selber rechtsradikal oder sonst was dann denke ich halt das ist halt so weit drüber also selbst wenn man den Stil von Sinan nicht halt oder seine Strategie nicht gut finden würde aber ihn dann irgendwie nach rechtsaußen einzuordnen dann muss ich dann fragen ey das kann doch nicht dein Ernst sein also das ist einfach sowas von hier also du kannst höchstens sagen dass er mal ein rechtes Narrativ bedient und dann es vielleicht mal in den Raum stellt aber ist dann auch hinterher wieder aufklärt und sagt, dass es vielleicht Blödsinn ist aber das ist ja dann einfach nur eine Stilfrage aber wie gesagt ich würde auch nie sagen hier Dara muss weg hier von Twitch weil der irgendwie ganz schlimm ist wie die linke Zähne oder hier Karl muss weg oder sonst wer manchmal innerlich denkt man so oh Gott aber ich würde überhaupt nicht daran denken dass ich sage die müssen die Plattform werden und weg davon nein ich will grundsätzlich so eine Kultur nicht haben wo man wo man sich die ganze Zeit eigentlich nur noch auf wirklich aufs Niederste attackiert wobei jetzt gut mein Titel hier gerade der ist jetzt auch nicht so einladend aber trotzdem will ich ja nicht dass Dara deswegen jetzt weg muss oder so sondern im Gegenteil letztendlich ist es ein Aufruf dazu dass er vielleicht seinen Stil sich vielleicht nochmal ein bisschen überlegt ob das so eine tolle Idee ist also auf mich achtet da der sowieso jetzt nicht wenn überhaupt auf jemand achtet aber das ist ja so das Ding es gibt halt es gibt bestimmte Mittel die man anwenden kann aber ich finde es gibt einfach ab einem gewissen Punkt wird es halt blöd so ich würde ja auch Dara nicht als Faschisten wie bezeichnen oder sonst was weil er irgendwie so er distanziert sich ja jetzt schon von Gewalt insoweit also er ist zumindest nicht bereit jetzt irgendwelche Steine zu schmeißen also dann nenne ich ihn jetzt erstmal nicht linksextrem aber wie glaubwürdig er für mich als Linke ist es dann trotzdem noch nicht so klar also ich bin da sehr skeptisch so ich weiß nicht genau was er wirklich will das sieht zwar erstmal schön aus ne auch sein Kompass sehr sehr weit im gesellschaftsliberalen Spektrum und eher ja kommunistisch sozialistisch in der Wirtschaft schon ne ist ja grundsätzlich schon mal ganz gut finde ich ne aber ob er das wirklich ist weil ich frag mich dann halt die Strategie die er anwendet dann stell ich mir dann schon die Frage so der tut eigentlich alles dafür dass das was er da angeblich will dass das nicht passieren wird naja eigentlich ist eine logische Idee dahinter nicht alle Menschen sind gleich nicht alle Menschen reagieren gleich es kann nicht die eine universelle Strategie geben die jeden gleichermaßen überzeugt das ist Quatsch jeder hat eine andere Biografie der eine fühlt sich eher vom Kurden abgeholt der andere vom Türken aber der eine sagt manche auch von schwäbischen Pfälzern verstehe ich verschiedene Strategien jetzt haben wir es natürlich so dass wir an einem gewissen Punkt in den Konflikt geraten weil natürlich du vielleicht ein Stück weit ein Problem mit meiner Strategie hast und ich ein Problem habe mit deiner Strategie und zwar wenn es dann darum geht eben ich habe es eben schon mal so leicht angedeutet wenn es für mich ins Radikale geht oder wenn es dann ja um bestimmte Mechanismen geht dann habe ich so das Gefühl das torpediert sogar so ein bisschen die Strategie die ich mir vorstelle verstehst du also das ist ja das ist wahrscheinlich das was du bei mir kritisierst dass ich dann sage ja warum warum greife ich auch solche Themen auf wie jetzt zum Beispiel ich finde ja am besten hat man das bei den Querdenkern gesehen also da hast du halt auch natürlich damals vielleicht auch krassere Videos gemacht gegen die Querdenker und weil das eben auch etwas war was ich zum Beispiel ich glaube sowieso die AfD größtenteils ist die aufgestiegen mit Social Media also dadurch ist die AfD überhaupt erst in Erscheinung getreten relevant geworden und konnte ihren Aufstieg haben und da hat er nicht ganz Unrecht also da hat Social Media schon eine große Rolle auch gespielt also gerade bei YouTube sieht man zum Beispiel dass gerade AfD Content ist praktisch der Content der sich aktuell am besten klickt selbst neben Katzenvideos oder neben irgendwelchen ich weiß nicht was Fail Compilations oder so im deutschsprachigen Raum also alles was irgendwie pro AfD ist damit kannst du echt richtig würdest du sagen würdest du pro AfD dann würde ich auch sagen aber das liegt auch da das hat doch wieder viel mit der Schwäche der Linken zu tun weil die natürlich also Streit in der Linken gehört einfach gehört einfach so dazu halt wie soll man sagen wie das Arm in der Kirche also Streit unter Linken ist normal es ist nur die Frage wie weit das geht und wie extrem das ist da die Linke aber es nicht schafft sich in ein paar Punkte mal einig zu werden also die gesamte politische Linke und dass sie es halt nicht schafft dem Ganzen auch wirklich social media mäßig was entgegenzusetzen das ist gerade wirklich entscheidender Faktor weil jetzt muss man sagen früher gab es immer kein Social Media noch vor 50 Jahren oder sowas haben wir halt alles nicht gehabt und damals hat das einfach noch nicht so eine Rolle gespielt aber jetzt bräuchtest du halt schon auch eine ich sage mal eine Linke die ein Stück weit zusammenhält und dir dem Ganzen was auch entgegensetzt also natürlich auch intellektuell das bringt natürlich nichts nur zu sagen hier ihr bösen Nazis oder sowas sondern da muss natürlich schon auf mehr Inhalt kommen ist klar aber das ist halt genau das Ding jetzt schießt natürlich also die die Pseudo-Woke-Szene wie auch immer schießt dann gegen Sinan also die die wirft dann Sinan vor dass er die Woken angreift aber er macht das ja mit einem gewissen Stil noch er ist ja doch noch relativ differenziert aber die erklären die dann gleich zum Rechten oder zum Rechtsextremisten oder was auch immer wo ich dann wiederum denke so da stimmt die Verhältnismäßigkeit einfach gar nicht so dass man sich gegenseitig mal ein bisschen ankackt und sagt so okay das was Dara macht ist kacke und so und so oder das was der Sinan da gesagt hat finde ich doof und so und so finde ich alles noch in Ordnung aber wenn man dann anfängt sich gegenseitig wieder so das Linkssein komplett abzusprechen also so komplett also ich würde jetzt immer noch anerkennen dass Dara so weit links ist ich bin nur manchmal nicht sicher aber ich würde ihn jetzt nicht Faschist nennen oder irgendwas in der Richtung auch wenn er manchmal echt komische Takes prägt ne aber ne ich finde es ist da sind wir halt wieder so ein bisschen beim Fairplay halt man sollte das immer noch ja auf eine fünftige Art und Weise machen mit der Kritik und sich halt nicht nur mit Scheiße bewerfen und davon halte ich halt gar nichts das ist halt genau das weil jetzt wäre es halt wirklich besser wenn man sich im Kern mit ein paar Dingen grundeinig wäre so zum Beispiel dass man sagt wir wollen ne Meinungsfreiheit wir wollen trotzdem wir wollen einen Diskurs wir wollen wenn wir jetzt zum Beispiel uns als Linke betrachten wir wollen eine gewisse soziale Gerechtigkeit wir wollen Probleme langfristig lösen wir wollen Probleme an der Wurzel packen wir wollen ne wir sehen den Kampf zwischen Arm und Reich als den zentralen Kampf und nicht der zwischen Innen und Außen so da kann man so ein paar da kann man einfach einen Grundkonsens finden so und jetzt kann man sich nur noch über die Stilfragen halt streiten ne aber dass man es nicht schafft da mal zu sagen hey gut genommen sind wir halt ähm alle zusammen irgendwo schon gegen die sag ich mal mächtigen oder wir wehren uns halt ne und schließen uns zusammen das wäre halt schon ein Appell der der ganz gut wäre halt aber das passiert halt nicht und die Rechten wissen das halt und deswegen die Rechten halten halt weitestgehend wenn es nach außen geht ganz gut zusammen und das ist halt was passiert und da haben wir halt entscheidenden Nachteil das ist halt so FD oder ich würde da gerne differenzieren würdest du also würdest wirklich sagen der der Content der gut geklickt wird ist so richtig der sagt die AfD ist die Lösung so das ist so die einzige Partei die uns retten kann oder würdest du sagen es sind bestimmte Themen die sich gut klicken ne 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 es ist wirklich pro AfD natürlich in Verbindung mit den Themen und alles was so ein bisschen dahin tendiert klickt sich besser aber nicht besser als jetzt wirklich volle Möhre dann den pro AfD Content zu machen so ich finde das sieht man immer bei dem ganzen Anti-Vogue Kram und so weiter du hast halt dann jemanden wie Aktien mit Kopf oder so der wirklich volle Möhre mir gesagt den pro AfD Content macht kann ich nichts zu sagen das weiß ich nicht habe ich nie gesehen ja also jemand der also der wirklich einfach nur mit seinem Handy sich selber filmt da acht Minuten lang reinspricht pro Tag solche Videos hochlädt wirklich unglaublich also hat das gar nichts mit Aktien zu tun ne ne der hat früher so Aktien Videos da draußen die inzwischen eben von Fitness oder Dating oder eben Aktien Finanzen umgestiegen sind auf pro AfD Content was ist pro AfD Content was meinst du damit ja das ist relativ klar ne er bewirbt wirklich die AfD also verteidigt die AfD die AfD Politiker jetzt zum Beispiel mit dem Korrektiv ja das sind ja alles manipulierte Fotos und das ist die bei den Demos und die Korrektiv das ist ja alles einfach erstunken und erlobt hat der Vermietertagebuch auch mit dem Scheiß angefangen weiß ich nicht aber da hat er hat er auch wieder einen Punkt da gibt es auch viele Leute die da halt Geld halt noch mitriechen ne die die machen dann irgendwas das weiß ich das sind ja meistens halt diese Leute die irgendwelche Motivationstrainer oder was auch immer auch gerne sind wobei vielleicht in dem Bereich nicht ganz so extrem aber es sind halt auch echt gerne so Leute die halt mit irgendwelchen dubiosen Mitteln halt versuchen Kohle zu machen ne und ja letztendlich bleibt dann halt nur noch die AfD übrig dass ich dann halt sage ja guck mal voll geile Partei und die die spricht das aus was der Volkeswille ist oder was auch immer und dann machen sie halt irgendwelche so Reboot-Content ich finde auch inzwischen das was hier Carsten Stahl macht das geht ja auch in so eine Richtung dieses so ich bin Familienvater ja ich bin Familienvater und ich will dass in Deutschland die Probleme gelöst werden und zwar richtig ja so das kann halt jeder sagen das ist halt so du hast eigentlich nix gesagt du schreist irgendwas in die Kamera rein das ist halt Populismus Maximum Level halt das ist so dieses typische ich bin ich bin einer der wirklich über die Menschen nachdenkt über das Volk und die da oben so und so das ist halt genau das was halt ja das ist halt diese typische politische Antikultur das ist halt nichts gesagt aber halt die ganze Zeit irgendwie nur wütend in die Kamera reingeschrien und ja als hätten wir davon nicht schon genug aber es funktioniert so die Leute finden das dann toll dann schreiben halt alle in die Kommentarspalte drunter endlich sagt mal einer was los ist ich weiß nicht wer was in diesem Land los ist ich bin wirklich schockiert was hier abgeht immer das gleiche Zeug und das ist immer immer wieder das gleiche und das kannst du schon seit ja fast 10 Jahren beobachten es ist immer der gleiche Blödsinn immer das gleiche Zeug und die bestätigen sich alle gegenseitig und da muss ich da sage ich auch mal wieder Leute das Niveau also wirklich wird nix gesagt viel reingebrüllt aber kommt nix bei rum am Ende und so schlimm war das alles gar nicht und alle möglichen Strategien werden da rausgehauen und am Ende des Tages ist das immer so gegen die Grünen gegen irgendwie die Ampel und dann gleichzeitig pro AfD also die AfD-Politiker werden immer wieder gehypt werden immer als total toll dargestellt und die AfD wird angeblich unterdrückt zensiert bekämpft und so weiter also das ist ziemlich offensichtlich das ist nicht einfach nur meine links-grün-versiffte Woke-Interpretation von seinem Content sondern das ist wirklich pro AfD-Content und ich versuche da noch nachzufühlen weil ich bin mir natürlich manchmal nicht sicher du hast dann das Problem also es gibt definitiv ganz klar pro AfD-Content ganz klar also kenne ich also ich gucke da jetzt nicht viel drin aber ich kenne auch eben die Fälle und das sind gerade natürlich diejenigen die sich selber vor allem sag ich mal jetzt im liberalen Spektrum sehen aber nicht jetzt im FDP das ist für mich nicht das ist neoliberal also liberal im Sinne von freiheitlich Meinungsfreiheit von wenig Macht in dem Staat wenig Autorität die vielleicht Angst haben dass ja so ein verengter Meinungskorridor und so da habe ich schon das Gefühl dass die dann aber auch teilweise gerne einfach mal so mit einem Abwasch dann auch so ja komm auch AfD auch weißt du das wird dann alles so in eine Werbung also ich kann dir nur empfehlen in den Kanal reinzuholen ist es wirklich einfach eindeutig pro AfD wie gesagt den Kanal kenne ich jetzt nicht ich sage ja nur es gibt diese Fälle es gibt diese Fälle es gibt wirklich diverse YouTuber die ich schon gefunden habe die wirklich nur eigentlich pro AfD Werbung machen über ihren YouTube Kanal die hunderttausende Klicks pro Video machen also der Aktienmitkommen der macht bestimmt so 200.000 Klicks pro Video und lädt davon drei jeden Tag hoch weil er die einfach mit dem Handy aufnimmt er labert der ist anscheinend ja sehr erfolgreich mit seiner Strategie ja ja und da gibt es halt noch ein paar andere fünf sechs andere die haben alle mehr Klicks als Google TV inzwischen oder Rezo oder so im Monat und die sind wirklich sehr reichweitenstark und dann gibt es eben Leute die dahin tendieren also nicht dahin tendieren im Sinne von pro AfD aber zumindest in diese Themen einbrechen zum Beispiel mit Anti-Vogue irgendwie gegen gegen Trans oder gegen queere Menschen gegen Feminismus die da sozusagen so eine Kerbe einschlagen die auch du so ein bisschen eingeschlagen hast beziehungsweise andere Akteure und damit dann natürlich Erfolg haben den man mit wirklich reiner Anti-AfD oder Anti oder beziehungsweise die man jetzt dem puren würde ich sagen demokratischen Content nicht schaffen kann aber das hat nichts mit Erfolg zu tun das ist halt wirklich da kann ich wirklich dir sagen also ich kann es von mir sagen und ich kann es von Imp jetzt sagen weil ich ihn mittlerweile gut kenne das sind Themen das machen wir nicht weil wir merken oh geil wird voll geklickt oh geil jetzt können wir ein bisschen was abgrasen von den Frustrierten oder so sondern das sind wirklich Themen wo wir sagen ich komme da mit meiner Logik nicht hinterher ich komme da nicht hinterher ich verstehe den Wirkmechanismus dann möchte ich das dann ist mir der Zeiteffekt ja irgendwann scheißegal weil ich muss ja das ist halt dann wo ich sage ich lebe in einer ich lebe glücklicherweise noch in einer funktionierenden Demokratie und ich habe das Recht hier ein Meinungsvideo zu machen was erstmal vom Kernthema her eben nichts mit AfD zu tun hat wenn mich dann irgendwas nervt also diverse Kritikpunkte sind total okay und so weiter an vielen Themen aber man muss sich halt eben innerhalb natürlich so von dem kapitalistischen System Aufmerksamkeitsökonomie und Medienökonomie und so weiter ist es nun mal so dass bestimmte Inhalte werden eben gefördert eventuell durch die Algorithmen oder eben durch die durch die Zuschauerschaft oder eben dadurch dass bestimmte Inhalte auch gepusht werden teilweise gibt es auch ich weiß nicht wie stark das in Deutschland ist aber auch im englischsprachigen Raum dass dann rechte Inhalte zum Beispiel durch einfach russische Botfarmen oder sowas gepusht werden also er hat da analytisch einfach nicht komplett Unrecht da muss ich jetzt sagen analytisch ist daran nicht mal so kacke nur seine Schlussfolgerung daraus was mach ich dagegen das ist die Frage was mach ich dagegen das was er da jetzt gerade beschreibt wie geh ich damit um das ist jetzt eigentlich die Grundfrage bestimmte Kerbe schlagen dass sie dann eben erfolgreicher sind weswegen man schon sieht okay bestimmte Content Creator die sagen dann okay anscheinend wenn ich jetzt ich mach gerne den und den Content aber wenn ich jetzt hier an der Stelle mal darauf hinweise dass Disney jetzt irgendwie total vogue ist und nur noch irgendwie schwarze Frauen als Hauptrollen für Märchenfiguren oder sowas hat dass das jetzt dass das dann einfach einen kleinen Boost einem gibt und dadurch gibt es natürlich auch so eine Motivation für Content Creator in diese Kerbe zu schlagen und ich hab dieselbe ich hab die ich hab früher immer gesagt also du sagst im Prinzip gerade dass das dass ich sozusagen einen finanziellen Anreiz hab das zu tun weil Reichweite ich glaub dass du total daran glaubst ich sag nur du setzt dich dann sozusagen durch eher als eben andere weil du eben auch diesen Content bedienst und weil du dann auch Zuspruch bekommst aus eben bestimmten Ecken des Internets von denen man eigentlich keinen Zuspruch haben möchte aber dann hab ich noch nicht verstanden was ist genau jetzt das Problem oder der Vorwurf den hab ich noch nicht rauskristallisieren können also weil ich ich sage dir ganz ehrlich das sind Dinge die mir die mir auffallen jetzt kann man immer sagen klar selektive Wahrnehmung wenn du dich einmal damit beschäftigst dann fallen dir Sachen halt einfach immer häufiger auf das sind Themen die mich beschäftigen das sind Themen die mir im Alltag tatsächlich die ich mitbekomme ja also nehmen wir mal irgendwie sowas wie gendern oder so das finde ich natürlich witzig wenn ich da im Krankenhaus bin und ich sehe krieg einen Zettel in die Hand gedrückt und da ist komplettes Chaos also das ist komplett das ist wieder komplett schief gelaufen so dann finde ich das lustig das zu sagen okay ist ja eine ganz lustige Idee aber scheint offenbar gar nicht so einfach in der Umsetzung zu sein vielleicht ist das kein geiles Konzept dann ist mir ja erstmal egal wer da klatscht welcher Algorithmus das befeuert oder so das ist ja ein reales Erlebnis was ich hab was ich mitbekomme also ich glaube auch nicht dass man dadurch jetzt irgendwie einen AfD wähler oder was auch immer oder irgendwie einen Rechtsextrem mehr erzeugen dem was jetzt Sinan macht so also irgendwo irgendwo müssen wir halt dann wirklich doch den Free Speech Raum haben dass wir halt einfach wenn uns halt Leute äh wenn uns halt Sachen im Alltag einfach ein bisschen wie soll ich sagen absurd vorkommen oder wenn wir da irgendwie was Widersprüchliches sehen oder was etwas was wie schwierig ist bei der Umsetzung wie er es gerade beschreibt ähm dann sollte man darüber reden können ne wer einem das auffällt ich weiß nicht ob es ich machen täte ne weil es gibt ja manchmal Sachen die sind dann zwar ein bisschen schwierig oder vielleicht ein bisschen blöd gemacht ne ich muss aber auch nicht jedes einzelne Ding was mir irgendwie im Alltag äh entgegenkommt was ich nicht verstehe muss ich auch nicht jedes Mal krass thematisieren also sagen oh Gott wieder was ganz Schlimmes passiert nein da hast du wieder gegendert worden aber hat nicht funktioniert und so und so ich weiß nicht ob ich das jedes Mal machen müsste ich würde es aber auch wiederum keinem verbieten oder jemand dafür anklagen dass es halt mal macht so Sinan beschäftigt sich halt mit diesen Sachen und ähm dann fällt ihm das halt auf ne und dann spricht er das halt an dann schreibt er das entweder bei X oder sonst wo halt rein oder bringt das dann im nächsten Video halt unter aber ich würde ja nicht sagen dass er das jetzt nur äh auf so einem Trash-Talk-Niveau macht weil das hat ja dann er analysiert das ja dann schon richtig und versucht da äh keine Ahnung da ähm da was herauszuarbeiten und zu erklären hey ja das geht nach hinten los so und so ne weil er ist wahrscheinlich nicht mal grundsätzlich dagegen sondern er erkennt halt nur dass die Sachen halt nicht so einfach sind wie sie sich manche vorstellen und das ist ja durchaus ähm das ist ja durchaus ist einfach legitim finde ich also wenn man ihm da dann wieder einen Strick draus macht dass er das dann irgendwie auf X oder sonst wo halt mal ja beschrieben hat gepostet hat hier da und da macht er denen die Erfahrung und hat nicht funktioniert ne wenn sich dann die Leute wieder aufregen und sagen oh ne das könnte jetzt wieder irgendjemand bestätigen der irgendwie AfD nah ist oder sonst was oder überhaupt rechtsextremen in irgendeiner Weise ja wirklich also irgendwann kann es halt wirklich nichts mehr sagen also irgendwann musst du dann jedes Mal äh wirklich äh hundertmal überlegen darf ich das jetzt darf ich das nicht so und so also das wird da wird es einfach lächerlich also ich glaube äh 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 also Free Speech also möglichst viel sagen können solange man nicht zur Gewalt aufruft oder sonst irgendwas das muss schon drin sein das müssen auch einfach überzeugte Linke ähm ich halte es ja sowieso aus aber die müssen das halt auch einfach aushalten es gibt halt manchmal Themen die sind halt ein bisschen kontrovers oder sind halt schwierig aber darüber reden sie dürfen mein Gott also verstehe ich nicht wie man sich da so aufregen kann also da regen sich ja dann manche mega auf wenn dann sie dann irgendwas rausgehauen hat bei X und machen da einen riesen Drama draus und ich denke dann so mein Gott Leute keep cool so was soll ich dann machen wenn das auch von irgendwie Leuten thematisiert wird die wir beide nicht mögen was soll ich mit der Info machen also was ist deine was soll ich dann wie sieht meine Handlung damit aus also eigentlich sollte man dann sich vielleicht ähm natürlich ordentlich abgrenzen und auch wissen okay wo sind jetzt gerade die Prioritäten also brauche ich jetzt gerade ein Video über Gendern oder ist nicht vielleicht irgendwie so der Aufstieg der AfD ein bisschen wesentlich gefährlicher aber wieso entscheidet das finde ich so ein bisschen du bringst mich ja damit im Grunde ist das im Grunde ist das eine emotionale Erpressung das ist im Prinzip so du sagst so ja ich verstehe zwar dass dich das nervt aber findest du wirklich dass das gerade das größte Problem ist wir haben hier gerade die Demokratie ist gefährdet jetzt und ja und dann und dann sage ich dann keine Ahnung eben ich und Co wir sagen dann so ja ist uns aber egal wir machen das trotzdem weil wir das weil uns das nervt und wir das sagen möchten und dann was wir feststellen ist und dann werden ja die Angriffe nach oben also die verbalen Angriffe die verbale Eskalationsstufe wird dann höher gedreht von dir jetzt nicht unbedingt das ist das was ich halt auch nicht verstehe selbst wenn dann Sinan irgendwie sowas gemacht hat oder auch Imp oder wer selbst wenn die das gemacht haben selbst wenn man sagen kann okay wir haben eigentlich gerade wichtigere Themen das könnte ich tatsächlich sogar fast unterschreiben ich könnte mal sagen ja eigentlich ist es jetzt gerade nicht so wichtig jetzt über jedes einzelne Ding da drüber zu springen aber in dem Moment wo die das machen und ich dann als 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 Fehler von Sinan und Imp und wie sie alle heißen konzentrieren dann machen sie ja auch den wiederum den Scheiß so anstatt dass sie dann einfach dabei bleiben okay die anderen die die kümmert sich halt um die kleinen Sachen oder was auch immer oder die kleinen Kontroversen des Alltags oder so was auch immer was für Alltagspannen es so gibt und dann können sie sagen ja da stehen wir aber drüber wir machen unseren Content weiter über keine Ahnung Demos gegen jetzt rechts oder oder wir klären auf was die AfD will wie auch immer ne das könnten sie ja genauso machen also sie müssen ja nicht über jedes Stöckchen springen dass sie ihn jetzt ziehen das macht Sinan ja gar nicht bewusst sondern er postet was okay er weiß schon dass die Leute da drüber stolpern irgendwie aber sie gehen ja auch da voll drauf ein und verlieren dann selber den Fokus total also wenn sie selber sagen Imp und Sinan sollen sich besser auf Wichtigeres fokussieren ja dann sollen sie es doch selber auch so machen aber warum fokussieren die sich dann wiederum auf Sinan und Imp also dann könnten sie doch genauso sagen okay ist nicht so wichtig mach mal anderes anderes Thema das verstehe ich halt nicht also wenn Dara sagt das wäre alles so viel wichtiger oder wegen mir auch im Karl oder wie die alle heißen halt dann sollen sie doch das einfach machen also dann sollen sie doch einfach sagen okay das was da irgendwelche Imps oder sonst wie machen das ist irgendwie nicht so wichtig aber ey scheiß drauf wir machen halt weiter unser Zeug und dann macht jeder erstmal sein Zeug insoweit man kann sich natürlich immer noch ein bisschen kritisieren für manches aber wie gerade Sinan schon sagt wenn dann halt so wenn die Angriffe dann richtig krass werden so oh jetzt hat hier Sinan schon wieder irgendwie was gemacht hat dadurch irgendwie die AfD bestärkt oder wen auch immer wo ich sag ja nee komm so schlimm ist es dann auch wieder nicht also rafft euch mal ein bisschen so man muss es nicht teilen man muss nicht der Meinung sein aber das macht nicht wie jetzt ein AfD wieder oder was auch immer mehr oder weniger was auch nee das ist einfach er zeigt nur was auf und da gibt es auch sicherlich viele aus der aus der linken Bubble wie auch immer die dann auch sagen ja fand ich finde ich auch ziemlich doof da funktioniert etwas nicht richtig muss man vielleicht besser machen oder anders lösen wie auch immer aber das ist ja nicht so dass man jedes mal dann Content für rechts außen macht oder sowas Schwachsinn in meine Richtung jetzt noch nicht so krass wahrgenommen aber wir kennen es alle dann gehst du halt ein paar Stufen weiter und dann bist du irgendwie weil das Leute dann auch irgendwann nicht mehr krass genug ist und dann heißt das irgendwie der Rechtspopulist Sinan der Rechtspopulist so und so alle rechts und dann frage ich mich ist das wirklich also was ist das ist das Frust dass wir nicht dass wir das nicht tun wie ihr euch das vielleicht wünscht oder weil man so sauer ist oder was es ist ja verbunden mit auch also einfach einfach diversen Quatsch den ihr natürlich dann verbreitet und das ist natürlich so ein bisschen problematisch also ich hab jetzt zum Beispiel Wolfgang M. Schmidt weißt du der kritisiert auch mal hier unter Wokeness oder Gendern und so weiter aber das hält sich sehr stark in Grenzen der vergleicht das dann irgendwie mit wie du mit irgendwie dass man Tourette hätte oder sowas das war das war das war ziemlich eklig der war schon ziemlich daneben der Joke ja und dann du hast den eigentlichen Joke hast du da mitbekommen ich hab den Joke gemacht und danach hab ich ja den Joke gemacht wie die Zuschauerreaktion ist also kann man natürlich sagen muss man trotzdem nicht machen also das ist also für mich sorry aber das ist halt wo oder so für mich drüber das kann man halt einfach lassen weil am Ende das war ja gut er hat schon manchmal was Trolliges an sich manchmal trickst du die Leute auch aus er testet halt auch manchmal so ein bisschen die Reaktion ich finde es ehrlich gesagt auch nicht so geil aber ich finde es halt auch wiederum nicht schlimm weil man bei Sinan trotzdem relativ klar weiß woran man bei ihm ist das ist zumindest meine Meinung also du weißt ja dass er das nicht so krass meint also ja will ich drauf wetten also ich glaube nicht dass Sinan ein versteckter Rechtsradikaler ist der dann irgendwelche Triggerpunkte setzt nur damit die Leute dann irgendwie ausrasten und er dann so ha 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 also ich verarscht dann mal so ein bisschen aber ich glaube ihm geht es da schon um was Größeres dabei also ihm geht es nicht darum jetzt irgendwie nur Linke lächerlich zu machen oder irgendwas in die Richtung glaube ich nicht am Ende des Tages ist es halt es ist Gendern ein Thema am Ende des Tages wieder weil es halt eben so wichtig ist man kann darüber aufklären dass die Rechten das Thema pushen weil es so nichtig ist und weil sie damit von anderen Themen ablenken können und weil sie damit easy points machen aber du kriegst super easy points du hast in der Gesellschaft hast du 80% du hast 70-80% je nach Umfrage hast du hast du Ablehnung und das ist ja zum Beispiel so ein Punkt wo ich mich dann frage ist das echt wieder jetzt so eine clevere Strategie da keinen Widerspruch zu leisten bei diesem Thema ja weil du sie du wirst keinen SPDler keinen Grünen du wirst keinen finden der sich mal so so ganz deutlich dagegen ausspricht du überlässt die Kritik ja ja genau du überlässt also das ist ja kratsch also das ist ja du holst 70-80% der Bevölkerung nicht ab das finde ich so krass ja aber es ist ja keiner verstehst du das ist ja das Ding spielt keine Rolle manchmal kannst du einfach auch mal um zu signalisieren damit du dieses dieses was die AfD ja super gut kann ist ja sie stellt sich hin und sagt guck mal hier die sind alle Gaga nur bei uns gibt es die Vernünftigen so und keiner widerspricht denen keiner sagt nö wieso ich sehe das auch nicht so keiner und dann hast du dieses Phänomen und das sehe ich dann also ich sehe so in meinem Freundeskreis irgendwie 99% finden Gendern komplett affig ja aber keiner dann frage ich ja und welche Partei fällt dir ein die sich dagegen ausspricht ja AfD natürlich so welche noch keine keine und das ist so eine Strategiefrage die ich mich langsam die ich mir stelle wobei ich halt den Fokus auf Gender nach wie vor auch ein bisschen unwichtig finde also man muss auch bedenken dass das Thema Gendern halt wirklich auch durch die AfD generell auch hochgetrieben wird also wie gesagt ich bin ich ich beschäftige mich da schlichtweg nicht so mit obwohl ich es jetzt ne vorgestern ja auch kurz erwähnt habe da im Stream aber wie gesagt das ist so das ist so ein Nebenschauplatz wieder für mich wo ich dachte das sind jetzt weder die eine noch in die andere Richtung so meine Hauptsorgen so wenn es wenn es hier Leute machen machen sie es und wenn nicht ich überlasse es einfach der Gesellschaft wie wie sich das entwickelt ich weiß ja das wird dann hier und da wird das irgendwie eingeführt oder so aber ich habe ja neulich auch einen Text gelesen das war dieser Text da über das schwedische Schulsystem und dann war es tatsächlich für mich sogar leichter zu gendern als nicht zu gendern weil es tatsächlich für mich flüssiger war aber deswegen bin ich jetzt auch kein krasser äh was soll ich sagen Vertreter der Genderideologie oder sonst was oder der Gendersprache ähm ist mir nur aufgefallen in dem Moment dass es dann irgendwie leichter ging aber ich bin da halt relativ äh äh ich bin da halt relativ gleichgültig was das Thema angeht ne man muss halt nicht zu allem immer noch feste Meinung haben manchmal gibt es halt Sachen die jucken einen nicht so also würde ich könnte ich jetzt beide wieder kritisieren ich finde da könnte Sina da auch sagen naja muss ich den Punkt bringen muss ich darüber jetzt doch mal irgendwie was machen ja wenn er will wenn du wenn du bewusst einfach bei so einem Thema wo du keinen Rückhalt in der Gesellschaft hast also ich erwarte ja nicht mal dass die SPD oder die Grünen oder irgendwer dass die jetzt so geschlossen sagen so nein Gendern verbieten nein das erwarte ich nicht ja das ist Quatsch das macht die AfD aber dass du auch mal so diese Stimmen in diesen Parteien auch mal hörst es macht ja keiner weil wir es schon geschafft haben wenn das einer sagen würde dann stellen wir den direkt schon achso ja willst du nicht direkt die Partei wechseln so nein wieso wieso kann es nicht innerhalb der Grünen und der SPD dieses Spektrum meine Meinung geben von ja weil manche der Meinung sind dass das dass das alle linken Parteien das gut finden müssen das ist wahrscheinlich dem was dahinter steckt wir dürfen uns halt nicht ansatzweise dagegen aussprechen da kommt halt wieder so dieses Gruppendenken da mit rein so wir haben uns jetzt darauf geeinigt das ist unser linkerer Standpunkt gendern ganz wichtig und das gilt jetzt und das hat gute Gründe und basta so auf die Art und jeder der jetzt was dagegen sagt den ordnen wir dann rechts außen ein das Problem ist halt nur wenn halt ein Großteil der Bevölkerung sagt geht uns auf den Sack dann kannst du am Ende sagen am Ende des Tages kannst du dann sagen okay dann ordnen wir halt 70-80% der Leute als rechts außen ein weil die alle das nicht so toll finden und dann überlässt du dann kannst du gleich sagen okay dann geht doch alle ihr 80% geht alle AfD wählen und hinterher sagen die dann ach warum wählen denn so viele AfD dann provozieren die jetzt wieder machen sie lächerlich das ist es wirkt halt alles so kopflos so ein bisschen alles nicht durchdacht das ist was ich halt nicht verstehe so also kann sich darauf vorstellen dass es da draußen überzeugte Linke gibt also wirklich Linke die auch theoretisch nahezu beim Kommunismus sind die trotzdem sagen ja gendern finde ich jetzt nicht so toll halt ne egal guck mal ich bin gar nicht so ein Gegner davon aber ich kann halt verstehen dass Leute sagen nee ich finde das wirklich schwach sind und muss nicht sein ist man jetzt dadurch gleich reaktionär und rechts ich finde es gibt halt wichtigere Themen muss ich ehrlich sagen man sollte vielleicht als Linker nicht über dieses Thema jetzt so krass stolpern und sagen oh Gott wie wichtig ne aber ich finde es durchaus legitim zu sagen man ist Sozialist oder Internationalist und man ist auch für Feminismus in irgendeiner Form also solange es halt nicht so wie auch wieder extrem wird in irgendeiner Weise und dann trotzdem sagen aber hier gendern finde ich jetzt nicht so toll das kann es ja geben das ist ja nicht ausgeschlossen du kannst ja einfach links sein und trotzdem das halt nicht so schlau finden vielleicht aus gerade linker Perspektive weil du sagst halt damit ist halt niemand geholfen das geht am Thema vorbei wie auch immer es ist halt einfach nur die Sache lasse ich es zu dass es halt du mal da nicht immer so die totale Einigkeit gibt so und da hapert es halt glaube ich so bei manchen so in dieser dieser Bubble dass die halt dann immer so so fordern naja wir haben uns jetzt alle dazu entschieden ne die Partei hat immer recht ne und jetzt gehen wir halt alle gemeinsam in die Richtung und das also selbst bei den ganz bei Rechtsaußen ist es ja auch so die wollen halt nicht alle die wollen auch nicht alle halt keine Ahnung das Kaiserreich zurück so selbst die haben ja irgendwelche Unterschiede untereinander die einen sind schon mehr so so gemäßigt rechts dann gibt es halt Rechtsradikale Rechtsextreme was auch immer ne und ja finde ich alles nicht geil auch auch gemäßigt Rechte finde ich jetzt nicht besonders toll so politisch betrachtet so ich halt generell nicht viel von der politischen Rechten so inhaltlich jetzt betrachtet ne rein rein auf die Sache bezogen aber ich weiß halt dass die auch Unterschiede haben aber was die halt schaffen und da sind sie halt einfach cleverer die schaffen dann halt trotzdem zu sagen okay ja wir wollen ungefähr in die gleiche Richtung und die Linken schaffen das halt nicht so richtig die sagen halt okay du weißt schon ein bisschen von uns ab ne wir haben ja eine Parteilinie beschlossen und die hast du einzuhalten sonst bist du gleich bei Höcke oder sonst wo und das ist halt so die Menschen sind ja da die lösen sich nicht auf so das sind alles Wähler die bleiben da die sind hier die haben Wahlrecht und die werden Deutschland mitbestimmen so du musst halt die Sprache finden im wahrsten Sinne des Wortes eine Sprache finden womit du halt Leute erstmal alle Leute erreichst vielleicht macht Gendern wirklich in naher Zukunft oder in weiter Zukunft irgendwo Sinn und die Gesellschaft wird sich dann freiwillig dazu entscheiden zu sagen wir machen das ne so dass du irgendwann in 20 Jahren eine Umfrage machst dann sagen Leute ja 70% sind dafür weil die haben gemerkt das ist irgendwie praktisch und ist auch gut für den Gläsefluss wie auch immer und ja da werden alle Geschlechter angesprochen aber ey wir müssen doch bis dahin erstmal ganz andere Hausaufgaben machen das ist halt was ich sehe wir haben nicht mal ich meine wir leben im fucking äh Turbokapitalismus aus meiner Sicht gerade gerade ne so das sehen natürlich manche rechtsaußen auch wiederum anders oder welche anarchokapitalisten aber wir haben nicht mal das Mindeste erreicht und jetzt machen wir da irgendwie ein Fass auf und das lenkt von allem ab und und die rechtsaußen kann das halt perfekt für sich ausnutzen so ich würde aber trotzdem dazu raten ähm es auch genauso wenig ähm negativ großartig zu thematisieren sondern es einfach sein zu lassen es einfach äh in gewisser Form zu ignorieren wäre ich am besten einfach zu sagen ey komm wichtigere Themen ne dennoch selbst wenn ich muss immer sagen selbst wenn ähm Sinan solche Sachen thematisiert muss man halt auch nicht gleich auf die Barrikaden gehen und sagen oh Gott Sinan der rechtsaußen oder sonst was hey keep cool lass doch sein hier weil das das verstehe ich nicht also Sinan greift ja da nur einen Punkt aus und sagt hier ey guck mal das ist nicht ganz durchdacht da finde ich einen Fehler ich wüsste nicht mal Sinan so langfristig da komplett gegen ist ich glaube er hält es halt momentan für Schwachsinn so ist ja Wurst lange geredet wieder nichts gesagt ne ich schau mal weiter ja wer das einer sagt so Gendersprache finde ich total Quatsch ja aber das ist ja ja aber finde ich totaler Quatsch also erstmal warum ne ist doch scheißegal diese Meinung gibt es ja und die ist ja nicht schlimm du kannst das ja ablehnen ja warum habe ich in keiner der demokratischen Parteien einer der ja weil es kein wichtiges Thema ist weißt du das ist ja nur Anträge ja aber es ist ja nur Anträge gegen das Gendern es gibt keinen Antrag irgendwie im Bundestag oder irgendein Landtag aber du musst doch mal ein bisschen Presse mitdenken jetzt soll gegendert werden oder sowas genau guck mal in den USA gibt es das du kannst doch Wind aus dem Segel nehmen du kannst doch Wind aus dem Segel nehmen wenn du einfach sagst Wind aus dem Segel indem du darüber aufklärst dass es kein wirklich wichtiges Thema ist so und dass die Rechten damit einfach nur versuchen die Propaganda zu machen so da hat zum Beispiel also da hat er nicht ganz Unrecht ne also klar also man muss es auch nicht ja weiter hochkochen lassen ne aber das machen es halt alle auf ihre Art ne allein dass ich jetzt zehn Minuten gelabert habe ne damit ist das Thema auch schon wieder da ne ist halt auch so ist wie ja Drachengame und so Krab ne kurz dann sagst du kurz ne halte ich für Schwachsinn aber trotzdem wieder drüber geredet Heidi Reichenig von den Linken zum Beispiel die ist halt viral gegangen mit einem Clip wo sie eine Rede gehalten hat darüber wie die AfD schon wieder versucht das Gendern irgendwie zu verbieten und dann hat sie das Ganze aber in ihrer Rede verbunden mit wirklichen Themen die wichtig wären beispielsweise auch Geschlechtergerechtigkeit und so weiter wo es dann um Stärkung von Sozialsystemen ging wo um es bestimmte Regulierung Arbeitsrechte und so weiter ging und damit ist sie dann viral gegangen weil das natürlich ein wesentlich stärkerer Punkt das sind wirklich auch wichtigere Themen sind ja aber das ist halt so ich stimme dir in der Sache zu es gibt sicherlich wichtigere Sachen nur du darfst halt auch nicht vergessen also die Strategie der AfD funktioniert ja das ist ja mein Problem sie funktioniert sehr gut und ich überlege jetzt okay wenn die so gut funktioniert wie könnte ich diese Strategie sabotieren und was ich dann immer nur höre ist ja dann klärst du darüber auf dass das ja gar kein so wichtiges Thema ist aber du das ist doch das Kind ist doch schon im Boden gefallen die Leute regen sich ja schon drüber auf und ich muss dann auch so sagen ja da bin ich dann auch leider der Teil der auch sagt auch zu Recht weil krass also du pushst praktisch einfach nur deren Narrativ du übernimmst einfach nur das rechte Narrativ in einzelnen Punkten und versuchst das dann zu garnieren welches Narrativ was für ein Narrativ mehr Umweltschutz oder so wert was ist das Narrativ was ist die Erzählung dahinter das Narrativ ist erstmal dass da irgendwer das Gendern pusht und dass das Gendern irgendwo ganz ehrlich schlimm oder sonst was ist das Schlimme ist das ist einfach nur nervig oder hässlich das suggerierst du damit und das kommunizierst du damit in dem das ist doch schon ja ich sage ganz klar ich sage ganz klar nein 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 ich sage das Gendern alle und ich bin jetzt derjenige der Vernünftige und ich bin dagegen und ich bin nicht so wie die anderen Linken unterstützen mich und das Problem ist das wird dann kombiniert nein ich betrachte das gesondert hey unterleg mir nicht was ich sage das sage ich nicht das ist das was du damit jetzt kommst du mit dann auch bekommst weil am Ende des Tages kann man sehr gerne oh Alter wenn ich jetzt viermal Klopfer trinken würde aber dann kurz kritisieren aber man darf eben nicht oder man darf halt nicht den Rechten damit helfen indem man am Ende gegen die eigenen Leute schießt und das ist ja immer so etwas auch was du immer kommunizierst dieses ganze ja die Linken treiben die Leute nach rechts ja sowas ja aber was ist das Resultat davon also sollen wir aufhören zu krass gegen die AfDler zu gehen oder was gegen die AfD ne 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 pass auf also das ist eine generelle Strategiefrage die man sich natürlich stellen kann also du stellst selber fest dass die mehr Klicks machen dass die in Prozenten immer mehr dazu holen die Linke kackt gerade in Umfragen komplett ab die liegt zwischen zwei und fünf Prozent ähm ich bin jemand wenn ich solche Ergebnisse habe dann dann ist vielleicht irgendwann so der Zeitpunkt wo ich sage ich weiß nicht ob ich mich jetzt immer weiter auf den Gegner fokussieren muss oder ob ich nicht mal vielleicht auf mich selber gucken muss ob ich denn alles richtig mache das ist halt das Ding und das ist halt was was leider die Linke halt auch falsch macht also ähm ähm du musst halt irgendwann anerkennen so also irgendwas musst du verkehrt machen schlicht und einfach du kannst halt hundertmal jammern und klagen und sagen hier die Diskurse die gehen ja in die Richtung und das liegt nur an der AfD und das liegt an dem Rechtsruck und so und so mag alles sein aber letztendlich du musst ja immer noch wissen okay das sind wirklich ähm echte Menschen ne die die da agieren und die die ihr Leben jeden Tag da ähm ja durchbringen müssen ne die irgendwie durch den Alltag kommen müssen so und die sind einfach frustriert was auch immer haben Probleme und vielleicht neigen sie dann dazu irgendwie keine Ahnung so eine Partei zu wählen aber du musst halt du mal dafür sorgen dass du dich halt zumindest teilweise wieder zurückholst du kannst wahrscheinlich nicht alle zurückholen aber du kannst wenigstens versuchen äh äh zu verstehen was haben die für Sorgen und dann ein ja eine Politik machen womit du die einfach wieder abholst ne und das musst du halt einfach ernst nehmen so das ist wie was ich vorhin schon gesagt habe wenn du die Leute nicht ernst nimmst ne dann brauchst du dich nicht wundern wenn sie sich einfach von dir abwenden und klar dann hast du strategisch einfach wahrscheinlich Fehler gemacht ich meine du solltest das vor allem nicht nur aus strategischen Gründen machen sondern einfach um deine Glaubwürdigkeit auch zu behalten also da geht es auch einfach um die Glaubwürdigkeit wenn du es wenn du schon vorher sagst es ist sowieso nur deine Strategie die Leute abzuholen das heißt es ist eigentlich nur so ein Ding ah eigentlich würde ich gern anders reden aber ich muss es ja jetzt aus strategischen Gründen ist halt auch schon wieder kacke es geht einfach darum dass du dass du die Leute ernst nimmst das wäre schon mal der allerwichtigste Schritt nimm die Leute ernst mit ihren Problemen und finde Antworten darauf und formuliere sie auch so dass es die Leute auch gut verstehen können also nicht in irgendeinem komischen politischen Fachwort Kauderwelsch es gibt halt Leute die haben nicht immer jeden einzelnen Begriff da im Kopf wie das halt Leute haben die irgendwas studiert haben die sind halt auch was was die Sprache angeht auch nicht mehr ganz mit dabei du musst halt einfach das heißt nicht dass die alle dumm sind und die Proletarier sind ja nicht dumm es gibt auch Leute die viel lesen und sich mit diversen Sachen beschäftigen ganz klar die haben die die haben schon manchmal den Eindruck dass da irgendwelche Leute da sitzen die sich halt sehr elitär benehmen und die dann wie sagen hier ich hab Bildung ich hab studiert und so weit wenn dann so solche Karls da sitzen und sagen äh ja ohne Fundament hier ich hab ich bin Akademiker wie auch immer ja wenn du dann sagst ja deswegen müssen die anderen die Schnauze halten und weil sie halt irgendwie sich keine Ahnung nicht mit Betriebswirtschaft bis ins letzte Detail mit beschäftigt haben oder mit Volkswirtschaftslehre oder mit Soziologie was auch immer äh du musst halt einfach verstehen dass die Leute ja dass du sie halt nun mal ansprichst du musst die du musst halt einfach diese Leute erreichen und vor allem mit Respekt halt auch so weil anders funktioniert das nicht du musst das ist du kannst halt hundertmal sagen wir haben Recht und wie auch immer aber so die Leute die die zur Wahl gehen die haben auch irgendwo Recht das hat halt wirklich immer so was Elfenbeinturmäßiges immer wir sitzen da oben wir haben die Welt durchblickt und ihr habt da unten keine Ahnung und ihr seid sowieso kleine Kinder und die müssen wir jetzt irgendwie auffangen so geht's nicht das sind erwachsene Menschen die muss ich sowohl in die Einrichtung ernst nehmen auch dem muss ich dem würde ich auch sagen euch ist schon klar was ihr zum Beispiel bei der AfD mitbucht quasi das würde ich denen auch deutlich sagen aber andererseits ist es dann das ist die Hauptaufgabe ich muss bessere Antworten finden so einfach ich muss bessere Antworten finden das ist der Job eines Politikers Antworten auf die Fragen der Zeiten Antworten auf die Sorgen und Nöte der Leute zu finden natürlich kann er auch dann damit sagen hier Leute ihr habt vielleicht den falschen Fokus oder sowas kann man ja alles mal sagen aber nicht sagen so wir sind im Recht und wir sind besser und die anderen sind dort dumm und kapieren das nicht so das ist halt maximal arrogant und das ist halt was die Partei die Linke dringend tun müsste wenn sie nochmal wenn sie nicht einfach komplett auseinanderfallen will aber auch was Leute wie Dara betrifft halt ne die müssen halt einfach mal für eine andere Strategie sorgen also ich kann schon durchaus manches nachvollziehen was Dara sagt aber dann denke ich wieder so die Schlüsse die er daraus zieht und das ist sozusagen da wollte ich eben mit dir jetzt drüber sprechen die Strategie du hast eben gesagt deine Strategie ist ja Rechte lächerlich machen weil das wird dann also das sind dann so Wähler die vielleicht die AfD wählen und dann sehen sie irgendwie ach krass die sind voll lächerlich oh bei lächerlichen will ich nicht sein die wähle ich nicht habe ich das richtig verstanden das ist die Strategie ja genau so funktioniert nicht Dara funktioniert nicht das ist keine gute Idee nach 10 Jahren AfD und wirklich also das ist die einzige Strategie die ich seit 10 Jahren sehe ich weiß nicht wo du die wo du die irgendwo in von Erfolg gekrönt siehst ich finde man sieht das man sah das sehr gut in der Querdenker Zeit dass halt wirklich die Querdenker praktisch das Gelächter der Nation waren aber eben dadurch das Social Media nein das ist auch wieder also jetzt ist ja in der Analyse sogar noch schlecht also ich habe vorhin habe ich ja noch seine Analysefähigkeit noch halbwegs gelobt aber das ist einfach Unsinn die AfD das einzige was halt war dass die AfD nicht genau wusste wie sie sich positionieren soll die AfD hatte auch erstmal so ein bisschen rumgedruckt genauso wie auch beim Ukraine Konflikt da wusste ja auch jetzt nicht sind wir jetzt dafür sind wir dagegen das hatte eher mit der AfD selber zu tun weil sie sich da ungeschickt verhalten hat entscheidend war aber dass die dass die Skepsis und die die Kritik an deutsche Staaten an dem demokratischen System oder parlamentarischen System die ist die ist da geblieben die hat sich dann halt nur nicht so direkt auf das Wahlverhalten bezogen auf die AfD so niedergeschlagen die haben dann so ein bisschen so eine Umfragekrise gehabt die waren aber auch nicht bei 5% sondern die waren ja trotzdem noch bundesweit so bei 10% teilweise auch 12% die waren halt nur nicht mehr so stark wie zwischenzeitlich die waren ja schon vor 3-4 Jahren mal bei 15% auch in den Umfragen und dann sind sie während Corona mal so ein bisschen so leicht abgeschmiert so 2-3% aber das war nicht so die waren ja nicht bei 4-5% mehr und das ist wieder das ist ja eine Analyse auch noch schlecht das ist falsch schlichtweg falsch was Darada sagt jetzt zu sagen die ja Corona da waren wir dann kurz vorm Ziel ist Schwachsinn also das hat weiterhin ne das sind ja ein gäriger Haufen auch aber jetzt auch innerhalb der Wählerschaft das hat immer noch gegärt da ist immer noch sehr viel Zweifel und Skepsis und teilweise richtig tiefes Misstrauen da was was unser demokratisches System derzeit so angeht und das unterschätzt er total da war immer noch viel Potenzial da und die AfD hat jetzt nur wieder geschafft wie sie weiß wie sie das halt dann ja auch populistisch umsetzen kann aber das hat auch viel damit zu tun dass die Linke nach wie vor ich meine das letzte Bundestagswahl Ergebnis war auch schon nicht toll ne die Linke hat 4,9% nur bekommen das war gerade so gerade so eine 5% Hürde gescheitert ne und nur wegen den Direktmandaten kam sie rein also er kann doch schwer sagen die Bundestagswahl war 2021 ne und die Linke ist vor allem abgestürzt dann so in den ja in den letzten paar Jahren auch schon vor der Bundestagswahl also da war sie schon öfters nur noch bei 5 bis 6% man muss bedenken die Linke hat mit Oskar Lafontaine 2009 2009 was oder 2009 glaube ich hat sie mit Oskar Lafontaine über 20% gewohlt klar Saarland ist ein altes Bundesland da war Ministerpräsident da war Oberbürgermeister von Saarbrücken damals auch gewesen aber die Linke war wirklich so zwischen 2007 2012 wirklich auf einem totalen Aufstiegskurs und dann hat sie sich teilweise so ein bisschen gehalten ne so bis 2017 da war sie dann immer so bei 8% oder was in der Richtung und dann ist sie richtig abgeschmiert und wenn er jetzt sagt während Corona sah es so aus dass die AfD jetzt kaputt geht das einzige wann die AfD wirklich war richtig am abkratzen war das war nach der Lucke-Ära glaube ich da ist sie nochmal richtig runtergerutscht ne aber wenn jetzt wenn die Analyse von Dara ist dass während Corona ja alles was rechts ist oder was Richtung AfD geht dass das da extrem abgeschmiert wäre ist einfach falsch die sind leicht runtergegangen aber das war nicht so viel und die Linke ist in der Zeit nicht besser geworden also das ist einfach ne falsche Analyse die er da macht dann hat er nicht genau auf die Zahlen geachtet also dann sollte er sich nochmal genau die Statistiken zu der Zeit anschauen ich weiß auch nicht wie lange er schon bei der Linken ist und ob er noch alle Wahlergebnisse im Kopf hat ich kenne fast alle Ergebnisse ungefähr so seit ihrer Gründung und wo sie ungefähr standen und so weil ich mir gerne solche Zahlen ja anschaue aber wir können das gerne mehr rausholen das ist einfach Unsinn was Dara da redet also ich meine das ist nicht böse aber das ist einfach falsch die Linke ist schon seit paar Jahren am abkacken und jetzt ist sie natürlich noch weiter abgekackt aber das war schon sehr ähm äh ja wie soll ich sagen das war schon Tiefpunkt 2021 dass sie da nur noch bei 4,9% gelandet ist die waren schon bei ich glaube bei das höchste Ergebnis waren 12% oder so 2009 war nee 2013 glaube ich Bundestagswahl 2013 da war sie bei über 10% also und dann hat sie sich dann zerstritten jetzt muss ich mal kurz durchgehen nee ich glaube es war die Bundestagswahl 2009 als dann schwarz gelb an die macht kam genau da hat die Linke 11,9% bekommen und dann ist sie abgestürzt 2013 auf 8,6 2017 auf da ist sie wieder leicht zugewachsen auf 9,2 und dann ist sie runtergerutscht auf 4,9 aber man kann sagen die Linke hatte so ihr hoch ne so knapp 10 Jahre vielleicht nö nicht ja doch knapp 10 Jahre vielleicht hatte sie so ein kleines hoch gehabt aber schon seit 2017 ist die Partei am abkacken das sind jetzt 7 Jahre also jetzt knapp ich meine das war jetzt der Bundestagswahl 2017 war ja im Herbst aber sagen wir mal seit 6,5 Jahren ist die Linke am abkacken so das heißt das war vor Corona hingedacht ging das schon los und hat auch während Corona nicht dazu geführt dass die Linke besonders wieder angestiegen wäre vielleicht hat sie mal 6% maximal gehabt aber nicht mehr das wäre dann das höchste Umfrageergebnis gewesen weiß nicht ob bei Mnet oder GMS wie sie alle heißen aber da muss man halt genau sein vielleicht ist es auch ihm wurscht weil dann die Grünen da auf so einem Hochkurs waren weil er ja dann irgendwie die Grünen wird als Linkspartei der Linke Partei Mitglied aber ich weiß halt nicht also die AfD ist während Corona nicht krass abgestürzt 2025 wird sie die 5% nicht erreichen ab jetzt werden sie unsichtbar ja wahrscheinlich das ich bin da übrigens auch nicht froh drum ich wünschte wir hätten eine gute linke Partei aber sie sie muss einfach besser werden also ich sage immer wieder es bringt ja auch nichts wenn wir immer so ein Abgesang machen über jede Partei nein sie soll einfach die richtige Politik machen die richtige wegen mir auch richtige PR die richtigen Themen auch wirklich in den Fokus setzen und dann wird das auch wieder was mir ist am Ende egal ob die Partei BSW Linke sonst wie heißt ich will einfach dass wir eine Partei haben die die entsprechenden Inhalte vertritt und das eben nach außen bringt und einfach dafür sorgt dass es besser wird wenn die Linke morgen sich zusammensitzt und sagt pass mal auf letzte 6 Jahre waren kacke wir haben denen die Fehler gemacht wir müssen den Fokus anders setzen so und so und so ich weiß es hat dann Wagenknecht auch dort immer versucht und so weiter ich weiß nur auch nicht ob sie da immer die komplett richtigen taktischen strategischen ja wie soll ich sagen ob sie ob sie da mal die richtige Entscheidung getroffen hat weiß ich nicht also ich will wie gesagt ich will sie halt auch nicht mal glorifizieren und sagen sie ist so unglaublich krass geil und so ich stehe da nicht drauf ihr wisst ich will mich einfach auf die Sache wenn es geht fokussieren wenn morgen hier die Wissler eine Erleuchtung hat oder Schürde waren oder wie auch immer und wegen mir auch einen Entschuldigungsbrief an Bishat aber so nicht schreiben wie auch immer und sagen komm wir räumen wir raffen uns jetzt nochmal zusammen und versuchen was für die Arbeiter für die für alle die lohnabhängig sind für die kleinen Leute für die Mittelschicht da versuchen wir jetzt was zu erreichen für die Rentner wie auch immer ich will ja einfach nur dass die Dinge besser werden soll ich jetzt alles resignativ im Boden reden ja endlich sind sie weg und kaputt und scheiße nee ich will dass sie vernünftig werden und kapieren dass es um Wichtigeres geht als um um die Ego-Befriedigung ja aber nochmal zurück darauf jetzt gucken wir auch wieder weiter ich hab jetzt wieder ewig lang geredet aber das ist da zieht hier die komplett falschen Schlüsse finde ich also auch die Analyse ist falsch die Analyse ist jetzt ist einfach falsch die Linke ist schon seit gut 6 Jahren am Abkacken und das war auch schon während Corona so da hat sie es nicht geschafft wirklich daraus was für sich daraus was zu ziehen um wieder stärker zu werden ich glaube es gab mal zwischenzeitlich vielleicht mal so ein kleines Hoch aber sie ist nie wieder zweistellig geworden nie soweit ich weiß ist sie auch während Corona nicht ein einziges Mal zweistellig geworden und wenn man mal ein Ergebnis hatte wie 11,9% bundesweit 2009 und man hat auch ein Ergebnis gehabt in auch verschiedenen Ländern also selbst in westlichen Bundesländern hat man ein gutes Ergebnis erzielt und das ist alles hat sich wieder zurück verschoben alles wieder zurückgegangen da muss ich als Partei überlegen was habe ich falsch gemacht das ist halt so das ist halt wir sind halt noch mal in Demokratie und wenn wenn da der Wähler sagt nö überzeugt mich nicht dann muss ich als Partei sagen scheiße was was muss ich anders machen das ist so einfach ist es also immer nur sagen ja ne das sind die die bösen rechten trollnetzwerke ich weiß dass die stark sind ich finde das auch kacke oder kann man alles ewig durchzerreden aber ändert nichts dran ich muss trotzdem einerseits sagen okay ich kann das ansprechen das sag ich ja auch mal wieder unsere Diskurs unsere Diskursqualität oder die Art wie wir mit einer diskutieren die hat echt nachgelassen die ist schlechter geworden finde ich auch und ich kritisiere das genauso aber er sagt ja selber man muss ja mehrgleisig fahren aber dann gehört zum mehrgleisig fahren gehört auch dass man sich selbst in Frage stellt und sagt ob man alles richtig gemacht hat das gehört zum mehrgleisigen Denken halt auch lieber Dara er ist ja gerade selber live Daraus einen riesen Renner gemacht hat und dadurch dann auch weil die AfD mit denen assoziiert wurde sind die Prozente für die runtergegangen ja nicht viel nicht viel da hast du ja auch mitgemischt Moment mal Moment mal Bevor ich jetzt auch ewig nur weiterrede wir können ja mal die Umfragen aus dieser Zeit mal raussuchen wenn das irgendwie geht muss mal gucken ob ich die jetzt so rauskriege ähm ich weiß jetzt rede ich ewig weiter und wir kommen hier mit dem Video nicht weiter aber mein Gott nunfalls muss ich das in zwei Parts oder so aufteilen ähm ich muss ich will das jetzt mal irgendwie recherchieren hier Archiv der letzten Umfragen vor der Bundestagswahl 2021 wir können ja mal auf zwei zurückgehen es wäre es halt nur gut dass man mal irgendwie also 2021 waren die Umfragen bei der AfD 10 bis 11% das war mitten der Corona Zeit 10 bis 12% also das ist jetzt äh die waren da davor waren sie mal bei 13, 14 ich glaube das höchste war so 15% in der Zeit wenn ich es richtig weiß und dass sie jetzt 20 plus haben jetzt sind sie jetzt wieder mal abgerutscht ne finde ich auch gut ne aber ähm die waren damals sind sie abgestürzt vielleicht um 3% während der Corona Phase 3% vielleicht im Durchschnitt das ist so viel jetzt auch nicht die sind ja noch auf einem relativ hohen Level geblieben das ist halt wieder wenn man in der Analyse da schlampig ist wenn man dann dann sagt ah die sind ja runtergerutscht ne während Corona ja aber nicht viel und die Linke ist nicht stärker geworden Fakt das ist das sind die Fakten AfD hat leicht verloren die die Linke konnte dadurch kaum profitieren Fakt betrifft eigentlich die komplette Corona Phase ja vielleicht sollte sich da die Zahl mal genau anschauen wäre mal keine schlechte Idee das ist ja ich müsste es hier extra zeigen hier ne aber ach komm ich zeig's euch kurz so da kann man das sehen das ist 2021 ne hier die Ergebnisse äh die das sind die Umfrageergebnisse ungefähr der Bundestagswahl so da sind wir mitten in Corona AfD hat 10-11 10-11% hier auch 12% bei YouGov ne oder YouGov ich weiß gar nicht wie die sich genau nennen ähm und die hatten dann die hat ich weiß damals die SPD ist ja schon mal in der Zeit teilweise auf 13% runter also das waren die höchsten also gerade bei der Bundestagswahl stand die SPD am höchsten ne mit ihren 26% deswegen haben sie ja auch gewonnen ne aber nur ein halbes Jahr davor da müsste man wo kann man da jetzt mal zurückgehen das wäre jetzt mal wie gut wenn man da einfach mal zurückgehen könnte nachschauen kann äh wie die U-Fragen in den Wochen davor waren das wäre jetzt das entscheidende damit man sich die ganze Entwicklung da mal anschauen könnte ne da muss man wirklich sich die Zahlen anschauen wie sich das peu am peu entwickelt hat aha rhein-haar-saufer zum bundes ja komm lass bringt jetzt nix ne ich kann ja jetzt muss ich kann ich nur sagen trust me bro ne äh ich kann nur sagen in dem Zeitraum Zeitraum während Corona ist die AfD nur leicht hat sie verloren die Linke hat eigentlich kaum was dazu gewonnen Fakt also wenn er jetzt sagt während Corona war die AfD auf dem Abstiegskurs total ja sie war in so einer Minikrise drin deswegen ist da gab es ja dann die die Pressekonferenz die Bundespressekonferenz nach der Wahl wo man dann auch gemerkt hat dass Weidel und Meuthen sich nicht ganz einig sind ne äh da hat man sich auch damals drüber lustig gemacht ne das ist fast das hat schon fast was von einem Tic-Tac-Toe ähm ja fast was von der Tic-Tac-Toe-Pressekonferenz von 1997 aber ähm im Grunde genommen äh ja ich musste das jetzt einfach mal so klarstellen weil das einfach die Leute haben immer so ein schlampiges Bild im Kopf das fällt mir immer wieder ein die haben dann so leicht im Kopf so ah die AfD hat ein bisschen verloren zu dem Zeitraum ah die waren fast tot so ungefähr das ist vielleicht ein Stromer den ich jetzt aufmache das hat er nicht gesagt aber das ist dann so ein bisschen was im Raum steht und dann gucken die Leute nicht genau drauf was ist da genau passiert ja sie haben etwas verloren aber es ist nicht so dass sie tot waren die waren halt es gab dann vielleicht zwei drei Prozent Protestwähler die gesagt haben ne überzeugt mich grad auch nicht so was die AfD da will ne vielleicht gab es auch einfach Betroffene die während Corona einfach krank geworden sind ne gab es ja viele Leute die erkrankt sind und das sorgt ja schon dafür dass in dem jeweiligen Umfeld dann die Leute sagen ah guck mal der ist auch erkrankt geworden und dann tun die das so ein bisschen äh äh ähm wie soll ich sagen so ein bisschen runterreden so die ganzen AfD Leute und dann sagen sie ah okay da werden wir jetzt auch nicht ernst genommen weil ich hab einen kranken keine Ahnung Vater daheim ne der ist 60 und der muss beatmet werden nur das das wird ja dann im Umfeld auch diskutiert und dann kann es natürlich sein dass sich sowas in Umfragewerten auch niederschlägt ne oder in einem Bundestagsergebnis also ein bisschen triggert mich das halt immer wenn man da so schlampig ist naja egal guck mal weiter äh Moment 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 also ähm das da muss man echt mal genau gucken ob das in der in der Retrospektive genau so ist wie du es darstellst weil ähm ich glaube was man was man gemacht hat und da würde ich mir definitiv auch sagen da gab es eine Zeit wo ich das definitiv mitgemacht hab ist dass du einen Keil getrieben hast du hast einen Keil getrieben und wenn du einen Keil reintreibst dann hast du natürlich einen Teil der auf die eine Seite kippt und der andere auf die andere ja du wirst es definitiv geschafft haben durch lächerlich machen vor allem von den von den wirklich extrem schwachsinnigen Positionen also ich hab mich in erster Linie darauf fokussiert was sind die völlig absurden Verschwörungserzählungen von magnetischer Impfung und blauem Licht und keine Ahnung was ja darauf hab ich mich fokussiert und das wird definitiv auch Leuten geholfen haben zu sehen oh okay weiß ich nicht ob das jetzt das Zuhause ist wo ich sein möchte aber was du wo man definitiv wo ich mir ziemlich sicher bin mittlerweile wo man einen Fehler gemacht hat ist dass man dort wo viel Maßnahmenkritik war aber kein Geschwurbel dass man auf die ebenfalls draufgehauen hat und die hast du unter Umständen und das glaube ich kann man mittlerweile sehr gut belegen die hast du ausgegrenzt und wenn du einmal so eine Ausgrenzungserfahrung gemacht hast das ist sauschwer denjenigen wieder zu überzeugen denjenigen wieder einzufangen also da sind Sachen muss man schon sagen also gerade zum Ende der der Pandemie oder nach der ich weiß nicht mehr ich kann mich nicht erinnern das ist alles irgendwie ein Brei aber irgendwann wurde sehr krass Stimmung gegen Ungeimpfte gemacht und da war so für mich ein Punkt wo ich da hab ich auch nicht mehr da hab ich den Content gewechselt da hab ich gesagt nee nee warte mal ich wollte mich so um Verschwörungserzählungen schwurbel und so weiter aber als radikal Stimmung gegen Menschen gemacht wurde die sich warum auch immer nicht impfen lassen wollten da hab ich gedacht was passiert hier gerade warum haut man da immer weiter drauf was erhofft man sich davon weil du hast ja gesagt also welcher Ungeimpfte hat denn gesagt oh jetzt haben die mich ähm monatelang beschimpft ja die haben glaube ich recht come on das passiert nicht hm ja doch aber ja doch ja doch aber sie wissen schon mal im Gegenteil das macht es doch schlimmer das ist tatsächlich wie wie Menschen leider da ticken und der Gag ist ja wie Menschen du funktionierst so nee nee warte mal oh dieses immer wenn ich wieder dieses höre ja Menschen ticken so Menschen sind so guck mal da komm ich wieder drauf zurück du als Linker hast eigentlich die Aufgabe die Gesellschaft eigentlich zum Besseren zu verändern das ist eigentlich ein linker Take ne dass du eigentlich dafür sorgst dass sie ja die Dinge sich auch innerhalb der Gesellschaft ja irgendwie auch verbessern und was ich auch immer wieder so merke so dieses ja wir Menschen sind ja so das triggert mich jedes Mal ja aber dann machst du doch besser der Mensch ist ja in der Lage sich zu entwickeln zu differenzieren und mit Problemen mit der Analyse umzugehen und dann die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und nicht immer wieder so zu tun wie ja mein Gott wir haben irgendwann mal erkannt der Mensch ist ein soziales Wesen verhält sich halt nun mal so deswegen müssen wir damit arbeiten das ist eigentlich eine rechte Herangehensweise dass du halt sagst so alles ist ja irgendwie so Gott und Natur gegeben und wie auch immer so und da können wir jetzt nichts anders machen wir müssen halt damit arbeiten dass Menschen halt alle ein bisschen dumpf und stumpf sind ne und die können das alle nicht begreifen doch können sie so das ist halt das Ding deswegen nehmen die Leute ernst und setz dich nicht selber auf so ein scheiß Podest drauf wo du dann sagst so ja ich hab die Wahrheit ja gefunden ne aber ihr da unten ihr seid alle Trottel ne so man muss die Menschen nicht alle immer gern lieb haben das sag ich mal wieder aber nehmen sie ernst nehmen sie ernst mit ihren Ängsten und Sorgen und verstehe halt auch einfach mal dass es nicht schlau ist dann immer zu sagen ja die sind ja alle strunst dumm und deswegen muss ich sie beleidigen und sie dann irgendwie lächerlich machen ne ne das geht nach hinten los weil die haben halt meistens trotzdem IQ über der Körpertemperatur die raffen schon wenn sie wenn mit ihnen wie herablassen umgegangen wird die sind nicht so doof die spüren das schon und die kriegen dann Hals die sagen dann eher was ist denn das für ein Wichser also ich muss jetzt echt mal Real Talk machen aber das geht nicht dieses herablassende ja ich hab ja die Natur des Menschen erkannt ne ta du weißt doch der Mensch der ist doch so ein soziales Wesen er ist ein Gruppenwesen und er orientiert sich so ja mag ja irgendwo stimmen aber deswegen muss ich die Menschheit ja nicht irgendwo dann ich muss ja nicht dafür sorgen dass die Leute irgendwie blöd bleiben quasi in irgendeiner Form oder will dass sie das sind ne damit ich dann irgendwie so meinen Herrscheranspruch dadurch noch irgendwie bestärken kann ne ja ich weiß es ja besser deswegen ne meine kleinen lieben Kinder da draußen ne das so ein bisschen wie Jesus und seine Jünger oder was auch immer ich glaub selbst die haben mehr ähm mehr eigenen Willen gehabt ne oder den hat man halt mehr Willen zugesprochen aber was soll das denn immer so dieses dieses ja aber ähm ich als Nara ich hab die Welt erkannt und ich weiß wie man damit umgehen muss also ich weiß welche Strategien funktionieren weil ich hab ja Soziologie studiert und kenn mich auch psychologisch aus deswegen ähm sorg ich dafür ja doch wir müssen dafür sorgen dass der Diskurs qualitativ besser wird und und dass dass die Demokratie auch äh besser wird und dass wir dazu beitragen und da müssen alle mitgenommen werden weil Demokratie sind wir alle Staat sind wir im Grunde genommen auch alle egal wie du es am Ende nennst natürlich ist es äh kann es zum äh äh als als Herrscher Werkzeug missbraucht werden oder so aber ey es geht doch darum dass man dass man die Leute ernst nimmt und zwar jeden Einzelnen es bleibt dir nichts anderes übrig wenn du noch so ne ich kann doch von mir reden mir gehen genug Leute auf den Sack aber ich muss sie ernst nehmen und ich immer so sagen so ja ja ne die sind einfach alle dumm ha 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 ne ja das funktioniert vielleicht irgendwo äh in der Schulklasse und da haben wir dann ja da trainieren wir dann eigentlich den Leuten ab dass sie sich gegenseitig mobben ne das hat alles so das hat alles so ein Gruppending irgendwie so dieses so wir sind jetzt die 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 intelligentere Gruppe und jetzt mobben wir mal die die dummen oder die die skeptischen oder was auch immer ne ne keine gute Idee so weil die schließen sich auch zusammen und sagen dann fickt euch ne und dann wählen die halt keine FK und dann wählen so irgend die wüssten ja nicht mal AfD wählen die können irgendwas anderes ne die sagen dann einfach ey ich hab's satt ich will nicht verarscht werden es gibt Leute die dann einfach sagen ich bin zu allem bereit ich wähle dann auch irgendwas was einen gewissen IGIT Faktor hat steht dann wurscht vielleicht guck ich da auch ein bisschen auf die herab ich muss die auch ernst nehmen ich kann denen auch sagen hier ähm ja Leute find ich jetzt auch nicht cool ne dass ihr jetzt die Schlussfolgerung habt nur weil es solche Getarras gibt müsst ihr jetzt auch nicht gleich irgendwie irgendeinen Mist wählen oder so ne der ist auch nur irgendein Typ halt am Ende am Ende des Tages aber nochmal ja sich gegenseitig ernst nehmen find ich nicht so unwichtig und ich muss da sagen so jetzt benutzen wir halt irgendwelche Strategien um Leute lächerlich zu machen ne halt ich nix von find ich nicht gut aber funktioniert so wenn ich dich jetzt wenn ich jetzt auf dich draufhau und dich lächerlich gemacht hatte dann sagst du irgendwann die doch mal oh der Sina hat's jetzt zwei Wochen über mich lustig gemacht jetzt bin ich bei ihm oder was nein aber schau dir doch mal diesen ganzen Anti-Woken-Content also ja sie dann funktioniert und auch den so ein Imp betreibt aber den auch ganz viele andere betreiben ist das irgendwie wir reichen denen die Hand nein man haut drauf man haut drauf und man haut drauf und man haut drauf das ist doch nicht draufhauen ähm äh Imp ja hat seine trollige Art und so wie man ihn halt kennt ne aber du merkst doch bei Imp dass er nichts Böses im Sinne hat also das merkt man doch der haut doch jetzt nicht so der braucht ich glaub der ist der ist ja auch bereit mit jedem anderen zu reden find ich übrigens trotzdem auch löblich dass Dara sich solchen Diskussionen stellt das muss man ihm wirklich ähm das muss man ihm muss man auch anerkennen sagen er stellt sich wenigstens den ganzen Leuten und er weiß auch dass er dass er da auch auf die Fresse kriegt so ein bisschen von manchen Leuten also zumindest halt in Kommentarspalten oder Chats oder so das finde ich das muss man ihm wirklich muss man anerkennen sagen dass das ne Dara quatscht hier drei Stunden mit Sinan und er weiß dass er danach dann wieder äh irgendwelchen Kommentarspalten wieder zerlegt wird oder was auch immer das finde ich muss man wirklich löblich sagen aber auch Imp oder Sinan die haben nichts Böses im Sinn die die ähm hauen doch keine in die kompletten die Pfanne das ist doch nicht deren Absicht das ist doch das erkennt man doch also das kann man muss man nicht alles im Einzelnen immer cool finden aber das ist doch wirklich noch harmlos die machen wir nicht lächerlich ich mach die auch nicht lächerlich weil Menschen sich damit nicht assoziaten wollen so und das ist eben ja wer macht die wirklich lächerlich wer hat jetzt wirklich gesagt die sind alle dumm und gestört oder sonst irgendwas hat doch kein Mensch gesagt also ich weiß nicht ob ich jetzt auch einen Strohmann aufbaue aber so wie er sagt ist ja er sagt ja selber man macht die dumm und lächerlich äh wer wer macht das wirklich also wer sagt wirklich irgendwie die sind alle komplett verblödet oder oder die sind alle krank oder so wer kein Sinan kein Imp oder wer auch immer sagt sowas es wird halt Kritik geübt an manchen Sachen oder es wird manches in Frage gestellt ja aber niemand spricht hier irgendwem irgendwelche Rechte ab nie heißt wir brauchen nicht über die Leute reden die einfach sagen keine Ahnung Transmenschen oder was auch immer die sind komplett gestört und sonst was das sagen ja hier sagt kein Sinan kein Imp kein kein Bioskeptik oder oder sagen wir alle nicht wegen mir ne jeder Mensch der auch wie auch immer er tickt was auch immer mit ihm los ist ich hoffe dass Menschen was ihr ihre Persönlichkeit angeht was ihr was ihr Inneres betrifft dass sie das wirklich bestmöglich ausleben können wenn es wenn es wenn es ihr persönliches Glück betrifft ihr Lebensglück wie auch immer ich will dass das jeder kann ich will ich will nicht Leuten was sagen du bist nicht mehr ganz dicht sonst geht mich auch gar nichts an in vielen Fällen auch so sehe ich das ja schon das hat nicht mal was mit Toleranz zu tun es geht mich auch teilweise einfach nichts an also wenn jemand ein gesunder Mensch also wenn jemand sagt er muss sich umoprieren lassen warum auch immer ey mach es ja wird seine Gründe haben so in meisten Fällen würde ich würde ich sagen ja ist schon in Ordnung es kann vielleicht dann Einzelfälle geben wo ich dann nicht weiß äh okay aber das wird ja auch geprüft wahrscheinlich ne keine Ahnung das also es wird auf jeden Fall keiner keiner fertig gemacht das sehe ich nicht und deswegen machst du jetzt dieselbe Methode also ich würde dir nämlich recht geben wenn wir uns böswillig über Menschen lustig machen finde ich das nicht gut und lene das auch ab das kann immer mal passieren aber ist nicht das was ich machen will so und jetzt sagst du es funktioniert und dann sagst du hey geil jetzt habe ich von den Arschlöchern gelernt jetzt mache ich es selber ja aber der Gag ist ja aus irgendeinem Grund findest du es dort okay anscheinend nein ich finde das nicht okay ja aber dann könntest du nicht mit entsprechenden Akteuren so keckig rumkulten und auch mit denen zusammenarbeiten Moment 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 also ich ziehe immer ganz klar die Grenze zwischen wir wir hören uns Aussagen an wir durchdenken diese Aussagen und ziehen sie gerne ins Absurde aber das ist ein Unterschied zwischen ich mache also ich haue nicht auf eine Person drauf ich haue nicht unter die Gürtellinie das mache ich alles nicht und ja das sehen die wahrscheinlich halt anders sie ist also wahrscheinlich unter der Gürtellinie aber ich finde also komm es ist halt ich weiß halt auch nicht ob man das jetzt noch großartig mit Argumenten belegen kann aber hat man da nicht auch manchmal ein Stück weit ein Gefühl dafür ob es jetzt jemand wirklich böse meint oder nicht ich kann bei Sinan ich habe da einfach nie so bösartige Vibes oder so ich habe die habe ich halt gar nicht so ich habe ja ne ein bisschen provokant ist er schon auf jeden Fall aber ich habe nie den Eindruck dass er das jetzt mit 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 der ganz bösen Absicht machen dass er irgendjemanden fertig machen will spüre ich nicht da hast du dann da gab es halt den Fall zum Beispiel mit meinem Kollegen Neitern auf da wurde ein Clip von deinem komischen wie hieß der Kapulco Tokik oder so super krasser Siffa wirklich super ekliger Mensch ja ja stop 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 eine coole Welle hält sozusagen ich halte mit jedem eine coole Welle ich halte mit dir eine coole Welle ja glaube ich dir aber manchen Menschen sollte man eben so eine Verbindung nicht haben wieso wer bist du mit der Verbindung entscheidet ab wann muss man ab wann zeigt man da mal Haltung und sagt ey sorry mach ich nicht dann bist du bei mir falsch ja so wie ich halt Marc kenne Marc hat ja auch schon verschiedene Takes rausgehauen aber es ist sorry ganz ehrlich also es obliegt immer noch mir mit wem ich zu tun habe mit wem ich rede und es tut mir leid also das Recht darf sich jeder rausnehmen also ich kann immer noch entscheiden mit wem ich zu tun habe mit wem ich rede von wem ich mich abgrenze oder so inhaltlich habe ich mich sehr oft hier von Marc abgegrenzt aber das heißt doch lange nicht dass es nicht ein persönlicher Freund von mir sein darf und dass ich ihm nicht trotzdem auch irgendwo widerspreche also sorry also wo kommen wir denn da hin wollen wir da irgendwie so eine Sozialpolizei da aufstellen die dann entscheidet mit wem darf man reden mit wem nicht also wie stellen die sich eigentlich manchmal gesellschaft vor wie soll das funktionieren selbst wenn das auf twitter irgendeiner ist der da ein bisschen rumquatscht so wenn ich dann sage okay ich kenne ihn ein bisschen ich der provoziert hat wie auch immer aber das ist immer noch meine Entscheidung ähm ob ich ob ich das zulasse oder nicht das ist das auf jeder für sich noch persönlich entscheiden das kann man ja kritisieren und das ist ja auch in Ordnung ne das ist ja auch freie Meinung man kann das ja auch kritisieren und sagen hey der Typ da so und so aber man muss auch irgendwo mal akzeptieren dass jeder so ein bisschen noch seinen persönlichen Freiraum hat mit wem er redet mit wem nicht also das geht ganz ehrlich das geht die Leute dann auch einen Scheißtrick an die wissen doch gar nicht was äh äh ob das vielleicht alles Sinn macht was man tut ähm die können ja in meinen Kopf auch nicht reindenken oder in Sinans Kopf oder was auch immer die wissen das doch gar nicht vielleicht hat das einfach einen Grund warum man den Kontakt mit der Person pflegt da kann man ja auch mal fragen und sagen hier pass mal auf äh ist dir mal aufgefallen so und so keine Ahnung man kann ja das Gespräch suchen aber wenn man dann sagt so ja mit dem darfst du erst gar nicht reden und vor allem du kannst ja manchmal nicht mal steuern wer dich dann zum Beispiel vorlaut auf auf ähm x oder auf auf äh ähm twitchen so ich hab ja auch Leute ja drin die eher kapitalistisch orientiert sind oder oder gar rechts ja sorry ich kann nicht jedes Mal sagen so oh nur weil die jetzt sowieso und so sind ey ja Olaf ist auch kein Linker würde ich jetzt nicht sagen aber ich werde ihn jetzt nicht deswegen löschen oder bannen weil er irgendwie die falsche Meinung hat ist in dem Moment wo er klar wo er sagt äh 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 ist irgendwie faschistisch orientiert oder was auch immer es kann man kann auch immer tausend Sachen mutmaßen aber so geht's halt nicht so ich werde halt nicht jeden Menschen der irgendwie anders tickt irgendwie aus meinem Leben komplett verbannen also ich kann natürlich jetzt wieder nur von mir reden aber das wird Sina nicht machen das wird ihm nicht machen das werden so viele Leute nicht machen ne ich will mich hier gar nicht mit den Leuten vergleichen das sind natürlich viel größere Streamer und äh YouTuber was auch immer ne ich aber es geht ja einfach nur ne um die um die ja um ich ich meine ich gehört schon mehr sag ich mal eher einer Bubble an die die schon mehr Richtung Free Speech geht ne Richtung freie Meinungsäußerung ich nehme mir auch genauso raus ne wie neulich dass ich auch mal einen Stream mache wo es wirklich auch geht wo ich richtig gegen die AfD schieße da habe ich auch da oder wenn ich auch mal die Woken irgendwo verteidige ich nehme mir einfach raus das zu sagen was ich sagen will und 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 das zu loben auch was ich loben will und das zu kritisieren was ich kritisieren will und es ist mir scheißegal welcher Bubble das am Ende angehört es ist mir wirklich egal und wenn dann Leute zum Beispiel irgendwie so Alt-Left dann da kommen so welche Alt-Linken die sagen ah ne jetzt hast du irgendwie was jetzt hast du ja Dara gelobt ne das darfst du ja nicht weil der ist ja wie so ein Pseudo-Woke sonst was ja ne wenn er was richtiges sagt sagt er was richtiges Punkt und das geht das geht doch für jeden das ist was doch Demokratie ausmacht und nicht immer wieder dieses scheiß Gruppendenken so ach ne aber wir müssen jetzt schon entscheiden ta gehörst du jetzt diesen Alt-Linken an und willst BSW oder bist du so ein Neulinker willst die Linken fallgeil oder bist du ein Grüner dann sag ich denen allen und ihr fickt euch ich rede ich rede für mich am Ende vielleicht bin ich dann dadurch ein bisschen einsam oder so oder ein Einzelkämpfer was auch immer aber ist mir scheißegal ich rede mich hier wieder voll in Rage aber das ist das gilt halt für genauso für Sinan ist halt auch einer der rede dahin wo er reden will am Ende ist er halt Individuum und redet halt aus seiner Sicht wie er die Welt versteht und das ist auch was für mich dann eine offene Gesellschaft dann auch ausmacht wir dann alle nur noch wirklich wie ich kann es immer wieder vergleichen wie in so einem Pausenhof mit so Klicken mit so Gruppen gehörst du zu uns gehörst du zu denen ne hä wo sind wir denn also da da wächst man doch mal raus aus diesem Denken meine Güte weißt du da gibt es dann einen Clip der dann irgendwie rumgereicht wird wo Naita nur erzählt ja er wünscht sich für seine Tochter eine vegane Spielpartnerin und dann vergleicht dort der Twitter-User das mit Nazis ja er setzt mal irgendwie vegan durch blauäugig oder durch deutsch oder so und ja das finde ich dann auch überzogen ganz klar aber da muss ich jetzt ich weiß nicht ob ich dann deswegen gleich den Mensch da rauswerfen muss anstatt das weißt du bei den Voken da heißt es dann immer ja die sagen doch immer Nazi 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 und dann kommt halt Zorn an der halt so zu den Anti-Voken gehört und haut halt wirklich einfach direkt den Nazi-Vergleich raus ja da sind wir halt wieder bei diesen scheiß toxischen Diskursen heutzutage das kritisiere ich dann auch wieder an allen Seiten dass die halt einfach nur noch mit so völlig überzogenem Scheiß manchmal den Diskurs vergiften ich mein Sinan wie gesagt der trollt auch ein bisschen aber so einen Scheiß macht er dann halt auch nicht soweit mir bekannt ist ne so und das ist was mir dann auch wieder auf den Sack geht dass dann Leute nur noch irgendwie das Internet zumüllen mit irgendwelchen dummen Schlussfolgerungen die halt völlig drüber sind nur damit man halt 10 Klicks mehr macht damit man dann auf X oder auf YouTube wo auch immer TikTok damit man da nur mal wieder ein bisschen mehr Zuspruch kriegt ne bis hin dass wir dann irgendwelche ähm äh irgendwelche was weiß ich Aktien-Experten dann plötzlich AfD-Content machen weil es sich besser klickt das ist halt wirklich dieses reine Ego-Denken so es geht um mich und ich will nur noch bekannt werden und deswegen haue ich einfach die hartesten Takes raus damit ich dann schön für Jubel kriege ey endlich haut das ein geiler Vergleich hahaha ne 50 dann ähm 50 dann Lachimojis noch und ja okay vielleicht ist das auch Demokratie aber ich das ist so ein Stil den ich zum Kotzen finde ich kann auch nicht mal drüber lachen weil das ist so dieses weißt du wenn Menschen 16 sind und sind dann irgendwie edgy oder so aber wenn das dann Leute sind die schon ein gewisses Alter haben und das immer noch auf die Weise machen müssen und es ist halt wisst ihr wenn wenn man dieser alte Satz ne äh man provoziert um etwas zu sagen aber wenn man nur etwas sagt um zu provozieren ist halt lächerlich irgendwann ist dann irgendwann traurig ne wenn man Senan ist jemand der ähm provoziert um etwas zu sagen ganz klarer Fall für mich und dann gibt es halt die Leute die sagen halt nur nur um zu provozieren kann man machen aber ist nicht verboten ne aber ich finde es halt auch deppert also da kann ich jetzt auch daran verstehen wenn er halt sagt das sind halt Aussagen die sind drüber aber er hat halt auch schon genug Aussagen gemacht die komplett drüber sind und er nimmt ja für sich auch in Anspruch die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen in den Diskurs rein zu müllen muss man fast sagen also so würde ich das fast sagen so das heißt also alle benutzen irgendwelche ja sag ich mal Kriegsmittel ne um halt ihre Bubble anzusprechen warum um Kriegs zu generieren um damit schön gut leben zu können könnte ich jetzt mutmaßen ne am Ende des Tages geht es darum dass ich gut leben kann wenn ich meine Kohlen habe und deswegen heute bin ich mal ein bisschen radikaler morgen wieder nicht ne ach wie gut ist das letzte Video geklickt worden ach nee ich glaube ich muss wieder einen raushauen ne ich schreib mal kurz hier was auf x oder so oder ich hau einen lustigen Take in einem Twitch-Streme aus ja wirkt schon alle sehr kalkuliert dir fällt ja auch nichts besser als eines zu sagen ja ist wie bei christlichen religiösen Fundamentalisten ist es auch ja aber auf allen Seiten also ich gebe dir nein warte mal stopp stopp ich gebe dir recht ich gebe dir recht irgendwo einem erzählen meine Tochter turnt ich wünschte ich könnte hier eine Spielpartnerin finden die auch turnt oder so also zwischen guck mal vegan ja der Vergleich hinkt ein bisschen aber nein ist eine Entscheidung aber deutsch und blauäugig oder arisch oder was weiß ich damit wirst du ja geboren sozusagen in der Ideologie von denjenigen die also als Aria wirst du geboren also ich erinnere mich an den Tweet ich erinnere mich an den Tweet ja das ist eine sehr übertriebene Aussage da kann man ja auch nicht natürlich ich finde tatsächlich das auch ein bisschen weiß ich ein bisschen Grinch muss ich fast sagen wenn da also wenn das so war wenn das so war dass Nighthunt gesagt hat er wünscht sich halt für Spielpartnerin die halt auch wie keine Ahnung vegan ernährt wird irgendwie ja denke ich dann halt auch wieder hm aber es wäre es mir nicht wert jetzt einen empörten Twitter Post zu machen oder so oder irgendwie es gibt manchmal so Sachen die kann ich einfach stehen lassen die wo oder ich würde wenigstens fragen was er damit meint also wie stellt er sich das vor also ich würde dann eher fragen ich würde einfach fragen damit das mir erklärt also wie er darauf kommt das würde mich dann viel mehr interessieren die die irgendwie immer Neonazi schreien für solche Äußerungen tätig also schon das geht ja auch schon wieder irgendwo also so leicht in so Holocaust Relativierung und sowas rein ach komm ja jetzt mach mal den Ball flach also komm da ist jemand der suchte seine Tochter ja gut aber der Vergleich ist schon hart halt gleich mit so einer Nazi-Ideologie anzukommen zwei Beine raus also ich finde ich gebe nein ich gebe dir recht ich gebe dir recht stopp mal ich gebe dir recht dass wenn ein ein veganer Papa irgendwie bei Twitch irgendwie seine Spielpartner oder vegane Spielpartner für sein Kind sucht weil dann muss man das nicht mit arisch und blauäugig und man muss den vergleichen mit NS halt muss man nicht der ist überzogen er schließt irgendwie andere Spielpartner aus oder so nein ja man kann jetzt auch sagen dass wieder halt satirische Stimmittel dass man das Ganze halt übertreibt oder so aber ich finde halt der Vergleich der ist schon ein bisschen drüber ich hätte eher gefragt ich hätte halt bei so einem Post eher gefragt ja Naitan wie stellst du dir das vor also okay erklär mal also ich hätte einfach nachgefragt den Vergleich den und den Spielpartner normalste Aussage von Eltern ist übrigens pass auf pass auf also gebe ich dir doch vollkommen recht den Vergleich muss man nicht ziehen ähm darauf habe ich mich auch gar nicht bezogen ja du kannst mir jetzt vorwerfen kannst du machen hast du ja auch gerade gemacht kannst du sagen kann man aber auch schon mal kurz sagen äh hier der der Nazi-Vergleich muss nicht sein stimmt gebe ich dir recht äh werde ich mal drauf achten wenn ich wenn ich unnötige Nazi-Vergleiche sehe werde ich äh auch egal von wem sie kommen ähm also ist meine Bemühung weil natürlich äh würde ich sagen man ist immer biased irgendwie ja je nachdem wer was sagt legst du es unterschiedlich auf die Goldwaage absolut machst du mach ich macht jeder ähm das das natürlich bei Veganismus halt manchmal ein gewisser Übereifer entstehen kann ist aber auch kein Geheimnis jetzt können wir uns darüber streiten wie heftig muss man es ausdrücken aber den Punkt schenke ich dir also muss man nicht so heftig machen geschenkt ja in einem anderen Talk den ich von dir gesehen habe da hast du dann irgendwo gesagt ja ne die äh wenn man die Menschen wenn man sagt man soll nicht mehr nach Sonneberg reisen oder so das ist ja auch dann praktisch ein Nazi-Move und die Menschen dort ähm ja was ist denn jetzt die Endlösung von euch für die Menschen das ist dann auch echt ein bisschen ne da war ja ne genau das war aber das hast du da sind wir auf derselben Ebene das ist genau das das Video das habe ich auch nie verstanden warum der Clip äh geklippt also warum das geklippt wurde weil es genau der Punkt ist den ich mache ich bringe in Gesprächen manchmal wenn ich höre wie du jetzt zum Beispiel äh ich kann nicht ganz gut einfach ein Beispiel machen du würdest jetzt sagen ja manchmal muss man aber auch zu Gewalt greifen und vielleicht müsste man die AfDler dann auch wegsperren und dann würde ich zum Beispiel sagen ja sollen wir ein Lager errichten für die einfach nur damit du in dem Moment merkst oh krass äh ja was ich gerade gesagt habe ist vielleicht ein bisschen krass verstehst du das ist nicht meine Aussage sondern ich sage etwas wo jedem sofort ne wo nämlich das Alarmsignal angeht bei Endlösung bei Lager ja ein bisschen ein bisschen baut du da halt einen Strohmann mit ein so einen Strohmann als Falle so ein bisschen da gehen die Alarmsignale zu Recht an und ich habe manchmal das Gefühl dass die aber nicht angehen wenn die Leute aber so über den Umgang mit AfDlern oder so reden ne dann denke ich so ach krass ist euch eigentlich gerade klar was ihr sagt war bei Corona nicht anders gab es halt dieses dieses berühmte Bosetti Zitat da mit Ungeimpfte sind irgendwie der Blinddarm oder so ne und und dann denke ich mir ey das ist halt auch wieder so ein Ding ne deswegen ich habe mir tatsächlich die Mitternachtsspitzen vom November angeschaut da ist Bosetti wieder aufgetreten da fand ich sie tatsächlich mal halbwegs sympathisch ne und was der Frau wirklich fehlt ist so ein bisschen Selbstironie also das spüre ich bei ihr ganz selten ne auch wenn sie dann auch solche Takes raushaut da ja mit dem Blinddarm und so ach na ist euch noch ist euch bewusst was ihr für Worte benutzt das ist genau das was ihr den Leuten doch immer vorwerft ja du ja jetzt auch gerade äh ich kann ja nicht die Leute Worte verwenden also du sagst ja dann ja was ist denn jetzt eure Endlösung für das nein du hast es immer noch nicht verstanden ich bin mir aber bewusst darüber dass das was das Wort auslöst ich will diese diese Reaktion ja bei dir auslösen damit du checkst oh krass vielleicht ist Menschen absondern keine geile Idee das was ich da höre ist dass das halt maßlos übertrieben ist also als wäre das so eine eine krasse eine krasse Aussage ja vielleicht nicht mehr nach Sonneberg reisen äh wenn du sagst äh naja klar wir können natürlich auch Sonneberg einfach jetzt rechts außen überlassen ne und nie wieder wird sich da was ändern ne also Sonneberg ist auf ewig verloren ne ja gut wenn du jedem das seine meinst jedem das seine meinst wie es ursprünglich gedacht war dann ist das ein guter Ausspruch wenn du es natürlich bezogen auf Buchenwald meinst finde ich das nicht cool ne nur als Klarstellung dann sozusagen ja aber wo dann weil der Spruch wo eigentlich herkommt ist ja ganz in Ordnung ne das was die Nazis draus gemacht haben ist ein riesen Bullshit also wo ziehst also bei bei dem Vergleich jetzt von dem einen der dann das mit den veganen dann sagst du dass es geht zu weit was anderes nicht also wo ziehst du denn die Grenze also findest du jetzt so Menschen irgendwie als Blinddarm der Nation zu bezeichnen das ist okay also ich frag da nur also wo ist so die ich frag ganz häufig nicht findest du nicht okay ja okay ja aber das ist ja das Ding so da wäre ich ne dabei genauso konstant wie jetzt dir gegenüber wenn du dann der Meinung bist ja ey was ist denn deine Endlösung jetzt guck mal meine liberale Haltung ist doch genau also deswegen verstehe ich den ich verstehe was du sagen möchtest du beschwerst dich nur dass ich das Wort benutzt oder was aber ich finde trotzdem die Aussage total übertrieben wenn jemand dann sagt das ist geil also ich sage das Wort es passiert genau das was ich will ja also es ist ja aber du sagst ja es ist sofort ein Scheiter da und die Menschen dort sind praktisch wie die Juden damals das habe ich auch nicht gesagt ich sage du hast jetzt kommuniziert nein ja stopp mal aber Tara von dir stammt auch der tolle Satz ne du hast ja damals auch provoziert mit diesem einen Satz ich weiß den hast du angeblich anders gemeint ne aber wenn man die wie war das wenn man die wenn man die Bronken kritisiert dann meint man damit eigentlich Juden hat er damals gesagt klar hat auch einen Kontext irgendwie gehabt vielleicht hat er oder hat er damit irgendwas aussagen wollen aber es ist halt wieder so das Ding Tara Glaubwürdigkeit du schlägst genau in die gleiche Kerbe du machst genau das gleiche Ding du darfst das und andere nicht oder wie stellst du dir das vor ich verstehe es nicht du verstehst es nicht aus meiner Sicht ne ich sage etwas wo ich weiß das sind die neuen Juden oder sowas so genau also pass auf ich sage etwas wo ich weiß dann dürfte der andere auf gar keinen Fall zustimmen also wenn dann würde ich das Gespräch beenden also wenn mir einer sagt ja wir brauchen eine Endlösung für die AfD dann bin ich raus sorry da sind wir uns einig so also schmeiße ich sozusagen einen Köder und guck mal was passiert so jetzt kannst du mir vorwerfen ja warum schmeißt du einen Köder ja ist halt meine Art also ist halt so dass ich sage manchmal musst du und das ich verstehe was also das natürlich kannst du sagen wenn du ständig irgendwelche Szenarien zeichnest die niemals eintreten okay dann könnte man sagen mach mal nicht so eine Panik wir haben nur davon gesprochen da nicht mehr hinzureisen okay wenn es aber irgendwie heißt also den genauen Fall müsste ich mir da jetzt nochmal anschauen aber da hieß es dann ja schon so irgendwie den Tourismus oder so zum Erliegen bringen den Standort wirtschaftlich zu schädigen und so weiter dann finde ich das halt schon krass weil dann willst du auch alle dort schädigen auch die nicht also dann nimmst du starke Kollateralschäden in Kauf und das ist ja wie bei der Sanktionsdebatte halt so ein bisschen wie ein bewusst gesetzter Stromanhalt aber auch da also kann man machen ich weiß nicht ob das so eine gute Idee ist aber auch da wieder das ist halt ein Stück weit legitim was da Sina macht das ist halt ja muss man nicht besonders geil finden aber ist halt also man weiß ja was er hinaus will also da muss man ist ja relativ offensichtlich Russland im Kleinen natürlich im Kleinen Ding dass das natürlich die Idee davon ist nur dass du eigene Leute auch noch sogar sanktionierst also das ist ja also dass du sogar nicht nur ein anderes Land sanktionierst sondern du sagst sogar wir gehen jetzt schon so weit ja uns gefällt irgendwie die Wählerschaft da nicht dann sanktionieren wir jetzt schon innerhalb des Landes es tut mir leid dass ich das krass finde vielleicht bin ich auch einfach verweichlich das kann natürlich sein aber ich weiß nicht ich habe immer das Gefühl da muss es doch eine bessere Lösung geben aber keine Ahnung ja natürlich wäre cool man strebt eine bessere Lösung aber ich finde wenn jemand einfach diesen Vorschlag die Idee oder diese Maßnahme sozusagen oder die Konsequenz für sich einfach in den Raum wirft dann so einen Vergleich zu ziehen finde ich dann immer wieder ein bisschen happig meistens eben über okay du regst dich über den Vergleich und so okay du vergleichst aber was genau findest du schlimm also weil das was zu krass ist oder was aber das sollte ja so sein also oder das ist ja das was man dann ständig den sogenannten Woken dann vorwirft direkt halt irgendeinen Nazi-Vergleich zu ziehen oder direkt halt irgendeinen Nazi zu rufen ja aber ich das ist ja ein Unterschied ich sag ja nicht du machst das so sondern also bitte das ist jetzt wirklich gewollt falsch verstehen also ich hab doch gesagt in einem Gespräch würde ich sowas sagen und zwar natürlich mit einem süffisanten Lächeln im Gesicht wo mir klar ist ich versuche mal gerade sozusagen eine Bombe zu schmeißen wo wir uns beide mal kurz erschrecken und dann sagen wir so und jetzt lass noch mal bitte kurz überlegen was wir da gerade besprechen ich stehe doch nicht hab ich irgendwem hab ich irgendeiner realen Person diesen Vorwurf gemacht nein es war ein Gespräch und wir haben darüber geredet wie ich hypothetisch in einem Gespräch das machen würde bei irgendwem also deswegen worüber reden wir hier hab ich das jemals gemacht mach ich das also werfe ich irgendwem tatsächlich irgendwelche Nazi-Turk ganz schön oft inzwischen dass da ja dass man da natürlich mit Holocaust-Relativierung sehr sehr locker umgeht aber ich nicht nein auf keinen Fall mach ich nie wir hatten wieso wir hatten auch also du hast ja auch ein Video gemacht über den Idiotentreff und die Gruppe die von Jan Böhmermann da exposed wurde und da hast du halt auch gedacht ey komm wir können uns doch also ein paar von den Witzen waren ja auch super und die will ich euch jetzt hier präsentieren und hast das praktisch alles ein bisschen runtergespielt und sehr stark dadurch relativiert und hey turns out ein von den Leuten die du da praktisch promotet hast war Teil von Promoted hast? Ich warte mal ganz kurz ich habe den promotet also Jan Böhmermann macht eine Sendung stopp Jan Böhmermann macht eine Sendung erreicht 4 Millionen Menschen 10 ans Woche geht auf diese Sendung ein erreicht irgendwie 30.000, 40.000 Leute ich promote den ich promote den ja aber guck mal wenn Jan Böhmermann so viel Reichweite so viel mehr ich glaube Dara meint jetzt ich glaube Dara meint jetzt in dem Fall also ich versuche jetzt einfach nur Dara zu verstehen auf was er hinaus will ich glaube in dem Moment als hat Sina die Witze gezeigt hat und halt drei davon ich weiß nicht drei oder so genommen hat die er vielleicht irgendwie lustig fand oder was auch immer wahrscheinlich meint er das gerade also es ist jetzt nur mein Verdacht was Dara damit meinen könnte mehr Reichweite hat als ich dann ist doch alles erlaubt dann kann ich ja eigentlich machen was ich will ist ja auch Quatsch nein es geht um die Frage lenkt nicht ab du hast gesagt ich würde ihn promoten also das ist so das höre ich immer wieder dann heißt es irgendwie also da muss man mal realistisch bleiben das ist Quatsch ich will nicht damit sagen dass du den jetzt irgendwo sozusagen supportest oder sowas aber du sorgst natürlich für eine Relativierung du sorgst natürlich dafür dass das am Ende rüberkommt wie ey guck mal das was der Jan Böhmermann da präsentiert hat und was der dort worüber aufgeklärt hat alles am Ende eigentlich gar nicht so wild nö das ist deine Interpretation anscheinend wenn das deine Interpretation ja sag ich ja im Video ich geh sogar ich hab im Video gesagt ich geh sogar davon aus dass das wahrscheinlich sogar Rechtsradikale sind geh ich sogar davon aus sag ich im Video also das ist genau was ich sage darum geht's aber gar nicht klar wenn du nicht das hören willst was ich sage was du die haben ja lustige Witze drauf nein nein das hat er nicht es ist wieder jetzt wieder Dara also man kann auch hier wieder kritisieren okay dass dass sie dann da vielleicht kurz diese Witze da ein bisschen ja man könnte sagen er promotet diesen schwarzen Humor oder was auch immer dahinter stecken soll aber er will damit überhaupt nicht sagen dass die Leute deswegen cool sind das hat er auch relativ deutlich gemacht also natürlich sind die Leute die das in diesem Kontext wo das geschrieben wird dass sie da die Witze machen ist schon relativ klar dass sie eben nicht irgendwie auf schwarzhumorige Weise vielleicht eine Kultur aufs Korn nehmen oder sonst was das ist relativ offensichtlich wenn die als Linke mal einen blöden Witz machen oder so dann wissen die meisten Leute ja wir machen jetzt eine Übertreibung oder wir nehmen bestimmte Klischees auf Korn und das kann auch mal sehr derb sein ich kenne ganz ganz viele Linke die wirklich einen schönen derben schwarzen Humor haben trifft ja zum Beispiel auf Imp eigentlich auch zu und das ist ja einfach dieses dann ist ja halt offensichtlich wir wissen natürlich dass wenn Leute in irgendeiner Telegram Gruppe wenn die dann plötzlich irgendwelche Sachen posten und die auch gleichzeitig sagen so ja die ganzen Migranten alles alles Riesenproblem und das sind irgendwelche Muselmänner oder wie sie sich dann äußern dann ist natürlich klar in welchem Kontext der Witz auch zu sehen ist weil dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß dass es hier nicht nur um schwarzen Humor oder sonst was geht sondern auch schon um ein gewisses Bild über Menschen also da geht es dann auch schon teilweise um auch rassistische Takes etc nur ich glaube das hat Sina damals diese Video relativ deutlich gemacht und genau das hat er eigentlich herausgearbeitet dass es halt genau darum ging halt zu unterscheiden ok macht jetzt jemand einen blöden Witz macht jemand einen Witz keine Ahnung über Türken oder was auch immer da geht es wie gesagt um Klischees so war das mit Humor schon immer man könnte jetzt einen Witz über Metaller machen saufen Bier keine Ahnung haben lange fettige Haare keine Ahnung beschäftigen sich viel mit Fantasy oder zocken auch gern rum oder lauter solche Sachen halt da würde ich ja auch nicht sagen oh Gott aber klar wenn mich jetzt hier jemand die ganze Zeit dumm anmacht und mich damit belästigt dass ich als Metaller wirklich eine asoziale Drecksau bin irgendwann ist der Punkt erreicht wo du auch sagst ok ich muss mich jetzt nicht hier dumm anmachen lassen aber ich weiß es nicht es hängt doch manchmal von bestimmten Faktoren ab wie etwas rüberkommt und das was Sinan doch gemacht hat war doch relativ deutlich von der von der Kernaussage her gesehen das war doch relativ klar was er meint das war doch nicht irgendwie gemein so ja mein Gott rassistische Witze wo es wirklich darum geht irgendwie ja Minderheiten zu beleidigen oder was auch immer dass er das an sich gar nicht geil findet es geht immer darum hat das irgendwie eine selbstironische Komponente oder ist das wirklich ja fremdenfeindlich gemeint oder rassistisch in irgendeiner Form das kann man doch unterscheiden ich weiß nicht ob man da irgendwie ist das so schwer das zu unterscheiden wie man das meint ich weiß nicht das ist das ist wieder die Interpretation die du machst also pass auf das war das ist ein heikles Video natürlich ist ein heikles Video warte auf der ist da wieder einer falschen der ist da guck mal der Jan Würmermann der beschäftigt sich wieder mit total nichtigen Themen alles nicht so wild was er da uns präsentiert hat weil er wirklich die falschen Schlüsse zieht weil er er macht im Prinzip genau das also mit dem Humor Humor ist nun mal einfach auch ein Thema von mir was mich sehr beschäftigt ja das erste Drittel hinter uns gerade weil ich das ist ja meine meine Sorge ja dass wir durch einen ich hoffe ich darf das jetzt so sagen Woken Zeitgeist den wir darf ich das sagen oder ist das ist das ein Kampfbegriff ich weiß nicht wie es besser ja aber das ist auch wieder so eine Sache Woken ist ein rechter Kampfbegriff also ja er wird dazu benutzt zweifelsohne aber andererseits ist es doch genau das worauf man sich ja beruft also Woken zu sein also da muss man sich auch mal so ein bisschen entscheiden also steht man jetzt dazu Woken zu sein also ich bin wahrscheinlich auch in Teilen um die Woken ja ich sag's einmal wieder jeder Linke ist im Grunde genommen ein bisschen Woken jetzt ist eher die Frage nochmal wir haben es festgestellt wir haben die Analyse gemacht und wir konnten herausfinden der Woken betrifft Grunde genommen Wach sein für Diskriminierung Wach sein für all den Kram das wissen wir im Grunde genommen so wachsam sein aufmerksam sein erkennen betrachten wie funktioniert unser System etc was wird irgendwie was wird irgendwie wie gesteuert oder keine Ahnung das ist ja grundsätzlich erstmal was Gutes jetzt ist wiederum die Frage wie gehe ich damit um so wenn du jetzt plötzlich aber Leute hast die die zum Beispiel den Fokus nur auf bestimmte Sachen legen zum Beispiel die sich wenig für klassistische Probleme beschäftigen die jetzt quasi nur das Thema Minderheiten machen aber dann zum Beispiel neoliberale Propaganda machen trotzdem ein paar Excellents wie das leider bei manchen Pseudo-Woken der Fall ist ne so dann haben es natürlich auch wiederum die Rechten leicht zu sagen hier guck dir mal die ganzen linken Spinnen an diese ganzen Moken Trottel oder was auch immer ne ja jetzt dann benutzen die dann da das Wort ne weil das dann halt denen einfach gemacht worden ist und dann sollst du als Linker selber es gar nicht mehr sagen weil die das jetzt geklaut haben quasi ja nach der Logik müssten wir der rechten Zähne die komplette Metal-Zähne waren überlassen ne weil da gibt es auch ein paar Rechte speziell Black Metal bin ich nicht so bereit zu sagen das gehört jetzt irgendwelchen Nazis oder so die Skinhead-Szähne damals die haben wir ja fast komplett verloren ne also es gibt immer noch relativ viele so Scharps und Eus oder 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 was wie Redskins was auch immer es da alles gibt ne aber nach der Logik immer wenn dann die Rechten was erobert haben dann sagen wir scheiße gehört jetzt denen verloren ich finde es tatsächlich auch nicht so gut wenn man halt also ich kann den Begriff Vogue selber manchmal auch nicht hören ich benutze ihn auch nicht so gern ähm und wenn dann eher im Kontext dass ich sag Pseudo-Vogue weil es einfach Leute gibt die sich da irgendwelche Schnipsel raussuchen die in den Kram passen und ansonsten argumentieren sie dann irgendwie neoliberal das finde ich passt dann halt nicht gut zusammen weil wenn du wachsam bist musst du für jede Form von Diskriminierung auch Diskriminierung von bestimmten Klassen ne oder so auch das spielt ne Rolle und das muss auch äh in den Vordergrund gebracht werden ne und ähm das ist eben die Sache so aber jetzt sagt er halt wieder äh ja man soll das ist jetzt der rechte Kampfbegriff ich würde tatsächlich ähm eher dazu neigen Pseudo-Vogue zu sagen weil ähm es ist halt genauso wie Pseudo-Links Pseudo-Vogue Pseudo-Rechts was auch immer aber im Grunde genommen gibt es halt nun mal viele Möchtegerns da draußen ne die sich halt nur für bestimmte Dinge interessieren aber andere Dinge das ist denen dann scheißegal ne da sind die manchmal dann das kurbete Gegenteil ne die sind dann zum Beispiel wirtschaftlich rechts aber machen dann sonst ein bisschen auch Vogue ne da können wir jetzt auch wieder ein paar Leute beim Namen nennen na das mach ich jetzt lieber nicht ne irgendwelche äh Zufalls-Kais oder so ähm ja da kann ich aber auch nur hoffen dass der vielleicht noch richtiger Linker wirken ja ja ein glaubhafter Linker kann ich nur hoffen ich glaub zwar nicht aber kann ich nur hoffen aber das ist dann zum Beispiel ein Pseudowoker da ist der Begriff dann auch nicht in dem Moment hab ich ja schon den Ursprungsbegriff äh ein Stück weit in Schutz genommen weil ich dann sage eigentlich ist das gar nicht so schlecht gar nicht so falsch Vogue zu sein aber es gibt halt Leute die das halt ja missbrauchen für irgendwelche Zwecke für meistens halt für für kapitalistische Zwecke kann man sagen und das kann man doch ansprechen das kann man ja auch sagen also da zu sagen so ich darf das jetzt wiederum nicht sagen weil es dann den Rechten wieder dient oder so ja ich kann mich aber nicht jedes Mal den Rechten orientieren was die irgendwie gebrauchen missbrauchen was sie wieder daraus machen dann lebe ich ja nur noch in Angst also das ist Schwachsinn so also auch auch wir müssen uns immer noch bestimmte Griffe Begriffe ja wie soll ich sagen die so zurückerobern wir müssen auch einfach sagen eher pass mal auf die benutzen das die reden halt einfach Bullshit also ich kann nicht mich immer danach richten was andere irgendwie machen soll ich jetzt aufhören Schwarzmetall zu hören wie Black Metal weil es da ein paar Nazis in der Szene gibt und soll ich dann sagen ja okay ich höre das nicht mehr an weil das ist ja menschenverachten und wie auch immer und darf ich nicht nee also ich verlasse halt anderen nicht das Feld Punkt ich bleib da ich lass mir ich lass mir Sachen nicht kaputt reden oder kaputt machen von irgendjemandem okay wie darf ich das so formulieren dass mir das jetzt nicht negativ ausgelegt wird was ich meine ist dass wir dass wir durchaus wir nehmen in einer ausgeklärten Zeit in der in der wir inzwischen uns mit Themen befassen können mit denen wir uns vor ein paar Jahrzehnten nicht befassen können das liegt vor allem an den sozialen Medien also weil beispielsweise auf der einen Seite hat das natürlich dafür gesorgt dass Rechtsextremisten sich Themen nehmen können und die aufbauschen können bis ins Unendliche die eigentlich gar nicht so relevant sind und dann auf der anderen Seite hat es aber auch dazu geführt dass zum Beispiel Transmenschen die eine super verschwindend geringe Minderheit sind in der Bevölkerung dass die trotzdem auf sich aufmerksam machen können und dafür sorgen können dass dass man sich mit ihren Themen beschäftigt und dass sie zum Beispiel dadurch dann auch ihre Rechte stärker erkämpfen können das ist die Zeit in der wir leben so das ist halt und wie beschreibe ich jetzt das vom Phänomen dass du dass du in Medienhäusern wie zum Beispiel Netflix da ist es bekannt dass sie im Prinzip schon so Vorgaben machen dass sie in den künstlerischen Prozess eingreifen dass sie sagen ihr müsst so und so den Cast besetzen die Storys müssen so und so besetzt sein das sind ja auch Einwirkungen von außen wie beschreibe ich das oder darf ich das gar nicht thematisieren nee das kannst du gerne thematisieren die Frage ist nur was du dann daraus machst und was du daraus ich sehe daraus ich sehe daraus einen Eingriff einen politisch motivierten Eingriff in die künstlerische Freiheit so und damit habe ich ein Problem das ist ja Quatsch weil Entscheidungsprozesse beispielsweise Castings oder irgendwen der entscheidet wer zum Beispiel welche Rolle im Film besetzt das gab es ja schon immer also auch schon in den 20er Jahren wenn man dann gesagt hat okay pass auf alle bei uns im Film hier in den USA sind jetzt weiß weil wir sonst niemand anderes da haben wollen und eben supporten wollen und fördern wollen dann war das halt auch eine politische Entscheidung beziehungsweise eine Entscheidung die natürlich auch wieso ist das eine politische Entscheidung wenn das jeder für sich selber einfach entscheiden kann dann hätten wir doch den Best Case oder nicht ja gut Medienunternehmen ist keine Demokratie da gibt es jemanden der von oben eben entscheidet okay so möchte ich gerne meinen Cast haben und dann naja wir hatten in den 20er Jahren durchaus auch eine rassistische Gesellschaft auch in den USA ich weiß natürlich nicht wie weiß ich das noch also Hollywood war ja immer eher progressiv schon also schon in früheren Zeiten aber also wenn man jetzt natürlich wüsste dass also angenommen man hätte jetzt die Bürgerrechte und das alles durchgebracht und Hollywood würde dann immer noch so sagen ja nee wir wollen halt wir haben jetzt diverse Spielfilme oder welche Filme die wir jetzt drehen könnten egal ob es ein Abenteuerfilm ist ein Krimi sonst was aber wir vermeiden es jetzt irgendwie schwarze Schauspieler einzustellen da würde ich halt auch sagen okay vielleicht muss man dann auch manchmal was machen oder so vielleicht muss dann auch die Politik manchmal agieren und sagen hier Leute es gibt auch wirklich wirklich schwarze talentierte Schauspieler also es gibt immer einen Punkt wo man vielleicht auch politisch eingreifen muss weil das machen natürlich die anderen ja auch weil die anderen sagen ja dann nee wir müssen dafür sorgen dass wir da sie unten bleiben und dass sie sich nicht um die Filmindustrie breit machen es gab ja auch es gab ja früher ich glaube das war sogar im dritten Reich so ein Thema dass die ja dann auch zum Beispiel den Anteil der Juden in Hollywood dann kritisiert haben dass denen ja wie Hollywood gehört und lauter solche Sachen also da gab es ja auch schon immer solche Geschichten dann ja so muss man schon darauf hinarbeiten dass natürlich alle keine Ahnung alle Ethnien was auch immer die Möglichkeit haben irgendwie einem bestimmten Beruf nachzugehen sei es Schauspieler oder sonst was und was da natürlich wieder schwierig ist ich weiß nur nicht ob jetzt die letzten 20 Jahre Hollywood so rassistisch war dass sie jetzt vermieden haben dass so irgendwelche schwarzen Schauspieler irgendwie nach oben kommen weil es gibt ja so viele große schwarze Schauspieler also Will Smith Denzel Washington Samuel Jackson Morgan Freeman ich meine das sind ja alles ja große Schauspieler die ich die ich alle auch ganz gern gesehen habe Will Smith habe ich jetzt nicht so oft gesehen aber wenn ich jetzt an Start 2 Nummer 1 denke oder solche Filme aber die die sind ja schon eine Marke geworden also das sind ja richtig bekannte Leute Samuel Jackson ich glaube da hat der jetzt weiß ich der hat glaube ich nie einen Oscar bekommen aber eher einen Oscar irgendwas kriegt der ich weiß nicht ähm Morgan Freeman kenne ich seit meiner Kindheit ne super Schauspieler gucke ich immer gern wenn der uber vorkam ne so also ich habe jetzt nicht den Eindruck dass die irgendwie vergessen worden sind was halt ist wenn du halt jetzt so 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 ein so ein ähm Hollywood Film halt hast ähm du hast einen Historienfilm so einen Hollywood Historienfilm wie Königreich der Himmel ne so da ist halt relativ wahrscheinlich dass halt die Kreuzfahrer weiß dargestellt werden ne weil halt Europa zu der Zeit halt überwinkt weiß war ne kann man ja auch sagen war vielleicht auch rassistisch Europa damals aber in dem Moment stellst du hast die ja auch nicht im besten Licht dargestellt ne du hast ja die Kreuzfahrer kommen ja zum Beispiel in dem Film jetzt nicht gerade gut weg ne der Film ist eh nicht ganz historisch korrekt ne also ähm ja müsste ich jetzt hier wieder an die Geschichte zurück aber ist egal da gibt's sogar einen schwarzen Söldner da der der dem Film vorkommt ganz am Anfang aber ja ich weiß halt nicht ob's halt sinnvoll ist wenn man da irgendwelche Quoten beschließt Hauptsache jetzt sind Schwarze mit bei weil das ist ja auch dann auch in der Form rassistisch wenn ich den wirklich nur als Quote benutze und ihn gar nicht aufgrund seiner schauspielerleistung einstelle sondern das ist ja auch irgendwie für mich eine Form von Rassismus wenn ich ja quasi sag ähm ich weiß halt nicht ob das so gemacht wird das ist jetzt auch wieder so ein Strohmann so machen die das wirklich also wäre eine Falschbehauptung halt ne ich weiß auch die suchen sich schon die bestmöglichen Schauspieler raus auch bei Netflix oder sonst wo aber ich weiß nicht ob sie es inzwischen mit dem Quoten so ein bisschen übertrieben haben es kann gut sein also es kann sein dass sie inzwischen so Quoten festgelegt haben die vielleicht ein bisschen äh dafür sorgen dass vielleicht die Qualität darunter leidet weil man halt einfach nur die Quote äh bestätigt haben wollte könnte sein da da kenne ich mich jetzt auch wieder zu wenig aus ist das natürlich eine Entscheidung die natürlich auf der Ideologie von denjenigen beruht die äh diese Entscheidung getroffen haben und wenn dann irgendwann Leute gesagt haben okay pass auf wir versuchen jetzt mehr Vielfalt da reinzubringen dann ist das selbstverständlich dann auch wieder eine Entscheidung die eben aus ähm aus sozusagen ideologischen Gründen getroffen wird aber eine Ideologie hat eben jeder und das was okay aber dann gibst du ja wenigstens zu also du sagst halt das ist ein ideologischer Prozess es gibt den Default und der ist praktisch das ist das was 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 sozusagen normal ist und dann gibt es die jetzt das Neue nämlich dass man versucht in den künstlerischen Prozess einzugreifen beispielsweise durch äh mehr Diversität in einem Cast oder durch eine bestimmte Sprache obwohl es das vorher schon immer gab obwohl es diesen ähm diesen sozusagen diesen natürlichen Default niemals gab sondern immer dass Entscheidungen waren die getroffen wurden basierend auf der Weltanschauung von denjenigen die die Entscheidung treffen konnten ja aber der Künstler konnte sie ja selber entscheiden also jeder konnte es selber also das was ich nicht verstehe ist wieso kann Netflix nicht sagen wann soll der Künstler irgendwann mal was selber entschieden entscheiden haben können also es gab immer Prozesse die dafür gesorgt haben dass der Geld bekommt oder dass er gefördert wurde oder dass er aufgesucht wurde du bist aber sehr im kapitalistischen System unterwegs also es gibt ja durchaus wir leben im kapitalistischen System schon ja aber ja aber da muss ich ja dafür sorgen dass sich das ein bisschen ändert ne also also da das finde ich auch mal so geil ja wir leben ja darin deswegen halt also ich sag mal so man hat ja auch so wie man jetzt gerade auf Twitch streamt und das auch zum Teil des Kapitalismus ist alles alles gut und geschenkt ne aber dennoch muss ich ja nicht die komplette Ideologie in mich einsaugen und dann quasi auch so komplett kapitalistisch denken und handeln als in jeder Form sondern ich kann das ja immer noch da machen wo es mir nichts anderes übrig bleibt oder wenn ich dann die Möglichkeit habe okay ich kann mich so und so entscheiden auch innerhalb des Kapitalismus da kann ich ja zumindest ja in einigen Situationen den weniger kapitalistischen Weg gehen also das gibt es ja dann immer noch also man muss ja trotzdem gucken wo hat man jetzt die 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 Möglichkeiten und dafür zu sagen hier es muss nicht alles immer kapitalistisch gelöst werden ist ja dann auch wieder ein Stück weit Reklame für für eine andere sag ich mal Idee oder Ideologie so wenn ich natürlich jedes Mal alles was kapitalistisch ist auch komplett durchziehe also alles so mache wie es im Kapitalismus auch sein soll dann mache ich ja noch mehr Werbung für ihn dann 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 sorge ich ja wirklich dafür dann guck mal das ist geil das ist geil das ist super ne und gehe halt voll aufs Ganze ne ja wie willst du dann eigentlich noch Kritik dagegen äußern wenn du ja sowieso alles daran feierst und alles durchziehst dich an sämtlichen Mitteln des Kapitalismus quasi bedienst also voll aufs Ganze gehst ne dann dann wird die Kritik gegenüber dem Kapitalismus auch immer etwas unglaubwürdig also da müsste ich jetzt auch hingehen wirklich genau das sagen was die Leute hören wollen ne damit ich möglichst halt viele keine Ahnung Leute im Chat hab oder Follower was auch immer mache ich aber nicht damit bleibe ich halt arm es gibt aber ja natürlich leben wir da drin aber es gibt ja immer noch Leute die einfach erstmal intrinsisch motiviert sagen ich möchte jetzt irgendwie ein Werk machen ich möchte eine eine Komödie machen was weiß ich so und wo ist das Problem wenn Netflix einfach sagen würde ey wir wir beauftragen verschiedene Filmemacher und so weiter oder Serienproduzenten aber wir geben keine Vorgabe ihr macht das einfach wie ihr das meint das wäre ja gar kein Problem da könnte ja auch einer hinkommen der dann sagt boah in meinem Film da spielen weiß ich nicht den besetze ich voll krass da sind auf jeden Fall ganz viele noch schwarze Asiaten und noch ein paar weiß ich nicht mit einer Behinderung oder so kann er ja machen ist ja gar kein Problem aber du nimmst ja die Freiheit von Filmemachen indem du indem du so eine eine Vorgabe machst warum warum von oben aufgesetzt das das verstehe ich nicht weil es immer von oben auf also es gibt da nicht diesen also das wäre ja was total Neues dass eine Firma sagt ey pass auf wir überlassen jetzt einfach oder wir sagen jetzt einfach macht was ihr wollt es gibt immer einen Prozess wo man zum Beispiel entscheidet wem überlasse ich eigentlich die Entscheidung zu machen was er will ja aber das ist doch bei Netflix die haben noch Vorgaben dass du bestimmten Casten unterzeichnest aber bei Netflix ist eigentlich auch gar nicht so krass also Netflix mit Speziellen machen eine riesen Vielfalt an Filmen wo nicht alle irgendwie bestimmte Diversitätskategorien oder sonst was erfüllen das ist halt größtenteils eben auch wieder durch Akteure in Social Media einfach so verbreitet worden und irgendwann haben es halt die Leute geglaubt also du sagst das ist einfach gar nicht so und wenn jetzt Netflix nimmt einfach alles was Geld bringt also die hauen einfach raus hat aber auch nicht ganz Unrecht also die bedienen sich natürlich wirklich auch nur teilweise also dieser Mittel oder das was jetzt keine Ahnung in so einen Woken Pseudo Woken Zeitgeist reinpasst und das ist dann einfach nur die denken dann daran was verkauft sich gerade nur gut also da muss ich jetzt auch sagen es gibt noch ich habe jetzt auch viele Filme auch gesehen oder Serien auch wo ich jetzt nicht das Gefühl hatte dass da irgendeine Quote bestätigt werden musste oder so dass man gesagt hat jetzt ja das ist jetzt nur ein reiner Quotenfilm hier hat man jetzt irgendwelche keine Ahnung Minderheiten platziert damit sie da sind den Eindruck hatte ich jetzt bei vielen Serienfilmen gar nicht es gibt manchmal Sachen da könnte man es vielleicht denken man erinnert sich halt an diese Herr der Herr der Ringe also Ringe der Macht Serie jetzt von Amazon Prime ja ich habe sie ja trotzdem mal angeschaut fand sie auch teilweise ganz okay aber unterm Strich enttäuschend man hat halt schon gemerkt dass es sehr bewusst halt versucht worden ist halt ne das durchzubringen und es war dann teilweise etwas irritierender an einigen Stellen aber andererseits habe ich auch gedacht so wichtig war es dann jetzt auch nicht dass ich mich jetzt ob ich mich jetzt über den schwarzen Elb aufrege oder so ich dachte Grundlegen hat er seinen Job nicht schlecht gemacht von dem her hat es mich dann auch nicht in irgendeiner Weise getriggert na egal also das ist auch wieder so ein Thema wo ich denke ja also achte da nicht wirklich drauf aber natürlich gibt es da halt immer wieder irgendwelche Serien die sind halt aber auch sehr beliebt also das Voke ist sozusagen auch etwas was eben beim Publikum gut ankommt deswegen das halt Unternehmen auch machen und das ist eben etwas aber manche sagen ja auch das Wort gleichzeitig sorgt das aber eben auch in bestimmten Kreisen für Empörung weswegen das dadurch natürlich nochmal mehr Aufmerksamkeit erhält also das Thema schwarze Arie habe ich ja damals auch nicht so ganz verstanden warum da jetzt so ein Riesendrama gemacht worden ist habe ich ja auch gesagt jetzt ist es halt mal schwarz mein Gott also es sind so Sachen wo ich auch immer denke so da ist doch die Geschichte das Drumherum eigentlich viel entscheidender als als dass man sich jetzt darauf fokussiert also wie gesagt ich weiß halt dass wie gesagt die Filmindustrie in den USA also Hollywood und auch Netflix und so weiter das ist natürlich halt zuallererst sind die halt kapitalistisch orientiert ganz klar also die Industrie an sich nicht der einzelne Filmemacher vielleicht gar nicht da gibt es auch Filmemacher die die sagen okay ich will jetzt den Film so und so machen und ich werde jetzt nicht alles dafür tun dass ich möglichst alle anspreche sondern es gibt natürlich schon auch welche die sagen okay ich habe jetzt eine Idee ne und ich hoffe dass ich halt die Finanzierung kriege ne und klar ich erhoffe mir den größtmöglichen Erfolg aber ich tue nicht alles um diesen größtmöglichen Erfolg zu kriegen ich werde jetzt nicht irgendwelche krampfhaft irgendwelche Quoten erfüllen oder sonst was sondern ich werde jetzt einfach mal einen Film machen den ich machen will und hoffe halt dass der gut ankommt ne und dass dann keine Ahnung irgendein Studio sagt ja wir machen das jetzt ne so und wir hoffen uns dadurch einen Erfolg also ich glaube da gibt es sowohl das eine als auch das andere es gibt Leute die wollen halt unbedingt ne möglichst die breite Masse ansprechen so gut es nur irgendwie geht und da gibt es auch welche die das dann halt nicht machen so und beides kann Erfolg und Misserfolg haben wiederum die einen gehen aufs Ganze und haben dann auch den entsprechenden Erfolg und manche gehen nicht aufs Ganze haben auch viel Erfolg man kann ja äh am Erfolg gemessen kannst du oft gar nicht sagen äh wer jetzt quasi das ähm bessere Motiv hatte oder nicht das weißt du manchmal gar nicht so der eine kann am Ende jede äh Quote erfüllt haben wollen und der Film wird erfolgreich und am Ende hat das gar keiner gemerkt dass irgendwelche Quoten äh ähm äh erfüllt worden sind weil der Film einfach dann gut geworden ist ne keiner hat sich darauf darüber Gedanken gemacht ob da jetzt wie zwei Schwule sind oder oder Transgender oder oder Schwarze oder 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 wegen mir auch irgendwelche ist doch egal ne also sowieso Schwarze sind keine Minderheit für mich auch gerade in den USA sind die ja ist nicht gerade so wenig ne ähm also das Ding ist halt man weiß ja viele Dinge oft gar nicht so dass da müsste man so viel recherchieren herausfinden was war jetzt das Motiv des 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 Regisseurs und des Autors und und was auch immer das weiß man ja manchmal auch erst hinterher so richtig das wird klar da gibt es halt irgendwelche Interviews irgendwelche Filmfestivals bla bla da gibt es irgendwelche wird das dann irgendwie erzählt oder so aber ja ich glaube es gibt viele Filme die die sind sag ich mal mit einer gewissen Form von Idealismus sind die groß geworden und bei manchen halt nicht da waren es vielleicht nur kommerzielle äh größtenteils kommerzielle ähm äh Motive und die sind dann trotzdem auch erfolgreich geworden es kann so vieles sein so dass die Konstellation kann so unterschiedlich sein das kann alle das kann irgendwie alles so oder so sein das weiß man alles oft nicht so richtig denke ich jedenfalls also ich weiß ich weiß mir hat auch schon manchmal irgendein Mainstream Scheiß gefallen was mich irgendwie unterhalten hat da gab es schon einen Mainstream Scheiß der mich nicht unterhalten hat da gab es schon irgendwelche äh äh Perlen die man gefunden hat die fandet man ziemlich geil da gab es irgendwelche Perlen ne irgendwelche Sachen die fand ich dann trotzdem kacke so da haben welche halt versucht irgendwie was besonderes zu machen sind aber einfach ja an der Qualität gescheitert das ist einfach schlecht geworden so einfach also kann das halt das ist schwierig halt die Empörung zum Beispiel die Fraktion die interessiert mich nicht mich interessiert die die künstlerische äh den künstlerischen Prozess und ich hab ich guck dann halt also ähm hatte in einer der letzten Folgen oder so da ging es dann um Quentin Tarantino da hab ich mir eine Doku zu angeguckt und die berichten ganz krass davon wie schon vor 10 Jahren ja ähm im Prinzip dieser ich sag das Wort jetzt nicht ich sag jetzt mal wie ein moralischer Zeitgeist ähm so dagegen vorgeht und das nicht mehr zulassen konnte äh Bulli Herbig hat gesagt äh vor 20, 30, 40 Jahren auch in Hollywood also auch und auch das war immer so dass man also Medienunternehmen sind halt keine Demokratien da gibt es halt ein Management also falls das immer so war können wir uns auch gar nicht verbessern nein nein wir können sehr gerne Medienkonzerne enteignen und demokratisieren und dann können wir die ganzen Kriterien nochmal neu organisieren aber warum fehlt dir warum fehlt dir so ein liberaler Gedanke dass man sagt ähm wir überlassen es einfach das verstehe ich nicht weil du von einem Status Quo erzählst der nie wieso dein Status Quo das kann ja jeder machen also das ist so ein bisschen jeder kann machen was er will also pass auf ne Freiheit bedeutet Demokratie dass dort in den Medienunternehmen Demokratie herrscht das wäre ein Vorschlag ne und dann kann man halt immer noch irgendwo gucken okay gibt es solche Kategorien oder sagt man einfach macht was ihr wollt ne aber solange Medienunternehmen praktisch ein paar wenigen Leuten gehören und von oben nach unten organisiert sind gibt es da so oder so keine Freiheit okay dann haben wir natürlich noch den nächsten Fall also sagen wir mal dann kommt irgendwas raus und das passt den Leuten nicht und dann haben wir halt diese diese inszenierten Social Media Shitstorms wie zum Beispiel bei dem Harry Potter Spiel und so weiter ähm und ich weiß nicht also das jetzt könnte man so sagen klar ist halt ist halt ein äh können die machen also ich als jemand der sagt sowieso also jeder darf sich beschweren wie er möchte ähm ich würde nur immer sagen darauf würde ich halt ich würde halt den Künstlern den Spieleproduzenten und so weiter sagen lasst euch davon halt einfach nicht beeindrucken ne also das ist so ich skandalisiere das nicht aber ich sage die die Kritik dahinter die verstehe ich nicht und äh deswegen ermutige ich ja auch immer wieder zu sagen ey macht einfach zieht durch haltet euch ans Gesetz ja das sind die die Regeln die wir haben aber was irgendwie ein ein moralischer Zeitgeist also dieses Phänomen halt das Internet äh Mobs auf irgendwas reagieren das ist halt noch nicht so lange da ja aber das ist ja schon wieder deine Darstellung am Ende des Tages geht es ja hier um eine Gruppe am Ende des Tages die weltweit aktuell immer stärkere Repressionen erleben natürlich hier und da auch mal ähm es geschafft haben sich ein bisschen mehr zu emanzipieren aber dadurch eben noch mehr Hass auf sich gezogen haben und die versuchen weil ihnen ja nichts anderes bleibt irgendwo in dieser Welt die aktuell vor allem geprägt ist durch eben die Medienlandschaft durch Social Media den Aufstieg von Social Media auf sich aufmerksam zu machen weil am Ende noch mehr Aufmerksamkeit mit was wofür was ist das Ziel ja aber die Aufmerksamkeit natürlich darauf zu lenken dass sie Feinde haben als Gruppe und dass sie ihre Rechte erkämpfen möchten und du siehst findest du die Strategie gerade erfolgreich also würdest du sagen ich kann sie nachvollziehen verstehst du ich kann sie nachvollziehen emotional kann ich sie nachvollziehen weil die Frage ist ja was ist denn jetzt der bessere Vorschlag nee nee also emotional kann ich das so stehen du bist eine marginalisierte Gruppe du kriegst die ganze Zeit eingeredet ja aber da kannst du doch auch drauf kommen weil das fährt dann wieder in so ein Muster ne was wir dann haben von auf der einen Seite was ich eben angesprochen habe dass immer mal wieder dieses Ganze mit irgendwo auch ne weißt du du hast auch mal getweetet zu ja als jemand gesagt hat okay hier Linksextremismus da gibt es vier Morde seit 1990 und Rechtsextremismus da gibt es irgendwie 196 Morde 198 Morde seit den 90ern ja da sehe ich halt nur 202 Morde hast du dann dazu getweetet weißt du so hey Extremismus einfach gleichsetzen ja Linksextremismus Rechtsextremismus und was natürlich am Ende Rechtsextremismus das muss jetzt mal kurz ein bisschen laufen was hat das jetzt mit der Transdebatte zu tun nee das hat damit zu tun dass es natürlich wieder in so ein Muster passt dass auf der einen Seite wie zum Beispiel mit der Jan-Böhmermann-Geschichte Rechtsextremismus relativiert wird dass das dargestellt wird als ey alles nicht so wild und guck mal die haben ja auch das habe ich nicht gesagt und dann haben wir zum Beispiel neben dem Thema Hogwarts Legacy wie oft willst du das noch wiederholen das stimmt ja nicht dass es hier um Transrechte geht und da bist du dann auch wieder in der Position wo du dann sagst ey ihr lieben Transmenschen also da schneidet ihr euch ja selbst ins eigene Fleisch was dann wieder natürlich gefeiert wird von eben transfeindlichen Menschen warum interessiert dich mal wer was feiert ja aber das wird dann nochmal das wird dann nochmal natürlich garniert durch dann so Verbindungen wie zu Vollbrecht oder eben aber das Problem bei Dara ist doch als einfach was gerade hier Sinan schon wieder anmerkst dieses warum interessiert dich das wer das jetzt feiert das ist halt immer wieder dieser Versuch so ja ich darf ja den Applaus nicht von der falschen Seite kriegen der Witz ist nur wenn du das jedes Mal öffentlich dann so kommentierst so jetzt kriege ich den Applaus von der falschen Seite und so und so und jetzt tust du das alles öffentlich auch nochmal dramatisieren dann lachen die sich erst recht den Arsch ab also dann hast du es erst recht problematisiert weil die sich weil dann lacht sich rechts außen noch viel mehr den Arsch ab wenn du dann die große Nummer machst im Sinne von oh Gott jetzt hat er wieder die falsche Seite bestätigt die haben das teilweise gar nicht mal großartig aufgegriffen oder haben die haben das gleich gar nicht weiter groß beachtet aber in dem Moment wo du das nochmal extra hochkochst und nochmal sagst eh jetzt kriegst du den Applaus von der falschen Seite und so und so dann haben die Blut geleckt in dem Moment dann merken sie ah guck mal jetzt fängt das fängt die Hysterie hier wieder an ich weiß nicht das versteht das versteht daran irgendwie nicht also selbst wenn du dann wenn die Möglichkeit besteht dass man den Applaus von der falschen Seite kriegt dann wäre es auch manchmal einfach gut wenn du das ignorierst und einfach weiter dein Programm machst weil letztendlich wenn du dann sagst naja wir dürfen ja nie irgendwas ansprechen was irgendwie die falschen auch sagen oder denken könnten ja es gibt halt zum Beispiel also es ist ja so es gibt ja auch in der AfD zum Beispiel gibt es ja auch Leute die ja durchaus auch ein bisschen sozial denken die gibt es halt nochmal ich verstehe persönlich auch nicht warum die jetzt die Partei wählen und ich würde ich würde denen auch davon abraten ich persönlich aber das ist halt wieder so dieses ja also du kannst das halt nicht immer perfekt steuern und ich finde das ist auch ich finde dahinter steckt ja auch wieder so dieser kapitalistische Gedanke Gedanke das halt wieder so dieses Image dem Image gerecht werden marktwert orientiert sein also wie funktioniert der Markt wie ist der so also da hast du dich ja komplett diesem Denken auch unterworfen und du kannst so ein Denken dass die Menschen ja nur noch so denken ja jetzt muss ich unbedingt so reden dass mich die Leute toll finden oder so ist ja auch ein bisschen dumm oder dass ich halt irgendwie nur das sage was die Leute was jetzt was jetzt ja was ich jetzt so gehört du darfst jetzt nicht irgendwas sagen sondern du musst immer das sagen was 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 irgendjemand als richtig definiert das ist halt ich frage mich dann wirklich wo kommen wir denn da hin also ich meine wir sind vielleicht schon längst da angekommen aber ne also ich glaube wir können immer noch dafür sorgen dass wir halt möglichst eine eine einen Bereich haben oder in der Gesellschaft haben wo man einfach frei sprechen kann und ich unterstelle halt mal dass die meisten Menschen halt keine Faschisten sind und ähm Menschen werden sich immer wieder in irgendeiner Form ein bisschen missverständlich ausdrücken das passiert leider auch sowohl im Eifer des Gefechts auch manchmal aus Gedankenlosigkeit vielleicht auch einfach aus Stress was auch immer ne so man kann sich ja auch korrigieren oder kann Dinge hinterher auch nochmal ein bisschen klarstellen oder so so nur weil weil dann etwas in der Welt ist und selbst auch im Internet äh Internet net ist ne also wenn zum Beispiel ich hab vor fünf Jahren irgendeine Aussage gemacht und jetzt holt man die raus und dann sagt man Internet vergisst nicht dann hab ich aber fünf Jahren die Aussage gemacht dann fragt mich heute jemand sagt äh dann kann ich sagen hier würde ich heute so nicht mehr sagen war falsch und zwar so und so und so dann ist doch die Sache in Ordnung also und 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 ich würde zum Beispiel auch wenn Dara jetzt sagen würde hier die Aussage äh mit ähm äh was war es da äh ja alle die rechts sind müssen Angst und Schrecken leben wenn er jetzt sagen würde pass mal auf ich präzisiere das jetzt mal mir ging es eigentlich um Rechtsextremisten die wirklich faschistisch orientiert sind die 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 demokratieverachtend sind würde ich sagen okay hast du jetzt klargestellt ich ich ne ich glaub dir das jetzt mal so wie du es jetzt sagst ne und dann ist die Sache für mich auch erledigt da würde ich jetzt nicht ihn ewig drauf fest äh äh nageln dass er das irgendwann mal so gesagt hat weil er kann es durchaus auch anders gemeint haben allerdings muss ich das natürlich auch ein bisschen seinem Verhalten dann auch zeigen dass er es auch wirklich so meint wie er es klargestellt hat aber ich weiß nicht merkt ihr merkt ihr einfach wo wir inzwischen angekommen sind also wir bewegen uns halt als Gesellschaft in so einem Bereich wo wir nur noch Angst haben also gerade so wenn es um 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 irgendwelche Aussagen oder sonst was geht weil man dann immer sagen kann ja das ist ja jetzt im Netz und das ist ja jetzt in der Welt und dann kann man das irgendwann wieder abrufen ja klar kann man das abrufen aber dann kann man ja sagen dass das von 2014 ist halt rum ist halt vorbei so weil wir waren alle mal jünger oder dümmer oder was auch immer es ist natürlich immer die Frage der Glaubwürdigkeit wenn du es natürlich so machst wie der Typ da von den Freien Wählern hier der Aiwanger das ist natürlich schon mal ziemlich depperte Erklärung hinterher da weiß ich dann auch nicht so was ich davon halten soll vor allem wenn ich ihn dann heute politisch agieren sehe so dann ist die Glaubwürdigkeit schon ziemlich weit unten bei mir also bezogen auf die Person Aiwanger aber dass sich halt jemand mal vielleicht wie blöd geäußert hat oder so dann kannst du es ja nochmal klarstellen also es gab ja auch schon früher also ich erinnere mich zum Beispiel als als ähm äh der Farnse-Moderator Kuhlenkampf hat damals glaube ich so so ein glaube ich wie so ein Nazi-Vergleich gezogen mit Heiner Geisler oder so ähnlich ne und er hat dafür sich dann später wieder entschuldigt und hat das dann klargestellt und hat das dann erklärt wie er es meinte jetzt kann man sagen ja nehme ich ihm ab nehme ich ihn nicht ab ne aber immer so diese Angst zu haben man dürfe irgendwas nicht sagen weil es irgendjemand auf dieser Welt ein bisschen falsch aufhast ne man muss das doch genau im richtigen Kontext sehen wenn natürlich ein 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 Historiker oder ein Geschichtslehrer äh einen Spruch äh absondert wie ne für Deutschland hier ne das ich will den jetzt nicht genau zitieren ähm dann ist es schon relativ eigenartig dass ein Geschichtslehrer nicht so klar bei Sinn sein kann dass er nicht weiß was er sagt so das ist aber dann auf den Kontext bezogen nur ich schätze mal ein ein Scene ansteht der wo nicht im Verdacht jetzt irgendwie äh glücklich bewusst rechte Texte machen und dass er irgendwie also er hat ja gegen alle möglichen Leute ausgeteilt und zeigt ja auch immer wieder dass er selber anders positioniert ist also vielleicht bin ich da dumm oder so und hab da die die Raffinesse von von Sinan bis heute nicht begriffen ne aber hey komm das kann man doch unterscheiden du kannst doch unterscheiden äh 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 bei wem die Wahrscheinlichkeit höher ist dass er dass er den Applaus von der falschen Seite will ne und wer den vielleicht mal in Kauf nimmt das das kann man doch unterscheiden also wenn ich jetzt was sage so ich kann ich hab ja hundertmal gesagt wo ich wo ich politisch stehe das sag ich ja nahezu in jedem Stream ne wenn grad wenn es um Politik ging zuletzt ging es ja echt viel um Politik ne also besonders also selbst für meine Verhältnisse ne ähm wo die Leute wissen doch im Grunde genommen woran sie bei mir sind klar letztendlich muss ich mir eintätowieren vielleicht hätten sie dann noch mehr Vertrauen darin aber immer diese Angst von der falschen Seite Angst vor dem Angst vor das ne meine Güte ey Leuten die du dann supportest auf Social Media wie zum Beispiel deinen TikTok-Typen der halt die ekligste transfeindliche Scheiße ständig raushaut okay da wollte ich eh noch da wollte ich eh noch mit dir drüber reden das ist sehr gut dass du das Thema anreißt also ich überhöre jetzt einfach mal den Quatsch mit der mit der Rechtsrelativierung warte mal ganz kurz mit der Rechtsrelativierung ich möchte das kurz nur für das Protokoll ich widerspreche dem dass du das immer wieder holst meinetwegen mach es sei geschenkt ähm okay kommen wir dann zum Punkt Kontaktschuld das ist ja das was du gerade ansprichst ähm dass ich mich nicht eindeutig und klar genug von Akteuren distanziere die dir nicht gefallen weil also ne ja das ist weiß ich nicht das musst du ja entscheiden aber das hat ja nichts mit mir zu tun das kannst du ja das kannst du ja glaube ich schon verstehen also ich ich kann verstehen nee eigentlich ehrlich gesagt bei Vollrecht nicht mal wirklich bei Vollrecht nicht nee also ja aber also okay Sinan wann ist jemand nicht transfeindlich das wenn er hasserfüllte Sachen gegen Transmenschen sagt vielleicht ja aber braucht es das also wenn er zum Beispiel tägliche Existenz abspricht und sagt die haben sie nicht mehr oder die spinnen wo sind seine hasserfüllten Aussagen Moment jetzt jetzt stopp mal also lass mal bitte bei Trans bleiben nicht jetzt hin und her springen dann komm ich nicht mehr mit also ich bin nicht so cool weißt du doch ja Menschen genau wie erkenne ich die wie erkenne ich die zu gesellschaftlich politischen Fragen wie gemacht die sie jetzt irgendwie in Verdacht bringt jetzt irgendwie krass rechtsorientiert zu sein also ich glaube die ist nicht mal überhaupt irgendwie rechts ich glaube die ist schon hatte ich bisher auch ja den Eindruck dass sie schon eher links ist ne und bei Höcke da gibt es ja so viele Sachen also da gibt es ja so viele Zeichen und 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 kann man schon was sagen das macht der ja schon fast augenzwinkert ne so der haut ja immer wieder ein Ding raus ne also da hast du doch ne viel höhere Wahrscheinlichkeit dass da was nicht stimmt und bei Vollbrecht war es dann halt dieses dass es halt die zwei Geschlechter gibt aber sie hat ja glaube ich trotzdem nicht gesagt dass es dann unmöglich ist dass es irgendwie keine Ahnung Transpersonen geben soll oder so also wann ist es transfeindlich ja wenn ich wirklich sage die sind alle verrückt die haben sie nicht mehr alle und wie auch immer und das muss man denen verbieten das darf nicht passieren und man muss die wirklich man muss vermeiden dass es überhaupt Transpersonen gibt und wie auch immer das hat sie aber soweit ich weiß nicht gesagt sondern sie sprach glaube ich lediglich von den zwei Geschlechtern und hat das halt so ein bisschen vielleicht hat sie es ein bisschen eingegrenzt oder so aber es ging ja überhaupt nicht darum in irgendeiner Form so die Existenz abzusprechen also sie hat das nur anders begründet halt also soweit mir das jetzt bekannt ist vielleicht gibt es da wieder jemand der es besser weiß oder sagen kann hier ne das war schon transfeindlich oder so und so weil müsste mich jetzt jemand genauer also ich hab das nur so verstanden bei ihr dass sie halt biologisch an diese diese Geschlechter halt glaubt oder dass sie dass sie das beweisen kann und dass sie das aus wissenschaftlicher Ergebnissen so sieht dass es halt diese zwei Geschlechter nur gibt Louise Vollbrecht zieht sich selbst links und es spricht alles dafür ja also ich hab bei der jetzt auch eher den Eindruck dass sie schon eher ne Linke ist eigentlich und ähm ich glaube auch nicht dass die transfeindlich ist also das ist halt wieder das Ding die wollen halt jetzt wieder also die wollen halt wieder diese absolute Wahrheit durchsetzen und ich verstehe ja auch dass Vollbrecht auch irgendwo das Anliegen hat zu sagen nee ich das ist so wie ich das sage aber das müssen wir doch einfach gegenseitig also ich halte es aus wenn die einen das so sagen und ich halte es aus wenn die anderen das so sagen aber wir sind uns doch im Grunde genommen einig dass wir doch Menschen ihre grundlegenden Rechte im großen Ganzen ja nicht irgendwie absprechen oder so sondern wir wie gesagt wir finden doch da wieder den Konsens zu sagen jeder ist wie er halt normal ist ne und jeder hat im Grunde genommen das Recht zu sein wie er nochmal sein will ne da gibt es halt Nuancen wo wir uns nicht ganz vielleicht einig sind aber das funktioniert halt in Demokratie nicht anders also das wird auch generell in der Gesellschaft nie anders sein es wird immer mal wieder Nuancen oder irgendwas geben wo man da nicht ganz manchmal ist es nur die Interpretation oder die Sicht oder so ne wie wir zum Beispiel ich habe jetzt Dara in manchen Punkten Analyse sogar recht gegeben bin dann wieder nicht einig mit seiner Schlussfolgerung dann gibt es wieder da einen Punkt wo ich widerspreche aber mein Gott deswegen ist er ja nicht irgendwie ist er jetzt proletariatsfeindlich durch und durch ich verstehe nicht immer wie gesagt warum man Littner Wagenknecht komplett vorzieht da würde ich nur noch sagen okay keine von beiden also wenn ich jetzt eher wäre aus seiner Sicht dann hätte ich das noch eher verstanden wenn er sagt okay Wagenknechtspolitik da Richtung Russland und so finde ich nicht toll oder so wie auch immer aber wir beschießen es irgendwie alle nur noch mit Müll das ist jedes Mal meine Feststellung das ist alles immer gleich so extrem in irgendeiner Weise man kann nicht mal akzeptieren dass man sich in manchen Punkten halt nicht einig wird aber dass man deswegen keine krasse Feindschaft zueinander hat das sind halt wirklich Einzelpunkte Einzelfragen wo man dann irgendwie sagt ja sehe ich jetzt ein bisschen anders so und so aber hey passt schon das wird dann halt demokratisch dann auch ausdiskutiert oder geklärt ob man dann merkt halt die einen sagen halt eher so die anderen eher so und dann wird es vielleicht auch irgendwann wieder anders geregelt ich weiß nicht du es mir erklären ja man Rassist wird sich normalerweise nicht hinstellen und sagen hey die POCs die sind alle minderwertig und die sollten versklaft werden also der macht das geschickter sondern der wird sich hinstellen und sagen boah ist euch mal aufgefallen Kriminalitätsstatistik da gibt es ja schon eindeutige und wo wie entscheiden wir jetzt also woran erkennst du wenn der der BKA-Beamte die Kriminalstatistik einfach nur vorliest und der andere tut das und die sagen eigentlich genau das gleiche woher weißt du der eine liest nur die Statistik vor und der andere der ist ein Rassist woran erkennst du das Kontext Kontext ja das ist schon mal ein guter Ansatz da jetzt setzt doch mal die Sachen in Kontext bei Vollbrecht und jetzt er hat ja den Höcke Vergleich gemacht da kann man doch jetzt ganz klar den Kontext unterscheiden also wenn ich zum Beispiel jemanden habe von den Republikanern in den USA und der erzählt mir wusstet ihr dass 13% der Bevölkerung nämlich die schwarze Bevölkerung 50% aller Morde begehen und der lässt das einfach verstehen und der sagt dann wenn der wenn der halt nichts darüber aussagt warum das so passiert und vielleicht dann mal analysiert ja welchen Hintergrund hat das es kann ja durchaus sogar eine Zahl sein die dann einfach stimmt nur wenn er damit natürlich aussagen will die machen das weil die halt keine Ahnung genetisch dazu getrieben werden weil die halt von Natur aus Mörder sind oder sonst was Straftäter ja ich lasse ihnen das jetzt einfach mal selber erklären aber das kann ja ich verstehe ich verstehe zumindest mal seinen Punkt den er jetzt machen will wenn der Juriste der Minister für Juristerei das sagt dann ist das nicht so wenn ein Polizist einfach nur eine Statistik aufstellt und die auf der Website vom BKA oder sowas hochlädt dann steht da erstmal einfach nur eine dann steht da erstmal nur eine Statistik wenn der jetzt noch bei der Pressekonferenz das Ganze dann erklärt und darlegt dann macht er das ja in der Regel besonders sachlich und stellt das aber dann wäre meistens aber auch noch und das sehe ich halt auch zum Beispiel bei der Polizei sehr häufig dann auch meistens noch eine Einordnung beispielsweise dass er das mit sozioökonomischen Ursachen in Verbindung bringt ja klar also du kannst natürlich dann meistens meistens gibt es ja dann halt eine ja mit seiner Korrelation also du hast zum Beispiel ja da wo Schwarze sind da viele Morde dann gehst du halt in die Schwarze Bezirke rein ja was ist da viel Armut viele Probleme soziale Probleme weiß man ja Gangkriminalität etc etc so dann sieht das Bild schon schnell anders aus dann fragst du dich ja warum haben die die Gangkriminalität dann musst du die Geschichte gucken wie hat sich das entwickelt ich habe ja schon öfters mal das Thema Crips and Blots und so weiter auch angesprochen ich habe mich ja mit der Geschichte mal ziemlich ja schon intensiver mal halt auseinandergesetzt und du kannst halt das geht ja dann über Generationen und wenn es da halt einfach kaum Aufstiegschancen auch für bestimmte Leute gibt die wissen schon auch dass sie auch manchmal selber Dinge falsch machen das würde ich auch selber zugeben dass sie auch manchmal selber so ein bisschen in diesem Denken drin sind naja das ist halt jetzt so und ein paar von uns schaffen es halt und machen dann das große Money werden irgendwie Rapper oder sonst was so war das halt früher so in den 90ern aber na klar also wenn man halt systematisch auch wirklich schwarze teilweise auch wirklich für kleinere Straftaten wie gesagt und die die haben halt trotz allem auch viel mit Armut und teilweise auch mit Elend zu tun da muss man halt in die Geschichte gehen das kontextualisieren und das reicht auch dann nicht aus zu sagen ja Moment mal wir haben ja schon seit den 60er Jahren die Bürgerrechte ja aber es reichen halt manchmal nicht zwei drei Jahrzehnte aus um die Fehler einer viel längeren Vergangenheit einfach schnell mal aufzuwiegen so und wenn man dann sagt ja die Schwarzen ja die killen sich ja immer noch alle die sind alles Mörder und Vergewaltiger oder was auch immer so wenn man das einfach nur so den Raum stellt um damit dann anzudeuten die sind halt das liegt vielleicht an die Genen oder sowas was dann halt manche machen so das ist dann halt einfach geschichtsvergessen und man versteht halt einfach nicht ja dass das alles halt eine Hintergrundstory hat was nicht heißt natürlich jeder Mörder jeder Straftäter der richtig einen raushaut so wie es da bei den Gangs ist mit Drive-By-Shoot und lauter so Sachen natürlich sind das Mörder am Ende du kannst nicht alles schönreden was die machen vollkommen klar aber das ist halt genau die Sache du musst ja trotzdem den Hintergrund dazu ein bisschen anschauen so und wenn du halt als Politiker einfach nur sagst die sind unverbesserlich und die sind halt von Natur aus irgendwie aggressiver oder so und deswegen keine Ahnung greifen die eher zur Waffe oder erschießen jemanden so das ist dann hey komm das hat mit Rasten einfach nichts zu tun das sind nicht mehr Mörder als ich wer weiß was in mir so drin steckt aber ich bin ganz ehrlich da verstehe ich auch das Punkt wenn er sagt wenn halt jemand von der Polizei dann die Statistik veröffentlicht und das dann erklärt ist natürlich halt differenzierter als wenn halt irgend so ein Politiker der halt eine bestimmte Agenda dann halt hat ja das verstehe ich schon das ist eben nichts mit der Hautfarbe oder der Herkunft zu tun genau genau was ich in meiner Sendung mache ja genau das macht der Sinan auch der schlüsselt das ja normalerweise auch auf dass die Probleme anspreche die in den Kontext drücke und dann sage pass auf das ist so da haben die sogar weil das ist ja interessant dass ja genau die Taktik die ich eben fahre überlass den Deppen nicht die Themen sei es trans sei es Rassismus weil natürlich sie bedienen sich ja teilweise der echten Statistiken die sind ja nicht gefälscht genau das heißt du darfst die nicht aber Statistiken kann man so oder so interpretieren einfach nur sagen so die spinnen alle das gibt's gar nicht la 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 du musst die Statistik nehmen du musst die Statistik nehmen du musst die zeigen und sagen nee da haben sie einen Punkt und jetzt erkläre ich dir das hat aber nicht unbedingt damit was zu tun dass das Ausländer sind habe ich genau in meiner Sendung gesagt ja genau ich hab die Sendung von dir gesehen und das Problematische daran war wieder du hast eben schon wieder problematisch ja du hast eben das du hast eben genau das Argument gebracht die Sozioökonomie ist am Ende das Entscheidende und nicht die Herkunft beispielsweise wenn es um die Silvesternacht ging von ich glaube das war 2020 auf 2021 dass dann auch Julian Reichelt und so weiter dann wieder abgegangen ist aber dann hast du dann einfach behauptet dass sozusagen die Superlinken Woken dass die das verschleiern würden dass die nicht darüber sprechen wollen und dass du das ja ansprichst obwohl ja genau eben sozusagen diejenigen die wo ich sage das ist meine linksradikale Crew sind genau die die eben ansprechen hey das sind sozioökonomische Gründe während der die Mitte ist und der Linkste über alle Mainstream das ist aber nicht komplett entschuldigen du musst halt immer noch trotz allem sagen ein Mörder ist halt auch trotzdem auch ein Mörder also wenn da jetzt zum Beispiel irgendwas passiert also das Ding ist ja wenn wenn die ja alle also Armut und diese Probleme gibt es überall aber sie begehen ja nicht alle Morde es gibt ja trotzdem noch viele die ja keine Morde begehen das heißt du musst natürlich trotz allem diejenigen die halt wirklich so gewaltbereit sind natürlich musst du das dann halt auch sagen okay ein Gangmord ist halt auch ein Mord oder wir fallen jetzt speziell die Gangs dazu ein aber da hast du halt wenn du halt diese schwarzen Gangs hast Crips, Bloods und natürlich diese Untergruppen von denen alle gibt es halt viele schwarze du hast ja dann auch noch die Latino Gangs und so ich weiß nicht wie hoch da jetzt die Mordrate oder so ist aber klar wie gesagt wenn so ein republikanischer Politiker irgendwo aus Mississippi oder Florida wenn der dann sagt so ah ja guck mal da sieht man es ja wieder verstehe ich ja nicht wie ein Schwarz dann so eine Partei wählen kann wenn man wenn man dann die Schwarze wirklich so in den Dreck zieht es gibt aber auch Schwarze die das auch selber sagen die sagen dann auch selber so irgendwie ja wir haben ein Problem mit Gewalt so unter Schwarzen gibt das ja dann auch wiederum das ist ey das ist ah also wie gesagt ich glaube halt nicht dass Schwarze mehr Mörder sind als Weiße ich glaube jeder Mensch ist unter unter bestimmten Umständen dazu fähig manchmal hängt das auch an Kleinigkeiten zusammen so aus mir hätte vielleicht auch noch was noch Schlimmeres werden können als ich wohin schon bin aber vielleicht hat da ein bisschen Erziehung doch mal geholfen dass ich versuche netter Mensch zu sein irgendwie die dann sagen ey es gibt kein Problem und also das heißt wir sind uns eigentlich einig du fandst nur blöd du war fandst nur blöd dass ich dann irgendwie gesagt habe dass dass ich das Gefühl habe weil es gar nicht was habe ich verstanden ich weiß es so zur Ökonomie aber diese ganz krassen Radikalen die versuchen das Ganze einfach nicht mehr zu sehen und nicht mehr zu hören ja es gibt halt Leute die es sich aber wirklich manchmal einfach machen die dann auch wirklich ähm ich weiß nicht die die betreiben es manchmal halt auch von der von der einen Seite ich weiß natürlich jetzt nicht wer das im Einzelnen war ich weiß nicht was jetzt irgendwelche Leute gesagt haben aber ich weiß auch wiederum nicht was sie dann in dem Video genau gesagt hat wem er was vorgeworfen hat ja also ich warne immer vor Radikalen ja genau die Mitte die Mitte muss ich muss ich dem ja aber er hat die Namen genannt hat er gesagt der und der hat das falsch gesagt hat er gesagt Dara hat Blödsinn erzählt und hat das irgendwie hat das schön geredet obwohl es nicht so ist hat hat Sina das gesagt im Video den muss ich dem annehmen und sagen nee pass auf wir brauchen wir müssen dürfen Statistiken nicht vernachlässigen wir dürfen reale Probleme also ich habe ja auch Freunde die die Lehrer sind mit denen unterhalte ich mich sehr viel und ne also das ist jetzt natürlich anekdotischer Evidenz aber die sagen halt auch ganz klar ja wir haben wir haben ein Problem ähm gerade auch viel Migration es sind immer die Migrationskiddies ne und dann sage ich ja also wir müssen jetzt auch nicht unnötig schönreden es ist das Problem aber jetzt müssen wir halt in den nächsten Schritt gehen und überlegen okay wie kommen wir da aus der Nummer raus genau äh 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 so einfach ist die Welt halt nicht so ich glaube erstmal brauchen wir tatsächlich wir brauchen Migranten ne das ist einfach auch ja das ist einfach auch ökonomisch feststellbar dass wir die eigentlich brauchen jetzt können wir sagen wir haben nicht die richtigen oder wir haben nicht die entsprechende Bildung oder wir haben nicht die entsprechenden Abschlüsse oder es sind nicht wirklich die Facharbeiter oder was ja ist ja auch immer so 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 ein Schlagwort das dann mal reingebaut wird ha 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 ne das sind ja alles keine Facharbeiter aber das ist halt genau den Weg den man halt gehen muss man muss halt leider leider den komplizierten Weg gehen und einfach auf äh aufklären okay warum gehen die Sachen in der Gesellschaft schief was ist der Grund das hat nichts damit zu tun dass wir alle böse und schuldig sind oder wie auch immer sondern Fehler passieren halt in einer Gesellschaft auch untereinander so da muss man irgendwann die analysieren und dann versuchen die halt da muss man das halt auch aufarbeiten und dann versuchen halt eine bessere Lösung hinzukriegen das ist wie mit dem Nationalsozialismus so es bringt ja natürlich nichts irgendwie äh Buße zu tun um zu sagen ich bin ein böser Deutscher weil irgendwie ich bin dritte Generation äh oder fünfte Generation drittes Reich oder wie auch immer und mein mein Urgroßvater war Nazi oder so und so bringt natürlich nichts ne es ist es geht ja darum dass man Geschichte aufarbeitet die richtigen Schlüsse daraus zieht Verantwortung übernimmt und erkennt was läuft schief so ist es halt auch mit Thema Migration ist einige schief gelaufen schon seit den 60er Jahren so passiert heute noch vieles schief dann haben wir natürlich Finanzierungsprobleme da wurden da wieder Gelder gestrichen und etc 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 es geht immer weiter ne ja müssen wir halt besser machen ich weiß dass in der Zwischenzeit dann vielleicht auch nochmal was passieren kann ne also egal ob es jetzt zum Beispiel irgendwelche kriminelle Gangs auch in Deutschland sind ne ich hab erst neulich ich hab ja schon am Dienstag erwähnt mit mit ähm der Doku da in Stuttgart was da abging alles Kacke so und natürlich wir können natürlich nicht mit jedem Straftäter jedes Mal dann einen Stuhlkreis machen und sagen ja warum hast du jetzt irgendwie keine Ahnung den einen halt totgeschlagen oder so da so können in dem Moment klar müssen wir halt juristisch agieren und auch dann halt Leute ähm auch in Gewahrsam nehmen und dann ne müssen wir auch notfalls auch mal mit der Härte des Gesetzes auch mal ran ne wir dürfen das sind ja trotz allem immer noch auch noch mündige Personen die auch ein bisschen denken können und die reagieren ja auch nicht alle gleich so manche reagieren ja auch sagen so pass auf ich komm auch aus einer schweren Wohngegend und so aber hey ich werd nicht so kriminell oder irgendwie so nen Scheiß machen weil ich erkenne dann dann ähm wird mein Leben auch nicht besser diese Leute gibt's ja auch so man sieht also dass das halt alles das ist halt alles ein bisschen komplizierter das es gibt halt nicht diese einfache Antwort auf die Sachen und die die Leute die diese einfachen Antworten halt fordern das ist eigentlich eine Form von Entpolitisierung weil in der Politik geht's darum äh aus komplexen Problemen auch ähm die richtigen Schlüsse zu ziehen und dann entsprechend auch seriös Politik zu machen und und nur dieses Hau drauf und und der weg und so und so der was ist das für eine Gesellschaft das ist ja auch irgendwie das ist was hat das noch mit Kultur zu tun also wenn wir so agieren würden in der Gesellschaft ne dann immer alles ganz simpel lösen ja wir wollen ja mal unsere Kultur schützen ja damit schützen wir sie nicht schützen zu wir sind dadurch dass sie kultiviert agieren Problem war jetzt eigentlich nur dass ich noch anspreche dass es auch radikale Spinner gibt oder so das soll ich deiner Meinung nach nicht sagen das muss ja genau falsch darstellen weil es ist halt eben eigentlich also du meinst die radikalen Spinner würden das machen linksliberale Mainstream die sehr gerne dann sagen hey ne ja eigentlich ist alles in Ordnung und eigentlich ähm haben wir ähm ähm also es gibt ja nicht irgendwie unverhältnismäßige Kriminalstatistiken und so weiter ähm und gerade ne diejenigen die noch weiter links stehen im linksradikalen Milieu die sind diejenigen die ansprechen hey ne Menschen mit Migrationsvergrund sind häufiger von Armut betroffen deswegen eben auch kriminell und das hat eben Ursache liegt dann zum Beispiel eben im Kapitalismus begründet natürlich dann was dann so die Schlussfolgerung sein soll ist im sozialen System also groß Anteil wahrscheinlich die Mischung also gerade dieses Gettobildung ja klar also gerade da musst du den ganzen äh Leuten die in ihren schönen Vorstädten wohnen in den Häusern die wo du plötzlich auf einmal gar keine Migranten mehr hast ja klar so dann wunderst du dich dass da die Kinder alle äh studieren und gut zurechtkommen und die die in den äh städtischen sag ich mal jetzt übertrieben gesagt Ghettos wohnen ähm da wunderst du dich dann dass die kriminell werden also mich wundert das nicht ja aber das was du wieder tust ist damit sozusagen zu sagen hey diese extremistischen Woken die liegen wieder falsch also und die haben wieder keine Ahnung ich derjenige der Moderat bin ich weiß es mal wieder ich bin hier der Verdünftige was stört dich daran wenn ich Sinan hat doch nur für sich selbst gesprochen ich glaube er hat doch also ich kann mich nicht daran erinnern dass Sinan bestimmte Personen wieder angegriffen hätte in seinen Videos und dass er dabei irgendwelche Namen aufgezählt hat ich kann mich nicht daran erinnern also ich mach jetzt nicht den Scholz ich wüsste wirklich nicht wann er gesagt hat ähm hier ich zähl euch jetzt mal fünf irgendwie große Livestreamer auf Twitch auf hier der 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 die sind alle doof und die die äh bucketilisieren alles und wie auch immer und 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 sondern er macht sein Content macht seine Videos erklärt das und ähm hat ja dann soweit ich weiß nicht persönlich gegen irgendwen geschossen also das ist ja was ich jetzt bei Dara wieder nicht verstehe so er hat doch Sinan hat doch nicht speziell irgendwie gesagt die alle sind doof und er ist der einzige das hat er doch gar nicht gesagt das hat er doch nicht suggeriert irgendwie ja er das ist einfach sein eigener Anspruch halt seriös mit den Informationen umzugehen und ja das könnte ich genauso von mir auch behaupten in irgendeiner Form also wenn ich jetzt eine Reaction mache oder ich äh äh ja behaupte dass ich das äh dass mir das Fairplay untereinander wichtig ist ne könnte man jetzt auch sagen ne der Titel den ich da drin hab der ist auch nicht fair ne aber ist jetzt auch nicht so schlimm komm aber das ist halt das äh regt das wenn das wird das sich dadurch wahrscheinlich angesprochen also bei mir wäre es jetzt verständlich äh wenn ich also du kannst ja sagen meine Analyse der der Linksradikalen ist falsch meinetwegen aber aber im Grunde also nur der Teil stört dich die Kernaussage stört dich nicht nö das ist ja eine richtige Analyse so Soziokonomie sorgt für aber du machst es dann wieder kaputt indem du dann halt einfach behauptest aus dem mein Eis kaputt ja die äh es sind die ganz Linken die das irgendwie verschleiern wollen die nicht darüber reden wollen ja aber er hat doch hat er hat er das gesagt während ich hier also wenn ich das halt sehe wenn ich halt sehe dass das also das ist ja dann wenn ich dann sehe dass das durchaus diese Tendenzen gibt soll ich dir dann nicht ansprechen oder was oder würdest du einfach sagen dass die die Linksradikalen sind die mit der Systemkritik die sind die mit dem Marxismus das sind diejenigen die sagen hey die Verhältnisse sorgen dafür ey Junge das ist doch genau mein Problem das ist doch genau das Ding was mich so ärgert wo ich so denke hey nee das sehe ich eben nicht und dann habe ich das Gefühl okay ich sehe links wie rechts sehe ich extremistische Deppen und habe das Gefühl ja aber guck mal dann haben wir einfach nur eine unterschiedliche Wahrnehmung so aber das ist interessant also die Analyse ist bei uns identisch aber ich sehe halt also ich habe so das Gefühl ich habe so eine Position dann gucke ich so nach rechts und sehe so rassistische Spinner und dann gucke ich so nach links und sehe so irgendwie Intersektional-Spinner die auch nur irgendwie Quatsch labern und dann denke ich mir okay irgendwie wo ist eigentlich der der Typ Mensch so oder die Gruppe oder die Bubble oder so die einfach sagt ey wollen wir nicht einfach beiden Quatsch lassen und ja aber das ist ja gerade das Ding du bist dann der der Quatsch ja okay aber das ist vielleicht am besten so wenn man dann sich auf sich selbst einfach fokussiert was man selber sagen will das ist vielleicht auch manchmal einfach geil wenn man sagt pass mal auf ich mache jetzt einfach mein Ding und fertig naja du bist der ja unwissenschaftlich arbeitet warum ja weil du dann einfach Dinge für Quatsch erklärst die eigentlich gar kein Quatsch sind beziehungsweise ich mache ja Beispiele ich bringe ja dann Zitate aber du bist so wissenschaftlich und so verdunftbegabt arbeiten und eben ne wie es halt sich für so einen Skeptiker gehört also ich höre raus dich stört halt nur dass ich auf meinem linken Spektrum dass ich dort Quatschaussagen finde und dass dass sich das ein Problem darstellt das stört ich für die du dann keine Beweise hast und damit manipulierst du natürlich auch die Zuschauer also das ist natürlich etwas was das was wir eben als problematisch sehen weil natürlich du kannst halt gerne auch deine Kino natürlich kritisiere ich die mal warte mal ganz kurz also machen wir es mal konkret ja aber nehmen wir mal zum Beispiel das Beispiel mit Intersektionalität was du gerade genannt hattest ja da hast du dann irgendwie eine Kritik an der Dame wie heißt die Löwenherz die dann in der Sendung über Meinungsfreiheit beispielsweise eben Intersektionalität erklärt genau aber du sagst dann praktisch einfach nur ja guck mal da hat der Harpe Kerkeling einfach gesagt ja soll ich mir Karteikarten machen vor meinem Comedyprogramm und dann ist das für dich widerlegt aber das ist ja gar kein Gegenargument es gibt ja kein Wirkmechanismus ich muss das nicht beweisen wenn einer mit einer Hypothese um die Ecke kommt und sagt pass auf ich habe eine Strategie wie wir jetzt endlich den Rassismus in Deutschland oder auf der Welt endgültig besiegen können und dann sagt der das ist meine Hypothese dann muss er mir zeigen mir erklären wie der Wirkmechanismus ist und bei der Intersektionalität das geht ja auch sonst nicht ich gucke mich doch da ich schaue mir das doch an und dann stellst du fest nein die Intersektionalität funktioniert sehr häufig die funktioniert sehr häufig in der Analyse ja du kannst gucken wer ist benachteiligt und dann kannst du gucken okay was für Punkte kommen da zusammen welche Intersections also Kreuzungen von Diskriminierungspunkten kommen da zusammen das kannst du wunderbar machen das Problem ist nur dass das nicht im Umkehrschluss funktioniert das ist mein Kritikpunkt da dran ich sage es funktioniert nicht dass du einfach dann sagen kannst achso die haben das und das diesen Privilegierter ja dann müssen wir ja einfach nur so ein bisschen das umstellen und dann pluppt das auf einmal nein das ist die intersektionale Analyse ist das Problem ja ist die Analyse nein das ist kein Sproman Argument weil dann setzt sich so ein Löwenherz da hin und dann sagt sie da musst du aber auch überlegen okay das ist die Analyse aber wie kommst du aus der Nummer raus und dann sitzt du da so ein und der sagt dann aber was soll ich denn machen soll ich das und das das machen und dann sagen alle ja nee das ist natürlich Quatsch mit Karteikarten ja danke aber wie machen wir das denn dann ja am Ende ist die Lösung mehr soziale Teilhabe stärkere Sozialsysteme stärkere Arbeitsrechte dass wir natürlich auch stärkere demokratische Rechte haben weil dadurch ja man hört es wirklich nicht so oft aber andererseits muss ich sagen ich verfolge jetzt auch zum Beispiel gerade Dara und so weiter auch nicht so ständig deswegen weiß ich auch gar nicht ob der heute Abend zum Beispiel hier über das Sozialsystem irgendwie einen Stream macht deswegen wäre es jetzt auch unfair zu sagen der macht das gar nicht und juckt ihn gar nicht also ich unterstelle dem nichts was ich nicht dann am Ende irgendwie nachweisen kann also ich kann natürlich nicht im Einzelnen da jetzt belegen oder behaupten wie die jetzt genau agieren weil ich gucke ja einfach so viel zu selten da rein ich kann jetzt auch nur sagen was ich so mitbekomme denke ich so okay die sozioökonomischen Themen sehe ich auch so gefühlt ein bisschen im Hintergrund ob das wirklich stimmt da müsste man mal genau nachforschen mal gucken wie viele Streams oder Videos oder was auch immer es gab ja da Tweets auf X oder so wo man dann eher die Themen angesprochen hat ich finde halt also man kriegt das ja mit also zumindest man kriegt mit halt hier Sinan haut irgendwas raus da gibt es irgendwie ein Boot Video wo dann hier Dave voll ausrastet und was da für ein Arschloch ist und was auch immer es gibt halt echt vieles Zeug wo die sich dann viel mehr über Sinan aufregen und ich höre dann relativ wenig dass die dann ja einfach über ihre Themen sprechen oder wo die dann wegen mir auch gegen ganz rechts außen schießen oder so sondern ich glaube die halten sich dann halt auch eher mit so Leuten auf die sie aus ihrer Sicht als zu gemäßigt betrachten oder wie auch immer aber ich muss ich muss schon wieder an Sanjus wie heißt das Sanjus 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 glaube ich ne also dieser diese extreme revolutionär damals in Frankreich 1792 1792 kam der glaube ich es richtig ich weiß nicht ähm ja es fehlt glaube ich echt ein bisschen an Entspanntheit an Entspannung ja dass Menschen benachteiligt sind genau genau und so warum warum schaffen wir es so selten ja von diesem Punkt von dieser Analyse rüber zu den zu den aktiven Lösungsvorschlägen die Lösungsvorschläge werden gebracht aber die werden von denen die Lösungsvorschläge sind dann auf einmal ja da ist ein Film gekommen der war aber problematisch und ja der war ja nicht divers genug besetzt und da waren irgendwie auch nur 30% da bist du doch wieder nur in der Analyse da bist du nur in der Analyse und dann sagst du auch irgendwann ey warte mal die Analyse ja das sind die Symptome und die Symboldebatte vor allem einfach nur du sprichst halt immer wieder nur Punkte an die du siehst und dann oh ganz schlimm das ist halt wie mit der guten alten Werbekritik halt ne du sagst halt oh Gott hier Werbung wieder ne so aber du gehst halt eigentlich solltest du halt über die Wurzel sprechen auf dieses Produkt ergibt vielleicht auch gar nicht so viel Sinn weil vielleicht war es ein Film der mit Stereotype arbeiten möchte die Analyse ergibt keinen Sinn gerade die ist fehl am Platz und das ist meine Kritik du setzt du hast ähm Leute mit diesem Baukasten ausgestattet ja also mit diesem Werkzeug mit diesem Tool und die laufen überall rum und sehen jetzt irgendwie wo sie schrauben müssten und schrauben eigentlich nur also die sehen dann irgendwas und sagen oh da müssen wir auch nochmal lang schrauben und so das siehst du ganz krass wenn du bei Instagram oder so öffentlich-rechtliche Kanäle die haben irgendwann Bock alles nur noch in Quoten zu messen egal wo also ja da sind so und so da nimmst du irgendwie keine Ahnung ich hab Elektrotechnik studiert nimmst du Elektrotechnikstudium oh nur 10% Frauen oh das ist ja ein Problem hey das ist das ist erstmal nur eine Analyse das ist eine Analyse 10% Frauenquote so ob das ein Problem ist wissen wir noch gar nicht was dazu geführt hat wissen wir noch gar nicht ob man daran was ändern muss wissen wir noch gar nicht und das siehst du ganz häufig das wird alles in den Sozialwissenschaften analysiert und es werden auch Vorschläge angeboten ja aber da haben nicht alle den Durchblick daran also beziehungsweise natürlich wird das in den Sozialwissenschaften also ich würde zumindest auch sagen wenn halt nur 10% der Frauen Elektrotechnik studieren könnte man schon sagen okay vielleicht ist das irgendein Beruf wo halt eher Männer sich verwirklichen oder da könnte man jetzt auch wieder alles durchanalysieren und erkennen halt woran das liegt etc okay aber bringt es dann dass jedes Mal im Einzelnen alles nur aufzuziehen und sagt da ist blöd da ist blöd da ist blöd da kommt man ja auch nicht weiter immerhin reden sie miteinander statt übereinander kann eigentlich nur verbinden ja im Grunde genommen schon aber ich muss halt trotzdem sagen hier Daras Strategie die halte ich halt für komplett falsch die halte ich halt für komplett unsinnig weil die Leute dann haben die diese Internetaktivisten die das alles in Trümmer legen weil die Leute weil du mit dieser Hammermethode einfach nur das Problem auf alles drauf zu hauen du ja Leute überhaupt nicht abholst du schreckst sie ab nicht nur das selbst die Leute die da nicht entsprechend politisiert sind die sehen dann erstmal da eine Quote da irgendwas und so und so aber denken die dann wirklich weiter nach weil das ist ja genau das Ding also wenn er doch schon meint er weiß es ja alles so viel besser da muss es auch genauer erklären weiß ich nicht ob er das auch macht aber das wäre ja letztendlich die auch die Schlussfolgerung daraus es bringt ja auch nichts nur die die Quoten da zu nennen sondern dass die Leute das System was da dahinter liegt dass sie das verstehen haben ja keine was hat denn Frau Löwenherz da gemacht hat die irgendwas über sozioökonomische Hintergründe geredet nein sie hat es wirklich Interaktionalität ist genau das wer war das nochmal war das war das diese Blonde oder diese eine Blonde es gibt ja nur eine es wird wer ist das nochmal nein sie hat aber nicht sie hat sich formuliert du kannst nicht du kannst nicht einfach in der Sendung also du wirklich also dann fehlt dir oder anderen vielleicht wirklich der Realitätscheck zeig die Sendung geh mal rum und frag mal hast du verstanden was hier Problem ist hast du verstanden worauf sie eigentlich hinaus will ich weiß nicht ob du wie oft mal bei so Podiumsdiskussionen oder sowas warst du kannst Dinge ansprechen du kannst aber keinen Vortrag halten das geht nicht das ist dann manchmal aber nicht das Problem der Botschafter sondern eben des Mediums da kannst du dir vorstellen das kann man vorstellen also wenn ich den Punkt aber nicht ganz erklären kann weil es ist also selbst wenn ich dann irgendwie 5 Minuten Redezeit mehr brauche oder so aber das ist doch dann mega wichtig dass ich entweder ich halte diese Rede und kann auch den Kontext richtig setzen kann dann erklären oder ich wirfe dann quasi nur irgendeine Quote oder irgendwas in den Raum und mach dann halt nur diese grobe Analyse ohne dann wirklich ins Detail zu gehen und dann heißt es am Ende ja die Redezeit ist vorbei oder so also egal bei einem Vortrag oder bei einer Podiumsdiskussion aber dann muss muss ich wenigstens die Möglichkeit haben das dann genau zu erklären warum was so ist also ich hätte keinen Bock auf einen Vortrag wo die Leute nur sagen guck mal das und das ist böse und fertig ne also dann würde ich dann würde ich einfach sagen hier wenn ich nicht die Zeit kriege das richtig zu erklären dann mach ich das schon gar nicht weil das ist dann einfach nur irgendwas in den Wind geblasen und das bringt dann nix das ist dann am Ende vielleicht sogar eher noch kontraproduktiv als dass es einem irgendwie weiterhilft aber guck mal da kannst du der dann eben die Möglichkeit hat beispielsweise über deine Plattform das Ganze noch mal besser aufzuarbeiten mach ich das mach er doch doch ne machst du ja nicht du sagst doch nein nein das stimmt doch nicht das stimmt nicht nein du pickst dir du pickst dir ja die die scherzhafte Einleitung du pickst dir das jetzt zusammen ja das hab ich ganz häufig schon bemerkt ja deswegen kann ich dann auch so ne Kritik von weiß ich nicht Neitan und Co bei Twitter ich kann es nicht ernst nehmen weil es ist halt so du nimmst irgendwie du nimmst den einen Videoschnipsel meistens ja und lässt einfach so die das ganze Fazit die Einordnung lässt du weg genauso wie bei der Böse so ein bisschen wie so ja Sinan macht jetzt gerade einen Witz oder macht irgendwie ne 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 schwarzhumorige Überleitung oder was auch immer ne ja das ist aber sehr problematisch ne nix gesagt halt weißt du das ist so ah so irgendein Schnipsel sich da rausgezogen also und dann so mit der Betroffenen Stimme das ist sehr problematisch na ich will jetzt nicht hier noch wie Tilded Flosse klingen aber das ist das ist halt so weiß ich nicht also da hat doch sie dann weitaus mehr sie dann weitaus mehr gemacht als die also dann guck dir doch das halbstündige Video an oder so und dann stellst du doch fest welchen Punkt er eigentlich machen will die ganze Einordnung am Ende alles weggelassen einfach nur noch ja rechtsrelativiert und dann denkst du mir oh komm Leute weißt du du sagst gerade hast du selber gesagt ja also Podiumsdiskussion kannst du ja nicht viel machen aber Vorträge es gibt Vorträge ey meine Videos sind 30 bis 40 Minuten lang das sind Vorträge wenn du da einfach nur ich glaube ich eins war jetzt sogar 50 Minuten kleinen Ausschnitt die du rauspickst und sagst ja also scheiße der hat ja gar nicht alles betrachtet und wenn du nimmst du die restliche Betrachtung nicht dann sag ich ja komm also auf dem Niveau brauchen wir uns nicht unterhalten aber fairerweise muss ich dazu sagen das machen wir alle ja das machen wir alle wir ziehen bei dir Clips raus wir ziehen beim Imp-Clips raus wir ziehen Aussagen wir verdrehen wir aber ich habe auch selbst bei der Aussage ne mit äh äh hier also als Dara die Aussage gemacht hat ne mit Woke Juden da habe ich auch erst mal gedacht Alter okay ne aber ich habe da hinterher auch drüber nachgedacht hab äh ja drüber nachgedacht ne ähm wie er das jetzt eigentlich meint ne dann habe ich dann mal nachgeschaut ne also ich bin nicht so wirklich schlauer geworden aus dem Kontext ne ich fand den Satz immer noch ein bisschen komisch ich kann mir aber vorstellen dass er es anders gemeint hat und deswegen unterstelle ich mal dass er dass es vielleicht einfach anders gemeint hat dass er dass er das halt vielleicht in dem Moment so formuliert hat dass man es halt gegen ihn verwenden konnte aber da klar ich habe es ja vorhin schon gesagt wenn er das dann irgendwann klar stellt und sagt so und so meine ich das ne und das ergibt dann irgendwie Sinn was er meint ne dann nicht der Erste der sagt ja er hat etwas klargestellt ne und und das ist okay ne da würde ich wie gesagt das ist immer immer so also Leute hauen halt was irgendwo raus ne aber ja es gibt den schönen Satz halt ne von Karl Lagerfeld ne natürlich können sie äh darauf vertrauen oder drauf gehen was ich sage ne dann wenn ich es sage ne so aber vielleicht sagt man es halt drei Tage später ein bisschen anders und dann hat man es vielleicht so gemeint wie man es dann wie man sich korrigiert hat ne aber das gilt ja für Sinan genauso wie für Dara und hey von mir ist sofort so wenn morgen ich sag es nochmal egal wer das von denen ist ne egal wer dieser Bubble oder was auch mal angehört wenn die morgen sagen hier jetzt stellen wir mal ein paar Sachen klar und Servus Jule ähm und die ähm stellen das jetzt irgendwie klar und dann sag ich okay also dann hab ich es jetzt kapiert ne würde mir dann auch wünschen dass sie sich dann ein bisschen wie soll ich sagen ein bisschen empathischer ein bisschen netter verhalten und nicht immer so übertrieben auf die Kacke hauen müssen aber im Grunde genommen ich würde den Leuten ja auch irgendwie eine zweite dritte vierte Chance geben und sagen also das klingt jetzt so so gnädig ne so aber ich würde ja dann trotzdem sagen okay die haben die haben sich irgendwie weiterentwickelt die haben was klargestellt alles gut ne fein äh muss man jetzt nicht weiter mit Dreck werfen ist erledigt ne also das ist ja dann auch dämlich sich dann noch die Zeit damit zu vertrönen und zu sagen oh der hat mal vor 5 Jahren irgendwas gesagt oh also ja wir alle haben halt schon Mist geredet also also wir machen immer dieses Aussagen aus Kontext aber du hast gerade eben Intersektionalität Spinner gesprochen ja also im Aktivismus als wärst du jetzt irgendwie jemand der großartig irgendwann mal sich gedacht hat weißt du was ich bringe den Leuten mal dieses Konzept ein bisschen näher damit sie das verstehen was ja Sinn ergibt selbstverständlich jemand der auch das habe ich in meiner Sendung bereits häufiger gesagt dass Intersektionalität als Analyse-Tool durchaus gemacht benutzt werden kann ja das ist aber wenn du einfach nur mit der Intersektionalbrille durch die Gegend läufst und auf einmal überall Probleme siehst dass das zu unglaublich vielen Falschdiagnosen führt wie eben das Beispiel mit der Quote bei irgendwie einem Ingenieursstudium das führt zu einer Falschdiagnose du siehst auf einmal überall Probleme die nicht da sind und das ist ja das was mich stört du musst ja erstmal gucken wo ist das Problem dann kannst du sagen okay könnte es Intersektional ein Grund und selbst da ist ja noch die Frage also guck dir die Studienlage zu Intersektionalität das ist nicht so eindeutig es gibt davon bis die einen sagen das ist ja klar so guck mal die einen sagen ja aber warum warum hacken die dann auf Sinan rum also oder keine Ahnung wer das jetzt auch immer ist oder aber ich meine das Witzige ist immer Sinan stellt was klar und dann sagt er ja verstehen wir ja schon aber ja was aber also er hat es doch dann klargestellt was er meint also das verstehe ich dann auch wiederum nicht so wo ist dann überhaupt das Problem die ganze Zeit Sinan stellt was klar erklärt das schlüsselt das mir auf und Punkt und wo ist da jetzt das Problem also was macht er jetzt dann falsch also ich habe nur den Eindruck dass Sinan stellt das klar und dann heißt es ja ja ist ja nicht so schlimm aber und dann kommt wieder so ein Punkt und dann so ja ist ja klar aber das ist so ja es ist klar also er hat es doch klargestellt also er ist es er hat es anders gemeint und er hat das irgendwie aufgeschlüsselt er hat es erklärt er hat die Punkte genannt und dann ist doch klar was er gesagt hat da gibt es doch kein kein großes Aber mehr also verstehe ich dann nicht wo das Problem dann ist wenn er das doch dann so so die Dinge klargestellt hat wie er es meint was muss man da noch weiter dann rum machen dann dann kann man doch einfach am Ende sagen okay wir haben das irgendwie ein bisschen falsch verstanden wir haben es jetzt haben wir es kapiert wunderbar so wie ich das jetzt auch gesagt habe wenn wenn da so ein Punkt klar stellt und sagt hey ich habe das so und so gemeint oder ich habe das damals so und so gesagt und würde ich sagen okay passt ist in Ordnung ich habe es verstanden ganz gut da anwenden die anderen und sagen aber es führt eben genau zu diesem Problem und das ist ein sehr bekanntes Problem dass die Leute das grob vereinfachen und in diese Opfer und privilegierten Hierarchie einordnen das was du hättest machen können ja wenn du die Sprache da anhörst mit diesen Schlagworten immer wild privilege und lauter so Zeug heutzutage das ist halt auch so eine dermaßen Vereinfachung die halt einfach keinem weiterhilft auch diese Geschichte mit alterweise Mann und das ist einfach alles depper das ist verblödet halt nur und ich will halt nicht so eine also ich wünsche mir wir hätten einfach nicht so eine völlig verblödete Diskussionskultur kann man auch wieder die Analyse machen und sagen ja aber die Menschen die sind halt ein bisschen verblödet ja aber dann müssen wir nicht noch mehr Öl reinkippen dann können wir doch dafür sorgen okay wir wissen schon dass wir alle ein bisschen abgelenkt sind dass wir alle ein bisschen in unserem Leben drin sind wie auch immer aber dann versuchen wir es doch so gut wie möglich zu machen also so vernünftig wie möglich das wäre doch dann erstrebenswert nicht mal zu sagen jetzt ja ich kapiere es nicht es ist immer so dieses ne Tat du weißt doch wie der Mensch ist ja genau weil er so ist genau deswegen müssen wir versuchen uns vielleicht zu bessern in irgendeiner Weise das ist halt genau was Evolution und Weiterentwicklung ausmacht dass man eben nicht immer wieder in den gleichen Runden Scheißhaufen da rein tappt eben die Lücke zu füllen zu sagen ey pass auf okay das konntest du jetzt nicht so super gut erklären aber hier ist jetzt die Erweiterung davon anstatt einfach zu sagen ja das ist ja Quatsch mit irgendwie da hat sie irgendwas von der Opferpyramide oder sowas aufgemalt oder eine Opferhierarchie sondern am Ende des Tages sind ja trotzdem die Lösungen von denjenigen die zum Beispiel Intersektionalität ansprechen vor allem dann betone die Lösung und Chancengleichheit dann bitte betone ab jetzt einfach noch tausendmal mehr die Lösung und sag das all deinen Aktivistenfreunden ja aber die Frage bitte betont die Lösung und fokussiert euch nicht so sehr ich weiß wer ist euch wer ist das aber grundsätzlich sollten wir uns vielleicht alle mehr auf Lösungen fokussieren und weniger natürlich ich verstehe das ist auch einfacher irgendwelche Probleme zu sehen Lösungen sind schwer Lösungen sind auch in der Umsetzung immer scheiße die Lösungen sind vor allem in der Verbreitung schwer das ist das Problem sie erhalten einfach in der Regel seltene Aufmerksamkeit ja klar ja aber wenn du permanent halt auch nur die Probleme ansprichst aber nie nur ansatzweise auch eine Lösung und wenn du das auch ständig über die sozialen Medien auch noch so verbreitest dann reden natürlich alle nur noch über Probleme also das ist halt relativ wahrscheinlich so wenn du halt immer so agierst dass deine Problemlösung einfach nicht gehört wird und was kommt der bei den ganzen Leuten an so bei so vielen Leuten kommt dann irgendwann nur noch die Schlagbegriffe ein ich meine wir müssen jetzt nicht darüber reden ich sag mal wieder wenn Leute sag ich mal ein gewisses Alter erreicht haben Mitte 20 30 35 sowas in der Richtung sagen wir es mal von 25 bis 35 erwarte ich ja auch schon ein bisschen dass die Leute mehr selber denken dass sie sich schon ein bisschen egal was jetzt die Medien verbreiten ob alternative Medien oder 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 die etablierten Medien was auch immer ich erwarte von Leuten dass sie ein bisschen nachdenken Punkt die wollen alle schöner Demokratie leben das ist immer so die Forderung ist egal ob wir sie so perfekt haben oder nicht spielt keine Rolle die Leute wollen das also müssen sie Verantwortung übernehmen auch ein bisschen über ihre eigenen Gedanken so halten wir mal das mal fest aber man muss sich bewusst sein es gibt da draußen junge Menschen die wachsen jetzt gerade in dieser Medienwelt auf aber nicht da nur die Narrative äh äh ähm immer wieder nur raushol und zwar in in alle Richtungen und eigentlich immer nur so macht naja die die Jugend die ist halt so ne ja gerade weil ich weiß dass diese Trends und das alles so gut funktionieren genau da muss ich da entgegensteuern und für differenzierten Diskurs sorgen und nicht sagen naja wir sind in einer Popkultur und ne alles klickt sich wir haben Quoten und wie auch immer ne ja ne da musst du dagegen arbeiten das ist die Verantwortung als 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 aufgeklärter Mensch dass du genau dagegen arbeitest dass du versuchst äh äh nicht so wie das auch teilweise die öffentlich-rechtlichen machen die da noch versuchen die cooler als der der Privatfernsehen Mist noch zu sein sondern da muss ich ein Gegenangebot machen und dann dann haben die Leute das Gefühl okay das wird seriös gemacht und dann holst du die Leute auch wirklich ab langfristig wenn du natürlich nur Ausschau erhältst nach kurzfristigen Trends oder dann sagst naja guck mal na die 16-Jährigen finden das jetzt geil die schreien jetzt rum mit kultureller Aneignung mit prior white privilege und schmeißen sich nur noch irgendwelche Begriffe durch die Gegend man hat auch viel aus der US-amerikanischen Kultur da ein bisschen mit übernommen und zwar die Art und Weise wie man miteinander redet ne so ja aber ich will halt nicht so blöd sein ich will dass wir das auf einem anderen Niveau machen das ist immer so dieses ja die Welt funktioniert halt so ja weil wir es so lassen weil wir nichts dagegen machen wir akzeptieren dann diese ganzen Mittel und tun da nichts dagegen und sagen dann ja mein Gott kann man nichts machen wir haben verloren das höre ich von den Rechtsaußen dann auch immer so ja bringt nichts du weißt doch wie die Welt ist ja nee wir sind alle Teil dessen wir sind ja alle mit dem was wir jeden Tag sagen und tun wir gestalten das ja irgendwo mit und am Ende und nochmal da können die Leute auch hundertmal sagen hier das System der Kapitalismus dies das am Ende muss ich immer noch halbwegs versuchen Individuum zu sein und zu sagen okay ich kann das Ganze aber ein Stück weit mit beeinflussen und ich glaube auch da denke ich halt dass Sinan jemand ist der sagt er versucht es auf seine Art mitzugestalten und dafür zu sorgen dass wir anders miteinander reden und halt nicht immer weiter sagen so naja der Kapitalismus der funktioniert halt nochmal so also muss ich halt auch so ne Drecksau sein und dann auch diese ganzen Mittel anwenden ja dann bestärke ich ihn ja noch weiter weil die Leute ja irgendwann nur noch die Leute denken ja dann auch irgendwann nur noch so wenn das alles nur noch legitim ist dass man sich dann bei so Diskursen zumüllt ja was sollen die ganzen jungen Leute denn heute lernen wo haben sie ihre Vorbilder wonach sollen sie sich orientieren die Leute lernen jetzt zum Beispiel dass so ne Art wie K. sich manchmal verhält dass das halt legitim ist so sind wir halt ich mein der Typ ist auch um die 30 oder etwas älter meine Alter ne so die denken da das ist so so macht man das das ist halt nicht cool das ist das führt zu nix ja guck mal da ist jemand mehrfach diskriminiert und daraus leitet dann irgendwer durch irgendeinen Clip dann irgendeine Opferhierarchie oder sowas ab und die Lösung die hat sich tun die aber teilweise teilweise tun sie das da hat keiner mehr angehört geschweige denn ich den wissenschaftlichen Vortrag dazu angeguckt und das ist natürlich etwas wo wir irgendwo gegen diesen ganzen Strudel an Falschinformationen da draußen irgendwo natürlich was leisten müssen was natürlich die Lücken füllt und was eben dann würde ich wirklich da würde ich dir halt aufgreifen der ist doch eigentlich nur dass da jemand interessiert sich denkt okay vielleicht schaue ich mir das mal mit der Intersektionalität an wenn man das Ganze halt als Spinnerei abtut ja muss auch gar nicht weil also wenn du jetzt mal guckst also wenn du es mal als Gesamtes nimmst selbst wenn ich in einer Sendung mich über den den krassen den Fail sozusagen lustig mache habe ich in der Gesamtheit trotzdem krass über das Thema aufgeklärt und das ist manchmal auch so wieder wo mir der Weitblick ein bisschen fehlt ich finde du kannst auch den Ultraaktivisten ja also zum Beispiel mit Klima oder so ich finde du kannst problemlos den Klimaaktivisten lächerlich machen und trotzdem auf Klimaschutz und so weiter hinweisen ist gar kein Problem du kannst es sogar sehr gut machen weil du gerade bei denen die sich vielleicht überhaupt nicht von diesem Aktivismus abgeholt fühlen von denen sagst du erstmal ey komm mal her komm ich finde es auch lächerlich so ja da manche manche Herangehensweise oder manche Ansätze finde ich halt blöd aber du kannst halt das Anliegen loben und kannst sagen pass mal auf das Anliegen was sie haben das kannst du auch bei den Klimaklebern sagen das Hauptanliegen ist wunderbar das ist super so ich glaube da holst du glaube ich den Großteil aller Bürger in Deutschland ab ich glaube 80% würden das unterschreiben glaube ich dass das Klimaschutz vernünftig ist so jetzt müssen wir überlegen welche Mittel sind gut und wie machen wir das wie sorgen wir dafür dass wir da einen gemeinsamen Weg zusammen hinkriegen dass wir das auch ändern für die Zukunft so ich glaube die Leute würden sich schon weniger aufregen wenn man sich ich habe es ja schon mal gesagt wenn die Leute sich vor RWE oder Wattenfall oder sonst wo um ihn geklebt hätten hätten Leute gesagt ja ist auch ein komischer Energiekonzern klar da gehen doch Leute arbeiten verrichten auch jeden Tag ihre Arbeit aber die hätte ich auch nicht angegriffen ich hätte ja nicht jemanden angegriffen der da einen Job hat und seine Familie damit ernährt aber du kannst auf jeden Fall die großen Bosse kritisieren wenn die zum Beispiel zu wenig in erneuerbare Energien oder wie auch so investieren oder wenn die halt immer noch ihr Verlauf Kohlekraft um was setzen das hört ja auch bereits auf aber das wäre ja noch halbwegs nachvollziehbar da würden die Leute halt sagen okay das wird ja 50 gemacht gut da muss man auch ein bisschen auffassen ich mache jetzt aktivistisch gar nichts sozusagen außer auf Twitch-Stream aber ich bin jetzt auch mehr in der Analyse gerade drin das ist halt deswegen wir sorgen halt immer wieder dafür dass wir halt Leute vergraulen und Aktivismus hin oder her aber Aktivismus kann halt auch kontraproduktiv sein vielleicht war in seiner Geschichte meistens war vielleicht eher ja sag ich mal doch pro proaktiv also war es schon sinnvoll aber ich glaube schon dass auch Aktivismus nach hinten losgehen kann und gerade bei den Klimaklebern war es halt besonders heftig bei der letzten Generation weil sie damit einfach Pendler und einfach solche Leute halt damit ja den Alltag quasi kaputt gemacht haben die ohnehin schon nicht wissen wie sie was machen müssen also es gibt halt ganz viele Leute die sind ja so im Hamsterrad drin und denen hast du damit keinen Gefallen getan so und dann muss dir doch klar sein okay Analyse richtig Anliegen richtig Schlussfolgerung Lösung ist nicht so gut wir sind wir stehen die Strategie dahinter aber da ist ja wieder ganz ehrlich und das ist das ist meine das ist meine Sendung das ist exakt die Strategie meiner Sendung ja aber du kannst sagen dass du die Scheiße findest finde ich okay aber dann wäre ich einfach nur so als und also wie gesagt den Vorwurf mache ich dir nicht weil ich es von dir jetzt noch nicht so mitbekommen habe aber wenn dann aufgrund dessen weil ich mich nicht einsichtig genug zeige meine Strategie zu ändern dass dann die Amplitude hochgedreht wird dass dann auf einmal Sachen in den Raum gestellt werden über mich und so weiter natürlich einfach nur noch das Ziel haben mich zu diskreditieren dass ich dann so come on also ja aber es steht halt auch wieder im Widerspruch was du jetzt eben gesagt hast so ja man sollte halt die Leute nicht lächerlich machen oder so das ist ja eine gemeine Strategie wenn du mir dann halt auch sagst ja den Klimaaktivisten den mache ich lächerlich damit ich eben für Klimaschutz habe weil ich verstehe den Ansatz das ist halt auch etwas was ich ja mit Neitern dann auch besprochen hatte nach dem Impfgespräch man sieht sozusagen oh nein die Leute die driften irgendwie alle nach rechts ab okay ich versuche jetzt so eine Abbiegung zu schaffen wohin die Leute dann stattdessen hingehen können hey guck mal ich mache mich auch hier über die Woken Lust ich komme zu mir und hier bei mir also ja ich möchte das also ich möchte immer noch dazu sagen ich habe da innerlich einen ganz 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 klaren Kompass oder eine Grenze ja sich ein bisschen lustig machen finde ich okay wenn es unterhalb der Gürtellinie ist Beleidigung und so bin ich komplett raus das akzeptiere ich nicht das ist wieder die Frage nach Gürtellinien das ist wahrscheinlich steht das dann auch wieder im Raum dass die Leute sich nicht ganz klar sind wo die Gürtellinie ist wahrscheinlich legt die halt ein Karl Dekal Dent halt woanders fest als Sinan oder Dara wer auch immer das ist wieder die Frage halt ich finde halt in dem Moment wo man anfängt so mit so Kampagnen wie ja Sinan rechts außen oder sonst irgendwas oder rassistisch wo ich echt denke ey komm komm also komm wo ich wirklich denke so alter dein Ernst also einfach lächerlich ist einfach ich weiß nicht was man auch da kann man echt nicht mehr zu sagen das sind da einfach schmutzige Mittel finde ich du aber auch von mir keinen Clip finden wo ich irgendwen beleidige fertig mache und so weiter also da sind wir von anderen Streamern schon ganz anderes gewohnt wir wissen beide wovon wir reden natürlich das mache ich nicht jetzt kann man sagen okay auch dieses was Imp und ich machen einen Stream starten wo wir uns irgendwie zwei Stunden einen abgeiern muss das sein ist das super effektiv auch nicht bei allen ist es manchmal ein bisschen fies ja definitiv wenn es zu fies wird versuche ich im Stream wirklich auch schon zu intervenieren ja dass ich dann sage ey komm on wir hauen gerade echt ein bisschen drüber manchmal im Eifer des Gefecht macht man das so dann kommt natürlich aber auch wieder so der liberale Gedanke in mir durch dass ich sage ach komm so ein bisschen muss drin sein ich habe zum Beispiel nie ein Problem damit wenn man sich über mich lustig macht ja das finde ich das finde ich nicht das Schlimme also wenn du jetzt irgendwie sagst Sinan der der Wiffenfaftler oder so ja und so ist mir egal ist egal das macht das so aber wenn das in so eine ganz klare problematisch Darstellung in so eine diffamierende Richtung geht in der der vertritt eine Position die ist eigentlich nicht tragbar das finde ich das finde ich eklig und da sind wir noch das müssen wir noch bevor wir wir reden ja schon eine ganze Weile da war vor allem halt klar sein sollte was unsere grundlegenden Positionen halt sind also es ist es ist doch relativ eindeutig dass Sinan einfach kein Fascho ist also sorry also das ist einfach ja man kann es nur noch hundertmal wiederholen aber es ist wirklich einfach so weit drüber ähm also das kann man halt auch sagen ne scheiß dich nicht ein und bla bla und dann kommt wieder die Geschichte aber ähm es ist halt einfach es ist einfach bescheuert das ist da weiß man auch nicht mehr was man groß dazu sagen soll das ist einfach ich weiß nicht ob ich das als 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 akzeptieren kann dass man halt einfach wirklich mit Dreck wirft weil wie gesagt das tut halt unseren Diskursen auch nicht gerade gut taktschulding finde ich auch nach wie vor ich halte das für für ein schäbiges Tool ehrlich gesagt ja ich finde also es tut mir leid also es gibt also klar wenn ich nur Neonazi-Freunde habe so rein ausschließlich und die auch ständig bei mir rumhängen und mir Propaganda verbreiten oder irgendwas da wäre der Vorwurf ja auch irgendwann mal dann irgendwann wäre dann schon richtig zu sagen hier pass mal auf du hast jetzt drei Neonazis im Discord oder was auch immer und die hauen jetzt irgendwie raus ne Ausländer raus oder oder ne oder klar irgendwann es gibt vielleicht Momente wo du dann vielleicht wirklich Kontaktschuld hast das kann vielleicht irgendwann sein aber ab wann du das schon irgendwo festmachst also wann soll das dann bitte losgehen so geht das dann schon los wenn du nur irgendwen kennst oder so und der auch mal irgendeinen Take raushaut der ja der problematisch ist oder so und da musst du dich sofort abgrenzen und raus und sonst wie ne musst du nicht so das hat auch das hat auch nichts mit während anfängt zu tun sondern man kann schon den Leuten zugestehen problematische Leute zu kennen aber man kann ja immer noch sagen pass mal auf ich ich vertrete diese Meinung nicht und ich diskutiere auch mit demjenigen ne und und sag dem auch meine Meinung aber dass man auch den Anschluss hat innerhalb der Gesellschaft dass man da ein bisschen zusammenhält das gehört halt einfach dazu dass man einfach versucht doch einfach Kontakt zu legen nicht nur weil ich jetzt hoffe dass die jetzt irgendwie sich krass ändern oder so sondern einfach weil ich denke es ist nicht gut wenn man da so ne wenn man da wirklich verlangt man müsse da so tief spalten das führt zu nichts das ist keine gute Idee weil dass man durch seine Handeln Akteure unterstützt die man nicht unterstützen sollte und wie gesagt inwieweit unterstützen das sollte man erklären eben von Transfeindlichkeit was ist das eigentlich zu Rassismus drüber gegangen und drüber gegangen und und natürlich das ist halt du hast ja verstanden dass Rassisten andere Mittel und Wege haben dass sie eben ihre Menschenfeindlichkeit sozusagen unter die Leute bringen und ertragbar wieder machen weil sie wissen okay wenn ich jetzt einfach Ausländer rausrufe das wirkt noch nicht jetzt fühlt sich vielleicht der eine oder andere von der jungen Alternative durch Umfragewerte der AfD ein bisschen bestärkt deswegen sieht man dann häufiger solche Clips weil die einfach da ein bisschen selbstbewusster geworden sind auch gemerkt haben okay wenn ich jetzt hier die ganz krasse Sachen raushau inzwischen juckt das dann keinen mehr oder ich kriege sogar wie bei Aiwanger noch mehr Prozente in Umfragen genauso dass natürlich dann auch Transfeindlichkeit dass das nicht einfach so offen zur Schau gestellt wird sondern dass das übertragen wird durch gewisse Codes natürlich aber eben auch durch bestimmte bestimmte andere Taktiken um das unter die Leute zu bringen aber du hast dann ein Problem ich verstehe was du meinst weil sind wir uns einig rechte Influencer also rechtsradikale bis hin zu rechtsextremen Influencern die werden keine Videos machen die werden keine Tweets raushauen wo sie Straftaten begehen das geht nicht die sind in drei Minuten weg die sind dass der Account gesperrt geht gar nicht so das heißt wir haben ein Problem das haben wir seit zehn Jahren wir haben einen Höcke wir haben einen Co die genau wissen wie sie formulieren können dass sie an dieser Grenze des sagbaren ja sich immer bewegen richtig? ja klar ja so und ja aber trotzdem reden sie halt in Dog Whistles und sie reden halt eben genau genau richtig richtig ja aber das ergänzt ja auch so pass auf ich hab ein ganz anderes Problem aber ich muss das Fenster kippen wenn wir das jetzt machen wir setzen im Prinzip die Hemmschwelle runter wir sagen ja ja der hat das zwar nicht gesagt aber wir wissen ja was der meint ja dann claimen wir jetzt diesen Satz als problematisch und das machst du immer weiter weil die natürlich ihr Verhalten anpassen ja und das ist auch wieder so ein Stromanargument nein 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 das passiert ja das ist ein ziemlicher Stromanargument wieso ist das ein Stromanargument das ist ein Stromanargument weil du praktisch das hast du schon das hab ich auch gesehen als ich mir mal Sachen von dir angeschaut hab das hast du immer wieder häufiger gemacht dass du dann einfach behauptest man versucht irgendwas zu verbieten also wenn beispielsweise die Leute rechte Dog Whistles in Emojis oder so sehen dass dann irgendwie der Grundtenor wäre innerhalb von den Gruppen die das ansprechen dass diese Emojis dann zum Beispiel nicht mehr verwendet werden sollen aber in Wirklichkeit geht es einfach nur darum um Sensibilisierung Sensibilisierung das mit bestimmten Kontext dass das dann eine bestimmte Aussage ist dass wir dann wissen okay wenn jetzt irgendwie der von der jungen Alternative das Okay Zeichen macht die Dog Whistles nerven total die hören das Faschow dass der damit klar White Power Symbol sein und jemand der jetzt bei der grünen Jugend ist und der macht dann hier dem einen auf der Bühne den hier und zeigt ihm das Okay Zeichen dass der dann wahrscheinlich was anderes gemeint hat und da muss keiner hingehen und dem sagen ich mach das Okay Zeichen nicht mehr das ist ja klar okay so und jetzt kann ich dir direkt das ist bei mir dann genau das ist ja der Punkt also natürlich inszeniere ich mich da selber als Fallbeispiel weil ich sehe ja dass mir diese Vorwürfe gemacht werden ich sehe ja dass genau das ich hab das Okay Zeichen bei Twitter verwendet dann kommen irgendwelche Hayopies an und wollen mich dann in die Nähe von rücken und dann denke ich mir okay krass sind wir schon so weit ihr müsst ja immer den Kollateralschaden bedenken also ich verstehe das du willst sensibilisieren und sagen okay das sind die die Emojis werden das ist auch noch in Ordnung ne also von denen benutzt achte mal drauf aber du musst halt immer überlegen du hast halt auch noch einen Haufen echt dumme User da draußen die laufen nur noch wie eben mit dem Werkzeugkasten der Intersektionalität die laufen dann mit dem mit der Brille der Emojis rum und sehen das überall und dann hast du ein Riesenproblem weil dann gibt es noch so ein paar kannst du sagen Edge Lords Trolle und so weiter die finden das so affig die fangen an das absichtlich zu benutzen ja kann man auch sagen muss ja nicht sein ist voll der ja wird halt klar aber du gibst denen halt echt richtig viel Futter toll move jetzt hör doch auf so machen die aber trotzdem werden Leute immer machen und dann entsteht da auf einmal die ganze Zeit Kabelei wo es gar nicht notwendig wäre weil dann auf einmal sich irgendwelche selbsternannten Emojisucher mit irgendwelchen Trollen bashen ja und wir sehen das in der Transdebatte das ist so eskaliert jetzt mittlerweile weil wir ich habe eben darüber gesprochen was ist transfeindlich dann irgendwann hieß es es gibt nur zwei biologische Geschlechter es gibt nur zwei Geschlechter zwei Geschlechter zu sagen ist jetzt ja schon transfeindlich das ist jetzt so weit gekommen dass der DFB ja jetzt schon Leverkusen eine Strafe auferlegt hat weil die dieses Banner hatten und ich prognostiziere dir wenn du das Spiel weiter treibst dann wirst du immer mehr Leute haben die irgendwann sagen ich verstehe ich komme nicht mehr mit weil nicht alle haben deine Informationen ja aber die musst du ja dann aufklären das geht nicht das schaffst du nicht da erwartest du wirklich nee das geht nicht das ist größenwahnsinnig das ist wirklich größenwahnsinnig einfach nur also zu erwarten dass Leute ein bisschen selber denken finde ich nicht größenwahnsinnig aber dass du alle aufklären kannst und dass du da so schnell hinterher kommst das ist wirklich größenwahnsinnig das funktioniert nicht ist ja dass sie dann was sie zum Beispiel auch gemacht haben mit irgendwie dem Peace Zeichen Victory Zeichen das jetzt das steht für zwei Geschlechter du hast die Kiwi du hast das Ding deswegen mach ich jetzt nicht mehr so ne also das ist jetzt heißt jetzt irgendwie zwei Geschlechter oder was ich dachte das heißt hier Hasenöhrchen oder was auch immer Peace ne die Clowns au 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 ja aber du machst dich dann über diejenigen lustig wie viele willst du eigentlich noch denen schenken ja aber das sind ja guck mal du machst dich dann über diejenigen lustig die darauf hinweisen ja ich muss ich muss dagegen halten ich muss dagegen halten weil ich nicht zulassen kann doch weil das Spiel kannst du nicht immer nein du kannst das Spiel nicht fahren also beispielsweise das ist auch Trolle und die Rechten versuchen damit sozusagen so und da haben wir die perfekte Überleitung zu Imp Imp war früher ein ja kann man sagen heute weniger heute deutlich weniger früher auf jeden Fall Trolliger unterwegs so was ist passiert der wurde von einem Böhmermann in die rechte Ecke gedrängt also dargestellt wurde so dargestellt als gehöre er zu oder auch vom Reich anders und so die wurden in einer Doku in die Nähe von rechts also verstehst du da ist der Beweis erbracht worden was das Problem daran ist du senkst die Hemmschwelle dessen dass du sowas erkennst so dermaßen runter dass du ständig falsch positive Ergebnisse bekommst Imp ist bis heute noch der Held der Siffer auf den sozialen Medien so und da kannst du auch noch davon ausgehen dass halt ein Großteil seiner Community daraus besteht ist doch scheißegal also entschuldige mal ganz kurz der Imp ist wirklich im Spektrum sehr weit links der hat mit rechts gar nichts zu tun ja der ist ungefähr in meiner Ecke würde ich behaupten also ich glaube Imp ist glaube ich weiß ich nicht wenn der einen Kompass macht landet er ungefähr da wo ich bin so hier schätze ich mal oder wenn Imp einen Kompass testen macht also weiß ich nicht ja weil so und allein das allein das in Verbindung zu bringen allein das in Verbindung zu bringen zeigt mir dass die Methode nicht funktioniert hat es hat nicht funktioniert ich beschäftige mich zum Beispiel auch viel mit der Politik in den USA und auch mit den sozialen Medien in den USA also da gibt es halt fünf, sechs bis zehn Imps weißt du da gibt es halt zig von deutschen Leuten die halt praktisch nur instrumentalisieren ja also das Imp rechts hat natürlich halt mit der Drachengame Geschichte zu tun hier mit der ja mit der Story mit Dorian damals und so weiter ich fand ja Dorian früher auch nicht ganz so toll also ich fand von den beiden mochte ich halt Imp immer ein bisschen mehr bei Dorian war ich mal auch oft nicht so sicher was ich von ihm halten soll weil ich fand auch gerade die Rolle die er im Drachengame hatte besonders naja ich weiß wie das alles wieder wo das herkommt ich kenne auch die Hintergrundstory von dem ganzen das ist mir schon bekannt aber es gab sag ich mal so so Sachen wo dann die Leute nicht genau wussten ja wo steht er denn jetzt das ist halt immer so gerade in so einem politischen Kampf und so wird dann manchmal schon so ein bisschen analysiert wo steht wer nur Imp hat glaube ich schon relativ deutlich gemacht dass er nicht gerade viel von Rechtsextremisten oder was auch immer hält oder überhaupt generell von von dieser Richtung und es ist dann schon mit der Zeit schon sehr deutlich geworden fand ich und das hat man auch schon gemerkt damals auch im Gespräch mit Reik Anders dass Imp eigentlich kein Fascho ist oder sowas also deswegen ich fand das damals schon ziemlich ja deplatziert andererseits ja ich glaube ich gehe mal davon aus dass ich weiß nicht ob Jan Böhmermann das heute auch immer noch machen würde wenn er die Informationen hätte wer ihm wirklich ist es könnte ja auch sein dass auch Jan Böhmermann vielleicht sogar heute sagen würde vielleicht ne okay war falsch den haben wir vielleicht damals irgendwie ein bisschen in die Rechte gezogen aber der ist es vielleicht dann doch nicht der hat keine Ahnung das war halt auch ein bisschen so vielleicht bezogen auf die damalige Zeit heute könnte man Böhmermann vor einiges auch angreifen aber naja ich weiß aber auch nicht ob deswegen Imps Ruf jetzt auch auf alle Zeit zerstört ist ich glaube dass Imp ja auch inzwischen sich auch einen ganz vernünftigen Ruf auch aufgebaut hat so die letzten Jahre ich glaube er wird ja nicht mehr als irgendwie also ich nehme ihn jetzt nicht mehr als irgendein Troll war sondern ich finde wirklich seine Gedankengänge ganz interessant ich finde ich gucke auch gerne seine Videos einfach ich finde das ich mag den Humor gefällt mir also ich habe auch einfach nicht den Eindruck dass der jetzt nur noch auf die Kacke haut oder so sondern der der bringt ja auch seine politischen Anliegen und so die bringt er ja schon relativ deutlich hervor also er ordnet sich da auch inzwischen ein Stück weit selber ein nicht einer Gruppe aber aber die Idee also was die Ideen angeht und so weiter da ist er doch ganz klar links einzuordnen also da gibt es für mich auch keine Diskussion also der Typ ist auf jeden Fall ja ein Genosse aber wie gesagt man darf halt nicht zu sehr in Gruppen denken das ist das ich weiß wollen viele Linke auch manchmal aber ich finde wenn man sich zuordnet politisch das finde ich gar nicht falsch ich finde auch links und rechts ich finde diese Zuordnung nicht falsch ich finde das nach wie vor richtig nur man muss es natürlich nicht irgendwie als als Trennung komplett verstehen dass man jetzt mit irgendwelchen anderen Leuten nichts zu tun haben darf und nicht reden darf sondern ich gehe ja immer von einem demokratischen Diskurs aus und da gibt es halt nochmal die Spanne von links wegen mir linksradikal und ja rechtsradikal kommt darauf an halt das ist wieder schwierig halt wenn jemand sagt ich bin halt rechtsradikal dann denkst du halt schon an so einen Rechtsextremisten halt meistens bei linksradikal deckt man wiederum auch bei links an linksextremisten also sagen wir es mal so wir akzeptieren stark konservative Meinungen in der Gesellschaft solange die die Verfassung bejahen und also wir können damit umgehen und es ist halt relativ eindeutig ist auf jeden Fall dem linken Spektrum zuzuordnen Sinan auch Dara ich hoffe auch also ich wäre ja froh wenn er dann sagt okay er ist doch vernünftiger als es sich manchmal auch gibt so von seiner Herangehensweise ja wie gesagt ich habe da so meine Zweifel halt ne ... ... ... ... sagen uns ist das zu doof wir haben da angegriffen was denn eben jetzt oder was ja ja wenn wir sagen ja haben wir verstanden wir haben aber trotzdem keine Lust weil wir weil wir meinetwegen keine Ahnung so liberale Freiheitskämpfer wir leben in der Demokrasie da hoffe ich natürlich dass jemand so ein Einlenken dann irgendwann hat ne aber zum Beispiel was passiert dann was passiert dann das ist schlecht was heißt schlecht weil die haben ja ich besitze Leute wo wir gerade die Stiefelfrage haben ne oh Gott ich gucke weil ich jetzt voll von dem Text ab ich gehe mal ein paar Sekunden zurück damit wir den Punkt hier kurz mitnehmen ich hab ja 30 Locher mit schwarzen Schnürsenkeln und ja weil ich die schön finde 30 Locher ne jetzt kommt ihr noch hinterher 30 Locher mit schwarzen Schnürsenkeln ... ...werden von rechts und sich auch instrumentalisieren lassen um eben dann immer so eine Legitimation zu haben was ist deine Lösung dafür die Lösung ist natürlich dafür die da nicht mitzumachen so und wenn der das trotzdem macht oder wenn wir das trotzdem machen was machst du dann was machst du dann wenn wir sagen uns ist das zu doof wir sind da angegriffen was ist denn eben jetzt oder was ja ja wenn wir sagen ja haben wir verstanden wir haben aber trotzdem keine Lust weil wir weil wir meinetwegen keine Ahnung so liberale Freiheitskämpfer sind wir leben in einer Demokratie da hoffe ich natürlich dass jemand so ein Einlenken dann irgendwann hat aber zum Beispiel was passiert dann was passiert dann das ist schlecht was heißt schlecht die Rechten werden stärker weil die haben halt eben die Rechten stärker wieso werden die Rechten stärker weil irgendeiner sagt ich lasse mir das Peace-Zeichen nicht und ich troll ein bisschen rum wenn du was denn jetzt was machst du mit dem Troll wenn der nicht einlenken will das höre ich immer wieder ja du musst den aufklären okay habe ich verstanden aufgeklärt hast jetzt leider so so kindische Imps und mich da sitzen die einfach sagen ja interessiert uns nicht wir machen trotzdem weiter was machst du dann wir leben in einer Demokratie ich hoffe natürlich dass die Menschen irgendwie mal verstehen okay ihr Handeln sorgt dafür dass rechte Kräfte stärker werden dass das tatsächlich in der Endkonsequenz das ist ja deine Analyse wir sehen das ja nicht so aus unserer Sicht ist das ja nicht so unser Verhalten stärkt ja aus unserer Sicht deine Sicht mag das so sein aber aus unserer Sicht ist das ja nicht so wir haben keinen Beweis dafür du kannst mir nicht beweisen dass Imp oder ich irgendwie durch durch ein ein Trolling oder so oder dass wir dadurch rechte Kräfte eine Strategie von den Rechten ihre Tokens zu finden und die dann zu pushen also es gibt es halt überall also es gibt es halt nicht nur in Deutschland ja aber du kannst aber sonst gibt es halt der einfachste Indikator um zu sehen ob jemand rechte Politik unterstützt oder was die ist einfach zu gucken und wer der Token ist das entscheidet wer woran erkennst du das das erkennst du daran vor allem naja woher du deinen Zuspruch kommst okay woher weißt du also woher weißt du woher Imps und mein Zuspruch woher weißt du das einfach woher also wen die Rechten bekämpfen den sehen sie als Bedrohung an wen sie feiern finden sie gut ja Gott das ist einfach jetzt bin ich es gab jetzt ein paar einige Sachen wo ich dachte so ist Dara ganz in Ordnung oder based aber das ist gerade wirklich ziemlich stumpf also das ist oh Gott ich weiß nicht ob ich da jetzt wieder anfangen soll das ist ich hab bei Dara immer so den Eindruck dass der so irgendwie wie soll ich sagen der denkt sehr popkulturell hab ich so den Eindruck das ist so das Gefühl was ich hab der denkt irgendwie so ja wir müssen halt die coolen Sachen machen und wenn die wenn wir irgendwas weggenommen kriegen ja dann haben wir jetzt verloren dann müssen wir uns was neues cooles suchen irgendwie ne es wirkt alles immer sehr sehr so popkulturell orientiert wie als will er wie als will er irgendwie der coolere Typ sein in irgendeiner Weise und ich weiß nicht so immer darauf achten dass er möglichst bei der Bravo dann abgelichtet werden kann ne ich bin ein guter ich gehöre auf die richtige Seite ne und ich benutze nicht das was den falschen gehört und selbst wenn es mal uns gehört hat egal aber ne das ist jetzt ne wenn ich das jetzt wieder benutze dann bin ich nicht beliebt genug oder was auch immer es hat sowas weiß ich nicht es hat sowas popkulturelles irgendwie ich hab auch schon ziemlich verarschen von denen die wissen nicht genau was machen ne das ist doch aber guck mal du denkst ja der lässt sich treiben er lässt sich wirklich von denen treiben nur in wirklich in Stämmen du denkst ähm Imp und ich jetzt zum Beispiel also wo ich das Beispiel ist cool schon aber ist egal sagen wir mal ich bin kein großer Revolutionär-Hanfmann muss ich zugeben wenn uns sehen irgendwelche Rechte ich mach relativ wenig um zu provozieren ganz selten ja aber ich bin kein großer Provokateur und uns einen geilen Token ha 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 die sagen genau was wir sagen wollen dann unterstützen wir die so das ist ja deine deine Analyse so jetzt sagen wir aber sollen die halt machen interessiert uns aber nicht was machst du denn dann also was mache ich dann kläre ich über euch auf hoffe natürlich dass Menschen nicht darauf reinfallen aber du weißt aber ja gut dann sind wir halt dann sind wir halt ziemlich dumm aber du greifst dann am Ende zwei Leute an von denen du definitiv weißt dass sie nicht recht sind richtig aber trotzdem durch euer Handeln stärkt ihr natürlich die Rechten gibt denen Legitimation nein 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 das sind Leute guck mal Dara oh Gott ich würde er ist ja gerade live ich würde sie noch liebsten direkt sagen Dara nein das sind deine Leute und du musst doch einfach froh sein dass du auch ein paar Leute im Lager hast die vielleicht mal wegen mir auch ein bisschen edgy sind oder was auch immer aber das sind doch deine Leute du könntest doch sagen guck mal die gehören zu uns die gehören zu uns die gehören zu uns hey wir haben doch richtig viele Leute ne also es gibt richtig viele Linke ne und die können wirklich dafür sorgen ne ja dass die Leute sehen okay es gibt mehrere verschiedene 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 Arten von Linken ne so manche sind vielleicht ein bisschen edgier manche sind vielleicht ein bisschen sachlicher was auch immer ne es gibt Wolfgang M. Schmid es gibt Sinan es gibt dich oder wer auch immer aber problematisiert doch nicht jeden Mist und gib dann den Leuten so ein bisschen das Futter so ja egal was jetzt wer irgendwie von irgendwie abweicht vom Verhalten oder so ja ja die das sind jetzt alles quasi die potenziell rechten oder oder die die sorgen dafür dass alles mehr rechts wird dann hast du doch bereits verloren du hast doch alles den dann über du hast denen quasi ein Geschenk gemacht du hast ein richtiges Geschenk gemacht du hast gesagt äh äh ja alles äh äh von dem die jetzt irgendwie ein bisschen abweichen ja das gehört jetzt denen du lässt denen komplett das Feld du du engst den Raum so weit ein dass die Leute am Ende sich nur noch theoretisch recht zuordnen könnten zu Glück tun sie das ja nicht weil es immer noch genug Leute gibt die sagen ne Novaldara das sagt bin ich ja nicht ne oder Novaldara behauptet so und so aber ich verstehe nicht warum das ist so passiv das ist so ähm oder so so wie kann man es ne besser ausdrücken das ist so das ist eher so ne so so ein so ein rein ähm ja nur ein reagierendes Verhalten das ist ja ich will jetzt nicht sagen reaktionär aber es ist nur so zu sehen okay das passiert das passiert okay das gebe ich ab das gebe ich ab das überlasse ich denen so und so das gehört euch jetzt auch das gehört euch jetzt auch ne so du schenkst denen alles du schenkst denen alles so anstatt zu sagen hier jetzt kommen wir mal und jetzt überobern wir uns das zurück das gehört uns und bla 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 und auch peace oder was auch immer ne so mach dich doch selber stark mach dich doch sag doch einfach wir sind stark wir 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 schaffen das zusammen ne und wir haben verschiedene Leute ne jeder hat so seine Fähigkeiten eine kann vielleicht ein bisschen auch auf eine wegen mir auf eine satirische oder provokante Art ein bisschen die Sachen äh aufrühren der andere macht das vielleicht ein bisschen keine Ahnung intellektueller oder ne so es muss ja nicht jeder Wolfgang Schmidt sein oder 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 ähm äh Ole Niemann oder so es muss auch nicht jeder ähm wie Dara sein es muss auch nicht jeder wie Sinan sein es gibt einfach ganz verschiedene Leute und das macht es doch am Ende aus dass es das einfach dass wir uns im Grunde genommen uns über die gute alte Frage der sozialen Gerechtigkeit diese ganzen linken Kernpunkte eigentlich einigen können und dass wir doch da merken wir sind viele und wir können uns gegen so einen Zeitgeist halt auch stellen wenn der irgendwie äh nach rechts geht oder so so es da geht es ja nicht nur um irgendeine Identität sondern es geht auch darum zu erkennen es geht ganz viele aus diesem Spektrum aber wir sind uns in politischen Fragen haben wir eine grundlegend eine Einigkeit und wenn ich das nach außen zumindest mal aus reiner Vernunft zelebriere und zeige ja so das wäre doch viel schlauer als zu sagen ja ne das gehört jetzt alles den Rechten ist doch dumm es ist schlichtweg dumm also da frage ich mich da wirklich also wie kommt man auf diese Idee das ist doch dämlich nur nur weil das ist jetzt das Peace-Zeit äh also ist das jetzt quasi dann irgendwie problematisiert also ist jetzt quasi ist jetzt irgendeine Seuche drüber gekommen und jetzt ist das verloren auf alle Ewigkeit ich verstehe das nicht das ist also nach der Logik müssten wir eigentlich fast jede Subkultur wirklich ich hab's ja vorhin schon gesagt wir müssen fast jede Subkultur die irgendwann mal entstanden ist die dann irgendwann mal von dem einen oder anderen Faschow vielleicht unterwandert worden ist oder wo es zumindest welche gibt zumindest welche gibt also ich glaube selbst selbst bei Gothics gibt's irgendwie rechts äh Außenleute so und dann sagen die ah guck mal da sind die jetzt die guck mal die tragen irgendwie äh äh ähm äh irgendwelche Kleider oder sonst was oder laufen schwarz rum oder sonst wie jetzt dürfen wir das alles nicht mehr äh weil das ja auch ein paar Rechte machen so es gibt wahrscheinlich irgendeine Fasche da draußen und trägt ein Necrophobic T-Shirt ne ne schwedische Black Death Metal Band eigentlich mehr Death Metal als Black Metal so und weil jetzt da draußen irgendeiner damit rumläuft oder oder weil ein Drachenlord damit rumläuft oder wer auch immer und dann soll darf ich das nicht mehr machen weil das jetzt irgendwie kontaminiert ist das ist jetzt irgendwie für alle Zeit versorgt was für ein Bullshit ich verliere alle meine Sachen irgendwie also ich muss alles aufgeben also irgendwann es gibt ja auch langhaarige Nazis die 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 vielleicht auch kleine Fettsäcke wie ich sind und die dann so muss ich jetzt irgendwie immer versuchen bloß nicht mit denen irgendwie also hä ich glaube das nicht also müssen wir uns von Dreadlocks verabschieden von langen Haaren und 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 von bestimmten Aussagen von bestimmten Erkennungszeichen weil alles haben die Rechten für sich gepachtet gehört jetzt uns und viel Spaß damit what es ist so es ist so so oh das ist so es ist von die Loser Mentalität ich sag das ungern aber das ist doch so dumm oh Gott das triggert mich gerade voll das ist so dämlich schenkt dir doch nicht alles das ist doch genau was sie wollen die unterwandert irgendeinen Scheiß und dann sagen sie ha 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 jetzt haben wir euch theoretisch müsste jetzt irgendein Faschist müsste jetzt nur hingehen irgendwo reingehen der könnte jetzt genauso sagen ich höre wie keine Ahnung äh Goa Musik und so zack Goa rechtes Lager oder sonst was eben was das ist einfach dumm ich gehe mit der Stimme jetzt schon voll hoch aber das ist das ist oh was was will er will er nur noch so eine so eine so eine seichte Popkulturlinke haben die dann irgendwie nur noch so ganz gemäßigt ist und also gerade nach außen hin oder mit irgendwelchen Zeichensymbolen so quasi so total illiberal im Kern ne so wie wir könnten sagen wie so eine Popperlinke schau mal vor die Popperzähne der Anfang 80er Jahre und das sind quasi in in autoritär links ey da stehe ich mir echt geil vor so so ne und selbst die haben ja auch viele Sachen geschissen ne sondern einfach dann sagen die Bauern und ihre Milch wird rechts rechts gerammt ja es gibt ja auch linke Bauern Öko Bauern und was weiß ich grüne Bauern was auch immer es gibt so du kannst können wir das mal festhalten man kann im Leben nicht man kann im Leben leider nicht vermeiden dass die richtigen Dinge falsch verwendet werden kann man das mal einfach mal so festlegen die Gefahr dass ihr auf dieser Welt ne und überhaupt im Leben dass die richtigen Dinge missbraucht werden ist immer relativ hoch klar beim Swastika zum Beispiel wissen wir es auch das hat halt wirklich das war das Erkennungszymbol des dritten Reiches dass wir darauf verzichten ist klar weil da ist ja was passiert vollkommen klar aber glaubt ihr ich meine die Peace Revolution in 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 der in der Nazi Version oder so die ist ja jetzt noch nicht da es gibt ein paar Faschos die das jetzt für sich gebrauchen für zwei Geschlechter ja aber deswegen ist doch das Zeichen nicht für alle das Symbol oder was auch mal ist doch nicht für alle Zeit kontaminiert das ist doch das heißt wir können jetzt irgendwelche Sachen finden und jedes Mal kann ein anderer Faschos sagen pass mal auf ich benutze es jetzt auch und dann zack verloren und die die lachen sich dann den Arsch ab und sagen dann guck mal ich muss nur in die linke Szene reingehen und sagen guck mal stell dir vor wie so ein Fascho sagt dann guck mal ich höre jetzt auch die Band Napalm Death die eher links sind zack Napalm Death Fascho Band what the fuck oh man ja grüner Chat ja olivgrüner Chat bald noch ich würde auch einen Talk mit Ricarda Lang machen kein Problem ich würde auch ganz nett mit der reden also ich mache etwas das finde ich so merkwürdig weil wenn du das Konzept zulässt und eben die Narrative bedienst und sagst ey stopp stopp falsches Wort falsches Wort Narrative darfst du benutzen Narrative der Rundfunk ist wirklich guck mal da haben die aber Mist gebaut das muss ich halt ansprechen nein pass auf das kannst du alles ansprechen aber die Frage ist halt eben wie du das ganze machst warum interessiert mich das weil wer klatscht das ist irrelevant für mich nein aber guck mal ich finde der krasseste Fall den ich bei dir gefunden habe war als du ein Video gemacht hast ich glaube das war über die Jan Böhmermann Sendung zu Transrechten und dann hast du einen Ausschnitt verwendet vom MyLab wo sie definitiv dir widersprochen hat aber du hast es dann so zusammengeschnitten dass es dein Narrativ deiner Erklärung entspricht und das ist halt so offensichtlich für mich Manipulation weil sie spricht darüber in dem Beitrag dass die Sache mit dem biologischen Geschlecht kompliziert ist dass die Wissenschaft da inzwischen weiter ist und dass das am Ende Definitionssache ist und dann hast du sie so zusammengeschnitten dass sie praktisch sagt ja es gibt halt eben die Grameten und die entscheiden halt darüber welches Geschlecht man hat also ich habe die ich habe die klaren Aussagen von ihr genommen die die habe ich genommen ja und wir gucken das ganze Video mal deswegen das ist einfach das was die das sind die ersten vier Minuten die ersten vier Minuten habe ich genommen danach kam ganz viel noch irgendwie ja kann auch ja also außer aus den ersten vier Minuten ja aber aber ganz kurz aber sie sagt in dem Video am Ende ist es Definitionssache am Ende ist es Definitionssache und sie zählt ähnlich wie das der Stand der Wissenschaft ist verschiedene verschiedene Kategorien auch beziehungsweise Parameter woran man die Biologie Geschlecht aber was hat das jetzt mit diesen ganzen also ich habe den Switch aber ich habe den Switch nicht verstanden du verbreitest damit Fake News das stimmt überhaupt nicht ich habe den Anteil ich habe den Anteil von MyLab genommen der wissenschaftlich korrekt war danach ist sie ziemlich in den Straucheln gekommen ach so also deiner Meinung nach wissenschaftlich korrekt war ja also gut ist ja eine offene Diskussion kann ja jeder anders sehen das ist am Ende des Tages nein ich habe danach recherchiert ich möchte das Thema auch nicht länger weil das lenkt jetzt krass ab aber ich habe das Thema recherchiert und das was sie danach sagt wie sie sagt so ein bisschen Definitionssache habe ich von keinem bisher gehört das ist wirklich das war eine exklusivmeine also da wäre ich also eigentlich müssen also das wäre jetzt eigentlich müssen sie jetzt hingehen das mal echt wirklich konkret klären das würde mich jetzt echt mal interessieren weil wie gesagt bei dem Thema bin ich halt auch wieder nicht drin aber das würde ich dann jetzt mal ganz konkret gern wissen jetzt müsste ich das selber vielleicht recherchieren aber ich muss jetzt halt einfach erst mal reakten kann ich es vielleicht mir später anschauen das ist kein Biologe ich bin kein Biologe nein aber ich kann mir doch nein aber deswegen orientiere ich mich an der Wissenschaft ich selber kann darüber kein Vorteil ich kann mir aber den Konsens der Wissenschaft anschauen genau und ich kann mich dann an dem orientieren weil ich selber habe nicht die Technologien oder das Know-how lass das bitte okay schick mir einfach links wo das steht das würde ich gerne ich habe wirklich ich habe Tage damit verbracht rauszufinden es gibt einen ganz simplen Artikel Sex Redefined von der Claire Ainsworth die gerne mal so ein bisschen aus dem Kontext gerissen wird durch ein Tweeting abgefeuert hat das erklärt super gut genau two sexes ja two sexes sagt sie ja genau nein das ist ein Spektrum und am Ende sagt sie das ist der beste Weg zu verstehen was für ein Geschlecht jemand hat ist einfach die Person zu fragen das ist das Ende von ihrem Artikel und basiert eben auch das ist nicht im Stand der Biologie doch sie erklärt ganz simpel man kann das Biologiegeschlecht anhand von Chromosomen definieren man könnte es anhand von man kann die Leute aber einfach fragen und dann sagen sie was ihr biologisches Geschlecht ist das Resultat das Endergebnis von ihr ist dass am Ende des Tages also ich bin jetzt gerade ich habe das einfach nochmal gegoogelt Stand der Biologiegeschlechter und das was ich jetzt zumindest ich glaube das ist aus dem SWR jetzt heraus ich weiß nicht woher die ihre Informationen haben ich kann das hier mal zeigen also nochmal für alle Leute jetzt ich bin jetzt kein Verfechter für irgendwas oder sonst wie oder kann da jetzt irgendwie viel sagen nochmal alles was ich sage jetzt trotzdem vorsichtig betrachten ich nehme jetzt nur das raus wenn ich es kurz google hier biologisch gibt es zwei Geschlechter männlich und weiblich das ist oft aber eben nicht zwingend identisch mit dem was wir als Mann oder Frau bezeichnen die biologischen Definitionen hängt nur von den von der Keimzellenproduktion ab produzierte produzierte ich Ei oder Samenzellen also das klingt für mich jetzt erstmal nicht sehr eindeutig so aber trotz allem naja das da oben ist schon mal wie ein bisschen schraffiert hier kann man so sagen ein bisschen farblich untersetzt biologisch gibt es zwei Geschlechter männlich und weiblich da steht zumindest jetzt mal so das ist der Standardsatz nochmal ich will hier nicht mir jetzt böse über irgendwen hetzen sonst was ich habe das jetzt nur schnell gegoogelt könnte man natürlich weiter recherchieren Gender in der Biologie es gibt mehr als zwei Geschlechter okay biologisches Geschlecht gibt es in Wikipedia Artikel hier hier in der sozialwissenschaftlichen Literatur wird häufig zwischen Gender sozialem Geschlecht und Sex biologisches Geschlecht unterschieden die strikte Trennung und Gegenüberstand von Sex und Gender ist allerdings selbst Gegenstand von Kontroversen ich würde sagen für mich ist die Frage relativ ungeklärt und ich akzeptiere wenn keine Ahnung wenn das umstritten bleibt oder so ich bin kein Biologe und deswegen enthalte ich mich weitestgehend einer Meinung wie gesagt ich glaube es scheint so der Stand der Wissenschaft ist dass man schon zwischen den biologischen Geschlechten dem anderen unterscheidet und dass eben das biologische Geschlecht eben aus zwei verschiedenen besteht also zwei verschiedene halt keine Ahnung Oha ich bin von Transfeindungen gegeben ja wahrscheinlich auch das biologische Geschlecht von uns als Gesellschaft sozial konstruiert ist das heißt wir als Gesellschaft haben nun mal drauf gezeigt gesagt okay das ist für uns das biologische Geschlecht und deswegen kann die Biologie da einfach nicht irgendwie eine feste Antwort drauf geben wir sagen hey das ist jetzt eindeutig das biologische Geschlecht das ist praktisch so sicher wie Gravitation aber deswegen haben wir es ja deswegen definieren wir ja biologisches Geschlecht genau deswegen benutzen wir ja den Begriff und ordnen dann entsprechend zu weil wir ja irgendeinen Orientierungspunkt brauchen also am Ende wenn du am Ende des Tages wenn du ja irgendeine Lösung brauchst zu sagen okay wie gehen wir jetzt damit um also im Grunde genommen kannst du dann sagen okay weil es ja keine eindeutige Antwort gibt oder weil wir uns nach nichts orientieren können oder nichts um die festgelegt ist wie willst du dann wie willst du das jetzt umsetzen dann in der Praxis also weltweit in der Gesellschaft wie willst du das machen also das heißt wirfst du jetzt einfach werfen wir einfach dann alles zusammen und sagen dann einfach okay dann gibt es jetzt absolut nur noch ein Klo das ist halt die Frage ich meine das ist meine ich nicht provokant oder böse sondern es ist halt wirklich die Frage wie wir jetzt damit umgehen orientieren wir uns letztendlich nach dem biologischen Geschlecht also ist das so ein bisschen unser Orientierungspunkt oder spielt das auch keine Rolle oder überwiegt das soziale Geschlecht am Ende über dem biologischen Geschlecht das ist vielleicht auch die Frage was hat jetzt eine höhere Priorität oder so also grundsätzlich wenn jemand biologisch jetzt zum Beispiel Frau ist aber ist wegen mir sozial halt keine Frau dann okay dann habe ich kein Problem oft auf die soziale auf das soziale Geschlecht Rücksicht zu nehmen und dass sich auch entsprechend jemand dann keine Ahnung dann halt ja umoperieren lässt in irgendeiner Weise ist mir egal also ich habe damit kein Problem ist mir egal und deshalb kommt sie am Ende du hast gerade gesagt also die Biologie hat sich darauf geeinigt dass wir sagen okay das ist das biologische Geschlecht ne 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 die Biologie kann sich nicht darüber geeinigt haben ich glaube da herrscht schon eher Einigkeit bezogen auf die zwei Geschlechter die sind ja biologisch definiert genau sozial konstruiert und weil wir das ja aber dann also sagst du gerade also er meint das biologische Geschlecht ist sozial konstruiert sozial nein nicht alles ist sozial konstruiert so aber was wir als biologisches Geschlecht bezeichnen ist selbstverständlich sozial konstruiert aha so meint er das jetzt so rum ja genau weil es ja eine also es hat ja also sozial konstruiert sag ich nicht es hat ja eine Anwendung es hat ja einen Grund warum wir das machen richtig wie wir die Grenzen ziehen kategorisieren das ist von uns sozial konstruiert da gibt es nicht irgendwie wir entdecken das nicht in der Natur was Geschlecht ist ich verstehe ungefähr was du meinst nach unseren Einstellungen ist das eben definiert und das ist etwas das ist halt der Stand der Biologie dass sie gesagt haben so machen wir das so ergibt das für uns Sinn in der Betrachtung genau weil es eben weil sozusagen und das ist eben das was die Biologie das für ein Thema ist überhaupt nicht mein Thema eigentlich es gibt praktisch immer für alles Ausnahmen und man kann nirgendwo genau die Grenze ziehen aber man muss sich ja mal mit den Tellerrand hinaus bewegen und sich auch mit Themen beschäftigen wovon man keine Ahnung hat und dann ne deswegen auch grundsätzlich kann ich auch sagen jeder Streamer da draußen immer die Leute kritisch betrachten auch was ich sage ne nur noch mal ganz klar wer auch immer kleiner Streamer mit zwei Zuschauern mit tausend Zuschauern ne am Ende denkt halt selber nach beschäftigt euch mit den Themen wenn ihr Zeit habt ne auch ich kann am Ende des Tages euch nicht sagen was stimmt ey ich darf damit bloß nicht anfangen sonst fange ich hier echt den mache ich den Dara demnächst hier ständig am Ende des Tages am Ende des Tages am Ende des Tages und deswegen kann man das biologische Geschlecht einfach nicht genau definieren komm da kommt das nächste eine feste Definition dafür geben und deshalb müssen wir am Ende einfach damit geben das ist sozial funktioniert wir können das in der Gesellschaft ich bin kein Biologe ich bin kein Biologe ich hab Biologie in der Schule gehabt ich hab mich ganz viel damit durchgelesen es ist nicht das es ist nicht das es entspricht nicht das was ich jetzt auch in den letzten Wochen Monaten und so ist ja egal spielt doch keine Rolle spielt doch keine Rolle es ist einfach also wir sind beide nicht vom Fach die Frage ist jetzt einfach ob wir halt als Orientierungspunkt das biologische Geschlecht wegen mir sozial konstruiert wie auch immer ob wir trotzdem das als Orientierungspunkt nehmen um halt die Gesellschaft in irgendeiner Weise zu ordnen das wäre vielleicht jetzt meine Frage ob man das machen sollte oder nicht oder ob wir einfach sagen nee das ist nur sozial konstruiert und falsch konstruiert und wir haben dem viel zu viel Priorität gegeben wir müssen das viel mehr von dem anderen von der anderen Perspektive abhängig machen das wäre wenigstens ein klarer Satz und zu sagen einfach nee wir wollen das einfach ändern wir wollen einfach wir wollen da eine eine andere Priorität festlegen da würde ich einfach sagen okay das kann man kein Standpunkt sein den man vertreten kann ne und dann sagen aber dann die anderen nee wir müssen diesen äh äh diese biologische Definition also äh wegen mir auch sozial konstruiert die ist für uns halt wichtig und dann stehen sich da zwei Sachen gegenüber das heißt aber noch lange nicht dass man selbst wenn man die sag ich mal konservative Sichtweise annimmt äh dass die dann gleich zu transfeindlich führen muss also dass man halt ein transfeind ist oder das wäre dann auch wieder eine extreme Schlussform wenn man dann sagt okay nur weil du die altmodische oder die die konservative Perspektive einnimmst dass du dann gleich gegen die anderen bist du kannst halt nur ne das ganz anderes anders verstehen oder für dich anders zuordnen aber steht daraus gleich irgendwie eine feindlichkeit oder sonst was ey das ist echt so ein kompliziertes Thema aber ich versuche da jetzt irgendwie mitzukommen wie das wie das gemeint hat gemeint ist frage ich mich du bist das Problem festgefahren dass du da sogar so ein Video manipulierst ich nehme Aussagen die in dem Video vorkommen aber spielt auch keine Rolle das mit manipulieren ich glaube da würde immer eine böse Absicht hinter stecken die hat Cena nicht sondern er hat das wirklich nur aus seiner Sicht dargestellt wie er es halt versteht ich finde das immer auch dieses sind wir wieder bei dem Punkt mit diesem Propaganda Agenda manipulieren Leute wir wissen nicht alles wir verstehen auch nicht alles gleich und manchmal sagen wir halt falsche Dinge und dann ist das nicht gleich manipulieren oder irgendwie das hat immer so was hinterlistiges bösartiges das ist es vielleicht gar nicht man hat halt wirklich die Sachen so gesehen wie man sie halt sieht also die Möglichkeit besteht ja auch noch immer dieses dieses Wort manipulieren so ich weiß manipulieren soll ja anscheinend auch neutral sein aber in dem Kontext gesehen unterstellt das ja schon so eine böse Absicht so ich hab das extra so dargestellt damit ich dann irgendwie bestimmte Leute ansprechender Klicks hab mein Gott du hast ich spiel schon die ganze Zeit dein Spiel dieses D-Railing das heißt machen wir das mal nicht du warst immer noch mir schuldig zu erklären du warst mir immer noch schuldig zu erklären wieso also was ist überhaupt der Wirkmechanismus also ich merke jetzt so okay ich mache etwas du sagst ach guck mal da applaudieren die Falschen und die Falschen unterstützen das deswegen solltest du das nicht tun richtig? nee nicht nein am Ende ist es natürlich komplexer nur weil die Falschen applaudieren heißt das nicht du sollst das nicht tun so aber hä woran erkenne ich es dann jetzt? ne am Ende des Tages kannst du das natürlich logisch erschließen aber das sind verschiedene Parameter die da natürlich mit rein spielen wenn du jetzt zum Beispiel dein Content sag mal du kannst ganz tolle linke Ansichten haben aber wenn diese wenn du beispielsweise weiß nicht was höhere Steuern für Reiche oder oder deutsche Wohnen enteignen oder sowas einfach niemals thematisierst sondern rein zufällig dann immer nur Content machst erst mal gegen andere Linke und niemals gegen rechts da rede ich jetzt nicht vor ja wirklich jedes Mal ey das kannst du ja auf Twitch nicht machen früher auf YouTube hätte man das glaube ich machen können da war das nicht so so ganz so streng mit dem Besaufen also man kann ja ja auch seine Bierchen trinken ne durchaus angetrunken sein aber ähm äh das kann man hier nicht machen aber ich sag mal so wenn man es machen könnte hier auf Twitch ich glaube ich glaube wir wären schon jetzt gut dabei wenn wir bei jedem bei ich meine jetzt müssen wir noch meine eigenen am Ende des Tages noch mitzählen ne die ich jetzt noch schön mit eingestreut hab teilweise schon fast unbewusst also ich hab's noch gemerkt so ich will jetzt gerade sagen hab ich's auch ausgesprochen aber ich glaube wir wären jetzt schon gut dabei also wir wären schon auf jeden Fall bei 1 Promille auf jeden Fall wären wir schon von dir? ne sondern ich mach jetzt hier ein Beispiel auf und ich geh dann beispielsweise immer gegen Feminismus quere Menschen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dann sorgt das jetzt nicht dafür dass die linken Ansichten gepusht werden weil die erfährt ja keiner ich greife immer nur Linke an die legitimiere andere Linke und ich gehe gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vielleicht auch ne natürlich kann man da Kritik äußern aber die Frage ist halt ne hab ich alles verstanden was soll das jetzt ne okay und dann hab ich natürlich auch irgendwann eine entsprechende Fanbase weil wahrscheinlich linke Menschen werden sich da meinen Content nicht so wirklich anschauen ja aber bei Sinan sind ja tendenziell eigentlich mehr so also es deutet schon alles darauf hin dass bei Sinan schon mehr so eher Linke da dabei sind und selbst wenn er ein paar Rechte hat dann wäre es ja gar nicht schlecht wenn er die vielleicht überzeugend auf die Seite zieht und vielleicht sagt hey pass mal auf ja ihr das Thema ist irgendwie kontrovers oder so und so aber hey macht mal nicht so viel Alarm und regt euch da auf dir böse Gendersprache sonst irgendwas ne so macht mal halblang ne das so du kannst ja trotzdem Leute wieder ja was heißt einfangen aber du kannst ja einfach als als so eine Art von YouTuber Streamer dafür sorgen ja dass du halt ein paar Leute wieder auf die Seite gewinnst also sagst pass mal auf nicht alle sind halt in irgendeiner Weise ganz extrem sondern es gibt auch ein paar Leute die 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 ein bisschen chilliger drauf sind hab ich verstanden und jetzt kommen wir mal zu mir und da gibt's halt so jetzt gehen wir mal zu mir jetzt gehen wir zu mir mein Gott das was du hast du bist bei mir nicht fall du bist interessant ja du bist interessant also danke auf YouTube und das ist sehr interessant ich hab neulich ein Gespräch geführt hier mit Anton Hofreiter und es hat schon so Markus Lanz Vibes gerade sehr interessant auf Twitter beziehungsweise Twitch Twitter und Twitch jetzt zusammengenommen hast du praktisch verschiedene Communities und das finde ich ich glaube total dass den Content auf YouTube dass das eben diese alten grünen Wähler sind wie meine Eltern ich glaube total ich hab ja auch diese einen Euro Umfrage mal gemacht also das war ja war ja 60% oder 60% ja natürlich am Ende des Tages ist jetzt einfach eine Umfrage da klickst du halt einfach und so weiter wir mussten ja einen Euro bezahlen also du bezahlst selten einen Euro für eine falsche Aussage das kann sein das kann sein wobei rechten Trollen würde ich rechten Trollen würde ich zumindest nicht absprechen dass sie auch bereit wären einen Euro zu spenden nur um eine falsche Antwort zu geben muss ich ehrlich sagen ich war mir damals bei der Statistik auch nicht so sicher ob das wirklich so stimmt also bin ich auch sehr skeptisch weil es gibt Leute die sagen komm ich hau einen Euro raus nur damit ich irgendwie also Trolle sind schon für einiges bereit manchmal was zu verfälschen das muss man also so richtige ich rede jetzt wirklich von so halben Berufstrollen oder so die hauen auch mal einen Euro raus das hast du auch wieder typisches Beispiel Drachengemen hast du gesehen da zahlen Leute für den Discord Server und so und spenden teilweise Geld nur dem auf den Sack zu gehen oder aus irgendein kontroversen Satz raus zu triggern oder darauf zu warten dass sie ihn einfach von sich aus sagt also das das ist ja das was ich dann wieder so ganz schlimm fand wo ich ja gedacht habe ey die Leute machen nur um irgendeinen Scheiß zu kriegen zahlen die extra noch Geld für also nur damit sie dann auch irgendwie eine Sache verfälschen können oder sonst was sind die bereit sogar Geld zu zahlen wo ich dann echt denke so ey alter so bitte bitte sag jetzt diesen Satz damit ich so meinen Triggerpunkt habe oder was auch immer ey das ist schon manchmal also das wird ich weiß nicht wie weit da Sinan sich mal mit Sinan sich mit beschäftigt hat mit mit Troll Motivation also es gibt schon Trolle die machen richtig viel also die die würden sich auch organisieren sagen komm spendet halt jeder einen Euro an Sinan und dann behaupten die halt alle dass wir Grünwähler sind oder so könnte sein also wie gesagt ich würde das halt nicht komplett ausschließen ne so leid es mir auch tut für Sinan aber ich könnte nicht ausschließen dass es auch Leute gibt die sagen komm der Euro ist es mir wert damit am Ende die Statistik so oder so aussieht ich weiß es nicht ne ich halte halt also da muss ich sagen ich halte vieles für möglich natürlich du kannst ja auch alles mögliche behaupten du hättest ja auch später einfach sagen 70% ne also wirklich also ganz kurz ich bin maximal ehrlich bei dem Thema er ist ehrlich er ist ehrlich also ich glaube nicht dass Sinan die Statistik geben als fälschen würde das glaube ich nicht aber ob die Leute die gespendet haben ob die halt natürlich ehrlich gewotet haben da bin ich mir nicht sicher vorstellen dass wie gesagt wenn ich mal an meine Eltern denke kann ich mir gut vorstellen die würden halt deine Videos deine Videos mögen ne so und viele ne zum Beispiel wenn man jetzt einfach nur den Anti-AfD-Content für sich nimmt ne ist da vieles dabei ich finde das gut auch wenn es zu lasch ist sozusagen manchmal oder egal trotzdem irgendwo Content der ist gut der ist hilfreich und so weiter das und auch so irgendwie ja ich kritisiere Vogue oder ich kritisiere okay am Ende des Tages glaube ich dass da wenn du zum Beispiel auch sagst ja okay du setzt dich für die Grünen ein beziehungsweise du wählst die Grünen oder so ich kann mir gut vorstellen dass es da halt Leute gibt die eben so die Grünen dann auch wählen auch wenn sie jetzt nicht so prokriegt gibt ja einen Grund warum auch mir die Grünen zum Beispiel zu lasch sind sozusagen oder gibt auch wie Mitte Links wenn jetzt so ein AfD-Fan gleich käme so was die sind eben noch zu lasch die kann er lang wie so kurz vor dem Kommunismus guck dir die doch mal an ei 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 so Norm Grätes danke für den Vorlauf also ich glaube allein für den Satz ich glaube ich glaube den werden sie wieder rausschneiden oder irgendwer und dann sagen ja der Dara hat gesagt hier die Grünen sind eben noch zu lasch ja wie radikal wir das denn haben oh Mann du weißt ganz genau da werden sie sich wieder aufregen aber da würde mich jetzt interessieren was er zu lasch findet wahrscheinlich aus es geht ihm wahrscheinlich um vor allem die wirtschaftliche Perspektive und vielleicht auch Klimawandel oder so könnte ich mir jetzt vorstellen dass das halt Dara meint wie gesagt ich will nämlich immer das schlechteste unterstellen es könnte halt echt sein dass er sagt okay die Grünen müssten noch weniger kapitalistisch werden und vielleicht doch noch ein bisschen mehr in Klimaschutz investiert keine Ahnung ich könnte mir halt vorstellen dass das so seine Punkte wahrscheinlich sind unterstelle ich jetzt mal gibt's alles aber dann durch deine Aktionen auf Twitter natürlich und die ganzen Assoziationen die du hast aber auch eben wenn du auf Twitch agierst und wenn du dort auftrittst da glaube ich dass du dort eine ganze Menge komischer aber Twitch was mache ich denn also Twitch mich ja nur bei Imp gibst du dann halt und hast dann mit dem dann halt deinen Content und Imp meinst du also ich lese eigentlich regelmäßig also ich lese fast immer parallel den Chat gestern wieder mit ihm zweieinhalb Stunden geschrieben gesessen da ich habe im Chat nichts nichts gesehen was mir irgendwie den Hinweis geben würde vielleicht sehe ich die Zeichen nicht vielleicht brauche ich nochmal so einen Dog Whistle nach ja kann sein aber mir ist nichts aufgefallen wo jetzt irgendwo ich so dachte oh krass was hast du denn für Leute hier ja gut es wird halt klarer wenn man natürlich die weiteren Assoziationen dazu zieht weitere Streamer natürlich weitere Content Creator jetzt können wir zum Schluss das Ding ist ja noch einmal dieses Kontaktschuld-Ding du kommst ja immer wieder du kommst ja immer wieder dahin dieses Sternebilden diese Assoziationen und so aber warum juckt dich das so krass ist natürlich ist natürlich ein bisschen ja und dann natürlich kennen wir eben die Communities wir können auch in die Discord-Store und so weiter schauen von den Leuten die da halt am Feiern sind und so und beispielsweise die ganzen Internet-Trolle und eben die Sift-Buddle und sowas die den Imp total gut finden weil sie halt ihn auch aus der Drachenlord-Zeit und so weiter kennen und natürlich seinen Content jetzt auch nicht so schlecht finden die finden natürlich auch dich super ja und wo ist das Problem die werden nicht deine persönlichen Ansichten übernehmen sondern die wissen du bist halt deren ja aber du kannst halt nicht Buße tun jetzt quasi alles dafür tun dass die bloß weggehen nur weil du halt irgendwann mal Scheiße gebaut hast du kannst halt nicht die ganze Zeit also können schon aber das musst du halt einfach nicht also na klar das weiß Imp auch natürlich hat er eine gewisse Größe bekommen indem er halt bestimmte Leute angesprochen hat oder so aber also halt durch Drachengame und der ganze Kram aber muss er jetzt deswegen jeden einzelnen Punkt vermeiden um nur der Möglichkeit aus dem Weg zu gehen dass irgendjemand aus dieser Sift-Bubble ihn dann wie keine Ahnung deabonniert entfolgt oder was auch immer also was soll er da jetzt machen soll er jetzt irgendwas reden was er selber vielleicht gar nicht so denkt nur damit er die falschen Leute dann bloß vergrault hat der sagt ja schon tausendmal dass er halt links ist und dass er da wie er sich Gesellschaften etwa so vorstellt dass er halt was soll er da jetzt noch machen also soll er sich jetzt irgendwie selbst verleugnen und sagen ja ich rede jetzt extra so wie Dara nur damit die nicht alle weg sind weiß ich nicht muss er jetzt nicht machen also wie stellt sich das frage ich mich auch wieder wie stellt sich Dara das jetzt vor ja die sind halt jetzt vielleicht da und ich glaube es gibt ich weiß auch durchaus dass es da Leute auch aus aus dieser Ecke gibt hier Drachen die ihn auch nicht mehr so toll finden ich hatte mal einmal ein Gespräch mit jemandem der hat dann auch mir erzählt ja da wusste ich das noch gar nicht wie links Imp eigentlich ist der hat mir dann auch erzählt so ja ne also Imp hat ja vor vor einer Weile mal einen politischen Kompasstest gemacht ne und da kam dann raus dass der fast ein Kommunist ist und so und so das hat er dann auch so ein bisschen negativ und abfällig gesagt da hab ich gedacht ey und ich dachte so ey cool wusste ich gar nicht dass der so dass der so based ist also ohne Scheiß da war ich dann eher so überrascht ne und in dem Moment hat er mich dann eher gewonnen ne weil ich dann gesagt hab okay ich verfolge Imp jetzt ein bisschen aktiver weil ich dann gemerkt hab okay der macht jetzt ein bisschen anderen Content dann hab ich gesagt okay jetzt schau ich mir den an und da gab's auch Leute die dann gemeint haben ne der ist ja jetzt irgendwie der ist ja also da gibt's auch Leute aus dieser Trollszene wie auch immer da gibt's ja auch linke Trolls rechte Trolls ne aber viele rechte Trolls die haben nochmal gemerkt na Imp der ist der ist zwar schon edgy und auch mir lustig wir mögen seinen Humor aber da gibt's auch schon Leute die sagen so ne der ist der ist mir dann doch ein bisschen zu links geworden oder was auch immer gibt es definitiv die 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 eben nicht mehr gucken oder auch keine Ahnung entfolgt sind oder so also ich glaube nicht dass Imp nur noch von den alten Drachen Hader was auch immer Leuten lebt die irgendwie nach rechts gehen oder so also wie gesagt gibt's auch linke Drachen Hader ach das ist alles wieder so ein Thema ach kein Bock ne aber es ist klar dass er schon aus verschiedenen Bubbles auch auch Zuhörer hat und die ihn auch schauen und ich glaube schon dass der Großteil der Imp Abonnenten und Follower schon eher links ist also glaube ich schon aber er kann halt nicht vermeiden dass die paar alte das kannst du halt einfach nicht vermeiden so dass dass ein paar falsche Leute halt auch zu sehen und wegen mir auch irgendwo drauf warten dass irgendein Narrativ bestätigt wird dass vielleicht Imp ganz anders gemeint hat gar nicht so meint wie es wie es da bei denen rüberkommt ne aber er kann doch jetzt nicht irgendwie alles nur so reden damit bloß jeder einzelne vor denen weg ist also es hat jetzt daran nicht gesagt aber aber das ist jetzt auch ein Strom an den ich aufmache aber das ist wieder ähm was soll er denn tun äh du kannst nichts weiter machen als halt äh real für das zu stehen was du für richtig hältst und darauf hoffst dass dir die richtigen Leute halt irgendwie zuhören klar das misst dich letztendlich daran was du sagst was du vertrittst und wie du das machst vollkommen logisch ne aber es ist doch so eindeutig wo die Leute stehen also das kann mir doch keiner erzählen dass man da jetzt irgendwie erkennen könnte ne die machen ja so mit dem Augenzwinkern ne machen die eigentlich immer noch Faschow Content oder sowas das ist Bullshit ich hab das jetzt aber auch schon fünfmal klargestellt aber äh das das winkt so immer ein bisschen mit so ja aber ist immer noch problematisch was ihr so macht ne und naja das werden jetzt bestimmte Leute dann als Bestätigung nehmen und so und so ja die kriegen die Bestätigung sowieso also selbst wenn wenn jetzt äh 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 Sinan morgen alles so sagt wie die es erwarten und genau auf die Weise dann finden die wen anders dann ist die Wahrscheinlichkeit dass sie es über das ist wie damals mit den bösen Onkels ne so die haben natürlich auch ihre Fan ihre Fan äh äh Base so ein bisschen auch mit wahrscheinlich auch mit Faschofans teilweise aufgebaut so da haben die halt irgendwann mal klar gesagt ja wir können mit dem Scheiß nix anfangen wir sind halt keine Faschisten wir 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 sind auch nicht rechtsextrem oder was auch immer wir wollen damit nichts zu tun haben wir wir sind bereit gegen Rock gegen Rechts zu spielen wir 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 lassen Leute mit 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 wassika-Shirt was auch immer kommt erst gar nicht auf die Konzerte also ist ja ohnehin verboten aber selbst wenn die ein Lanzer-Shirt tragen und so so haben die dann alles irgendwann gemacht und klar die haben sich dann nicht zu bekennenden Kommunisten entwickelt und haben dann ab sofort dann quasi nur noch äh Arbeiterlieder geschrieben sondern natürlich es ging dann bei den bösen Onkels meistens um sie selbst ne äh ich konnte damit jetzt auch nicht so viel anfangen was die gemacht haben aber was hätten sie jetzt noch machen sollen was hätten sie tun sollen das das ist einfach das was wir irgendwann irgendwann ist die ja ist die Scheiße halt passiert und du kannst halt nur noch sagen okay wir haben damit nichts zu tun wir können das auch erklären und und so weiter das haben haben die ja alles gemacht aber du kannst halt auch nicht jedem potenziellen oder möglichen also du kannst dem halt nicht hinterherhören und bloß gucken dass du ihm irgendwie die Suppe versalzt da kommst du ja zu gar nichts mehr anhand dass ich hier sitze und hin und wieder Black Metal laufen lasse und vielleicht ist die eine andere Band vielleicht irgendwie problematisch kann es vielleicht sein dass irgendein Zuschauer da ist und sagt ja mein Gott ich bin weil ich ein kleiner Fascho bin und weiß da spielt vielleicht irgendeine Band ab die hasserfüllte Texte hat zu irgendwas ne ähm ja deswegen gehe ich da rein ne ich glaube so viele Leute die rechts außen stehen können mit mir als Person nichts anfangen weil die genau wissen ich bin ne Zecke am Ende und ich bin's auch gerne wegen hasserfüllten Verhalten bin ich hier ja das ist halt die verlieren sich zu viel in diesem Scheiß das ist das Problem die sollten sich die können halt nicht mal manche Dinge drüber hinwegsehen und sagen mein Gott das da passiert doch nichts die 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 sehen den roten Faden nicht dabei hat ähm Sinan doch immer so einen schönen roten Pullover an gerade wenn er Sinan macht auch gemacht ne sonst ist es ja umgekehrt ne ne aber das ist doch irgendwie ich verstehe ich komm nicht mit Tool und deren Token um halt eben auch da stellst du ja also du stellst es ja so da als wäre ich sozusagen so der Trottel Sinan denkt immer sehr marktgerecht die haben so die Fäden in der Hand ne wenn wir das Ganze umdrehen wenn wir das Ganze umdrehen wenn wir sagen also guck mal was ist denn wenn wir das Ganze umdrehen und sagen ey ähm vielleicht ist der ein oder andere äh weiß ich ja nicht AfD Wähler oder so dabei also ganz ehrlich ich als ich die Umfrage bei YouTube gemacht hab es hat mich tatsächlich ein bisschen geärgert dass so wenig AfD dabei war warum weil ich mir dachte krass jetzt wird wahrscheinlich der Satz rausgeschnitten ne Sinan ärgert sich dass er das wäre doch jetzt so was für Teleflaster das ist doch geil so da haben wir wieder einen Ausschnitt von Sinan ne Sinan ärgert sich darüber dass er zu viele zu wenig AfD ähm Zuschauer hat bei seinen Videos warum ist das so er bedient immer wieder die entsprechenden Narrative und da hat er sich so ein bisschen selbst verraten dass er eigentlich diese Zuschauerschaft ansprechen will oder wie sowas in der Richtung ich spreche schon tatsächlich eigentlich nur die eigenen Leute an also fast also 70% 60% Grünen Wähler ich hole da nichts also ich versuche auszuklären alles gut tralalalala wir sind uns einig wir finden Faschoslof lalalalala ja zeigt sich dann halt nur nicht in den Wahlergebnissen ne weil ja wir müssen ja gucken dass das ne guck mal daran müssen wir Interesse daran haben dass seine Linken ein bisschen hoch gehen ne dass so ein paar Leute sagen hey ich hab bisher vielleicht sogar aus Protest AfD oder irgendwas gewählt aber ich hab erkannt doch Klassenkampf und all das ist doch ein bisschen wichtiger ich will vielleicht Linke BSW was auch immer nochmal ich will jetzt die Linke auch nicht immer komplett kaputthauen wegen mir auch SPD ist scheißegal aber aber gewinnt ich nichts also nicht viel weil im Prinzip wenn ich überzeugen will dann muss ich ja genau da hin an diese an diese an diese Grenze ich muss genau da zu sagen nochmal du hättest recht ich bin jetzt bei irgendwie bei einem Twitcher bei Impul oder so im Stream und dann sind da 20, 40, 50 keine Ahnung problematische also wenn die uns zwei Stunden zuhören dann find ich das richtig gut weil dann hab ich noch wirklich Hoffnung wirklich das ist die einzige Chance die ich sehe diese Lache war von ihm dass die so sehen ey vielleicht also wenn die weißt du die haben so die Wahl die hören vielleicht so ein bisschen impf oh man ich sollte mich daran nicht aufhalten ich kenn mich da nicht aus dann hören die noch da oder so und wenn die so beides haben dann hab ich ja eine Chance dass ich die erreiche weißt du so das ist sozusagen wo ich so denke deswegen und jetzt kommen wir mal zu Twitter ja das ist das ist halt einfach Demokratie Diskurs und versuchen halt mit den ja mit den entsprechenden Positionen ja dafür zu sorgen dass ich Wähler hab die dann natürlich meine politische Macht ein Stück weit natürlich auch legitimieren ne aber jetzt mal ganz grob gesagt aber das ist halt nur mal einfach der demokratische Kampf so ich muss einfach dafür sorgen bestimmte Wähler auch hin und wieder zurückzugewinnen das hat die SPD auch früher mit CDU Wählern gemacht und so weiter ich fand es natürlich nur kacke als sie dann einfach diese Klientelpolitik teilweise dann durchgesetzt haben und dann zu sehr in diese eine Richtung gegangen sind das hätten sie gar nicht machen brauchen aus meiner Sicht wenn sie einfach glaubhaft geblieben wären bestes Ergebnis der SPD damals unter Willy Brandt mit einem schon eher linken Wahlprogramm ne und haben halt fast 46% abgeräumt so die hätten gar keinen äh keine Ahnung die hätten gar keinen wirtschaftsliberalen liberalen Kurs krass nehmen müssen so die hätten eigentlich schon sagen können wir sind eine sozialdemokratische oder auch eine ich weiß nicht leicht sozialistische Partei das ist jedenfalls irgendwie so ein Geheimtinte unserer Absicht ne aber damit hätten sie eigentlich mehr Leute in den 70ern erreicht als sie dann äh versucht haben so ein bisschen also sie haben die schlechteren Wahlergebnisse unter Helmut Schmidt gehabt ne das muss man auch mal hervorheben da sind sie ein bisschen abgerutscht dann naja interessiert ja auch keine Sau Daten Fakten scheißegal wo ich dir durchaus recht geben würde da sind definitiv sehr sehr stranger Accounts die mir folgen die auch bei mir kommentieren und so das seh ich das seh ich natürlich wer soll sich denn aufgelöst haben hä bis man geguckt steht jetzt nicht dass sie sich aufgelöst hat so schätze ich die gibt's noch wer interessiert mich nicht weil ich mir denke wenn die meinen Scheiß sehen wenn ich es schaffe dass die irgendwie noch eine Pipeline zurück in die Demokratie haben zu irgendwelchen anständigen Positionen dann will ich die aufrechterhalten und das ist vielleicht dieser liberale Ansatz den den ja den du vielleicht nicht so feierst oder vielleicht skeptisch siehst das finde ich okay aber dann würde ich dich einfach bitten zumindest zu sagen okay ey ich halte den Ansatz vielleicht für falsch und mein Friedensangebot wäre dann auch so dass ich sage ich werde versuchen nicht auf in ihrem Freiwild ging's nicht achso achso ihr im Chat da habt's von Freiwild okay ja keine Ahnung ob die noch was ich nie interessiert gegenseite so unnötig drauf zu hauen weil wenn du einfach unsachlich jetzt auf links drauf haust dann ist klar dann bekommst du auch einfach nur unsachlich Applaus von der anderen Seite das ist ein Spiel ja das ist die beiden bewirken sich ja so gegenseitig aber ich werde eine Sache nicht machen ich werde dieses Block Game nicht anfangen ich werde dieses sauber ich werde das wirklich durchziehen hier mit dem mit dem mit der Reaction hier wir haben jetzt schon wir haben jetzt zwei Drittel schon geschafft noch eine Stunde Reaction also ne die Reaction selber geht wahrscheinlich noch zwei, drei Stunden aber wir schaffen es heute wenn mir am Ende eine Ahnung ein paar hundert strammrechte folgen dann finde ich das völlig in Ordnung völlig in Ordnung weil die sollen mir zuhören die sollen einem Scheiß-Tinan zuhören der vielleicht ein paar Gags macht aber dann über Umwege vielleicht doch nochmal sozioökonomische Probleme anspricht ist halt warum man überhaupt versucht die zu gewinnen anstatt eher unpolitische Menschen zu erreichen oder Menschen eben aus der sogenannten Mitte ja weil weil das ganz weil da ganz viele Leute sind die potenziell die haben früher mal links gewählt Dara also du erkennt doch noch die alten Wahlergebnisse im Osten und so weiter die haben doch mal links PDS oder was rum gewählt auch teilweise in anderen Regionen guck mal in Saarland oder so wo die dann 20% hat mit Lafontaine es geht ja nur darum zu erkennen okay das sind Leute die kann ich durchaus abholen also politisch halt ne also du kannst auch sowohl bei Nichtwählern schauen aber es gibt auch viele Nichtwähler die dann die wären Nichtwähler wählen aber teilweise aus Protestern AfD weil Nichtwählen hat nicht ausgereicht irgendwie zu protestieren also wie stellt sich Dara das jetzt wieder vor natürlich musst du irgendwie versuchen in allen Lagern so ein bisschen zu fischen das ist normal natürlich musst du versuchen trotzdem den einen oder anderen Wähler zurückzuholen weil 20% also das kannst du dann nicht so stehen lassen und sagen so ja wir finden uns jetzt damit ab dass es 20% sind wir haben verloren schon wieder schenkt er den Leuten was also also ich muss langsam sagen Dara ist der Weihnachtsmann der schenkt er allen alles also der schenkt den Leuten Prozente er schenkt den Leuten Begriffe er schenkt den Leuten alles so ja das habt ihr jetzt eben zurückerobert da kann man nichts mehr machen ja das ist halt nicht so die haben jetzt eben auch das Peace-Zeichen und das sind jetzt eben auch 20% da kann man leider nicht mehr viel machen oder es sind vielleicht so am Ende auch nur 15% ab so egal da kann man nichts mehr tun ja ja doch natürlich kann man da was tun die man dann eben zu sich zieht durch eben sein ja sowohl als auch du musst du musst versuchen trotz allem schon eine breite Wählerschaft anzusprechen und versuchen die Themen zu setzen die alle diese Wählerschichten gemeinsam haben so Migranten haben teilweise Probleme durch Kapitalismus ähm Ostdeutsche keine Ahnung in Zwickau in Hoyerswerda wie auch immer haben Probleme auch durch Kapitalismus so und jetzt muss ich ein ein gesamt also einen politischen Appell starten womit ich die ganzen Gruppen zusammenführe dass sie erkennen ja wir brauchen einen Fokus mehr auf Klassenkampf und das kann ich auch durchaus ein paar AfD-Wähler erreichen warum denn nicht da gibt's welche die immer noch zu erreichen sind ich persönlich äh tue mir auch mal schwer zu verstehen warum sie wirklich AfD wählen weil ich denke sie unterschätzen halt die Gefahr und ja reden sich das halt immer ein bisschen schön durch Protestwahl aber das kann ich den Leuten auch direkt ins Gesicht sagen und dann sagen hey Leute ähm das ist vielleicht doch der falsche Weg das kann das soll nicht arrogant immer rüberkommen aber das würde ich denen halt sagen aber natürlich muss er versuchen auch die Leute irgendwie zu erreichen du musst mit den Leuten ins Gespräch kommen du musst auch ähm ähm die Punkte ansprechen die sie eventuell triggern die ja vielleicht am Ende gar nicht so schlimm sind und das ist doch was Sinan versucht das ist doch einfach das was Sinan doch einfach macht um zu zu sagen hier Leute ähm ja es gibt die Sachen ich weiß die bühlen euch auf aber äh komm so und so ne und er versucht das halt auf so eine moderate Art zu machen um ja um einfach äh ein paar Leute äh zu kriegen und natürlich das ist das ist demokratischer Wettbewerb das demokratischer Kampf um um Interessen Mehrheiten Motive was auch immer das ist genau das Ding so musst du agieren klar da können die Nichtwähler auch dazu der sagt Dara richtig ne Nichtwähler gehören genauso dazu du musst auch theoretisch du kannst überall gerade du kannst Grünwähler abwerben du kannst äh FDP Wähler vielleicht abwerben die vielleicht bisher gedacht haben oh was Wirtschaftsliberalismus voll geil so und so ne da sagst du ey pass mal auf da profitiert nicht jeder ne so also Grundig genug kannst du bei allen Wählerschichten ein bisschen fischen aber ja ich würde schon sagen auch bei den AfD-Wählern ist ein gewisses Potenzial da die also die auch links wählen könnten oder zumindest linken Parteien oder Parteien die sich halt für für eigentlich vom Ursprung her und aus der Tradition heraus äh betrachtet die eigentlich ja ne ihr Klientier ansprechen also müssen sie halt machen ne sollten auch die Grünen machen ne aber tun sie halt zu wenig eigentlich fast gar nicht aber ja die grüne Jugend ist ja teilweise ein bisschen ein bisschen äh weniger kapitalistisch als äh ne die Realos oben halt ne aber das ist halt bei der SPD genauso ne mit den äh mit den Jusos und dann je nachdem je weiter sie in die Partei aufsteigen sieht man auch bei Kevin Kühnert inzwischen ein bisschen desto weniger kapitalismuskritisch sind sie dann oft ne beispielsweise auch hier ähm Lars Klingbeil wie ich immer so gern betonen aber ist ja auch egal aber Ende am Ende des Tages ne ja musst du dafür sorgen dass du wie also möglichst viele mit ins Boot holst ne ohne dass du dich dabei selbst verleugt dass du ihn verrätst das ist auch ein Dreizeilakt das ist mir schon klar ne du musst auch nicht alles machen du musst auch nicht ihr Narrativ hinterherlaufen und dann ne du musst ja nicht irgendwie dann du musst ja nicht Faschosprech machen nur um AfD-Wähler zu gewinnen das wäre natürlich genauso deppert so wenn Leute wirklich sagen Faschosprech oder oder faschistische äh Tendenzen finde ich wirklich geil und dann redest du dir nach Mund dann würde ich sagen ey nee sorry ey die wollen mich nicht wählen dann sag ich okay dann lass es dann wählt mich halt nicht ne also jedem hinterherlaufen kannst du nicht aber du kannst schon dafür sorgen dass du äh ähm vielleicht schon eine etwas breitere Basis halt schaffst an Wählerschaft und dass du halt ne die Kernpunkte ansprichst ne das sind vor allem die sozioökonomischen Themen und das also auf jeden Fall musst du dafür sorgen dass du ein paar AfD-Wähler abgewinst also würde ich immer versuchen also muss man sich's vormachen komplett ideologisch äh durchdrängte Menschen erreichst du eh nicht ja das hab ich bei Querdenken bemerkt äh bei diesen ganzen Sachen ich hab immer festgestellt wenn ich ähm wenn ich da mal Videos gemacht hab die haben den Leuten nicht gepasst dann haben sie komplett drauf gehauen haben gesagt ja das ist hier ein Systemling Schwurbler also selber Schwurbler und so weiter aber in dem Moment wo ich Moderator Moderater geworden bin ruhiger geworden bin auch ein bisschen gezeigt habe ey ich kann eure Position verstehen ich kann Maßnahmenkritik verstehen ich find auch das mit der Impfung nicht geil in dem Moment hab ich erlebt dass ganz viele mir geschrieben haben ey Sinan danke dass du das sagst das gibt mir gerade echt ein bisschen Hoffnung die waren schon so in ihrem Film so die hassen uns eh alle das ist genau das Gefühl was AfDler auch also was AfD nicht AfDler AfD Menschen also Menschen die potenziell die AfD wählen würden die sind die sehe ich häufig an der an der Kippe zu du kriegst die gar nicht mehr zurück so das ist vielleicht das Potenzial was ich abschöpfen will wie viel ist da zu holen ich weiß es nicht ja du sagst vielleicht jetzt das ist vergebene Liebesmühe meinetwegen ich find die Strategie sinnvoll ich find es okay wenn man das macht aber wie gesagt dann bitte mit vernünftigen wissenschaftlichen Fakten und nicht indem man irgendwie einen Quatsch raushaut und den sich zurechtbiegt damit das ja aber für Sinan war das kein Quatsch er hat das aus besten Gewissen heraus wahrscheinlich so gesagt wie er es gesagt hat irgendwo der Masse gefällt ich find das halt weißt du ja okay ich verstehe ich versuche mal zu interpretieren also ich versuche ich würde dir entgegenkommen und sagen ich versuche da einfach bei Sachen die die vielleicht für mich nicht ganz eindeutig sind ist in der Uneindeutigkeit zu belassen und zu sagen kann ich nichts zu sagen und ansonsten vielleicht nicht jetzt unnötigerweise drauf zu hauen das kann ich gerne machen ja es häuft sich halt diese Sachen wo du wo du Sachen raushaust aus meiner Sicht die einfach für keine keine wissenschaftliche Grundlage hast oder eben das ist ja deine Entschuldigung aber da können wir jetzt noch tausendmal drüber diskutieren das ist ein Punkt ich ich kann da jetzt auch nicht mehr zu sagen du kannst mir jetzt noch fünfmal sagen das ist aber anders ich hab's nicht anders gelesen ich hab's nicht anders gehört das ist was soll ich denn machen ich bin ja auch ich bin ja auch irgendwie aus dem Kontext schneiden ja ich also dann nehm ich halt andere Dinge die meine meine Aussagen die habe ich nicht aus dem Kontext geschnitten oh Dara es gibt halt keine perfekten Menschen selbst wenn er das gemacht hat oder der Kontext irgendwie anders war aber also jetzt könnte ich auch mal sagen so wie ne Kado scheiß dich nicht ein weil das ist wirklich so jetzt hängt er sich an diesem einen Ding da auf und denkt so dadurch ist es der Faschismus größer geworden oder was also meine Güte also man kann sich da jetzt wirklich äh da kann man Drama veranstalten äh selbst wenn Sina da irgendwas falsches gesagt hätte oder wie auch immer ähm ja mein Gott also dadurch ist jetzt kein Faschist mehr geworden oder meine Güte äh das ist so ach also langsam wirklich langsam jetzt kommen wir glaube ich zum letzten Part wo ich einfach denke so äh Dara äh will jetzt einfach nur noch so ein bisschen rumpiksen und nur noch so ein bisschen so wo ich da echt denke so ja kein Wunder kein Wunder finde ich dann halt Leute kacke das ist das ist so lächerlich gerade aber wenn die ähm in dem MyLab Video sie definitiv was anderes gesagt hatten dann schneidest du ja so zurecht ich hab das komplett nüchtern gerade ja was ist das für ein Quatsch nein die Exaktion es ist doch es ist doch offensichtlich dass Sina Sina hatte keinerlei böse Absichten wollte äh komm er wollte kein Faschusbrech machen Punkt also das ist doch äh wie kann man so absichtlich so 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 wie kann man das rausinterpretieren du kannst höchstens sagen hier ähm du Sina hat neulich dein Video gesehen du hast den in dem Part gemacht ähm guck mal ich würde das anders erklären und so und so und so das kann man da kann man doch ganz sachlich mit umgehen und sagen hier pass mal auf ich hab das anders gelesen oder anders erfahren so ist doch nicht schlimm aber muss man doch kein Drama veranstalten sagen so oh das ist aber sehr problematisch oder so ja dann selbst wenn es ein bisschen problematisch ist am Ende dann dann er ist doch nicht irgendwie ein 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 Propagandisten hat jetzt hier eine riesen Rede gehalten so so nötiger Parteitag oder was auch immer und und äh mein Gott das hat kein AfD wieder mehr erzeugt oder 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 irgendwie oder ein Rechtsradikal wie auch immer das hat überhaupt nicht irgendwie das ist so ein Blödsinn äh ich hab jetzt wirklich die ganze Zeit versucht ne Dara's Standpunkte zu verstehen ich versteh auch manchen Punkt aber das ist jetzt wieder so ja äh aber 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 da das eine da das ist nicht ganz cool weil mhm so vor allem dann auch mit so Begriffen wie vorhin mit Manipulation das hat das war doch so nicht gemeint du dann dann schreib ihm das da oder schreib einen Kommentar drunter du Sinan ne bei dem Thema Geschlechter so und so äh ich hab dazu zwei drei Quellen hier und da so und so ne dann kann er demnächst sogar ein Video drüber machen und kann sagen ey Leute das was ich im letzten Video gesagt hab ne ich hab da jetzt ein bisschen was anderes drüber gelesen oder wie auch immer er kann das ja auch theoretisch schon auch klarstellen oder vielleicht wird auch nochmal bestätigt wie auch immer aber das kann man doch einfach auf eine vernünftige Art und Weise machen was muss man ihm da jetzt die ganze Zeit unterstellen er macht das jetzt irgendwie und 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 sorgt dafür dass jetzt irgendwelche Faschisten irgendwie mehr werden also das ist ja so ein bisschen die Unterstellung dass hat Sinan sich so unglücklich verhält ähm äh dass dann irgendwie äh er ja Content für Rechtsradikale oder oder was auch immer macht nein macht er nicht das ist dieses eine Thema wo es dann anscheinend keine äh wie Einigkeit gibt es gibt vielleicht eine Wissenschaft irgendwo Tendenzen oder so aber selbst viele Leute die es dann irgendwie nochmal anders interpretieren mein Gott also äh wo wollen die denn eigentlich immer hin so ich verzweifle da jetzt wirklich langsam oh deine Meinung mit den du springst schon wieder dahin das hat mir schon geregelt das eine Art und Weise ist wie man biologisches Geschlecht definieren kann aber eben die Wissenschaft weiter ist und eben neue Definitionen gefunden genau genau ja aber aber Sinan hat doch absichtlich nicht um was Falsches behauptet ich gebe dir recht alles cool äh weiter dann schreib ihm das demnächst in die Kommentarspalte rein oder schreib ihm persönlich an du so und so und so aber da muss man doch nicht so ein Theater erzeugen so jetzt eine Sache die ich nicht kann man doch erwachsen lösen du sagst ja auch also ich hab dir gerade erklärt wieso ich dieses mit der mit der ähm eigenen Bubble und so weiter warum ich das nicht reinhalte und so weiter du verstehst das ja auch was ich aus strategischer Sicht und das würde ich gerne als letzten Punkt noch mit dir besprechen ähm nicht verstehe ich hatte dir die Anfrage gemacht für das Silvester Ding man hat ja gefragt willst hast du Bock eine Ansage zu machen für das Silvester Video wirklich ciao äh Sagi wer noch dabei ist Sivani hat es im Gespräch mit Naitan dann ja gesagt ja mach ich natürlich nicht mit ich weiß ja nicht wer da noch so mitmacht ne nachher häng ich da mit äh ich glaub du hast es Schlomo gesagt und der Fischbehoogin äh mit Marie-Louise Vollbrecht lag so richtig äh bei der wärst du quasi im Time in der Timeline gelandet was ich da gar nicht verstehe ist ach du ich hab mit neuer Weltordnung grundsätzlich gar nicht so ein riesen Problem ne das ist halt echt die Frage wie man's macht ne ist immer die Frage wie man Sachen macht ne neue Weltordnung ne also ich fände die alte Welt war auch nicht mehr nur geil ne ich habe dich angefragt ich hab Naitan angefragt ich hab diverse Trans-Personen bei Twitter angefragt ich hab über Umwege sogar sogar Dave und Dekadent ich hätte den ich hätte den den Spot gegeben was ich nicht verstehe ist und da sind wir bei einer strategischen Frage wieso nutzt ihr die Chance nicht das zu kapern ihr hättet ihr hättet locker 10 Videos von weiß ich nicht wie es da noch alles gibt senden können alle eine Minute eure Botschaft positiv raushauen das wäre so ein geiles Zeichen gewesen ihr habt's alle nicht gemacht aus Angst weil ihr in einer weil ihr dann irgendwie gleichzeitig mit Marie also erklär's mir warum nicht also erstmal ne so wichtig bist du jetzt nicht dass wir da jetzt unbedingt ne es ist okay ja ja okay aber warum erst mal das verstehe ich aber das war ja nicht die Antwort die Antwort war ja nicht du bist unwichtig das war ja nicht die Wahl das ist jetzt ne oh ja krass riesen Chance ne ne das war jetzt nicht once in a lifetime die Chance war das ist klar das war trotzdem nicht die Antwort die Antwort war nicht du bist zu unwichtig ja guck mal wir haben das Jahr hat angefangen und wir haben was war das am 7. oder so ging's los mit ne Quatsch das war ein bisschen später dass das Korrektiv herausgefunden hat was wir natürlich überhaupt nicht gewusst haben nämlich die AfD möchte Millionen von Menschen aus dem Land raus haben ja war auch nichts Neues steht ja im Max-Kras-Buch also klar die Woken die sagen halt immer Nazis und das hat halt die Leute immer nach rechts getrieben und war halt immer total irgendwie total übertrieben und so weiter aber dann als dann das Korrektiv okay ich warte noch auf die Antwort auf die Frage das war dann plötzlich so ja gut hat er eh dann gewusst dass es Nazi sein aber abgesehen davon es ist total irre irgendwo so eine Art demokratischen Diskurs irgendwie zu konstruieren wo dann AfD-Influencer dabei sind die gehören eigentlich die wollen keinen demokratischen Diskurs genau es ist eine Strategiefrage wieso geht ihr nicht irgendwo hin und sagt pass mal auf wir holen jetzt die Sympathien auf eure Seite weil das schafft ihr nicht ihr macht also ich bin jetzt mal hart ja es ist häufig halt so wenn du wenn du sehr hart gegen Leute vorgehst dann machst du dich am Ende nicht sehr beliebt du machst dich eigentlich nur in so einer in so einer Hatewatch-Bubble beliebt so die haben halt irgendwann Bock ja also das muss man jetzt mal wirklich ich weiß das willst du nicht wahrhaben aber wenn wir mal in die in die Kommentarsektion bei Twitch gucken also bei dir weiß ich jetzt nicht genau bei Nighthahn oder so ey es hagelt Beleidigungen immer weiter ich verstehe das auch die sind alle emotional ja bei YouTube oder meinst du bei Twitch? ne bei Twitch achso bei Twitch weiß ich nicht wie das zustande kommen soll aber okay ja also ich geh da rein im Chat oder? ja im Chat genau achso meinst du Beleidigung gegen Nighthahn oder gegen den? nein gegen alle möglichen über die ihr redet achso also ne dann wird aber irgendwen wird so dann komm halt rein dein Imp ist das Sinan ist das und das sind so das ist wirklich ein ganz 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 ähm ja so ein eigentlich willst du da gar nicht sein als jemand also ich stell mir mal vor da kommt einer neu rein und stellt irgendwie fest hier wird also wir kennen ja auch Dekalent selber macht er lebt das ja vor ja dann haben wir irgendwie Seth von Doom das ist der Jünger von Sislord Dekalent und dann ja jetzt mal betrieben gesprochen ähm und dann hagelt es Beleidigungen und äh und ich frag mich immer wie willst du denn Menschen auf deine Seite für deine Position gewinnen wenn du wenn du es nie schaffst auch einfach mal so so der der Nette zu sein und das ist so was ich nicht verstehe ich rede gar nicht von demokratischem Diskurs ich hab nicht gesagt ey lass mal auf einer Podiumsdiskussion mit mit rechten Influencern reden sondern es war ja ganz bewusst so gesetzt meine Anfrage dass ich gesagt hab nee pass mal auf alle mal positiv und ich guck mal wer mitmacht das war natürlich war das eine Falle letztlich also was heißt eine Falle es war ich wollte etwas rausfinden und ich hab leider leider das rausgefunden dass dass dieses Kontaktschuldding so krass wirkt dass man selbst den die die Möglichkeit nicht mal wahrnimmt also wie gesagt ihr hättet ihr hättet das ganze Ding mein Video ihr hättet das mit 20 Leuten zuspammen können ich hätt das alles gesendet ich reiche ja die Hand und sag so ey so und da aber du musst doch zugeben die Hand wird nicht also von mir wird die nicht genommen weil ich schon verseucht bin richtig gib's zu komm also Slicer ich hab echt kein Bock hier in meinem Twitch-Chat die ganze Zeit irgendwelche Verschwörungstheorien da jetzt da rauszuholen irgendwas mit NWO und bla bla bitte lass das einfach ich hab's jetzt dir extra reingeschrieben und ähm lass diese Themen du kannst da denken was du willst oder so aber das ist echt nicht die Plattform hier da kannst du jetzt sagen ne das ist jetzt hier auch Zensur oder sonst was aber ich hab weißt du das ist grad gar nicht das Thema du trollst da jetzt irgend so nen komischen Verschwörungsscheiß da rein ja vielleicht siehst du die Welt so alles gut vielleicht hast du auch irgendwie deine Daten fuck was auch immer ist mir vollkommen wurscht das ist grad überhaupt nicht das Thema also ähm was soll der Mist jetzt lass es einfach ich sag's jetzt als Vorwarnung ne ansonsten schwing ich den Mann haben ist mir egal ne aber ich hab da keinen Bock drauf jetzt auf irgendwas mit NWO und bla bla und und Menschen aus Rottung und komm mir nicht mit so einem Schwachsinn ne es ist die falsche Strategie aus unserer Sicht ja wenn du dich immer weiter abkapselst wenn du nie neue Menschen erreichst was ist die Strategie wie erreichst du Menschen die Linke liegt bei 3% am Boden erklär mir wie die wie die fucking Strategie ist wie du Menschen für dich begeistert ja schau mal wie die Rechten das geschafft haben so weit zu kommen haben die das irgendwie durch Hand ausreichen oder sonst was geschafft nein die haben mit allen geredet die haben wirklich die haben sich einfach Zugang verschafft und haben es geschafft mit allen möglichen Leuten zu reden die haben quasi aus den ganzen Wählerschichten gefischt aus denen du nicht fischen willst Dara das ist genau das Problem die haben einfach mit allen geredet das hat nicht nur damit zu tun dass die nur bösartig waren und noch fiese Trollsauflage hatten sondern die haben sich schlichtweg sympathisch gemacht das ging ganz viel über Sympathie ganz viele haben gemerkt wenn der Selner zum Beispiel so die Kamera feigst ein bisschen was über Identitäten erzählt und wie die ja entstehen dann haben die Leute da haben sich ganz viele junge Menschen noch abgeholt gefühlt und haben gedacht ja das ist ja eigentlich eine gute Idee Europa Kultur und so weiter ja das hat der mit ganz sanfter Art gemacht der hat der hat doch immer gesagt keine Gewalt und so weiter weil der genau wusste ich muss das über Sympathie machen verstehst du das Dara sympathisch sein das hat sehr gut funktioniert ganz viele aus dem rechten Lager haben das auf eine auf so eine sehr wie soll ich sagen auf eine sehr sehr brüderliche Art auch manchmal gemacht auch manchmal auf so eine so eine kuppelhafte Art das hat gut funktioniert deswegen haben sie sich auch so als als so Nipster dargestellt ne so ein bisschen modern und flippig und so weiter das hat sehr gut funktioniert weil die Leute haben auf einmal gedacht oh das ist so wie so eine neue Jugendbewegung und so Kram und gleichzeitig haben sie das die sind auch mehrgleisig gefahren und sorry für mein Handy hier warum ich weiß gleich wo die Töne an sind nein das Ding ist halt einfach das ist halt er glaubt halt die haben sich nur durch Bösartigkeit oder theoretisch sind sie es vielleicht in manchen Fällen aber die haben das einfach mit viel Sympathie gemacht die haben das so peu a peu von Jahr zu Jahr von Monat zu Monat haben die das immer wieder gemacht haben das so reingestreut haben ein paar junge Leute erwischt ne da haben sie gleich sich die Nöte und Sorgen der Leute angesprochen ne und haben das alles so zu einer Mischung zusammen gemacht und haben sich dadurch 20% zusammen gebastelt natürlich und die haben nach und dann haben sie nach außen haben sie erklärt wer draußen der Feind ist das sind die die ganzen Systemlinge oder sonst was aber sie haben immer versucht frustrierte Menschen einzufangen und haben die quasi so ein bisschen ne gut zugesprochen auf eine ganz liebe Art ne euch hört ja sonst keiner zu wir tun's wir kümmern uns um euch und so weiter das hat funktioniert Dara das hat gut funktioniert die wollten dass jemand ihnen zuhört dass jemand sie ernst nimmt kapiert man das nicht ihr müsstet am besten jetzt mal ein Clip davon machen was ich gerade sag das hat funktioniert Dara die waren einfach nett teilweise ich weiß dass die am Ende nicht so nett sind da machen sie mir nichts vor aber die waren nett zu den Leuten die frustriert waren die bütend waren warum auch immer ob das immer im einzelnen nachvollziehbar ist scheiß egal die haben einfach zugehört waren nett vielleicht gibt's auch einzelne AfD-Leute die natürlich sich um die Sorgen auch wirklich kümmern wollen das kann sogar sein nicht auf die Art und Weise wie ich's machen täte ganz klar ich würde nicht irgendwie sagen es liegt an den Minderheiten oder was auch immer oder nur an den Asylanten oder so ein Mist das ist Blödsinn natürlich aber ja vielleicht sollte man einfach mal wieder anfangen nett zu sein sympathisch zu sein Menschen ernst zu nehmen und sich nicht andauernd wie Idioten zu behandeln das ist vielleicht mal eine ganz geile Idee es sei denn man hat sich in diesem kapitalistischen Ellenbogendenken so rein so reinbegeben dass man nur noch glaubt man könnte mit mit Arschlochverhalten irgendwas in dem Leben erreichen dann hat man sich komplett dieser Ideologie unterworfen dass es eigentlich nur noch darum geht wer ist das clevere Arschloch und wer kann sich besser durchsetzen dann bist du selber ein Kapitalist weil das ist genau worum es geht denke an dich sei egoorientiert es gilt nur dein Plan es geht nur darum was ich erreichen will zack 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 das ist genau die Idee damit gewinnt man auch in den USA dann Wahl wie Trump oder so aber im Gegensatz dazu will ich auch nicht sagen dass dass ich jetzt Biden toll finde oder so nur dass es klar ist ja das versuchten ja das versuchten Slyzak erzähl mir nichts das versuchten die Rechten seit Jahren genauso tu jetzt nicht so als wäre das jetzt da hat die Lang so einen dummen Satz gesagt jetzt beißt du dich daran fest du weißt ganz genau dass das Rechtsaußen auch macht mit der Emotionsseite ne das ist machen die alle ich finde das generell kacke die sollen über die sollen einfach mal auf seriöse Art mit den Leuten umgehen na Gott nimmst die Strategie ja warte es gibt ständig dieses Narrativ ja warte es gibt ständig dieses Narrativ irgendwie die Linken oder die ganz Linken die Woken ne das sind die Woken sind ja irgendwie einfach nur die die weiß ich was die die Gendern also wir müssen ja mal ganz kurz wir müssen ja mal klarstellen also die Linken wir sind alle Linke die sich zerstritten haben ne das ist so ich bin einer von den besseren Linken guck mal ich bin einer von den ich bin der Linker Linkere ich bin der bessere Linker ja nicht der Linkere sondern das ist halt eben das begann ja damals mit diesem ganzen Anti-SJLW-Ding du hattest dann ne da gab es ja auch vor allem so die Skeptiker-Community in den USA war das dann ne also du hattest eben dieses Angry Feminist-Meme und guck mal so willst du ja nicht sein guck mal das ist das Bild von dem Linken ey rot gefärbte Haare Brille ne so entspricht nicht den Schönheitsidealen okay genau also die Linker haben kein gutes Spitz bekommen und sehen das so ah ne jetzt kommen Leute nicht zu uns weil das ist ja so uncool und guck mal ich bin einer von den von den Vernünftigen so unser Ansatz ist am Ende so mach mach links sein wieder cool ne und wir hauen halt auch auf die Kacke und wir gehen auch hart gegen rechts mach links sein wieder cool oh Gott ja er will jetzt quasi so die die AfD-Strategie quasi übernehmen aber er kapiert gar nicht wie die wirklich funktioniert hat die war nicht auf einmal erstmal cool das haben die nicht über coolness gemacht die haben vor allem äh Dinge angesprochen und haben den Leuten halt teilweise zugehört und haben halt klar die haben das dann darüber gelenkt aber die hätten jetzt nicht nur durch durch Nipster äh 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 Gott ist das schlampig das ist so also so im Grunde genommen will will äh dass das äh die Linken jetzt einfach auch nur einen auf cool machen und sagen hier yo man hier wir sind voll left und so und wir sind voll bunt und okay da am Ende geht es immer noch um 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 konkrete Politik und und daran musst du dich halt messen lassen da kannst du natürlich viel ähm äh mit 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 Image versuchen irgendwas aufzubessern aber erstmal musst du den Leuten zuhören musst mit ihnen reden und wenn du dann zusätzlich noch cool dabei bist in irgendeiner Weise und nochmal einen netten Spruch auf Lager ist dann ist das wunderbar aber nicht versuchen irgendwie was zu imitieren weil äh ganz ehrlich ich finde es bedenklich dass das dieser Diskurs der Rechten dass der sich so weit etabliert hat das finde ich gar nicht geil da will ich eigentlich wieder von weg also das ist auch äh also wir das ist das muss man nochmal so klar äh klar sagen wir als Linke haben auch eine Verantwortung äh diesbezüglich die Gesellschaft zum Besseren zu verändern und das hat auch damit zu tun wie wir miteinander umgehen das finde ich schon entscheidend also ich will nicht erstmal auf die sanfte Art ähm oder wie soll man sagen ich will dich erstmal ähm wie klare böse Feindbilder aufbauen ne und dann wie sagen so ähm ja dann machen wir das auf eine coole Art oder wie auch immer komm äh vor allem das Ding ist du kannst das nicht irgendwie kopieren wie es vor 10 Jahren war das war eine andere Zeit jetzt musst du wieder nach du musst jetzt nochmal du musst auch nochmal eigen agieren du musst auch du musst auch ein eigenes Profil haben das bringt dir nichts jetzt zu sagen ich benutze die Mittel von irgendwelchen rechten Trollen oder von irgendwelchen Influencern oder so und mach das jetzt einfach auf links weißt du was die dann sagen guck mal wie die uns jetzt kopieren so das ist es du musst einfach ehrlich sein und wie gesagt den Leuten zuhören und nicht irgendein Schauspiel vollziehen das aber ich bin wieder rechts nach links ich glaube dass wir das von beiden Seiten vereinen sollten oder sollte echt der Demokratie funktionieren ja ich kenne halt nicht so viel Gutes von rechts aber das ist einfach meine persönliche Meinung aber natürlich laden wir jeden dazu ein bei uns mitzumachen man hat sehr krass das Gefühl aber man hat sehr krass das Gefühl dass es einer einer krassen Linie folgt und du hast schon wenig Ausweichmöglichkeiten also wer bei euch jetzt irgendwie sagt boah cool ich mach da mit und dann sagt der ja ja ich stimme dem dem und dem und den Thesen zu und dann sagt der aber aber das mit dem Geschlechter bin ich mir nicht sicher ey da sag ich euch dem versohlt ihr dem Arsch der Typ ist durch also ich kann dir sagen als jemand der immer wieder für Kontroversen gesorgt hat dass das nicht so ganz zutrifft was du sagst aber sorry wenn du halt keine wissenschaftliche Grundlage hast für deine Behauptung über Geschlechter sondern die dir halt irgendwo her holst ja dann können wir das halt schon krass kritisieren aber wenn du dann mit Beleidigungen kombinierst mit irgendwie Freundschaft ja krass kritisieren und wie gesagt oder du kannst also du kannst halt hingehen wenn so ein Video rausgehauen wird schreibst am besten die Kommentarspalte rein da und da und da so und so ich glaube da würde sich Sina sofort drauf einlassen und sagen okay dann diskutieren wir das aus oder so aber aber dann so sagen ja er ist ja wie rechtsradikal oder was immer wie gesagt ist das Kacke Marilu so vollbrecht oder irgendwie so ein Kickturk und sorry das kriegst du nicht drüber also ich bin da einfach komplett anders eingestellt mir wäre das zum Beispiel ich kann mich gut mit dir unterhalten was du sonst machst ist mir scheißegal ist mir wirklich scheißegal also bitte also nicht irgendwas Illegales oder so da bin ich dann raus aber mit wem du jetzt redest welche Positionen du hast das ist doch für mich also oder wer so deine Freunde sind solange ihr nichts Illegales macht ist mir das eigentlich ziemlich egal und diese Position hast du aber nicht ich möchte gerne eine Gesellschaft wo die Menschen progressiv denken wo sie auch eine demokratische Einstellung haben ja finde ich grundsätzlich auch nicht schlecht aber wie willst du das erreichen Dara also wie du klar du kannst für deine Inhalte stehen kannst die irgendwie bewerben kannst den Leuten das ne sag ich mal attraktiv machen auf irgendeine Art und Weise aber das das schaffst du dann nur wenn du Menschen findest die auch bereit sind dir zuzuhören die dich dann auch ja auch die überhaupt einen Zugang zu dir finden wenn du diese tollen Ideen hast nicht indem du da selbstgefährlich in deiner eigenen Bubble sitzt und eigentlich nur Content für deine eigene Bubble machst und dann verpufft es halt bei den restlichen dann hast du halt nichts erreicht wenn dazwischen mal einer ist der ist so konservativ und möchte nicht progressiv sein dann ist der dann der raus das klingt immer so nett aber wir wissen in der Praxis ist es halt nicht so ganz nett ja aber guck mal du hast dann auch dieses guck mal es gibt dieses Narrativ immer okay die ganzen Woken die treiben die Leute nach rechts aber es gibt das nicht umgekehrt das ist mir mal aufgefallen also die AfD wir müssen mal erklären was wir unter Progressivismus jetzt wirklich verstehen also ich finde jetzt Progressivität auch nicht schlimm ich bin immer der Meinung ich will halt dass es von den Leuten selbst dann auch kommt und ich will das nicht den Leuten so aufdrücken sagen sondern ich sag für was ich stehe was ich gut finde kann das dann erklären aber ich will das immer auf so eine ich bin halt auch wie Sinan ich will das einfach auf so eine liberale Weise erstmal machen speziell wenn es um diese kulturellen gesellschaftlichen Fragen geht in Wirtschaftsfragen bin ich natürlich auch auch da denke ich halt letztendlich okay das muss man sich halt demokratisch so hin entwickeln das wäre mir ganz lieb ich würde jetzt auch nicht Hammer auf die Leute draufhauen werdet jetzt Sozialisten oder so bringt ja nichts die Leute müssen das über Bildung und mit Beschäftigung mit der Thematik und so klar seitdem sie irgendwie existiert behaupten sogar Angela Merkel war irgendwie eine SED-Kommunistin die das deutsche Volk zerstören möchte und hauen praktisch immer so hart drauf wie es geht und trotzdem gewinnen die an Zuspruch warum weil die viele einfach als starke Option wahrgenommen werden aber dann sagst du ja ja und die anderen sind die lächerlichen und ich will nicht zu dir im Grunde sagst du gerade wir haben gesehen die AfD-Strategie erstmal hart auf die Kacke hauen Leute überzeugen für sich gewinnen und jetzt haben sie die Prozente aber sie sind halt aber das machen ja deine Freunde auf Twitch und woanders halt auch mit den Volken du hast gesagt das ist die Strategie von denen hat funktioniert und dann sagen ey weißt du was wir machen das Gegenangebot aber dann beschwerst du dich wenn ich sage Hufeisen weil dann machst du ja genau das gleiche du machst es nur mit einem anderen Vorzeichen du sagst ja es hat ja funktioniert jetzt machen wir das auch überhaupt nicht weil erstmal geht es natürlich darum auch Menschen eine Aufklärung zu bieten und eben dafür zu sorgen dass sie eine demokratische Einstellung entwickeln und genau das Gegenteil am Ende sind von eben Rechtsextremisten aber am Ende des Tages ist es beispielsweise das ist halt unbekannt wenn wir zum Beispiel diskutieren dann bringst du Argumente ich bringe Argumente oder wenn ich jetzt mit einem Rechten diskutiere der bringt Argumente ich bringe Argumente am Ende des Tages machen wir beide das gleiche aber das heißt ja nicht dass irgendwie wir das gleiche machen in dem Sinne dass es sozusagen haargenau gleich ist sondern es gibt verschiedene Ansätze und genau so das ist ein unterschiedliches Stilfragen ich würde auch trotzdem daran nicht reinreden wollen er kann es auf seine Art machen wie er will letztendlich hat er alle die Freiheit mit seinem Stil zu machen wie gesagt solange er hat natürlich nicht irgendwie Gewalt aufruft dann haben wir natürlich einen problematischen Punkt aber trotzdem so wie ich jetzt gerade auch die Reaction mache dann kritisiere ich das dann halt auch halt dich nicht für sehr schlau das ist natürlich dass wenn wir hart auf die Kacke hauen und eine Haltung zeigen gegen rechts und auch mal die ins Lächerliche ziehen auch mal auch mal die ich sag halt immer ja aber dann haben wir so eine Trash-Talk-Kultur und dann kommen wir genau dahin wo sich auch die Staaten entwickelt haben und das ist halt dann kommen wir mit kommen halt wieder zum Haltungsjournalismus der ganze Kram fast alles also das haben wir ganz viel aus den Staaten halt übernommen und ich finde nicht dass wir uns also guck mal man kann ja die USA vielleicht es gibt einzelne Sachen die man vielleicht an den USA gut finden kann aber wenn ich was nicht gut finde ist deren Art wie sie inzwischen miteinander diskutieren es gibt so viele Sachen wo die einfach kritikwürdig sind an der USA und ich finde nicht dass wir in Europa auch so eine Kultur entwickeln sollen wo wir uns eigentlich nur noch mit Scheiße bewerfen so und selbst wenn die Rechten das jetzt angeblich machen dann kann man ja darauf hinweisen und sagen guck mal die werfen eigentlich nur mit Scheiße also wenn das welche machen das machen auch nicht alle aber da kann man ja auch mal sagen hier ist das überhaupt ein Stil den man irgendwie etablieren sollte also wie gesagt ich finde halt immer als Linker solltest du auch irgendwie dazu beitragen dass die Gesellschaft sich zum Besseren entwickelt und nicht den gleichen Müll machst den irgendwelche Trolle da einführen oder so wie gesagt ein bisschen provozieren ein bisschen geht alles klar aber ich will nicht dass wir uns alle quasi nur noch daran messen ja wie sehr hauen wir auf die Kacke weil dann wird einfach nichts besser und ehrlich gesagt ich glaube dann dass ich dann auch rechtsaußen durchsetzt weil das ist ja eine Art und Weise wo es ja auch darum geht wie überlegen bist du wie stark bist du und da steckt ja auch quasi auch so die das rechte Denken auch schon drin so alle Mittel sind recht wenn du halt zu schwach bist die Mittel nicht nutzt Pech gehabt wie auch immer ha 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 das ist ja schon Teil des rechten Denkens so du du willst ja gar nicht mehr dass das auch dein Gegner ne der nur Gegner ist nicht Feind ist dass er auch noch Gesicht wahren kann oder dass er wie gut aussieht ne du willst ja du gehst ja nur auf Zerstörung so weil derjenige denkt falsch der ist falsch ne und zack weg mit dem das ist für mich Teil rechter Ideologie ich weiß nicht ob Dara das nicht merkt aber das ist einfach auch dieses ja cool wie cool werden oder sexier oder wie auch immer so ich finde nicht dass Linke sich so sehr der Popkultur anbiedern sollten wir waren Kritiker der Popkultur schon immer gewesen so verstehe ich das auch aus früheren Zeiten dass wir das was sich aus der Popkultur entwickelt dass das auch Teil des Kapitalismus ist den wir ja auch eigentlich bekämpfen wir äußern ja auch Konsumkritik und all diese Dinge und wenn wir dann plötzlich sagen naja wir wollen ja nur noch wie cool ankommen oder so dann glaube ich dass wir uns ziemlich auch dem kapitalistischen System auch anbiedern und ich denke auch dass es aber trotz allem genug Leute gibt die das auch dann in Frage stellen und sagen hier wollen wir so sein wollen wir uns so entwickeln also ich finde man sollte auch ein paar Werte vorleben ne so ein paar Grundwerte halt das muss jetzt nicht ich bin ja auch nicht das krasseste Vorbild aber ich will doch nicht ich will doch nicht keine Ahnung medial alles nur noch zumüllen und vor allem der Witz ist halt die Rechten können am Ende sagen guck mal jetzt versuchen die Linken auch so zu sein wie wir ne wie cool und so die können dann sofort wieder sagen guck mal die haben eine neue Strategie und so und so und ich glaube am ehesten fängst du Leute langfristig ein oder was heißt du ganz am ehesten Leute überzeugen wenn du einfach ehrlich bist und und versuchst vernünftig zu sein weil ich glaube auch dass ich dieses ganze Trashik ja auch irgendwann ich glaube dass das auch irgendwann sich abnutzt weil wenn sich am Ende konkret nichts politisch ändert da werden die auch überlegen ist das so eine geile Idee das heißt du brauchst konkrete Lösungen du musst zuhören äh 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 du musst die auf die Nöte die Nöte der Leute eingehen die sie haben die Probleme halt ne so du kannst es natürlich auf irgendeine Art und Weise machen ne dass du dass du da irgendwie auch wie gesagt ich will nicht sagen dass man jetzt man muss ja auch nicht so trantütig sein wie Karl Lauterbach oder so so klar der der haut halt wenig Menschen so richtig vom Hocker ne der hat auch Fans und so da geht es mir jetzt nicht um seine politischen Inhalte sondern um die Art und Weise wie er als Typ ist ähm klar du brauchst auch einen Rhetoriker ne zum Beispiel halt äh klar Gregor Gysi ist jemand der hat halt Ausstrahlung so ne der ist Anwalt der kann reden der macht der ist selbstironisch der macht Witze das ist alles schön und gut aber wenn man dann anfängt so so einen auf auf linker Popstar zu machen das finde ich dann irgendwann äh weiß ich nicht das ist finde ich unangenehm um die Mobber ähm das wir damit natürlich bin ich raus ja ja weiß nicht also du hast natürlich da zumal ganz ehrlich oh bella was ist denn da jetzt los hm was war denn das jetzt warte mal ich aktualisiere mal ah doch weil gerade irgendwie mein YouTube hat gerade gesponnen ich würde ganz ehrlich sagen wenn ihr euch jetzt aussuchen müsstet wer der coolere zwischen den beiden ist also wer jetzt auch irgendwie äh wie man eher zuhört dem man wo man eher das Gefühl hätte ey ne von dem kann ich ein bisschen was lernen oder so wen von den beiden würdest du auswählen also wer wer spricht einen mehr an ich finde Sinan ist glaube ich der käme auch bei jungen Leuten glaube ich cooler an als ähm äh als als Dara also ganz blöd ganz stumpf gesagt wer ist von den beiden sag ich mal wer wirkt wie der coolere also wenn ich jetzt ein junger junger Typ wäre und ähm und ich würde ich würde einfach sagen ich ja wer könnte mir ein bisschen was über die Welt erzählen wem würde ich zuhören wer würde mich eher vielleicht auch politisch ein Stück weit beeinflussen also ich würde auch durchaus auch Dara zuhören aber es ist doch ganz klar dass das Sinan doch eine viel grundsympathischere Person ist halt einfach und das spielt halt auch nun mal eine Rolle und da da cool sein reicht dann sogar gar nicht mehr aus sondern du musst halt auch einfach ein bisschen bei Sinan hätte ich das Gefühl dem kann ich was erzählen und der setzt sich hin und plaudert ein bisschen mit mir ne so bei Dara wüsste ich nicht ob der sich dann die ganze Zeit irgendwann nur noch über mich lustig macht und sagt so deine Sorgenprobleme äh nee das verstehst du komplett falsch so wenn dann so von so jemand von oben herabkommt das das funktioniert nicht ich glaube Sinan nimmt halt seine Leute seine Zuhörerschaften die Leute mit denen er irgendwie zu tun hat ich glaube der nimmt die einfach ernst was ich die ganze Zeit schon seit Stunden sage aber es ist so du musst die Leute ernst nehmen und das ist deswegen nur mit Coolness wie er glaubt dass es die AfDler gemacht haben oder auch keine Ahnung Leute wie Martin Sellner oder so das haben die auch gemacht ne aber die haben einfach zugehört ne und die haben halt die die entsprechenden Punkte angesprochen die 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 haben die sind auch mehrgleisig gefahren ich glaube Dara denkt jetzt so mit 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 ja wir machen so ein bisschen auf Cool das ist auch was Funk seit Jahren falsch macht die versuchen auch immer krankhaft auf Cool zu machen und es wirkt halt in vielen Fällen einfach nur lächerlich falsche Strategie also zumindest nicht nicht komplett durchdacht würde ich behaupten meine Meinung ne genau so ist natürlich dass wenn wir hart auf die Kacke hauen und eine Haltung zeigen gegen rechts und auch mal die ins lächerliche ziehen auch mal ähm auch mal die ne ich sag halt immer wir mobben die Mobber ähm dass wir damit natürlich bin ich raus ja wir mobben die Mobber ja ich sag ja wie in einem Affenzoo und wir werfen uns dann mit Kacke oder was ah Gott ey ja weiß nicht also du hast natürlich da mit deinen mit den Leuten mit denen du dich assoziierst natürlich auch ein paar Leute dabei die bei den krassesten Mobbing Aktionen dann verstehe ich aber nicht warum so warum ich so wenig Leute gerade wenn ich wenn ich auf Social Media schaue auf YouTube äh und gerade auch so Videos teilweise die dann von welchen äh äh rechten Trollen dann wirklich übernommen werden teilweise irgendwelche Kommentarspalten warum sehe ich so wenige von denen warum sind die da nicht wenn sie doch schon so cool sind und wie so so geile Ideen haben wie man die jetzt auch gegenseitig äh äh beschießt ich sehe die da fast nirgends also selbst wenn sie wenn ihre Strategie richtig wäre äh anscheinend setzen sie sie nicht äh sehr intelligent um also nur einen Twitch-Stream zu machen um ein bisschen auf X rum zu um zu 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 ähm äh ja rot zu kacken das reicht halt auch nicht aus also da muss ich schon auch wirklich äh auch wirklich äh ja unter den Videos sein da muss ich dann auch was kommentieren da muss ich auch was drunter schreiben da muss ich dann auch vor Ort sein also wenn wenn ich schon sage wir 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 legitimieren diese Kriegsmittel ne so das ist halt das ist halt der schmutzige Krieg zwischen zwei politischen Lagern wo ist die Präsenz bisschen bisschen auf X X rum kacken und dann hindert wieder mal so ein so ein Aufklärungsvideo machen reicht nicht aus da muss ich richtig auch äh mit den Leuten trotzdem ins Gespräch kommen oder auf ich muss irgendwie auf die zugehen so muss ich seine Bubble zurückziehen und sagen so mit denen rede ich nicht die Rechten die reden halt normalerweise mit allen so den die sagen nicht die sagen halt nicht so mit denen rede ich nicht mit dem hab ich nichts zu tun und 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 der der ist mir zu das und so und so das machen die halt nicht die sprechen alle an weil die halt nicht äh so diesen moralischen Anspruch haben so denen geht's nur darum mehr wir brauchen mehr wir brauchen Leute Punkt das machen die halt und so schön wie die dabei waren aber seitdem also absolut und wenn ich sowas mitbekommen würde dass sie das jetzt machen würde ich das natürlich auch null tolerieren also ja ja Hard Lucy hat mich ja vorgestern sogar geradet ähm danke an der Stelle auch nochmal ne ähm warum auch immer die das gemacht hat also ich woher kennt die mich also ähm das ist halt genau das Ding dann kacken sie halt wieder so eine Hard Lucy an wo sie gar nicht wissen ob die nicht sogar ich könnte mir auch vorstellen dass sie auch politisch eher dem Lager zuzurechnen ist könnte ich mir jetzt einfach nur mal vorstellen keine Ahnung ich kann das jetzt nur oberflächlich beurteilen aber da haben sie schon wieder eine dann irgendein Lager geschoben vielleicht ist die auch nicht besonders politisch aber jetzt wird die überlegen okay ich wurde von ein paar Linken angekackt ne und dann kommt demnächst dann irgendwie so die Honigwabe auf Hard Lucy zu und sagt so hey ich weiß ja ich weiß ja was du da erlebt hast ne und bist du da für den angekackt worden und so und so hey komm doch mal zu uns ne wir hören dir zu ne das ist das nicht das beobachten wir jetzt nicht ne dass du da ja beobachte das doch ja beobachte das ruhig mal ein bisschen buckeln ne aber inwiefern inwiefern ich weiß nicht wo sind deine keine Ahnung was Kritikpunkte an einem Skurros oder KuchenTV oder sowas die kannst du benennen das weiß ich doch also trotzdem dein Kritikpunkt ey pass auf also okay gegen die Rechten will ich nicht hart gehen aber ne ich find das auch nicht gut wenn man auf die Art und Weise gegen die bei Kuchen kann man kann ich gar nicht mehr inzwischen sagen ob der überhaupt wirklich rechts ist und ich kann auch gar nicht mehr wirklich sagen ob der jetzt ähm also er macht natürlich wirklich so man kann sozusagen ein bisschen so Trashing Content halt ne und macht halt ne Chuyoka Dinges geht immer weiter und weiter allerdings hat das natürlich auch seinen Ursprung ne so und er ist natürlich als Meinungsblogger bekannt aber äh mal ehrlich ähm ich weiß nicht welche Takes er zuletzt jetzt gebracht hat wo ich jetzt sagen würde der wäre jetzt rechtsradikal oder rechtsextrem also maximal ist er für mich halt so Mitte leicht rechts ich weiß es nicht genau ich glaub nicht mal dass der noch ah der hat mal früher vor paar Jahren hat er auch mal so Sympathie zur äh zur ähm zur AfD irgendwie bekundet aber ich glaub das tut er gar nicht mehr ich weiß nicht genau wo der politisch steht also ich bin da ganz äh weiß ich nicht aber das hat er ja schon seit Jahren kaum noch gemacht so also ich kenn halt kaum Takes von ihm vielleicht müssen wir mich da aufklären und sagen hier da gab's ganz viele komische Sachen von von Kuchen aber das ist doch das ist doch von vorgestern also das ist äh Kuchen ist doch zumindest politisch betrachtet keine große Gefahr und nur weil er den Beef mit Chuyoka hat ist das noch kein Beleg dafür dass er jetzt dadurch die rechte Bubble bestärkt das ist Schwachsinn Guck mal pass auf ich verteidige sozusagen die Demokratie natürlich an einer anderen Stelle als du ähm ich verteidige sie da wo ich sage äh hier wird wo es einfacher ist hab ich so das Gefühl was heißt denn einfacher ja also keine Ahnung also man kann natürlich auch so ein bisschen Bad Faith also ich versuch das so zu machen wie du das immer predigst mit lieber immer Good Faith an die Sache rangehen und das Beste reininterpretieren das was jemand möchte aber man könnte das natürlich dann auch so interpretieren okay es gab halt die den Trend gegen die Querdenker und irgendwann hast du gemerkt okay irgendwie dreht sich der Wind ja gut dann geht es gegen die Woken oh ne 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 das war das war also ich hätte Querdenker Content war immer besser hätte ich auch jetzt also ich hätte ich das weiter gemacht und ich habe ja dann immer auch gemerkt dass so ähm dass es ist ganz interessant also irgendwann habe ich auch gemerkt genau das was du jetzt auf der anderen Seite feststellst ähm dass immer linksradikalere plötzlich mich gefeiert haben und plötzlich auch gefeiert für Takes die ich nach ein paar Wochen dachte boah die waren eigentlich ein bisschen drüber und dann dachte ich so hm ist ja interessant und dann habe ich so gemerkt ne 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 also gefeiert werden für ähm für lächerlich machen oder Scheiß Takes will ich eigentlich nicht ja aber da bist du dann skeptisch ne also da bist du dann so okay ich habe ja gesagt dass ich von denen gefeiert werde das ist dann hm ja aber guck mal muss ich mal was dann ändern ja aber ich haue ja nicht auf irgendwen drauf also aus deiner Wahrnehmung ist das so ne 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 stimmt also natürlich gibt es da also keine Ahnung du hast dann eher so die Art okay mir kann ja keiner mir kann ja keiner so genau du hast immer so ein über Eck funktioniert die Argumentation immer nur die ist immer so ja ja du nicht direkt du nicht direkt aber aber du unterstützt die oder die die mit dir assoziieren aber das ist doch ich weiß auch also ich müsste wahrscheinlich echt den X-Account von von Sina nochmal genauer analysieren oder anschauen also ich ich habe mal einzelne Tweets gesehen ja da war ein bisschen Provokation durchaus drin das macht er ne aber ich habe jetzt nichts gesehen was richtig schlimm wäre oder so also wir erzählen ja schon seit jetzt wie sechs Stunden das gleiche aber ich kann nicht erkennen dass Sina irgendwie mit böser Absicht mit irgendeiner Art und Weise versucht jetzt irgendwelche Leute fertig zu machen ich sehe das einfach nicht kann man das nicht einfach mal so stehen lassen dass er es einfach nicht macht dass man über Stilfragen immer noch streiten kann aber nochmal das also andere schießen ja auch gegen ähm ich meine die die wie gesagt Dara schießt ja auch irgendwo hin und 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 provoziert und rollt oder was auch immer ne gibt der ja selber zu also muss ich verstehe immer noch ich ich meine das Ding geht jetzt schon zwei Stunden 22 Minuten und ich kapiere immer noch nicht was der Punkt von Dara ist ich kapiere ich verstehe immer noch nicht wo jetzt eigentlich das verdammte Problem ist ich 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 verstehe es nicht was ist dein Problem Faktschuld und dass du halt keine Haltung zeigst so das sind die drei Punkte da habe ich verstanden aber da muss ich halt sagen das ist halt bei mir so dieser Ultra er zeigt doch Haltung auf seine Weise liberale Kern der halt auch sagt also ich möchte halt sehr gerne äh natürlich Aspekte wie Meinungsfreiheit äh ja vielfältige Meinungen ja das ist auch eine Haltung zeigen Debattenkultur und sowas äh das ist so das ist so mein Ding wo ich voll Bock drauf hab was sich natürlich auch in den drei Jahren letztlich so entwickelt hat weil ich natürlich auch gemerkt habe ähm wenn du wenn du irgendwann anfängst damit du mh wenn du immer nur auf eine Seite schaust ja dann wanderst du automatisch in die andere Richtung und kriegst immer mehr Applaus so deswegen hau ich jetzt einfach auf alle drauf krieg natürlich von allen Seiten äh ja das ist ja das Ding Sinan haut ja nicht nur auf irgendwelche keine Ahnung Pseudowoken sonst was drauf sondern er er redet ja allgemein über die Themen und nimmt sich dann ihr ein paar Sachen raus und genauso hat er ja auch ähm schon Sachen hier zum Beispiel die Aiwanger Geschichte hat er dann aufgearbeitet wo er dann gezeigt dass zum Beispiel der der Funk Content gar nicht immer so broke ist wie es dann oft dargestellt wird was ihn dann wo dann zugegeben hat dass ihn das überrascht hat oder so so die ganze Zeit äh hat doch das hat Sinan selber zugegeben hier so und so so der differenziert doch fast alles aus wie wie es nur geht also das ist doch eigentlich genau das Richtige was man tun sollte Kontra finde ich auch völlig in Ordnung hast du mal darüber nachgedacht dass vielleicht die die Linksradikalen irgendwie richtig liegen womit wie womit also ziemlich viele unserer Freiheiten wurden von Linksradikalen erkämpft ja aber jetzt sind wir wieder im geschichtlichen also ich ich sag halt ja aber heute ist das anders ich lebe nein ich lebe ja schon in der Demokratie und mit der Meinungsfreiheit ja aber auch innerhalb der Demokratie wurden Rechte weiter erkämpft von Linksradikalen ja aber dann muss man mir erstmal erklären welche um welche Rechte geht's also beispielsweise Frauenrechte ja da haben Frauenrechte in Großbritannien haben sich die waren aber auch nicht mal alle mega links muss man dazu sagen also gerade auch wenn man sich teilweise manche Feministinnen anschaut also ich würde nicht sagen dass die ganzen Feministinnen oder so oder die ganze emanzipatorische Bewegung dass sie nur aus linken Frauen oder linken Menschen äh ähm bestand das ist natürlich grundsätzlich erstmal ein ein linkes Anliegen dass natürlich Frauen in der Gesellschaft genau also genau gleichgestellt und so weiter sind vollkommen richtig ne aber es gibt auch ganz viele Karrieremenschen darunter die das auch nur kulturell betrachten weniger auf auf soziale Gerechtigkeit oder sonst was und das muss man an der Stelle auch mal wieder hervorheben da gibt's natürlich viele Bewegungen die sind dann auch zeitweise in Ordnung ich kann auch das bei den 68ern auch verstehen aber wenn man im Nachhinein schaut wie viele aus den 68er Bewegungen sich hinterher zu kleinen also wirklich wie soll man sagen das sind ganz viele richtig elitär geworden ne und so so Akademiker haben sich daraus entwickelt die ziemlich viel soziale ähm Kälte auch teilweise in sich tragen die auch oder sehr sozial ignorant sind das ist ja wiederum die Kritik auch an den Grünen dass man da immer den Eindruck hat das ist die besser verdienter Partei und die hat wenig ähm Einfühlungsvermögen in die Probleme äh ja Leute die halt geringeres Einkommen haben oder was auch immer so wo ist da das wo ist da am Ende die komplette linke Bewegung du kannst sagen das ist aus einer linken Bewegung entstanden aber es hat sich dann irgendwann irgendwann haben sie halt ähm so ein Stück weit ihre Werte verraten und dann ist es per se nicht nur die Bewegung von irgendwelchen Linksradikalen sondern ist dann halt auch verfälscht worden so Teile davon waren vielleicht dann irgendwie aus es gab sicherlich also man könnte sagen Jutta Dittfurt die ja sicherlich eine Feministin ist egal was man von ihr hält aber ja die ist sicherlich eine Linksradikale ja aber die ist ja nicht umsonst 92 ausgetreten aus den Grünen ne weil sie darauf keinen Bock mehr hatte ne und das ist halt so die Sache so nicht jede Bewegung oder nicht jede Massenbewegung wie auch immer wurde von Linksradikalen dominiert oder 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 ähm äh die haben auch nicht mal alles erkämpft sondern das können die Masse an sich hat dafür gesorgt dass es vielleicht umgesetzt worden ist bei der äh Feminismusbewegung sorgte halt dass sich viele Frauen zusammengeschlossen haben mit teils unterschiedlichen Motiven aber sie hatten halt ein gemeinsames Ziel darauf konnte es sich einigen das stimmt aber hinterher hat man ja gemerkt dass es ja nicht grundsätzlich alles links war also wie gesagt da hatte nicht jeder irgendein äh linkes Motiv dabei sondern da gab es auch viele Leute die das die da mit sehr egoistischen äh Motiven da rangegangen sind die einfach gesagt haben ich bin eine Frau will Karriere machen wie auch immer ne so aber ob jetzt Menschen Mindestlohn kriegen oder nicht ist mir egal Hauptsache wir haben eine Frauenquote und es gibt keine Ahnung Frauenmanager oder was in der Richtung die gibt es halt zweifelos das sieht man auch jetzt momentan bei vielen Pseudowoken würde ich sagen gibt es viele Leute die sozial unglaublich ignorant sind also gerade wenn es um ökonomische Themen und so weiter geht die wirklich nur ihr Ding da im Kopf haben ihre Minderheit ihre Interessen aber der Rest juckt mich nicht das ist dann keine linke Bewegung mehr das ist keine linke Bewegung eine linke Bewegung muss immer das sozioökonomische äh ich sag mal ich würde schon sagen einen Hauptfokus haben muss alles andere kommt ja automatisch mit dazu weil wir ja keine Unterschiede machen zwischen irgendwelchen Minderheiten es geht ja im Kern immer darum dass wir die Gesellschaft sozial gerechter machen aber wenn wenn dann Leute nur auf so einem Ego-Trip sind dann erreiche ich das dann gar nicht mehr dann ist es auch per se keine linke Bewegung mehr wenn am Ende so eine Bewegung aus 70-80% Leuten besteht die die einfach sagen naja wir wollen letztendlich nur eine Quote unter keine Ahnung Spitzenmanagern haben oder CEOs oder was auch immer aber die Ungerechtigkeit bleibt die gleiche und und so dann ist es keine linke Bewegung vielleicht sollte er dann vielleicht sollte daran nochmal sicher gehen ob seine seine ähm Bubble und das alles ob die alle so kapitalismuskritisch sind bin ich mir nicht so sicher ob die alle so antikapitalistisch sind würde ich mal gern wissen wie viele von denen weil ganz ehrlich wenn das so viele sind also da gibt es ja selbst so viele Streamer die ja auch echt viele Zuschauerzahlen haben dann allein wenn ich mir überlege dann müssen die doch eigentlich viel mehr Gehör finden und das müsste sich ja noch in Wahlergebnissen vielleicht auch ein bisschen niederschlagen wenn die anscheinend so groß und wichtig sind sehe ich aber nicht ich glaube dass es halt größtenteils also wenn überhaupt dann ist es ähm Kreiswichsen ne und dann ist nicht mal klar ob du ob unter den Kreiswichsern überhaupt Leute dabei sind die halt ähm ja die sagen halt okay wir brauchen da eine Quote da brauchen wir da dies und das aber am Ende mein Gott will ich ja auch nur Profit machen und Kohle haben ohne Ende ne und ich kann wieder Stichwort Random Kai sagen ne aber da hab ich jetzt nicht den Eindruck dass der dass der so hoch sensibilisiert ist für wenn es um Armut geht oder so vielleicht ändert er sich vielleicht entwickelt er sich jetzt weiter und geht noch einen anderen Weg ne hoffentlich ne aber da konnte ich bisher nix irgendwie von erkennen haben dort sind durch die Straße gezogen haben Geschäfte angezündet und richtig Remi habe ich verstanden um welche Frauenrechte jetzt aktuell um welche geht es um welche Frauen also natürlich geht das noch weiter also beispielsweise sind das natürlich viele Kleinigkeiten da geht es dann um natürlich auf der großen Ebene Repräsentation Chancengleichheit natürlich dass man überhaupt ähm Anerkennung erhält natürlich auch im geschichtlichen Sinne haben Frauen sehr viel sehr wenig Anerkennung erhalten was natürlich immer suggeriert hat irgendeine Geschichte wird von Männern gemacht natürlich haben wir dann auch äh beispielsweise dass Frauen mehr ausgeben müssen für Hygieneartikel dass es da eine Luxussteuer gibt auf Tampons ähm und das sind natürlich äh ne dass die immer noch die meiste Care Arbeit machen dass es ein Gender Pay Gap gibt aber wenn du da in die Details gehst dann siehst du ja immer das ist ja gar nicht so einfach also ich nehme jetzt mal ein Beispiel bitte nicht drauf festnageln äh ist mir jetzt einfach nur in den Sinn gekommen ich weiß nicht müsste man genau ausrechnen ist aber gar nicht so einfach also du sagst jetzt äh Frauen mehr äh Hygieneartikel und so weiter im Schnitt wiegen Männer wie viel mehr als Frauen wie viel mehr Kalorienbedarf haben sie ich glaube ich würde mal sagen im Monat also gibt es im Monat wahrscheinlich so ja also gibt es halt auf jeden Fall als Mann natürlich mehr für Nahrung aus ne also wir haben einen höheren Unterhalt für unseren eigenen Körper ja es ist ein Faktor ist ein Faktor definitiv kann man nicht sein aber ich weiß nicht ob wir das ausgerechnet an weiblichen Hygieneartikeln irgendwie so kompensieren müssen genau und das ist das ist ja die Frage nur wenn du irgendwas anbohlenst das ist eine Kleinigkeit aber es geht ja um große Dinge naja muss ich schon sagen also äh für Tampons oder wie auch immer könnte man schon 7% mehr wird Steuer verlangen also da müsste ich schon sagen also dass eine Frau halt regelmäßig also ihre Regel halt hat eine regelmäßig ihre Regel ähm ja also finde ich da also wenn die dann 19% zahlen muss anstatt 7% also da würde ich mich auch für einsetzen zu sagen also für Tampons und so wären 7% schon auch gerechtfertigt finde ich also wenn es jetzt nur darum ging ob die 19% oder 7% zahlen ich weiß nicht was genau jetzt äh das Thema da war so habe ich das jetzt verstanden ne dass die halt die vorhin 19% zahlen müssen ne ne es sollten 7% sein das ist äh ganz ehrlich das suchen die sich ja nicht aus also da haben sie schlichtweg ja kann man sagen Pechklapp von der Natur aber das könnte man definitiv mit 7 Euro versteuern wie zum Beispiel ähm ne so wie ist ein Management von das heißt wir schaffen die Mehrwertsteuer komplett ab ne die im Unternehmen ähm so genau da habe ich dann auch schon gesagt äh da habe ich dann auch mal drauf geguckt dann hat mich das hat mich sehr interessiert dann habe ich irgendwann gesagt ach krass also in dem Moment wo du sagst dann irgendwie wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen also erstmal da wieder was ist der Wirkmechanismus ja erhofft man sich ähm nur weil weil dann Frauen in der Führungsposition sind dass das dann nach unten hindurchstickert ne 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 ich bin da da funktioniert dann der Trickle-Down-Effekt komischerweise also wenn ich jetzt mehr mehr weibliche CEOs oder sowas fordere oder mehr Frauen in Unternehmensvorständen ne das ist halt ungefähr aus meiner Sicht so wie wenn du im Mittelalter gefordert hättest mehr Fürstinnen oder sowas ja mehr Glaubenhalter danke das bringt für die Hunden gar nichts am Ende möchte ich ne Demokratisierung von Unternehmen ich möchte dass dort alles klar wesentlich stärker wird dass äh Gewerkschaften wesentlich stärker werden und wenn man das dann erreicht hat dann kann man natürlich gerne nochmal darüber diskutieren brauchen wir jetzt irgendwie vielleicht sogar eine Quote damit eine ordentliche Repräsentanz aber jetzt natürlich als als Zwischenlösung ist es jetzt erstmal im Sinne der Chancengleichheit natürlich schon nett wenn auch innerhalb von unserem ausbeuterischen System wenn dann auch ähm die Ausbeuter vielleicht auch gleich auf sind mit den Ausbeuterinnen kann sein aber natürlich das klingt so ein bisschen das klingt trotzdem so ein bisschen dass er schon so weit resigniert hat dass wir diesen diesen Kampf eigentlich gar nicht mehr gewinnen können das hat so ein bisschen was wie also so wie das da komme ich wieder zurück zurück auf Robert Fahler ne ja man hat das ja wenigstens was dem Kleinen noch irgendwie erreichen wenn die wenn die wenn die Welt schon so ungerecht ist da versuchen wir dann irgendwas zu zelebrieren und ja dann macht man halt so eine kleine äh Quote oder so also das hat schon so ein bisschen dieses wir haben schon aufgegeben äh lassen wir überhaupt jemals noch mal was erreichen so wir haben eigentlich so ein bisschen ja der Kapitalismus hat halt geworden jetzt versuchen wir halt doch irgendwie das Ganze ein bisschen so anzupassen dass es nicht ganz so schlimm ist aber ganz echt das klingt wie die das klingt wie der Seeheimer Kreis der SPD oder wie die keine Ahnung oder oder ja das ich wo will da wo will da Dara hin so indem man halt sagt okay wir fordern einfach mal gar nichts oder nicht mehr viel und ja hauptsache eine kleine Quote ne wir können ja eh nicht mehr erreichen ne das falsche Ziel das falsche Ziel äh welche Wähler willst du abholen welche Wähler willst du abholen tsch nicht mit so einer kosmetischen Scheiße okay aber aber dann geht es am Ende um Bezahlung zum Beispiel es geht an den Unternehmensvorständen da sind ja super wenige Leute CEOs super wenige Leute ne da will ich natürlich da gibt es natürlich dann auch wieder ähm Nachteile für Frauen dadurch dass sie halt auch gedrängt werden in Jobs äh die da nicht so gut bezahlt werden weil man dann sagt ja das sind ja die Frauenjobs äh ne ich bin Erzieher ich bin halt einer der wenigen Männer dort ne so und das ist dann wieder ein Job aktuell der schönerweise durch den Personalmangel wieder recht gut vergütet wird aber das war ja eine ganze Zeit lang nicht so und man musste auch hart dafür kämpfen auch der Gender Pay Gap ist inzwischen kleiner geworden aber eben weil man darauf aufmerksam gemacht hat auch in Unternehmensvorständen gibt es inzwischen viel mehr Frauen weil man eben darauf aufmerksam ist ja ja nur was ich halt was ich manchmal dann wieder und das ist dann wir streiten uns am Ende um Details um Nuancen ähm ich sag dann zum Beispiel ist dir mal aufgefallen wenn du dann Frauen in äh Führungspositionen hattest ähm das was man sich auch so ein bisschen das schwang nämlich häufig so mit äh so was man sich erhofft hatte war dann so ja dann wird die Unternehmensführung und Kultur ist dann viel besser und was war ja die waren genauso korrupt ja also wenn wenn du ein CEO hast von einem großen Unternehmen und das ist eine Frau dann wird das die konservativste Frau sein natürlich natürlich und das hast du damit gar nicht aufgebrochen weil du wie ändert sich das dann daran also wie sorgen wir dann dafür dass das dass die linken Frauen sich dann irgendwie durchsetzen oder die die ja die sozialistischen Frauen wie auch immer wie geht wie geht der Plan weiter jetzt haben wir festgelegt okay auch Frauen und dann machen die Frauen dann Working Class Politics oder was wie geht's weiter so jetzt sind die Frauen da das sind dann auch irgendwelche FDP CDU oder Replikaner Frauen in den USA was rum so und dann da haben die gesagt ey wir haben wir haben jetzt auch Kohle wir wollen Kohle ja Arbeitermilieu scheißegal wie geht's weiter weil du gar nicht Geschlechter pushst sondern weil du Menschentypen pushst richtig weil Menschentypen Ausbeutertypen egal egal welche Hautfarbe egal welches Geschlecht egal Leute die halt einfach nur Kohle machen wollen und die sich halt direkt darum scheren was was ja was mit der Solidargemeinschaft passiert so da da spielt einfach Gender und Farbe und was auch immer spielt einfach spielt keine Rolle so jeder Mensch einigen wir uns mal drauf dass jeder Mensch da draußen unabhängig jetzt seiner Herkunft was auch immer hat jeder Mensch hat das Potenzial ein sozial ignorantes Arschloch zu sein ne kann jeder genauso kann jeder auch ein sozial bewusstes Arschloch also nicht Arschloch sondern sozial bewusster Typ sein ne da ändert die Hautfarbe und das alles ändert gar nichts dran ich bin ein weißer Typ aber ich finde halt kacke dass Menschen arm sind oder dass ich ich bin eigentlich auch nach deutschen Maßstäben arm aber ja finde das halt kacke so und das sage ich als Mann als weißer Mann als sehr weißer Mann als als boomeresker Mann ne Boomer bin ich nicht wirklich aber vielleicht auch ein bisschen boomeresk keine Ahnung ich finde aber trotzdem kacke dass das ich finde es kacke natürlich finde ich kacke wenn auch Schwarze ausgebeutet werden weil ich grundsätzlich schlecht finde wenn Menschen ausgebeutet werden immer ich finde auch schlecht wenn man Transpersonen ausbeutet schlecht scheiße soll nicht sein immer kacke ne egal ich finde es kacke wenn ein Homosexueller ausgebeutet wird ich finde kacke wenn ein Heterosexueller ausgebeutet wird ich finde kacke wenn ein Ausbeutung bleibt Ausbeutung egal bei wem so einfach voll und wenn ich dann sehe wenn ich dann sehe irgendeinen Quatschbeitrag Entschuldigung Quatschbeitrag einen Beitrag der das wieder sehr undifferenziert darstellt dann ist mein Take ich nehme den ich mache mich kurz super lustig und dann kommt der anschließende Teil wo ich da im Detail drauf gehe aber ich glaube ich weiß gar nicht ob es noch so viel zu bequatschen gibt auf jeden Fall noch mal weitere 40 Minuten eine Frage noch weil wir natürlich da auch irgendwo derailt sind weil natürlich das was sich gehäuft hat ist natürlich und da ist es klar und kann ich auch total nachvollziehen dass man da nicht sehr kritisch sieht wenn es halt eben um natürlich diese ganzen Takes geht zum Thema Transmenschen und wenn es da eben um die Affiliations geht die du da hast oder Assoziationen hast aber also wenn du jetzt zum Beispiel sagst okay eine Marie-Lüse Vollbrecht mit der halte ich Kontakt einfach weil ich der Meinung bin okay es ist ein demokratischer Diskurs auch wenn sie eine andere Meinung hat möchte ich trotzdem cool mit der sein was heißt cool mit der sein kannst du trotzdem anerkennen dass die zum Beispiel transfeindlich ist zeig mir den Take also da sind wir wieder in der Frage woran erkenne ich das und jetzt sag mir nicht also erstmal sind da auch so Sachen woran würdest du es erkennen also wenn man sagen würde also Transfeindlichkeit wäre für mich ganz klar was man okay eine andere Frage kurz zur Intervention zum Beispiel dein Kick-Turk-Typ ist der transfeindlich definitiv ne also der ist also komm also wenn du bei dem ich hab ja auch schon von dem Sachen gelesen wo er sagt er hat damit irgendwie kein Problem dass es dass es Geschlechtsdysphorie gibt dass es Angleichungen gibt und so dass der dass der eine Wortwahl hat die unter aller Sau ist absolut aber jetzt mal im Ernst du musst doch du kannst doch nicht da so eine Hürde hinstellen also wer ist denn da noch transfeindlich auf diesem Planeten ja also transfeindlich sind für mich ja fast alle ne letztens eine Dokumentation über USA Florida hier Florida ist das glaube ich die so ultra konservativ ja da habe ich eine Doku gesehen und dann ging es dann so weit dass an Schulen einer einer trans Person verboten wird ihr also trans zu sein sozusagen also es wird verboten dass man sie noch ein Grund gegen Florida ne ich habe ich neben einer Abneigung gegenüber der CDU habe ich eine Abneigung generell was Florida angeht ne ich finde bis heute an diesem Staat nichts interessant nichts schön das muss ja nicht so bleiben ne es gibt natürlich ganz liebe Menschen in Florida oder so aber echt in Florida ist fast immer alles scheiße für mich mit ihrer Transidentität anspricht und so weiter dass man das benutzt und das finde ich transfeindlich weil das heißt ganz klar du du akzeptierst das gar nicht ja dass dieses soziale Geschlecht sag ich mal du akzeptierst das nicht dass diese Person eben wie du bist dich nur transfeindlich hä was sich in ihrem Körper nicht so fühlt wie es biologisch halt nun mal ist und das da werden richtig Gesetze erlassen oder da herrscht eine Stimmung die die dem feindlich gegenüber gestimmt ist und feindlich heißt ja wirklich das reicht ja nicht zu sagen ähm es gibt nur zwei Geschlechter weil das 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 interferiert immer so mit mit Leuten also du rufst auf einmal Leute auf den Plan die damit gar nichts am Hut haben die auch wirklich alle sagen ne ne ich hab mit ich hab mit trans gar kein Problem aber ich hab ein Problem dass wir das jetzt äh transfeindlich nennen die holst du dann auf den Plan aber transfeindlichkeit ganz klar wer sagt ich hab ein Problem damit dass ein ein biologischer Mann jetzt sagt er will jetzt eine Frau sein wer sagt damit hat er ein Problem das ist für mich ein transfeind weil für mich ist scheißegal wenn du sagst ich will ich will eine Frau sein oder ich will ein Mann sein egal was ich vorher war oder bin oder irgendwas ey mach mach ich bin liberal gönn dir ich bin noch nicht feindlich dem gegenüber gestimmt aber schau mal allein schon diese Wortwahl wie sich eine Person biologisch oder dass sie nicht irgendwie wie sie biologisch und Dara das ist ja das ist wahrscheinlich jetzt hier und Dara jetzt fängt das schon wieder damit an jetzt Sinan hat jetzt einfach nur einfach nur darauf runterbrechen wollen ähm dass er damit einfach kein Problem hat greicht dir das denn nicht also jetzt fängt das schon wieder an jetzt wie aus aus Sinans Wortwahl irgendwas raus zu kochen und zu überlegen ach Moment aber jetzt hast du es ja schon wieder so und so Dara äh der der rote Faden versteh doch einfach dass Sinan egal wie es am Ende ist Sinan sagt ist ihm scheißegal wird das nicht klar also biologisch trans weil sonst wäre sie es ja nicht nein trans also trans heißt ja transitionieren also von einem zum anderen ja da muss es ja da muss es ja ein trans bedeutet dass du dich nicht mit dem Geschlecht identifizierst was dir bei der Geburt zugewiesen wurde ja und also von einem zum anderen du musst ja irgendwie transitionieren steht ja natürlich also diese Menschen sind ja so geboren ja irgendwas hat ja aber nochmal also jetzt muss ich jetzt doch mal kurz die Richtung nochmal gehen also da kommt jemand auf die Welt sagt ich bin eine Frau hat aber Pimmel und alles mit bei halt sag mal müssen wir es einfach mal so sagen so und wir müssen ja operativ dann irgendwie eingreifen also wenn wir das Ganze gehen dann müsste man ja theoretisch das halt irgendwie verändern also man müsste ja quasi man müsste ja was machen wir müssten ja da irgendwie ran was ich gar nicht schlüpfe hätte vollkommen egal wenn jemand sagt er will das und geht da voll durch wie auch immer ist mir wurscht wurscht in dem Zusammenhang aber die wissen doch dass wir dann anscheinend irgendwas machen müssen also ich meine die versuchen das ja dann zu ändern und ich gehe mal davon aus die meisten trans Personen wollen sich ja dann auch entsprechend biologisch irgendwie so verändern dass sie dann am ehesten eine Frau werden oder sind das heißt wir müssen ja da irgendwie nachhelfen wo wirklich ich habe kein Problem klassische Chirurgie was auch immer die da hinkriegt ja mach halt ne aber das heißt ja dass wir ja trotzdem einen Zustand vorher haben wo das ja nicht da ist jetzt kann ich halt sagen da hat die Natur irgendwie einen Fehler gemacht also die Natur hat sich halt irgendwie bei der Entstehung einfach geirrt und hat nicht genau gewusst was machen wir jetzt aus dem und dann müssen wir halt nachhelfen okay dazu ist der Mensch in der Lage habe ich auch kein Problem so ist halt die moderne Welt ne aber wie hätte man das jetzt vor tausend Jahren gemacht also gibt's gibt's da irgendwelche Sachen wie man das früher gemacht hat also konnte man sich keine Ahnung im 11. Jahrhundert zur Zeit von Heinrich IV ne dem Canossa Heinrich gab's damals schon so komplette Geschlechtsumwandlungen gab's das schon also ich will dass den Leuten das Recht nicht absprechen und ich will dass diese Menschen sich wohl in ihrem Körper fühlen und dass die ein erfülltes Leben haben nichts wünsche ich mir mehr für diese Leute aber wie ist es denn abgelaufen dann also was wurde dann am Ende gemacht vielleicht bin ich da wieder komplett uninformiert aber wie ist es dann vonstatten gegangen mussten die dann einfach damit leben und hatten dann irgendwie Pech gehabt und dann ähm oder wie läuft das denn ab so wie ich jetzt deute ist daraus Punkt nein ist nicht so weit weil er sagt was nein ist nicht so weit weil er sagt ich bin XY-Geschlecht dann ist es so und was anderes sagt ist böse okay ich wollte ihm das jetzt gar nicht unterstellen dass er das sagt aber ich frage mich immer noch der Zustand ist ja dann halt ne ich hab halt einen also ich fühle mich zum Beispiel als Frau mit in einem Männerkörper drin also der halt diese Merkmale halt hat ne einen Penis und ne keine Brüste all diese all diese all diese Dinge hat ne Bart wuchs ne mehr als ich auf jeden Fall und äh okay wie gesagt mir ist das am Ende egal wer was ist dann irgendwie aus welchem Grund das ist mir eigentlich theoretisch mir wäre nur wichtig dass die Menschen da wissen welche Entscheidung sie halt treffen oder dass sie dazu irgendwie getrieben werden hormonell keine Ahnung und dass sie ähm die einfach glückliche im Körper sind so weil ich will auch jeder soll das sein werden was er nun mal sein will so man hat wahrscheinlich nur dieses eine Leben und man möchte sich da sowohl wie möglich in der eigenen Haut fühlen kann ich nachvollziehen ich hab das Problem zum Beispiel noch nie so gehabt ich könnte mich jetzt auch fragen so warum hat die Natur gesagt so Tag kriegt einfach ist 34 Jahre alt und hat äh gelegentlich noch ein paar Pickel im Gesicht und hat einen äh dünnen Bartwuchs könnte an meiner Ernährung liegen könnte an zu wenig Sonne liegen was auch immer ne vielleicht sind es auch einfach die falschen Gene ja aber ich werde es trotzdem nicht an mir rumbasteln irgendwie ich bin das halt jetzt was ich bin so schlecht ist das halt nicht aber keine Ahnung vielleicht ist da auch genug irgendwie Männlichkeit in mir drin dass ich damit klarkomme ne ich hab ja mal ein schönes Kompliment bekommen hier von ähm von äh Kevins äh Ex-Freund der hat da gesagt ich wäre trotzdem die Verkörperung von Mann irgendwie aber gut hab ich so meine Zweifel aber naja ja was heißt biologischer Ursprung also es ist halt irgendwas hat dazu geführt ja diese Geschlechtsdysphorie ist ja real die ist ja nicht erfunden du sagst halt eben dass sie sich äh vom sozialen Geschlecht unterscheiden von dem wie sie eigentlich biologisch geboren sind hey ja muss ja weil sonst kannst du ja nicht transitionieren oder dann erklär mir gerade ich komm da auch nicht mehr mit also ich komm echt nicht mehr mit also vielleicht muss man es wirklich auf Sendung mit der Maus Niveau machen also vielleicht müssen wir jetzt vielleicht müssen wir jetzt mal wirklich alles auf dumm machen irgendwie weil ich ich raff das auch nicht also ich vielleicht sind wir ja wirklich alle doof ne müssen alles Maul halten und die Plattform lassen aber biologisch hey warte mal Moment also sie sind sie sind biologisch eine Frau und sagen ich will jetzt eine Frau sein das ist doch keine Transitionierung also der Körper ist aber dann nicht Teil der Biologie aber der Körper wie er doch entstanden ist ist doch auch Teil der Biologie wie ist wie ist denn das gewesen warte mal also was hat denn die Natur in dem Moment konkret falsch gemacht also hä ich raff das nicht war das war das eine falsche Entscheidung vom Herrgott oder so hat sich da der Herrgott vertan hat mir der Herrgott gesagt so ja ich plan da jetzt eigentlich eine Frau aber oh scheiße jetzt hab ich dir einen Mannkörper da reingebastelt fuck ich also ich mein das echt nicht böse ich will das nicht mir herablassen sagen ich 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 komm nicht mehr mit ich ich kann dann ja vom dem Körper aber sie sind trotzdem biologisch eine Frau weil sonst würden sie sich ja auch gar nicht so fühlen ja okay es kann ja sein dass da irgendwie dass die hormonell oder ich kenn mich da nicht aus ich sollte das Maul halten echt wirklich also okay das ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen ja doch den Eindruck hab ich grad schon wie das was vom Himmel fällt aber irgendwie ganz kurz also also du du schimmst zu dass es Geschlechtsdysphorie gibt ja ja klar aber das hat ja fast jeder also das ist ja also das hat fast jeder also jemand der beispielsweise ne also keine Ahnung wir beide sind ja sind ja gewiefte Sportler da haben wir natürlich auch so ein Bild im Kopf wie wir gerne aussehen möchten und fühlen uns eventuell an unserem Körper nicht gut ja okay aber ne also ich hab da ein eigenes Bild von mir also ich hab auch kein Problem zu sagen ich bin da ein bisschen dick und schwammig es ist jetzt eine weibliche Art aber ich dadurch ein bisschen mehr Titten entwickle oh mein Gott ich bin so eine richtig geile Bitch du echt ich geh jetzt ins Fitnessstudio oder ich trainier jetzt aber das ist doch Körperdysphorie das ist ja nicht Geschlechtsdysphorie achso Geschlechtsdysphorie ja viel gut das kann man also dass du aber im Endeffekt das ist ja die Grenze fließend also zum Beispiel in der Wissenschaft oh 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 da geht's halt auch jetzt hat er mal Endeffekt gesagt nicht Ende des Tages jetzt variiert das schon darum wenn du natürlich ins Fitnessstudio gehst um größere Muskeln zu haben dass du natürlich am Ende männlicher sein möchtest am Ende das ist ja das ist ja am Ende wieso das ist das wo man festgestellt okay das treibt Menschen in vieler Hinsicht an natürlich gibt's dann halt auch okay ich möchte stärker sein oder so aber was macht jetzt bitte also was ich immer noch nicht kapiere was ist jetzt du bist du bist jetzt du hast einen Körper und das hat nur diese Merkmale also wie gesagt jetzt keine Brüste sofern man jetzt nicht irgendwie 200 Kilo wiegt ne als Mann als Mensch wie auch immer so und du hast du hast halt einen Dödel der auch theoretisch dazu fähig wäre dass er anwachsen kann bei entsprechender Bearbeitung aber das hat dann alles null mit Männlichkeit zu tun also so gar nicht verstehe ich das richtig also es hat so gar nichts mit Männlichkeit zu tun das ist einfach nur ein Körperteil das dann irgendwie wie so ein Apparat funktioniert und trotzdem also ich will ja nicht abstreiten dass die sich dann trotzdem als Frau fühlen und dass das irgendwo da ist und dass sie sich so identifizieren und wie gesagt verstehe ich alles aber warum gibt dann die Natur die bestimmte Merkmale wie gesagt ich kann ich kenne mich da nicht mit aus vielleicht gibt es da echt eine Ebene die ist komplett fremd und ich bitte auch wirklich alle Menschen die Transpersonen sind ich meine das echt nicht böse ich will es nur verstehen ich will es wirklich nur verstehen ich will niemanden irgendwie in irgendeiner Form diskriminieren wirklich nicht ich will es nur verstehen weil ich ich will niemandem was Böses oder so das soll einfach nur klar sein also ich will manchmal manchmal denke ich auch böse aber das hat dann eher charakterliche Hintergründe aber aber ja ich will mich ja selber nicht so verhalten also egal ich raff es nicht aber ich möchte mich wohl dafür das ist ein schlechtes Ideal dem sie nacheifern ne und dann gibt es natürlich auch so Schönheits-OPs die Menschen machen ja aber stopp mal stopp mal stopp mal Dara vielleicht bist du das auch einfach als Mensch der irgendein Ideal irgendwie nacheifert das also ganz ehrlich wenn die Mutti da reinkommt und man sich die Haare kämmt oder so dann denke ich so da hast du auch so ein paar Komplexe so ich habe die ganze Zeit hier rumgemacht an meinem Mund hier so ein bisschen weil ich hier gerade so ein klein aber hier habe ich so wie so ein kleines Pickelchen das stört mich die ganze Zeit da fuhr mich schon die ganze Zeit rum das stört mich irgendwie aber keine Ahnung ob das jetzt auch ein Komplex von mir ist ich habe auch hier gerade so einen der nervt mich aber sie haben ihr Geschlecht sozusagen angepasst an ihre Idealvorstellung und anders machen das Transmenschen ja auch nicht aber sie haben natürlich da eventuell einen weiteren Weg den sie versuchen zurückzulegen ja und am Ende des Tages ist es halt schwer da die Grenze zu ziehen und das ist ja eben der Punkt wo halt natürlich einige das kann ich nachvollziehen die sind halt so durchs Leben gegangen aber würdest du dann also jetzt wären wir schon bei zwei Promille also du hast es ja gerade mit Bodybuilding und so verglichen dass du so du guckst jetzt in den Spiegel machen auch viele Transmenschen also Transmänner die gehen dann natürlich dann auch ins Fitnessstudio ja 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 noch mehr dementsprechend alles klar und würdest du dann auch sagen also das das haben ja irgendwie alle und jetzt gucke ich in den Spiegel und merke irgendwie boah ich bin irgendwie viel lauchiger als ich es eigentlich sein will ja dann baller ich Testo wäre okay oder ja was heißt ja nee ist nicht unbedingt okay aber natürlich es ist wie ist das nicht okay es ist eine Meinung die ich dann habe also am Ende des Tages ob jetzt jemand eine Schönheits-OP macht oder ob jemand zum Beispiel Hormone sich spritzt also beispielsweise wenn es um Hormone geht das wäre ja ultraliberal das ist ja das was du gerade sagst du sagst ja gerade ultraliberal du lässt alles zu hey wenn einer meint nein nein natürlich bei allem ich identifiziere mich als Bodybuilder nein aber bei allem immer natürlich so weit dass die Menschen sich keinen Schaden zufügen so natürlich da bist du ja voll in der Transdebatte da geht es ja genau darum da ist es ja nicht endgültig jetzt wirst du wahrscheinlich wieder anderer Meinung sein aber da sehen wir ja schon da gibt es dann ein gewisses Konfliktpotenzial es ist eben nicht komplett geklärt ob die die Frühtransitionierung durch Hormone durch Hormonblocker und so weiter man weiß nicht genau ob das einen Schaden nehmen kann du hast auch Fälle von Detransitionierung also ich kenne allein schon in meinem Umfeld schon Leute die dann hätte man bei mir vorher schon nachsetzen müssen so meine Schwester hat mich tatsächlich das habe ich auch schon mal erzählt glaube ich mit drei oder vier war es hat meine Schwester mich Schwestern sind ja auch manchmal böse und Kinder raffen ja nichts ich wurde tatsächlich mal als Mädchen verkleidet richtig richtig goldig so mit vier oder so hat mir meine Schwester hatte so eine blonde Perücke die hat mir wirklich Lippenstift alles aufgetragen und ich fand es ehrlich gesagt witzig ich glaube damals hätte man es schon merken müssen so ich glaube ich muss ich muss demnächst mit mit meinem Frauchen reden ich glaube ich muss mich umbauen ne ich bleib doch man eine Person die die auch gesagt hat so ich hab all die Jahre mich im falschen Körper gefühlt hab transitioniert und hab dann mit Erschrecken festgestellt scheiße das war nicht mein Problem das war nicht mein Problem das war das was ich da gemacht hab war nicht die Lösung für mein Problem und jetzt hab ich ein fucking Problem weil das ist irreversibel ja das sind aber ein Prozent von den ein Prozent ne wir müssen aber auch auf die Minderheiten achten ja aber wir guck mal wir haben das ist das Problem oh ganz böse oh Sina das gibt schon gleich wieder einen Shitstorm das ist das Problem du kannst natürlich so argumentieren guck mal jetzt versucht jetzt versucht sie dann auf Rücken von Minderheiten jetzt hier diesen Minderheits Attack zu bringen um das irgendwie zu veralbern um das irgendwie lächerlich zu machen kannst du immer sagen ey jeder weiß am besten selber seine eigene Diagnose du musst das selber entscheiden und dann hast du dann das Problem dann musstest du aber dann hast du Slippery Slope bei sieben Stunden ja gut einer definiert das und sagt ja ich nehm halt gern Drogen das fuhre ich mir an nein 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 eben nicht eben nicht das was ich eben sagen wollte mit ja sofern es den Menschen nicht selber schadet heißt natürlich nicht dass ich das verbiete und dass ich jetzt irgendwie der Richter sein möchte über was Menschen schadet und was nicht natürlich am Ende muss es halt immer irgendeinen Wiggle Room geben und auch Abstufungen davon wann wir sozusagen als Gesellschaft eingreifen und wann nicht und wie wir eingreifen spricht man mit den Menschen kommen die Menschen in Therapie oder sowas wenn sie beispielsweise wenn sie drogensüchtig sind dann sollten wir sie nicht direkt wegsperren aber wir sollten ihnen zum Beispiel irgendwie medizinische Hilfe anbieten und so weiter ich bin dann auch der Einser für Drogenlegalisierung aber auf der anderen Seite sind Drogen sehr schädlich ich zum Beispiel nehm halt gar nichts ne ich trinke nicht mal Alkohol selbe Team hier ja okay ich trinke manchmal Bier aber wie du meinst alter Suffkopf Sina so und und am Ende geht es natürlich auch darum wenn es jetzt zum Beispiel ey Sina du hast türkische Roots ne du bist theoretisch geborener Moslem du darfst gar kein Bier trinken jemand spritzt sich Testosteron oder so natürlich kann das auch schädlich sein wie man das auch bei vielen Bodybuilder Geschichten kennt aber ne es gibt halt jetzt nicht ne riesen Bewegung dagegen dass Bodybuilder sich Testosteron spritzen aber es gibt diese Bewegung bei Transmenschen es gibt auch viel statistisch gesehen bereuen viel mehr Menschen praktisch sämtliche anderen Operationen die sie haben machen ich weiß noch noch ein Gratis ich kenne auch Türken die Bier trinken ich glaube Sinan ist ja nicht mal Moslem also er ist ja laut Muslim ja als solcher geboren aber er ordnet sich da glaube ich nicht zu und genauso auch glaube ich Serdar Samucu oder so bei Hamid Abdesammat weiß ich es bis heute nicht so richtig aber ich glaube der ordnet sich auch nicht irgendwie muslimisch zu also aber es gibt ja Leute die dann sagen so also es gibt auf jeden Fall viele atheistische Türken auch auf jeden Fall manchmal sind das ja auch nur ich sag ja immer so diese Kultur Islam Menschen die das halt kulturell ein bisschen aufgenommen haben so wie das halt bei manchen Leuten mit christlicher Prägung ist so ist es halt bei vielen Muslimen auch die haben halt eine muslimische Prägung aber vielleicht gibt es da momentan ein paar mehr Extreme oder Radikale aber ja oder es gibt halt einfach keine Ahnung Marokkaner denen alles egal ist und ja entweder weil sie es mussten oder weil es Schönheits-OPs waren als Tanzmenschen die bereuen eine Geschlechtsangleichung also sollten wir sollten wir einfach generell wachsam sein ja wir sollten natürlich wachsam sein darauf achten und gucken dass man nämlich nicht also dass man nicht und ich sag jetzt mal weil es mich interessiert hat habe ich irgendwann angefangen gerade auch so bei Instagram und so Leuten mal zu folgen die die viele auch in diesem Aktivismus selber unterwegs sind selber auch so sagen sie sind nonbinär und so weiter mehreren Personen einfach nur also ich hab das nie irgendwie publik gemacht ich verwende das nicht in meiner Sendung und das ist schon krass da wurde ein kleiner Katholik in den Kopf geprügelt ja ich stamm ja auch also ich komme aus einer Familie meine Mutter kommt eigentlich aus dem katholischen Haushalt und mein Vater aus dem protestantischen das war schon früher schwierig ne ach komm das ist eigentlich nicht das Thema gerade aber ich sag's ganz kurz ne und ich bin auch schon durchaus ein bisschen christlich erzogen worden halt so dieses typische Kultur Christentum bla bla ne hab mich aber dann halt irgendwann so glaube ich so ab 16 17 halt wirklich radikal davon distanziert und hab durchaus so ein bisschen die Seiten gewechselt halt aber gar nicht so mit so einer atheistischen Attitüde sondern schon mit so einer eher ja Glaubensattitüde also ich glaube ja wirklich an die Finsternis und so weiter ne aber müssen wir jetzt nicht weiter da kommt dann meine Spinnerei raus ne weil du siehst also ich mach jetzt mal brutale Küchenpsychologie ich sag ja nicht ich sag ja nicht um wen es geht ne das ist anonym aber du siehst halt so das Borderline-Syndrom das springt dich an ja das springt dich an da sind Leute die die sammeln Geld für Transitionierung weil also irgendwo dann im Ausland machen zu lassen weil der Arzt in Deutschland und die Psychologen gesagt haben ne das ist nicht dein Problem und ich sehe was die für Clips teilen ja ich sehe dass die dass die ganze diese Trans TikTok-Welle da das sind das sind deren Helden die sehen darin die Lösung so ja und ich glaube trotzdem dass es auch schon Fälle gibt wo Leute halt wirklich auch ne ich meine die machen dir Schule die haben Stress die haben viele andere Sachen und ähm leider glaube ich ich glaube es gibt da manchmal Fälle wo die dann keine politische Lösung für ihre Probleme kriegen so sie glauben halt das hat mit ihnen selbst irgendwie zu tun dass sie nicht richtig funktionieren in dem System also könnte es vielleicht sein also ich sag mal es gibt diese Fälle vielleicht ne wo die dann sagen okay mein Problem war nicht meine meine sexuelle Orientierung oder mein Gender was auch immer ne sondern dass ich einfach nicht mithalten konnte dass ich nicht funktioniert habe in dem System und dass es dann letztendlich ganz andere Gründe hat sondern dass die halt ähm keine Ahnung aus irgendwelchen Gründen abgehängt sind oder so ne kann sein aber ich halte das für möglich ne dass die dann einfach anfangen an sich da ein bisschen rumzubasteln und bin ich der Richtige oder funktioniere ich richtig oder bin ich im richtigen Körper was auch immer ich könnte mir das halt durchaus vorstellen dass es da Menschen gibt die dann glauben äh es liegt an meinem Geschlecht oder so ich ich will gar nicht sagen wie groß das Problem ist aber es war für mich ein leichtestes diese Fälle zu finden und ich finde wenn man dann davor also warnen ist klar immer so ein krasses Wort wenn man dann zumindest nochmal auf dieses Problem aufmerksam macht und sagt hey stopp mal kann es sein dass wir vielleicht Jugendliche wenn wir das wenn wir den Zugang zu diesen Informationen zu diesen ähm zu Testosteron und so weiter wenn wir das erleichtern ich sag ja nur ne also vielleicht hast du recht so die meisten bereuen es nicht aber lasst uns das bitte im Blick haben bevor wir da irgendwie die Büchse der Pandora öffnen das wird seit Jahrzehnten gemacht da gibt es eine riesen Wissenschaft dahinter ähm das wird schon gut gehen sondern wenn man sich eben mit der Wissenschaft dahinter befasst dann stellt man fest die befassen sich mit all den Problemen und haben das alles auf dem Schirm und forschen seit Jahrzehnten immer weiter um diese Prozesse zu optimieren aber da eben Fehlerquoten ausgeschlossen werden stopp stopp ich diskutiere ja nicht mit ihm aber da ich glaube auf den Punkt ich glaube der Punkt auf den Sinan da hinaus will ist ähm dass es nicht darum geht dass die Leute die das dann halt mit dem Arzt und so weiter die das halt besprechen so sondern wenn die das Gefühl haben sie werden da ein paar mal abgelehnt weil der Arzt wie sagt nee ist alles in Ordnung oder wie auch immer oder Psychologe was auch immer und dass die sich dann alternativ umschauen wo sie das woanders machen können ich glaube darum geht es halt speziell dass man halt eine gewisse Art Hysterie schafft wenn schon keine Ahnung kein deutscher Arzt macht oder kein US-amerikanischer Arzt oder französischer Arzt dann mache ich das sonst irgendwo bis ich halt bis halt einer dazu bereit ist und mir das glaubt und so dass man halt so lange rumsucht und probiert obwohl dann keine Ahnung es könnten dann drei Ärzte sagen der eine aus Kanada der andere aus Schweden und der andere aus Deutschland sagt dann ja nee sie sind schon im richtigen Körper wie auch immer also die haben ja ein anderes Problem und dann sagen die halt nö aber ich fühle mich anders und wie auch immer das ist halt ich glaube es geht da eher um diese Fälle aber ich da weiß man jetzt auch nicht weil da gibt es ich weiß nicht wie viele Statist da gibt es wahrscheinlich keine Statistiken und da hat man wahrscheinlich eine unglaublich große Dunkelziffer und ich glaube da spielt Sinan gerade an so mein Eindruck also nicht Fehlerquoten sondern dass dass Menschen das Ganze am Ende bereuen oder da irgendwelche anderen Probleme man will ja nicht dass das passiert richtig und deswegen ist ja auch die Quote so gering aber eine perfekte perfekt 0% Menschen die das Ganze bereuen das ist ein das ist ein ein Ideal das haben wir in einem anderen Bereich überall wo wir Gesetze erlassen wird es immer irgendwo Verschleiß geben und irgendwo gehobelt wird absolut und jetzt ist das sehr merkwürdig wenn man sich halt so krass auf eben bei Transmenschen ausgerechnet dort auf eben diese kleinen kleinen Quoten sozusagen dann konzentrieren ja aber dann jetzt spielst du es ein bisschen herunter also ich habe auch wie gesagt jetzt okay wieder anekdotische Evidenz also meinen Bekanntenkreis wo ich eben auch mit Lehrern spreche und die sagen auch also seitdem das so krass in den Medien ist haben sie auf einmal ganz viele Schüler die das auch in sich entdecken und interessanterweise die Quote ist so 9 zu 1 Frauen die meinen Jungs zu sein ja andersrum ganz selten ganz häufig Frauen also Mädels die meinen sie sind jetzt ein Junge so und dann habe ich auch mal mit Lehrern so unter vier Augen gesprochen das sagen die natürlich auch nicht öffentlich weil man genau weiß da gibt es eine sehr sehr aggressive Bubble weil die sagen Alter die gehen durch die Pubertät die struggeln mit ihrem Körper das haben ganz viele junge Mädels ja für die ist das meistens nochmal ein krasserer Prozess als für die Jungs ja ich meine halten wir jetzt mal fest also das ist ja also das kann man ja nicht anders darstellen also es gibt vielleicht Vor- und Nachteile beim männlichen weiblichen Geschlecht aber die Frauen haben wirklich in einem Punkt halt einen Nachteil so das ist halt nur mal die Periode und das alles was damit zusammenhängt die haben da halt wirklich einen ja einen lebenslangen Leidensprozess ein Stück weit vor sich ich meine klar die Frauen können mit umgehen aber es gibt halt Leute die haben echt so eine schlimme Periode oder wir konnten auch sowas wie wie heißt es nochmal ach da wenn da unten bekommen doch Frauen gern meine Freundin hat selber jetzt habe ich einen echt Mordhänger gerade wieder Endometriose meine ich bekommen Endometriose oder so Zeug das ist halt wirklich richtig kacke und die haben halt echt keinen Spaß dran da kann man sagen dass gewisserweise da ja da ist da ist die Frauenwelt sozusagen ein bisschen mit gestraft mit kann man sagen jetzt könnte man aber auch wiederum sagen der Frauenorgasmus geht viel länger als der eines Mannes also der kann ja glaube ich wie eine halbe Minute gemäß richtig weil also ich da jetzt auch nie genau reingelesen aber könnte man jetzt auch sagen da haben die Frauen was den Männern voraus oder was was Schöneres bekommen ist zwar schwieriger bei denen aber beim Mann sind es nur manchmal wenige Sekunden aber klar ich glaube ich glaube bevor du extrem leidest nimmst du vielleicht irgendwie den kürzeren Orgasmus in Kauf naja und die sehen dann diese TikToks und die sehen das und die glauben und solange es nur so ist dass sie sich irgendwie jetzt Hosen anziehen und was weiß ich ist alles cool aber ab dem Moment wo du also das gab es diese Influencerin neue TikTok die dann erstmal erklärt hat wie man an Testo kommt in Deutschland ohne Rezept da dachte ich mir so wow okay das ist schon ein Level könnte man mal darüber nachdenken ob das irgendwie problematisch ist und ich will das gar nicht auf einer populistischen polemischen Art ich habe auch schon ohne Scheiß ich habe bei mir auch schon überlegt ob ich mal sowas nehmen sollte ich habe schon überlegt okay ein bisschen weil ich doch mit dem Bartwuchs vielleicht mal etwas anregen können oder so habe ich mir schon überlegt andererseits ich habe dann gedacht nachher gehe ich noch Haarausfall oder sowas ich weiß nicht ob das dann passiert aber das wäre so ein bisschen meine Angst ich hätte dann keinen Bock da auf einmal voll so mega Geheimratsecken alles zu kriegen also wenn ich mich dann entscheiden muss zwischen meinem Haar das ich jetzt habe und etwas mehr Bart und wenn ich mich dann entscheiden muss nämlich dann doch meine Haare immer noch also ich hätte nichts gegen ein bisschen mehr Bart aber naja wenn es nicht sein soll diesem Leben dann halt nicht machen mache ich auch nicht ich habe das nie in meiner Sendung so zum Thema gemacht aber zum Männerarzt gehen dass dieses Problem da ist und das ist zum Beispiel auch mit dem Selbstbestimmungsgesetz dass es da eben massive Schwierigkeiten juristisch und gesellschaftlich gibt und das dann immer so wegdiskutiert wird das nervt mich dann auch da wird sich ja Gedanken drüber gemacht da haben sich halt schon alle drum gekümmert nee haben sich nicht dieses Selbstbestimmungsgesetz nein warum ist es denn seit vor drei Jahren angekündigt worden und nie gekommen weil es natürlich ständig Probleme verursacht hat weil ja politisch was gegen gemacht wird der Begriff Vogue aufgetaucht in sozialen Medien in Deutschland das ist doch guck mal wir haben jahrelang überhaupt nicht über Transmenschen oder sonst wie diskutiert das war gar kein Thema und dann vor drei Jahren ungefähr fing das an dass plötzlich die Rechten in Deutschland das für sich entdeckt haben und dann wurde halt eben ja das macht es sich wieder zu einfach das waren jetzt nicht nur die Rechten das stimmt nicht also da habe ich auch schon mitgekriegt dass es auch für andere Personen schon großes Thema geworden ist also also ich glaube nicht dass viele dieser ähm äh die dieser Streamer die man auch zum Teil jetzt da mitbekommen hat auch auf Twitch sind die nur durch Hass groß geworden also sind die erstmal alle gehatet worden ich kenne die wie heißen die da alle Finesi oder wie auch immer sind die jetzt nur groß geworden weil die erstmal jeder gehatet hat und dann haben sie Aufmerksamkeit gekriegt ich glaube die haben John auch sich selbst auch ein Stück weit thematisiert oder berichte ich mich wenn ich wenn ich falsch liege also wenn wenn das Blödsinn ist du hast das Spiel auf beiden Seiten und man konnte du hast das Spiel du hast das Spiel auf beiden Seiten ja ne ich hatte das Spiel auf beiden Seiten weil auf der rechten Seite viel stärkere Medien macht und eine viel stärkere natürlich auch Fähigkeit solche Themen überhaupt überhaupt groß zu machen also bei Social Media florieren nach Quatsch also bei Social Media florieren diese Woke-Themen natürlich auch komplett ja aber doch nur weil die Rechten dagegen gehen es ist ja nicht so dass das irgendwie das ist doch ein gegenseitig befruchtender Prozess ganz ehrlich das habe ich auch schon in meiner Sendung gesagt das ist jetzt wieder die Frage das Huhn das Ei das Korn was auch immer es ist wer hat damit angefangen also ich glaube war es irgendwann 2019 in irgendeinem AfD Telegram Chat was auch immer wo einer gesagt hat hey wir müssen gegen die Trans gehen und dann ging es los glaube ich nicht ich glaube da gab es Leute die haben sich echauffiert oder gab es Leute die haben die Themen auch ein Stück weit gesetzt und das können auch Leute gewesen sein die betroffen sind was ich eigentlich mal schlimm finde ich finde überhaupt die Schlimme die immer darüber reden und dann das wie erzählen also finde ich gar nicht schlimm es ist immer wiederum die Frage wie gehe ich halt mit so einem Thema um ich kann mich nur wiederholen wie gehe ich damit um so mache ich jetzt Megadrama und Panik und oh Gott was passiert mit unserer Welt oder ja oh mein Gott ja vor 10 Jahren ist mir Funk mit dem Thema ins Gesicht gesprungen im Mainstream ist das vielleicht seit 3 Jahren ein Thema aber das hat schon viel früher angefangen ja kommt mir das eigentlich auch vor aber ich hatte auch nicht den Eindruck dass es nur vor 3 Jahren war die die ich permanent doch also guck dir ich schicke dir gerne mal die Doku das war auch nichts hier irgendwie unseriös oder für manche vielleicht doch unseriös war glaube ich in ZDF Doku über dieses Transthema in den USA und ich fand das super spannend ich hab's mir dann angeguckt da wurde dann nämlich eben das Fallbeispiel Florida wo es ganz krass transfeindlich war und dann haben sie aber sind so rüber geschwenkt Kalifornien und haben dann andere Storys erzählt und es war genauso bescheuert nur auf der anderen Seite da war es dann los da ging es dann los dass dann irgendwie Jugendliche ohne den die Zustimmung der Eltern einfach nur weil irgendein Arzt den du komischerweise immer findest sagt ist schon okay dass sie sich anfingen Pesto zu ballern so und da dachte ja hab ich mir das so angeguckt vor allem halt in der USA wo halt wirklich wieder halt ja fast nichts reguliert ist halt wo jeder irgendwie da ist halt ne freie Marktwirtschaft ne und da findest halt immer einen der irgendwie Profit machen will oder sich profilieren möchte ist halt wieder so dieses ja klar man kann das ja auch positiv sehen sagen hier das ist eine Gesellschaft da kann ich frei entscheiden und irgendeinen finde ich sowieso ne ja weiß ich halt nicht ob das so eine gute Idee ist aber man kann die Position haben wiederum so ne so das ist halt freier Markt ne der eine Arzt sagt so der andere so und wir haben nicht so eine richtig so eine so eine Leitlinie es gibt Leute die sagen hier ähm Evolutionstheorie geil ne die anderen sagen kompletter Quatsch Adam und Eva ne wir bauen eine riesige riesige Arche Noah beweisen da drin beweisen innerhalb dieser Arche Noah wo steht die nochmal ich keine Ahnung ne da beweisen wir dass die Evolutionstheorie Schwachsinn ist ja das ist halt USA ne ach krass das ist was passiert wenn du die jeweiligen Extremen ja einfach mal so laufen lässt und da das ist genau der was sagt was sagt man denn eigentlich jetzt trans Menschen in Florida geht einfach nach Kalifornien aber ehrlich gesagt gar keine so schlechte Idee geht lieber nach Kalifornien also wenn ich da auch die Wahl hätte so Kalifornien oder oder Florida dann gehe ich nach Kalifornien auch Kalifornien hat auch Schwachpunkte und auch 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 eine problematische Gesellschaft zum Teil aber wenn ich mich entscheiden müsste Florida oder Kalifornien Kalifornien ich sage ich gehe dazwischen und sage ich finde beides falsch beides verstehst du ich verstehe ich finde das in Florida das offensichtlich transfeindliche finde ich falsch und dieses andere wir lassen einfach mal alles machen ähm super keine Ahnung äh jeder meint irgendwie selber sein bester Arzt zu sein das halte ich auch für falsch diese Position habe ich ich habe einige Fälle das ist aber ganz schön antiliberal Sina ich habe einige von diesen Fällen äh kennengelernt die es da in den USA gab wo halt auch immer sich wieder rausgestellt hat dass das halt Fake News waren was die Arches auf dem Berg äh äh Ararat was Ararat wenn es halt eben diese krassen Fälle von links gewesen sind ich gehe jetzt rein in den USA oder gibt es halt bei ZDF ich weiß nicht ob die Fake News verbreitet das kann ich nicht sein und die wollen jetzt Katzenklos irgendwie in den Klassen haben da rein zu kacken und solche solche Geschichten gab es genauso wie irgendwie die Lehrkräfte die äh Kinder angeben ich meine ich meine nicht ähm äh äh die die originale Arche oder was auch immer sondern ich meine die haben da so eine gebaut die haben doch da wie so ein wie so eine Art Freilichtmuseum oder was auch immer das sein soll die haben da so eine Arche Noah also so eine Arche gebaut und das ist da das sind da so Ausstellungen gegen die Evolutionstheorie so ein Riesending haben die da gebaut so warte mal Arche USA oder so die haben da so ein Riesendingens gebaut wo liegt denn die nochmal hier ich ah ja ja hier ein Artikel von 2020 in den USA ist die Bewegung der Kreationisten ausgebrochen stark sie lehnen Darwins Evolutionstheorie die Erbsi glauben Gott habe die Erde in sieben Tagen geschaffen so und wo liegt die nochmal in Kentucky in Kentucky liegt die ja und da haben sie die Arche angeblich äh originalgetreu ähm nachgebaut und innerhalb dieser Arche da ist dann auch so ein wie so ein wie so ja so so ein Museum und auch mit ähm ja auch mit Souveniershop alles mit dabei da wird dann erklärt ne dass Evolutionstheorie alles Quatsch ist das ist halt die USA ne würde mal also ich glaube das ist in Deutschland noch undenkbar aber ich würde nicht ausschließen dass wir da immer mal hinkommen die ich weiß ich zu Hause irgendwie versteckt haben weil die äh sich als Trans geoutet haben um mich zu beschützen und so weiter gab es so viel Quatsch und der auch von Medien auch von seriösen Medien erstmal übernommen wurde äh also ich kenne pass auf jetzt können wir wieder sagen aber ich komischerweise kenne ich einen Fall äh ne also in größeren wo es genau darum auch ging dass zum Beispiel eine Trans äh Transfrau also ein ähm Mann der transitioniert ist zur Frau äh Grooming betrieben hat auch so etwas was man niemals sagen also ne so sich äh irgendwie an an die Jungs reingemacht hat sowas was du natürlich niemals erwähnen darfst weil das davor warnen und da ja immer die Rechten das ist so das Schreckgespenst von denen ja verstehe ich auch die übertreiben ja auch und hauen auf die Kacke so aber den Fall gibt's und ob es viele Fälle gibt keine Ahnung wir müssen das uns halt angucken ich mag einfach nur nicht aber was heißt ja die Fälle gibt's guck mal du hast du hast wir ne das ist ja ein Riesenproblem wenn wir sowieso uns auf einzelne Straftaten in den Medien konzentrieren so wie das dann zum Beispiel mit so True Crime Stories und so weiter ja mach ich ja auch nicht das meistens nur Insolito nicht wir brauchen ja nicht die Medien wir brauchen die morgen auf X schreiben ne Dara schießt indirekt gegen Insolito oder so ähnlich komm Shitstorm um damit irgendwo ein Fall von Grooming jetzt irgendwie behandelt wird oder so sondern da gibt es ja trotzdem das Suizidsystem es gibt den Rechtsstaat es gibt die Polizei die ermitteln dann hoffentlich und wir haben eine Gesetzesgrundlage die das Ganze natürlich ne am Ende mit Konsequenzen verseht wenn das halt passiert wir müssen nicht immer in den Medien sozusagen alles aufarbeiten aber am Ende des Tages wenn die Menschen jetzt Angst haben ich habe gehört gegen Angst bin ich sowieso immer ich habe Angst vor Transmenschen oder so ich sage dir nicht dass du das jetzt machst sondern ich verstehe schon deinen Ansatz dass du das gerne dann besprochen haben möchtest du möchtest gerne darüber reden du möchtest gerne dass es behandelt wird und dass das nicht den Rechten überlassen wird aber die Aufklärung die wir dann leisten müssen ist eben dass wir so überhaupt nicht über Kriminalität und so weiter denken dürfen anhand von irgendwie den einzelnen Fällen die es da gibt sondern wir brauchen Studien und Statistiken und dass es eine perfekte Welt gibt wo kein Transmensch jemals irgendwie ein Verbrechen ist unmöglich und das müssen wir dann den Menschen verklickern und eben nicht irgendwo da gibt es ein riesiges Ja gut im Grunde genommen hat er da jetzt nicht ganz Unrecht letztendlich muss er dich natürlich immer nach auch hier nach Mehrheiten richten das ist ganz klar also wenn du halt feststellst in den meisten Fällen ist es halt vollkommen berechtigt klar das ist natürlich wieder so und die Sache du kannst natürlich wahrscheinlich niemals auf dieser Welt jedem Einzelfall gerecht werden das ist auch eine Sache die einfach dermaßen unrealistisch ist also wir können uns zwar so entwickeln als Gesellschaft dass wir möglichst ne mit Rücksicht auf individuelle Fälle irgendwie dass wir da irgendwie was machen können halt ne aber es ist halt einfach sehr schwierig es ist halt es wird wahrscheinlich immer irgendwas geben wo dann jemand ne klar das ist halt Politik kann dann halt immer irgendwie reagieren oder agieren und sagen wir machen dann das und wir versuchen dann das ein bisschen einzuschränken und wir machen dann das Gesetz so und so differenzieren das wieder ein bisschen aus aber im Grunde genommen kannst du immer die Falle tappen dass dann wieder irgendjemand sagen kann aber hier funktioniert das wieder nicht richtig ne das wird wahrscheinlich auch immer so ein Ring sein hin und her wird das immer gehen ne auf beiden Seiten und wenn es jetzt zum Beispiel um das Selbstbestimmungsgesetz geht da wurde halt eine Riesenstimmung dagegen gemacht das Selbstbestimmungsgesetz war total unkontrovers und dann gab es von rechts einfach eine Riesenstimmung dagegen die Rechte haben gemerkt wir können nicht mehr gegen Homosexuelle hetzen das ist eine vereinfachte Antwort warum aber auch da hat er ansatzweise so einen Punkt so Ehe für alle interessiert hat die meisten Leute kaum noch das ist halt also im positiven Sinne so die Leute sagen ja mein Gott heirat doch was du willst ne ich glaube ich sag ja immer wieder in dem Moment als Irland das eingeführt hat das stockkatholische Irland da konnte die BRD halt auch nicht mehr sagen die BRD die BRD hier wir klingen wie so ein Reichsbürger da konnte halt Deutschland auch nicht mehr sagen hier ja wir haben hier so bestimmte Werte die Ehe die gehört den Heterosexuellen oder wie auch immer war schon schwierig dann und ich hab gedacht mein Gott lass doch die Leute heiraten wenn ein homosexuelles Paar sagt ne sind auch wie so ein Ding war für mich immer klar so kein Problem so diese vereinfachte Antwort weil du auf rechts guckst du guckst was machen Rechtsextreme und darauf leitest du deine Reaktion ab pass auf Selbstbestimmungsgesetz Selbstbestimmungsgesetz ich kann nicht so viel erzählen wie ich gerne wüsste wie ich gerne würde weil ich hab Informationen sozusagen auch von von Ministerien und sowas bekommen weil ich halt Leute so kenne und hab mal mit denen gesprochen auch zu diesem Gesetz und es ist so also nicht dass man denkt dass Dara der Betze-Fan ist ich glaub der Bettfußball nix am Hut also das ist natürlich hier bezieht sich auf mich hier unten da Bedenken geäußert wurden von zum Beispiel auch Strafverfolgungsbehörden und sowas ja die haben gesagt oh wow wow da müsst ihr nachbessern das könnt ihr so nicht bringen das hat mit rechts erstmal gar nichts zu tun und das waren also das waren du kannst dann immer sagen ja die Rechten haben ja nur das auf den Plan gerufen und ja was Rechte machen ist die Strafverfolgungsbehörde sagt okay pass auf verbessert mal das Gesetz das ist ganz anders als wenn das eine öffentliche Diskussion ist und das war ja dann nur du hast ja gerade gesagt das Gesetz wäre gar nicht das irgendwie zu verbessern das Gesetz sondern es komplett hinüber zu machen ja und das wäre ja ist ja auch gar nicht mein Take so verstehst du ich gucke nicht auf die Extreme ja klar wir müssen uns gar nicht befassen als Öffentlichkeit natürlich können wir das aber in dem Ausmaß wie wir es getan haben war es total übertrieben als Gesamtgesellschaft was jetzt irgendwie die Strafverfolgungsbehörde dann möchte ja aber gut aber dann kannst du immer sagen ja dann bräuchten wir medial eigentlich gar nichts besprechen weil das machen die ja eh schon die gucken was sind die wichtigen Themen ja das was richtig läuft ja welche welche ja ganz kurz guck dir die Medien an guck dir diese ganze Meinungsblogger-Scheißerei an die wir alle machen willst du mir wirklich erzählen du willst jetzt darüber entscheiden was das Wichtige und was das Unwichtige Thema ist Sinan ich verstehe jetzt tatsächlich Dara's Punkt ein Stück weil ihm geht es halt wirklich darum dass man sich halt schon auf so also ich hoffe er meint auch sozioökonomische Themen und so weiter da würde ich ihm sogar zustimmen ne aber das Ding ist halt du musst es halt den Leuten trotzdem überlassen also du kannst natürlich sagen hey Leute legt vielleicht mal euren Fokus auf was anderes oder so das kann man durchaus ja denken und sagen aber es ist jetzt wieder die Frage wenn dann jemand das nicht so macht also wenn dann jemand sagt nee ich ich behandle das Thema trotzdem weil es jetzt irgendwie gerade auf der auf der ja einfach auf der Liste ist ne dann ja dann soll derjenige das halt machen dann kann ich halt immer noch sagen ja ich halte ein bisschen für Zeitverschwendung oder so aber jetzt ist halt wieder die Frage ne mach ich jetzt jemanden total kaputt weil er dann das Thema anspricht oder lass ich den halt auch mal gewähren und sag halt okay lass die das mal bearbeiten dann kannst du immer noch deinen eigenen Standpunkt machen sagen hey Leute ne macht nicht so viel Hysterie und ähm also ich kann schon verstehen auf was er da hinaus will aber ähm ja ich will den Leuten halt nicht vorschreibweise zu reden haben also ich will den Leuten halt nicht jetzt sagen hier dürft ihr nicht oder ihr seid komplett dumm ne ja doch das sag ich schon manchmal ein bisschen aber ja ich halte halt wenig davon irgendwie großartig da Vorschriften zu machen so ich ich mahne dann einfach ne ich mahne einfach die Klimakatastrophe ist glaube ich wesentlich entscheidender als oh da könnte vielleicht ein paar Transmenschen ihre Transition bereuen ja das sehe ich sogar ähnlich jetzt stimme ich dir wahrscheinlich sogar ziemlich hundertprozentig zu aber wie willst du jetzt wie willst du jetzt den wir sind uns eigentlich wieder einig ne eigentlich sind wir uns einig wir eiern wieder so ein bisschen drumrum im Grunde genommen haben wir ja haben uns ja ein bisschen auf was geeinigt aber bestimmt also wie willst du sagen hört jetzt auf Kinder darüber ich weiß du bist jetzt hier aber willst du es wahrscheinlich so machen aber die Rechten die Rechten werden immer versuchen aus Themen die eigentlich keine wichtigen Themen sind große Themen zu machen wenn die Gesellschaft gerade total super läuft wenn sie den Leuten erzählen die Gesellschaft läuft total scheiße wir werden vor die Bank deswegen mache ich ja gut News und übrigens die Ausländer ja aber deswegen sagt ja Sinan guck mal das Thema wird zwar jetzt kontovers diskutiert aber sagt dann auch selber Leute jetzt macht mal halblang das sagt er ja er versucht das Thema nicht aufzugreifen um es weiter weiter zu dramatisieren sondern er sagt auch gleichzeitig Leute ich weiß ihr beschäftigt euch mit dem Scheiß aber macht mal ist nicht so schlimm das macht er doch die ganze Zeit das ist doch genau das was er doch tut also er macht das ja nicht um weiter zu dramatisieren und noch ein Öl ins Feuer zu gießen sondern er macht das ja gerade um dann den Leuten zu sagen hier ähm ich verstehe euch äh vielleicht ich verstehe gewisse Punkte aber Leute es ist nicht so schlimm ne bleibt locker so das tut er ja die ganze Zeit sind an allem schuld und auch wenn die Geiststatistiken überhaupt nicht hergeben auch wenn Deutschland ein sehr sicheres Land ist auch wenn Integration eigentlich seit Jahrzehnten im Vergleich zu anderen Ländern finde ich auch gut das wäre denn gut jetzt beschreibst du einfach wieder meine Sendung und daraus ich meine Musik verbreiten aufklären nicht Angst machen keine Panik verbreiten Probleme trotzdem einfach ansprechen gerade wenn sie ja aber ja Tara was ist dein verdammter Punkt so du gibst theoretisch die ganze Zeit Sinan am Ende des Tages gibst du ihm recht ne am Ende des Tages ne und dann eierst du wiederum ja Sinan aber das war nicht so ganz und das war nicht so ganz aber im Grunde genommen siehst du es doch fast so nur Sinan hat seinen eigenen Stil aber er macht doch er macht doch fast alles so wie es du wie du es erwartest vielleicht spricht er zu 10-20% mehr die Sachen noch an um vielleicht Leute die da ein bisschen verunsichert sind oder irritiert bei bestimmten Themen so damit er halt sagt ey komm Leute Tara was ist dein verdammter Punkt 2 Stunden 52 Minuten was ist dein verdammter Punkt wenn sie alle auch so jucken ich hab halt keinen Bock mehr immer erzählen zu lassen so jetzt halt auch darüber zu reden das ist nicht wichtig ist mir scheißegal dann nehm ich halt ein unwichtiges Thema und sag keine Panik davor aber das was du darüber sagen solltest wäre ey Leute das ist von rechts aufgebaut das ist kein richtiges Thema ja das führt pass auf Sinan okay okay warte warte ganz kurz ganz kurz du sagst von rechts aufgebaut ich folge wirklich keinem einzigen rechten Kanal bei Instagram und ich werde täglich mit diesen Themen Gendern Trans LGBT ich bin mir sicher jetzt werden sie erstmal seine Followerliste bei X durchsuchen und irgendwo festzustellen ob er irgendwie jemand gefordert ist der ja problematisch ist bin ich mir jetzt sicher die werden das auf jeden Fall überprüfen die werden jetzt wahrscheinlich Sinans Followerliste komplett auseinander nehmen Sinan du hast hier irgendwie 100 Kanäle die du followst ich hab da 2 gefunden die sind echt problematisch stopp stopp richtig viel Zeit investiert oder sind die alle auf das rechte Narrativ reingefallen nein das ist doch eine Reaktion das ist doch guck mal wenn die Echte auf das Community angegriffen wird durch rechts nein die haben auch die wurden nicht nur angegriffen die haben auch selber manchmal Sachen raus rausgehauen Dave sucht schon ja der auf jeden Fall also der ist jetzt der das war ja wann war das vor nee das war gestern erst Dave der ist schon der hat die Liste schon fertig eben durch Hetze und durch Falschinformationen die verbreitet werden ja da müssen die sich doch irgendwie verteidigen und dann werden die so und dann ist die Strategie Dave würde sie sogar handschriftlich würde er sie sogar mit Schönschrift nochmal aufschreiben das ist die Strategie der Kanäle bei Instagram und Co also im Social Media zu sagen wir müssen die wir müssen die verteidigen wir müssen Haltung zeigen los wir bombardieren die Leute mit dem Thema zu das ist eine gute Strategie du kennst du das dieses nein man kann es doch nachvollziehen der Einzelne wird doch erstmal sich sagen okay pass auf ich muss halt irgendwie dafür sorgen dass die Menschen mehr von mir mitbekommen und eben meiner Richtung wie weit bist du im Drachengame gewesen das ist doch nicht es war so klar dass es auch noch kommt ich habe ja vorher auch schon das Beispiel gemacht das ist doch nicht irgendwie koordiniert und organisiert oder sowas was auf Social Media stattfindet das ist dumm ja ich sag ja es hat keine Strategie es ist schlecht es ist einfach eine emotionale Reaktion die ich nachvollziehen kann die bei genauer Betrachtung aber dumm ist nein 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 überhaupt nicht dumm das siehst du dann so natürlich kann man ganz kurz ich möchte das Phänomen das Phänomen schau mal das ist doch das wenn zum Beispiel wenn du der Meinung bist hey die Leute werden zugeballert mit LGBTQ und dadurch werden die abgeschreckt dann kannst du nein nein das habe ich nicht gesagt das habe ich gesagt das Thema wird fokussiert das ist doch total das ist doch total verständlich dass eine Gruppe die Repressionen erfährt und die eben von den Rechten die wird immer mehr Repressionen dadurch erfahren natürlich also kennst du das Phänomen mit Drachendort wie weit bist du informiert beim Drachendort also weißt du ja weißt du ungefähr nebenbei du weißt ja das ist so also ein bisschen eine halbe Stunde lang Talk darüber ach weißt du noch als er seine Adresse getroppt hat ich bin im Vergleich sehr sehr warte 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 es geht um ein Phänomen kein Vergleich ein Phänomen also das ist jetzt ich setze ihn nicht gleich das ist was anderes ich bei diesem Drachengame ich war da nie involviert ich habe das irgendwie viel ich habe da Jahre später erst jetzt erstmal von einem Jahr oder so habe ich was davon mitbekommen erst und dann habe ich das mitbekommen und dachte so krass da wird ja einer richtig hart gemobbt und dann habe ich noch mal für die ganzen krassen Hater die das Game schon seit Christi Geburt kennen es geht jetzt wirklich nicht darum wie Sinat ob der das jetzt verstanden hat oder ob er jetzt genau weiß was der böse Rw da alles getrieben hat es geht jetzt echt nur einfach nur mal um zu erklären wie das ungefähr funktioniert weil ich weiß jetzt das ist auch so typisches Medieding heutzutage aber die Leute dann gleich sagen du hattest ja gar keine Ahnung von dem Game ist scheißegal er beschreibt jetzt glaube ich einfach nur was es gab immer wieder in der Geschichte Leute die meinten oh dem muss man helfen dem muss man verteidigen dem müssen wir jetzt nochmal irgendwie zum Thema machen und es hat immer weiter dafür gesorgt dass es immer schlimmer wurde also verstehst du der Impuls zu sagen oh ja da muss man jetzt mal gegensprechen kann unter Umständen der Sache gar nicht dienlich sein das ist auch zum Beispiel was mir wo man auch sagen muss unabhängig davon ob man ihn verteidigt oder nicht aber die Leute hätten das so oder so gemacht das muss man auch mal so sagen also da muss man schon ehrlich sein wenn die Leute da drauf Bock haben machen sie es viele Transpersonen ja per Mail schreiben die nicht trauen sich halt online zu erkennen zu geben die mir in Mails dann immer schreiben hey danke dass du das so sagst wir haben von dieser ganzen Aufmerksamkeit gar nichts ich will das gar nicht ich will nicht dass irgendwie schon wieder zehn öffentlich-rechtliche Kanäle dazu aufrufen irgendwie solidarisch zu sein weil das sind doch so Worthülsen die Leute können ja nicht aktiv irgendwas machen weil wenn du sowas mitbekommst dass eine queere Person oder angefeindet wird ja dann hoffe ich dass alle anständigen Menschen sozial Zivilcourage zeigen und dazwischen gehen das hoffe ich aber das würde ich vermuten dass das generell so ist aber dass du die so in den Fokus ziehst hat auch wieder und da reden wir wieder also meiner Meinung nach das große Potenzial auch von Kollateralschäden auch hier wieder Strategien keine Ahnung du sagst es ist wichtig darauf aufmerksam zu machen ich sage puh ich weiß gar nicht ob da so viel zu geben das ohne dir das was niemals passieren wird ist dass jemals in irgendeinem Geschichtsbuch stehen wird irgendwie ja und dann haben sich zu viele Menschen für die Sache eingesetzt und dann wurde das nichts ich weiß auch nicht warum man das auch geschichtlich aufschreiben sollte aber ehrlich gesagt bei der französischen Revolution ist auch einiges nach hinten losgegangen erstmal langfristig kann man sagen okay haben die Leute vielleicht ein bisschen was nachgedacht danke erstmal für den Follow Hyperbolicus 12 wie nenne ich dich in Zukunft Hyper Hyperbolicus Hyper Hyper ist das so man muss schon aufpassen wie man mit also es ist schon so dass auch manche Bewegungen manchmal irgendwann ins Abstruse gehen auch bei den 68er gab es ja schon manchmal auch Sachen wo du dann dachtest so das ist kein kein Shoot gegen prinzipiell was da gelaufen ist so ich bin keiner der sagt oh die böse Frankfurter Schule und das alles nicht dass jemand denkt ich bin so ein rechter Horst der dann irgendwie so um welche da wieder Narrativ raushaut oder um welches Zeug um welche Behauptungen über linke Verschwörungen und der Marsch in die Institution oder sowas nein aber man weiß einfach dass bestimmte Massenphänomen immer mal wieder ähm äh wie soll ich sagen da kommt auch manchmal ein bisschen Quatsch mit ne und da sind auch schon manchmal Leute dabei die das dann irgendwann ins Lächerliche treiben ich glaube auch dass zum Beispiel äh die RAF ne die hat sich ja auch so ein bisschen aus der 68er gespeist so die sind dann irgendwann den totalen extremen Weg gegangen ne und ich glaube auch dass es zum Beispiel auch den Linken dann auch äh eine gewisse Zeit auch echt geschadet hat weil Leute dann echt dachten so die 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 machen die gehen notfalls ne über Leichen und alles mögliche war nicht so gut ne also das kann man das steht ein Geschichtsbuch am Ende auch drin ne also die 68er sind jetzt noch nicht irgendwie so frühere Geschichte aber das würde man wenn man vielleicht mal mal aufschreibt würde man feststellen okay aus den 68ern ist vielleicht die RAF entstanden und dann ist das irgendwie auch ziemlich eskaliert ne also wie gesagt Aktivismus hat ja wie gesagt seine Berechtigung aber man muss schon auch bedenken wie mache ich meinen Aktivismus also einfach nur Aktivismus damit man Aktivismus macht und alle Werkzeuge sind legitim na 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 kann auch nach Hitlos gehen das passiert ja nichts aber das ist halt auch wieder das ist nun mal es wird ja nichts gemacht also es gibt ja nicht umsonst auch sowas wie eine Konterrevolution gibt es ja auch nicht umsonst die Rechten versuchen ja so eine Art Konterrevolution auch zu starten das ist ja so ein bisschen so der Antrieb also was meint man denn damit ich verstehe auch dieses ganze Haltung zeigen ehrlich gesagt nicht ich weiß gar nicht was daraus erwirken soll du siehst doch nicht der Wirkmechanismus aber du siehst doch die Demonstrationen in Deutschland ja glaubst du wirklich da sitzt eine AfD und denkst nicht und irgendwann steht im Geschichtsbuch ja und dann gingen zu viele Menschen auf die Straße und die AfD da bin ich trotzdem noch bei Dara ich finde es absolut legitim und finde es auch okay dass die Leute da demonstrieren finde ich nach wie vor okay also das würde ich momentan immer noch nicht kritisieren wie gesagt ich bin sehr sehr skeptisch was Massenbewegungen angeht immer weil ich halt immer schlimm finde wenn sich da so eine Mitläuferklientel da so raus kristallisiert betrifft sowohl die ganzen AfD Leute und was da alles mit zu tun hat aber viele Bereiche halt ich weiß Mittler von Mentalität wird heute mit gerechtfertigt ja die Menschen sind halt so die sind halt soziale Wesen wir haben das jetzt schon prüft trefft sich mal gehabt aber ich bleib da skeptisch ich bleib skeptisch trotzdem glaube ich dass momentan das erstmal gut ist dass es diese Proteste diese Demos gibt weil wir haben jetzt auch wirklich genug damals Corona Demos das alles gehabt wir haben halt auch damals Pegida den ganzen Mist gehabt und wenn es jetzt auch mal Protest in Demos von der anderen Seite gibt in Massen das ist einfach nur mal ein gewisser Ausgleich ne also das finde ich jetzt auch mal ganz gut zumal ich auch wirklich problematisch finde was so von der AfD und so weiter alles da kommen soll ja ich hab ja selbst ich hab schon überlegt ob ich mal bei so einer Demo dabei bin und da muss schon viel passieren dass ich sage ich würde auf die Demo gehen oder auf eine Demo gehen ich bin ja eher so ein ja ein Heimscheißer das ist ja etwas das sind ja Symbole die da da entstehen das ist ja etwas wo dann in Ostdeutschland gab es nie Anti-AfD-Demonstrationen beziehungsweise immer sehr kleine beziehungsweise nicht so aufmerksamkeitsstarke stopp 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 Hyperbolicus ja ich weiß du redest jetzt halt vom Kanzler und so weiter man muss aber dazu sagen Willy Brandt war Anfang der 80er Jahre auch bei den Friedensdemos mit dabei und er war Parteivorsitzender der SPD auch noch ich weiß er ist auch damals ein Stück weit kontra gegenüber seinen eigenen Kanzler also Schmidt und Brandt waren ja sich eh nicht so ganz einig aber ja also ich finde auch selbst ein Spitzenpolitiker hat das Recht für das Richtige auch auf die Straße zu gehen mir wäre es lieber er würde aber tatsächlich politische Probleme lösen die wir im Land haben das wäre letztendlich besser damit er dafür sorgt dass die Rechten schwächer werden ne das wäre ja natürlich auch gut wenn Scholz einfach Politik macht und die Leute am Ende sagen hey ich muss gar nicht AfD wählen weil die SPD macht richtig geile Politik hier so ich habe jetzt keine Ahnung 50 Euro 100 Euro 200 Euro mehr in der Tasche und kann meine Miete bezahlen und das ist alles besser und ne und beim Stadtviertel ist ruhiger geworden es gibt jetzt schöne Integrationskurse die sind nicht unterfinanziert und bla 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 ne das ganze tolle Zeug was wir uns ja alle wünschen ne das ist dann natürlich das was der Politiker eigentlich machen sollte wie gesagt aber er hat natürlich auch nicht er hat aus meiner Sicht auch nicht das Verbot auch zu sagen hier ich finde es gut dass man gegen die AfD demonstriert weil ich sag mal es mal so die Ampel ist ja nicht alleine daran schuld dass rechts außen wächst ne also auch irgendwo muss man mal auch sagen äh ein Stück weit ist auch da die Eigenverantwortung bei bei den bei rechts natürlich auch zu sehen ähm ich rede jetzt mal generell von der rechten Seite also die können natürlich nicht immer nur sagen ja wir sind ja auch nur da weil die anderen scheiße sind es ist halt wirklich ne das ist halt von allem so ein bisschen ne es gibt halt nicht diese eine Wahrheit ne ähm Ampel gut und und rechte böse oder oder rechte gut und Ampel böse so alle Schwachsinn so alle tragen ein Stück weit dazu bei dass die Dinge sich so oder so entwickeln so und natürlich das sag ich ja die ganze Zeit Dara sollte auch jemand sein der versucht ihr Leute wieder anzuwerben zu begeistern abzuholen wie auch immer dass die eher nach links gehen und dass die Linken gute Antworten haben für die entsprechenden Probleme die wir haben ne ganz klar es ist halt ne es ist halt wirklich du musst halt alle Faktoren so ein bisschen benennen oder alle alle Bereiche halt die 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 eine Rolle spielen so anders geht's nicht das ist halt anstrengend und das ist halt äh ein bisschen ne muss man ein bisschen nachdenken aber ja ich will's halt nicht auf irgendwas billiges runterbrechen und jetzt dadurch dass in ganz Deutschland eine Mobilisierung stattfindet fühlen sich Menschen in beispielsweise Sonneberg bestärkt auf die Straße zu gehen wie gegen die AfD okay also wir haben eine sichtbare Spaltung ne aber das da hat er da muss ich ihm ein Stück weit zustimmen den Talk gemacht haben haben wir hab ich dann noch eine Reportage dazu gesehen von den Tagesthemen so die wären nicht dazu hätten sich nicht dazu gestärkt gefühlt ohne die Demonstration in ganz Deutschland okay aber das ist ja erstmal die Reaktion die kann ich ja verstehen die finde ich auch okay finde ich völlig in Ordnung also ich würde also sie dann stimmt auch wieder zu sag niemals jemandem geh nicht auf die Stadt ey ganz ehrlich im Grunde genommen sind die beiden sich eigentlich über 80% der Punkte irgendwie einig so es geht eigentlich nur um ein paar Stilfragen das ist eigentlich fast das also okay beim Genderthema oder wie auch immer also beim Geschlechtsthema sagen wir es mal so da waren sie sich auch nicht ganz einig aber 80% sind sie sich ja eigentlich einig so eigentlich kacken sie nur über ein paar Stilfragen rum und aber im Grunde genommen ist da ja ein gewisser Konsens da jetzt ist nur die Frage warum klappt das nicht so untereinander warum ist da nicht so eine gewisse ja gleiche Stil anderer Weg weitersgehend ist es so krass mach das ja aber das ist der gleiche so aber wie ist der wie ist der Wirkung was passiert wie ist die Wirkung welche die Wirkung was passiert dann die Wirkung also wir gehen auf die Straße und dann das ist halt eine sehr komplexe psychologische Wirkung aber zusammenfassend lässt die sich ähm erklären indem man sagt indem der Mensch der natürlich vielleicht die AfD gewählt hat oder vorhatte die AfD zu wählen merkt einfach auch nur durch so ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl oder dieses Bedürfnis dass man zu einer Gruppe gehören möchte hey das sind aber ganz schön viele die da gegen mich wären und dann sind das natürlich ja aber du weißt doch gar nicht wie der selbst selbst wenn der das Gefühl bekommt aber mein Gott die Wahlen sind ja geheim der kann doch trotzdem dann einfach ja gute Nacht ne Hyper 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 ähm ja schlaf gut ne schöne schönes Wochenende schöne schönen Freitag und so weiter bleib gesund ja auf jeden Fall ähm weißt du ja trotzdem nicht ob diese Leute äh am Ende dann trotzdem äh AfD wählen also nur ich mein der geht in die Wahlkabine macht ein Kreuz hin irgendwo oh mein Gott dann hält er vielleicht in Zukunft ein bisschen die Schnauze aber es ändert ja am Ende vielleicht nichts daran was er wählt weil diese diese Takes sind ja trotzdem längst in der Welt und wenn er die immer noch vertritt ne also von rechts außen ja dann dann schreit er vielleicht nicht mehr durch seinen Ort so richtig rum aber das ist dann schon alles aber das muss nicht dazu führen dass er dann anders wählt Prozesse die da im Kopf stattfinden wie der braucht ne Problemlösung diese eine Wähler so und wenn wenn der die immer noch nicht bei äh Mitte links was auch immer Parteien sieht dann wird er weiterhin die Partei wählen ja was ist wenn da mein zukünftiger Arbeitgeber dabei wäre was können denn da auch gute Freunde und so weiter dabei wären ja aber es ändert an sein Wahlverhalten da auch nichts okay dann versucht er halt quasi die Gruppe dort so ein bisschen auseinander zu spalten dort aber das können die genauso wiederum als Angriff sehen zu sagen hier ja guck mal jetzt bekämpfen sie bekämpfen sie uns schon so mit Mitteln ne so irgendwie mit Eindrucksschitten und so weiter allerdings natürlich haben die natürlich das Recht zu demonstrieren also das hat wieder zwei Seiten das Ganze das ist kein Quatsch ja ich weiß also dass du das schon dass du das schon als ich sag nicht mal dass das nicht stimmt das kann funktionieren ich finde das ist brutal aber das ist wahrscheinlich wir suchen uns unsere politische Haltung nicht nur daran aus was wir für argumentativ am besten halten oder was wir für richtig und was falsch halten sondern auch was uns manchmal am meisten bringt ja doch 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 Dara das tue ich schon also wie gesagt ich hab die meiste Zeit meines Lebens gar nicht mal so krass mit linken Bubbles an sich so zu tun gehabt also das waren jetzt nicht wie mein ganzer Freundeskreis oder so sondern ich hab mich einfach mit Politik beschäftigt und hab halt so ein bisschen mich mit bestimmten Themen auseinandergesetzt und hab mich dann so gefragt wie seh ich die Welt und wie halte ich's denn mit so Gerechtigkeit und so Kram und dann bin ich irgendwann zu meinen ja zu meinen Schlüssen gekommen und obwohl da so jemand wie Dara da ist dem und den ich jetzt wie gesagt nicht sonderlich sympathisch finde trägt er auch nicht dazu bei dass ich meine politische Meinung ändere also ich hätte da könnten jetzt auch irgendwelche AfDler kommen und sagen ja komm da wir geben dir eine Heimat und wir sind cool mit dir ja sag ich halt ja geh weg also vielleicht trinke ich mit dem Einzelnen sogar ein Bier ich weiß nicht aber erinnert nichts daran wie ich wählen gehe sondern ich werde dann sagen hier pass mal auf du wählst jetzt aus also aus irgendeinem Grund wählst du die vielleicht ne aber mich kriegst du ja nicht so also vielleicht bräuchten wir auch einfach ein paar starke Menschen da draußen die einfach auch wissen wofür sie stehen und das halt nicht nur aufgrund von Druck Gruppendruck irgendwie machen weil dann lernen sie auch nichts dann sind sie ja nur eingeschüchtert und beschäftigen sich ja dann gar nicht mehr mit wenn es ja nur wenn es nur darum geht so eine linke Identität nur zu haben die darauf aufbaut dass man irgendeiner linken Gruppe angehört finde ich halt auch doof also ich will da schon aus mir selbst heraus sein und nicht weil mich jemand irgendwie dazu treibt so 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 bitte sei jetzt äh Sozialist so dann werde ich zwar jetzt nicht trotzig sagen nein aber ich werde schon sagen ey alter das entscheide aber ich du Penner ob ich jetzt Sozialist bin oder was auch immer das entscheide ich nicht nicht deine dein Kiez oder wer auch immer das entscheide ich ob ich die Ideen gut finde oder nicht meine Güte immer die Psychologie der Massen und was auch immer und der ganze Scheiß da das ist so das Traurige ne also ne dann so ein Aktien mit Kopftyp zum Beispiel von dem ich dir erzählt hab der hat mich irgendwann weißt du da gibt's Berichte von irgendwie angeblichen Freunden von ihm die dann erzählen ja der glaubt da eigentlich gar nicht dran aber der macht das weil es halt so Content oder von ehem und der hat sich eine Haltung sozusagen ausgesucht weil sie ihn einfach vorangebracht hat weißt du wenn ich zum Beispiel bei RWE Karriere machen möchte dann sollte ich lieber nicht so bei Fridays for Future mitlaufen und nach solchen Kriterien suchen sich Menschen nun mal eben auch ihre politische Haltung natürlich nicht immer ja ok verstehe ich also der Wirkmechanismus ist also Gruppendruck und du kannst auch trotzdem also ich würde keinen Menschen übel nehmen der links ist und trotzdem bei RWE arbeitet weil der muss halt irgendwie einen Job finden wo er halt keine Ahnung sein Geld verdient also man kann sich das halt ich bin da man kann sich also momentan geht's besser ne weil wir halt mehr Arbeitskräfte suchen ne aber also es gab schon schlimmere Zeiten den Arbeitgeber auszuwählen aber ich würde da nie jemanden strikt rausziehen ich würde auch nicht sagen du bist voll eine unglaublich äh ähm unglaubwürdige Linke weil du arbeitest ja für E.ON oder so ja weil er halt vielleicht keine Ahnung er ist er kennt sich halt äh er ist irgendwie Energietechniker was auch immer ne aber er ist im Grunde genommen total für Öko Energie ne aber vielleicht versucht er das so ein Stück weit in die Firma mit reinzubringen ne dass man halt erneuerbare Energien oder so hat aber die Firma macht's halt vielleicht noch nicht aber dann ist er für mich nicht weniger glaubwürdig sondern im Gegenteil das ist dann musst du ja gerade da reingehen das ist halt wie ne auch immer dieses Ding so ey du machst Kapitalismuskritik und trittst jetzt auf dem Festival auf und hey guck mal ein Sponsor davon das ist irgendwie Cola oder was auch immer ja klar du musst genau da reingehen genau da weil dir bleibt ja nichts anderes übrig so wenn wir in der kapitalistischen Welt leben dann musst du natürlich zumindest da reingehen du musst natürlich nicht jeden Scheiß machen aber dir bleibt am Ende nichts übrig ähm äh deine linken Sachen da durchzubringen wo du es halt nur mal machen kannst so ich könnte jetzt auch genauso sagen ich gehe jetzt auf irgendeine Streamingplattform die keiner kennt ne mich kennt schon keiner ne ähm und nur damit ich dann da irgendwelche Themen bespreche nur damit ich halt äh Amazon ausweiche also Twitch ne ja will ich halt nicht ich will ja trotzdem also selbst ich will ja dass dann möglichst viele Leute äh äh mir zuhören können ne sie machen es nicht aber aber trotzdem wäre doch jetzt dumm mir das zu verbauen gerade weil ich ja auch klein bin ne und nur wie so ein kleiner Fuzzi-Streamer bin also ich Gott ich ich meine das nicht böse mir gegenüber selbst ne ich ta ich hab mich lieb ja dann nein aber ich bin ja so ein kleiner Streamer so 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 aber das ist so ja man muss ja die Werkzeuge nehmen die eben halt ja die man halt hat ne man muss halt nicht jeden Scheiß machen ne man muss nicht jeden Scheiß machen aber es bleibt dann halt nichts anderes übrig als zu sagen okay irgendwo ein Stück weit muss ich mitspielen ein Stück weit ich muss halt nicht jeden Schwachsinn machen und Angst vor Repressalien verstehe ich ja ja aber dann spielt damit rein das ist du stellst das jetzt so da so rum nein nein das ist okay das sind Prozesse die damit einhergehen die leider nicht in der Gesellschaft wegzuradieren sind es ist nur mal eine Diskussion oder nicht das Argument sondern ich gebe dir den Punkt auch aber ich bin ich bin absolut sicher dass irgendjemand der bei RWE E.O. und was auch immer Wattenfall wer auch immer da arbeitet ich glaube die werden sicherlich grüne Leute da haben vielleicht sogar linke Leute da haben das ist doch Schwachsinn also vielleicht werden sie auch ein paar mehr FDP dann CDU da haben okay aber ähm das das sagt doch gar nichts aus dankeschön ist doch okay pass auf nur ich kann das weiter ausführen weißt du um das noch mal ein bisschen zu präzisieren was da Mon Peleron Peleron Society servus die Leute aus der Bubble tun nur so als seien sie links ja oft kommt es einem halt nur so vor das war schon immer durch die Geschichte so dass Massenbewegungen Demonstrationen und so weiter Conteste dass die Eindruck geschindet haben bei der gesamten Schrecken einfach nur weil sie gezeigt haben viele Menschen setzen sich dafür eine Sache ein manche dann unter der Guillotine am Ende das braucht darum dass Menschen anerkennen dass jemand Leistung erbringt beispielsweise indem er auf die Straße geht indem er eine Rede hält und so weiter jetzt bist du kurz davor zu verstehen also wie gesagt er hat nicht da komplett Unrecht nur er sieht glaube ich Massenbewegungen auch ein Stück weit zu unkritisch Menschen wie Imp und mich das komplett abschreckt das mag sein ich gebe dir da durchaus recht ich gebe dir da recht also ne es gibt aber auch so Menschen wie uns die sagen ey Slicer ich weiß den Take kenne ich also ich kenne das auch schon mit diesem ja links rechts drauf ne ich finde das nicht falsch es ist halt eher die Frage wie du damit umgehst ob du das als krasse Spaltung empfindest oder ob du das ist doch nur eine politische Zuordnung die kann man ja machen du kannst auch sagen hier pass mal auf ich bin aus denen Gründen kann man ja durchgehen bin ich halt eher links aber das ist natürlich nicht deine komplette Leben also das ist ja nicht komplette deine komplette Daseins Realität so natürlich das politische Denken macht viel in dir aus aber du musst dich ja darauf nicht reduzieren das sagt es ja nicht nur weil ich sage ich bin ein Linker stehe ich ja nicht morgens auf und bete erstmal zu Karl Marx oder so ne ich bete zu Sala ne aber oder zum FCK oder was auch immer das ist halt wir haben ja noch andere Facetten man hat eine politische Facette die ist bei mir links so einfach ne das musst du ja nicht als krasse Spaltung empfinden oder so das ist dann das was du selber wieder daraus machst weil du denkst das wäre irgendwas Spalterisches ist es aber nicht ich kann ja trotzdem mit einem Konservativen auch ein Bier trinken aber auch mit dem befreundet sein macht mir nichts aus es ist okay ich sehe halt das ist so letztendlich kann jeder erstmal wie er will die Welt definieren betrachten ne klar in dem Moment wo halt jemand richtig rassistisch und faschistisch wird oder so dann ja dann bin ich halt raus ne das ist einfach so dann bin ich halt okay wenn du wenn du einfach eine Meinung vertrittst die die heißt dass man andere Meinungen verbieten soll und dass man die bekämpfen muss irgendeiner Weise mit Gewalt das heißt dann er will ja nicht dass ich so bin wie ich bin das heißt er will ja quasi das absprechen was mich ausmacht dann kann ich mit ihm nicht befreundet sein weil er ja will dass ich mich grundlegend verändere dann können wir ja gar keine Freunde sein weil er ja die Facette die ich halt nun mal habe meine linkspolitische Facette weil er die im Grunde genommen völlig ablehnt wenn er aber ein Konservativer ist und sagt pass mal auf du bist ein politischer Gegner kein Feind ne dann spricht er mir zumindest das Recht auf mein eigenes Weltbild halt zu der spricht mir das nicht ab er hat eine andere Schlussfolgerung ich habe meine Schlussfolgerung und danach sagen wir okay wir sind aber so freiheitlich unterwegs dass wir sagen wir können Bier zusammen trinken da hat man ja dann quasi die Überschneidung wir sind wir haben verschiedene keine Ahnung Ideologien so ein bisschen im Kopf aber wir können uns auf ein paar Grundregeln einigen wir wollen freie Menschen sein und frei denken und so weiter und darauf kann man sich einigen ich für mich ist das keine Uniform die ganze Zeit die mich in was reinpressten so es gibt ja auch einfach diverse Facetten an mir die einfach wahrscheinlich nicht politisch ganz korrekt sind die nehme ich mir auch raus da können sich auch ganz viele Leute aufregen und Drama machen wie auch immer so ich glaube halt dass der Mensch das schon auch mal ab kann auch mal du kannst irgendwann nach der Logik schwarzen Humor alles abschaffen weil alles irgendwo moralisch empörenswert ist das ist das macht keinen Spaß Leute das wird ganz viel Lebensqualität in naher Zukunft dann einschränken wenn wir uns an jedem Ding aufhängen und sagen das geht aber nicht und das geht nicht und das ist nicht ganz richtig und das so und so ganz ehrlich das wird keine freie Gesellschaft das wird keine Gesellschaft die harmonisch zusammenleben kann die wird sich noch viel mehr abfacken und das ist halt so wenn man versucht hat durch diesen übertriebenen Perfektionismus irgendwas zu erreichen das Streben nach Tugend da muss ich immer an Robespierre denken aber das funktioniert nicht also ich meine wir haben wir haben das alles nicht bis zum Ende vielleicht erlebt aber vielleicht gibt es da draußen auch irgendwelche Linken die das echt so erstreben aber Leute euer Leben wird kacke kann ich nur sagen euer Leben wird irgendwann so langweilig ihr dürft irgendwann nichts mehr machen da muss alles perfekt sein ihr bastelt euch dann wirklich so eine Art es ist ja nicht mal ein Übermensch weil keine Ahnung was das sein soll das ist du wirst du wirst wirklich zum NPC glaube ich ich glaube dann wirst du wirklich zum NPC ich benutze das Wort nicht gerne weil ich das immer scheiße finde wenn man Leuten das so an den Kopf wirft weil jeder hat seine Gedanken und seine Prägung und das alles aber man wird dann wirklich zum NPC wenn man alles total einschränkt und alles nur noch und nee und das nicht und da wieder so und so hey es gibt einfach man muss Wichtigen vom Unwichtigen trennen das fällt mir als erleichterten Autisten nicht so leicht immer aber deswegen rede ich jetzt schon wieder 5 Minuten aber man muss lernen halt wirklich das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen oder weniger Wichtiges ich frage mich wieso ich frage mich wirklich wo wollen die hin also was haben die vor wie stellen die sich das vor frage ich mich also bei Leuten wie Dara und so ich frage mich wirklich wie wie stellen die sich das vor wie soll das möglich sein darauf haben die Menschen schlichtweg einfach keinen Bock da gehe ich davon aus wenn die einfach merken darf ich nicht 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 ja weißt du wie man das nennt Entschuldigung jetzt muss ich echt mal politisch ungerecht werden das nennt man Islam also ganz sagen wir es mal Islamismus könnte man sagen weil es gibt diesen guten alten Spruch meine Religion verbietet mir alles und nach dem Muster ist es dann irgendwann du darfst dann nix mehr weil alles ist irgendwie das darfst du nicht nach der Sure und das nicht und das ist auch nicht okay du darfst auch nicht Fußball spielen du darfst auch kein Schlagzeug spielen und du darfst auch nicht irgendwie das und das weil das beleidigt den Propheten das beleidigt dann Allah oder das ist auch so ein Leben in so nem Schuldgefühl so irgendwie dauernd ist da ist da einer der dich kontrolliert und dir sagt das darfst du nicht das darfst du nicht das ist so ne extreme Demushaltung auch das finde ich total ganz befremdlich das ist ey wir brauchen einfach ein paar Freiheiten anders geht's nicht ich will ja nicht irgendwie Freiheiten haben um andere runterzudrücken oder denen die Freiheit zu nehmen ich will nicht die Freiheit haben anderen die Freiheit zu nehmen aber es muss einfach noch so ein paar kleinere Grauzonen geben die nicht immer perfekt sind weil sonst kann das ist ja kacke so Massenbewegung äh Gruppendruck äh Repressalien äh alles so Sachen Gruppendruck ja man kann nicht ganz weit von mir wegschieben das ist für mich ganz schön warte stopp stopp lass mich bitte einmal ausreden ähm und man könnte es auch faschistoiden ja ich gebe dir sogar recht dass es sein kann dass das sogar dann was bringt und dass das leicht zu beeinflussende Menschen durchaus auch dann vielleicht wieder einnordet dass sie sagen okay wow also die will ich nicht alle gegen mich haben aber eben ja aber selbst die können so viele Souveränität haben dass sie am Ende dann trotzdem ihr Kreuz da und da machen wo sie wollen oder du weißt ja nicht mehr ob die Leute dann irgendwo rumziehen oder irgendwo sich dann ihre Kreise suchen außerdem könnte sie sich ja immer noch digital vernetzen selbst wenn da draußen demonstriert wird ohne Ende da bleiben die halt zu Hause und ähm bleiben halt dann in ihrer Telegram Gruppe oder was auch immer drin na klar da wird halt draußen demonstriert aber dann machen sie halt die nächste Gegendemo ich meine das sind ja auch schon ein paar ne also auch zum Beispiel äh wo er da gesagt hat wie heißt nochmal äh der Kreis dort hier ähm also wie gesagt ich finde die Demos gut ne aber äh wenn er jetzt glaubt ähm die Demos äh sind dazu da äh AfD-Wähler einzufangen das glaube ich weniger ich glaube mit AfD-Wähler fängst du trotz allem eher übers Gespräch oder was auch immer ein also durch ich glaube schon dass du auch manche inhaltlich überzeugen kannst aber ich glaube nicht so mit Einschüchterung hm gut die Wahl man muss sagen die Umfragen sind zuletzt ein bisschen runtergegangen ne also was ihnen sicherlich bewusst wird das kann man sagen äh weil sie wissen dass da draußen schon ne Masse ist und dass auch sag ich mal der Volkes Wille sich nicht dadurch zeigt dass man jetzt irgendwie ähm dass einem das irgendeiner sagt ne das Volk will eigentlich das und das ne dann behauptet es halt irgend so so einer von rechts außen und dann guckst du halt raus und dann siehst du halt wirklich reale Menschen die halt sagen nee will ich nicht ne und das sind auch kann ich irgendwelche irgendwelche äh KI-gesteuerten was auch immer Wesen ne sondern die sind wirklich da ne dann merkst du vielleicht okay ähm ich hab zwar mal behauptet dass keiner die Grünen will oder so aber das stimmt halt gar nicht so es gibt halt wirklich Leute die gut finden es gibt halt wirklich SPD Wähler es gibt halt wirklich CDU Wähler es gibt wirklich CSU Wähler es gibt auch BSW Wähler so die sind da so das ist nicht nur irgend so ne Lüge die uns das System aufgetragen hat das ist halt Bullshit so ich bin auch ein überzeugter Linker und ähm ich bin nicht von der Regierung gekauft oder was auch immer so ich hab diese Schlüsse aus meinem Leben gezogen aus vielen Erfahrungen vieles was ich gelesen habe und dadurch bin ich einfach ein Mensch geworden der für linke Politik halt irgendwie eintritt vielleicht nicht so wie es vielleicht noch machen sollte aber ja das ist schon gut wenn die Leute merken die gibt's halt auch ne und wenn's auch nicht nur so Wohlstands Linke gibt ne sondern auch Leute wie mich die jetzt nicht irgendwo wie ähm alles studiert haben oder so sondern die auch aus aus ihrem Verstand heraus halt handeln aus ihren eigenen Gedanken heraus so die gibt's halt auch ne und die sind auch da draußen und die sagen ja trotzdem dass die AfD Kacke finden akzeptieren dass es so Freiheitskämpfer das klingt jetzt ein bisschen krass aber so freiheitsliebende Individualisten wie Imp und mich ja zum Beispiel genau seh ich mich halt auch die sagen ich aber nicht dieses Ellenbogen Individualismus Ding ne immer wichtig zu betonen nicht dieses so ja ich entfalte mich ne auf Rücken anderer so damit die noch ähm und drück die nieder und mach deren Freiheit quasi kaputt deren persönliche Freiheit sondern immer nur in meiner eigenen persönlichen Entfaltung aber nie um den anderen was wegzunehmen das ist ganz wichtig ne ich will nie anderen was wegnehmen damit sondern sondern nur sagen ne ich bin wie ich bin mach mein Ding und hör die Musik die ich will ne aber ohne dass ich jemand anderem was wegnehme ich möchte sowas nie im Leben spüren ich möchte keinen Gruppendruck ich möchte nicht dass mir jemand sagt was ich zu denken habe was ich zu sagen habe das kriegt man auch der Schule eigentlich beigebracht so ein Gemeinschaftskundin so war das früher so ne dass Gruppendruck der ganze Scheiß gar nicht so toll ist was ich anziehen soll das möchte ich alles nicht und wenn ich sowas beobachte dass sogar dass sowas jetzt forciert wird dass man sowas machen will nein nein ich sage nicht dass ich dagegen vorgehen werde dass ich nicht dass ich dagegen vorgehen werde aber ich finde es also das widerspricht meinem Leben nein 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 kannst du dich ganz toll individualistisch und freiheitsliebend und so weiter darstellen aber Imp greift auch in die Freiheit von anderen ein indem er da bei der einen oder anderen Hetz- und Mobbingkampagne mitmacht macht er doch nicht der macht bei keiner Hetz- und Mobbingkampagne mit das ist also man muss das stilmäßig nicht toll finden aber Imp oh Gott ich weiß das will Sina gleich richtig stellen hier aber Imp macht nichts anderes als das wenn Leute in die Öffentlichkeit gehen so wie das auch Raab damals erklärt hat ich finde Raab war dann schon manchmal ein bisschen drüber aber Grunde genommen macht Imp nichts anderes dass das was sowieso schon irgendwo da ist was irgendwo medial verbreitet worden ist dann nimmt er das kommentiert das und sagt seine Meinung dazu das ist ja auch was das ganze Reaction Zeug da ausmacht das ist doch legitim es geht mir doch nicht darum zu sagen hier macht mal die Freiraumree richtig kaputt oder so die wird maximal veralbert ein bisschen aber niemand sagt doch dann hey bitte spammt ballert die jetzt mal mit irgendwelchen Nachrichten voll und attackiert die und macht die schlecht nein nein mach das nicht bitte nicht so lass diese Menschen in Ruhe sag ich auch also bitte nicht irgendwelche fiesen Mittel anwenden das ist nicht nicht gut es gibt einfach ein gewisses ähm ich sag mal es gibt einfach Gentleman Moves oder oder wegen der Gentlewoman so es gibt einfach ähm äh bestimmte Sachen die macht man nicht so man kann veralbern satirisch aufarbeiten ein bisschen durch den Kakao ziehen alles okay aber man 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 in dem Moment wo ich erfahren würde die kriegt einen Drohbrief oder irgendwas würde ich sofort sagen ey Leute so eine Scheiße geht gar nicht aber man muss auch gleichzeitig sagen Leute die das machen die dann die völlig eskalieren dann die die tragen auch die die Selbstverantwortung also immer zu sagen das sind so kleine dumme Kinder die dann durch irgendwelche Leute dann aufgehetzt worden sind nein die müssen auch wirklich die Verantwortung dafür tragen wenn dann irgendein Dara oder wer auch immer einen Drohbrief oder was auch immer kriegt oder zum Beispiel hey Wolfi vor kurzem ey das haben diese Leute die das machen auch zu verantworten und das würde ich auch sofort sagen die sind nicht mehr ganz dicht und das verurteile ich bis aufs Schärfste so das hat keiner dann nur weil er ein bisschen Blödsinn im Internet erzählt hat oder 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 kontroverse Dinge oder so hat er nicht gleich irgendwie äh einen Drohbrief verdient oder so einen Scheiß vollkommen abseits das ist hat mit Rechtsstaat nichts zu tun das ist vollkommen drüber Satire ist halt äh ein Stück weit legitim ich weiß hier Satire darf alles okay wird auch kontrovers diskutiert ob die wirklich alles darf aber das was Imta macht das ist äh dann müsste es ja noch viel mehr sein das ist genauso wie mit äh auch da sind wir wieder beim Thema Islam so wenn der so schlimm wäre so viel Auswirkung hätte auf die Menschen dass die eigentlich so radikal sein müssten dann müsste er jeden Tag ja was in die Luft sprengen oder so tut es aber nicht warum weil die meisten da doch sehr zivilisiert leben und sagen pass mal auf ist Schwachsinn so passiert ja nicht so die meisten Leute haben sich ja dann doch im Griff so es gibt zwar halt im Internet sind halt ne die Lauten die kriegt man halt mit ist ja klar das ist immer so aber die meisten haben sich ja noch im Griff dennoch sehe ich die Gefahr die sehe ich auch dass Leute halt zunehmend oder dass noch mehr Leute eskalieren die Gefahr sehe ich auch ne dass halt Leute zunehmend irgendwie die Grenze zwischen was ist okay und was ist nicht okay dass sie das nicht mehr unterscheiden können und ähm ich mach keine gezielten Mobbing-Kabadien das sehe ich nicht das ist er macht sein Content er veralbert manche Sachen ist klar aber ey sorry das ist alles legitim das ist alles das ist alles ja wie wie Sport halt das ist auch etwas was in die individuelle Freiheit von jemandem eingreift und was eben ein Gruppendruck und so weiter sorgt nein das sind aber Leute die einfach auch in Social Media gegangen sind die sind ja nicht irgendwo die standen nicht irgendwo da guck mal wenn jetzt wenn die Leute jetzt daheim sitzen und machen irgendwas dann sagt kein Mensch was es geht ja nicht darum die zu verfolgen bis ins Privatleben sondern das sind Leute die bereits in die Öffentlichkeit gegangen sind und dann haben sie eine Reaktion drauf bekommen ne so und das ist zum Beispiel auch dann nicht cool das ist nicht individualistisch und freiheitsliebend oder sonst was sondern wir sagen doch regelmäßig jeder soll wie er will also wie machen wir das denn so ein bisschen Angeberei jetzt von mir also kaum einer in dieser ganzen politischen Sphäre hat kaum anderer hat so bewiesen dass er sich so wenig von irgendwie den Gruppen oder sonst was pushen lässt und leiten lässt wie glaube ich ich aber hat er sich nicht schon entschuldigt dass er mit falschen Leuten geredet hat hat er sich da nicht schon bei seinem Chat entschuldigt dass er dann gesagt hat oh jetzt habe ich mit dem geredet würde ich hier sagen also selbst wenn ich dann hinterher sagen würde würde ich nicht nochmal machen aber ich würde mich niemals dafür entschuldigen also ich rede mit wem ich will basta also aber soweit ich weiß hat er das schon gemacht also ich weiß ja nicht was das so wieder sein Anspruch ist aber wenn er meint dass er derjenige ist der da am meisten noch sein Ding macht vielleicht hat er sich da inzwischen so ein bisschen hin entwickelt weil er ja auch die Talks da macht was ich ja gut finde dass er das auch mit Sinan jetzt redet aber ob er da jetzt so sich nicht beeinflussen lässt auch von Menschen die er da im Chat hat und von irgendwelchen Leuten ich weiß nicht weil ich mich so oft gegen die linke Community gestellt habe und am Ende des Tages trotzdem einfach weitergemacht habe mein Ding gemacht habe und natürlich kann ich aus meiner Perspektive immer wieder auf andere schauen und sagen ja gut die haben nachgegeben die haben versucht einfach nur das zu machen was die meisten Klicks bringt oder was die meiste Zustimmung bringt von der Masse und am Ende des Tages kann ich es aber nie genau wissen und werde darüber dann auch ein Urteil fällen oder eher sehr selten aber das Ding ist das ist halt einfach etwas was Menschen natürlich beeindruckt beispielsweise mit Demonstrationen und so weiter und dass das natürlich einen Effekt hat so das heißt nicht dass ich das gut finde aber es ist erstmal etwas womit ich arbeite und was ich dann unterstütze weil ich natürlich auch möchte dass die Feinde der Demokratie sehen sie sind zum Beispiel nicht in der Mehrheit und das haben AfD-Wähler immer geglaubt und das ist auch etwas was die AfD auch immer gerne versucht da hat er wieder einen kleinen Punkt da hat er wieder einen kleinen Punkt einen kleinen Punkt hat er da wieder es gibt ja schon Teile von der Wählerschaft oder von den Anhängern die halt wirklich immer so glauben sie sind so Volkes Stimme da hat er einen kleinen Punkt wieder zu propagieren wir haben hier die schweigende Mehrheit eigentlich die Mehrheit auf unserer Seite die Wahlen sind manipuliert die Umfragen sind manipuliert oder die Leute trauen sich nicht weil sie noch gecancelt und unterdrückt werden da gebe ich ihm recht und dadurch dass natürlich in Social Media zum Beispiel die AfD die stärkste Partei ist im Vergleich zu allen anderen Parteien hat das natürlich auch für viele Menschen den Eindruck erweckt wow anscheinend denken wirklich die meisten Menschen wie die AfD und haben dann wahrscheinlich nur aufgrund dessen sie gesagt okay ich wähle die AfD weil anscheinend sind jetzt die meisten Menschen dafür weil sie haben halt tatsächlich also dieser Meer oder was auch immer geglaubt dass halt da draußen quasi nur um die Leute sind die halt irgendeiner Opfer von einer bösen Systempropaganda sind und eigentlich hier hier im Netz da da ist der wahre Kern des Volkes oder sowas ähnliches also da gibt es schon Leute die manchmal so denken und dann merken sie pass mal auf ich habe es ja gerade eben schon gesagt es gibt halt Leute die so denken wie ich oder die vielleicht oder keine Ahnung SPD wählen aus wirklich tiefer Überzeugung und auch wissen warum und ich glaube das unterschätzen die halt oft die denken halt wirklich immer also nicht alle aber viele denken da oft so ja das Volk will ja eigentlich was anderes und da gibt es ja immer wieder so diese Anspielung darauf bezogen so naja haben wir uns wirklich für das Grundgesetz entschieden für die Verfassung und dann geht das bis zur Reichsbürgerideologie und da schmeckt schon mal ein bisschen was mit und das dann kann man sich zumindest das Ganze umzukehren indem man dann zeigt auf der Straße zumindest mal ein Symbol so ey seid euch mal nicht so sicher seid euch mal nicht so sicher wie ihr glaubt dass ihr seid okay da finde ich zumindest gut dass die sozusagen nur aus der Motivation oh das sind anscheinend jetzt alle da gehe ich jetzt auch hin dass die wieder zurückkehren können und dass die natürlich dann eine Gemeinschaft erwarten sollte die sie aufklärt und die sie dann stärkt und resistent macht gegen zukünftige populistische Einflussnahme so das will ich natürlich will ich am Ende immer dass die Menschen aufgeklärt sind und dass sie sich nicht der Gruppe unterwerfen das will ich natürlich immer alles klar danke dass du das nochmal gesagt hast also man muss bei Daras schon auch ein bisschen differenzieren ich glaube ich glaube manchmal ist er auch ein bisschen ich weiß ich nicht ob er manchmal auch ein bisschen deppert bei der Wortwahl ist aber ich bin mir halt ich glaube halt trotzdem dass seine Strategie halt die er so grundsätzlich hat dass die die führt zu nichts ich verstehe ich verstehe was du meinst ich bin glaube ich also wir können jetzt mal wirklich zum Abschluss kommen ich glaube ich glaube wo wir da treffen wir uns am Ende eigentlich da wo wir angekommen haben und zwar ich habe das ohne Bier geschafft die Frage ist so ein bisschen heiligt der Zweck die Mittel also inwieweit heiligt der Zweck die Mittel du sagst wenn es einen gewissen Zweck erfüllt bin ich bereit auch mal ein bisschen sag ich mal jetzt so auch mal die härteren Bandagen anzulegen ich bin da eben etwas empfindlicher und sag nee ich würde ich möchte gar nicht schmutzig spielen das sind zwei verschiedene Strategien am Ende des Tages wie gesagt ich habe auch aufgezeigt dass du auch mal ganz gerne hier und da das ein oder andere Material so darstellst dass es halt einfach Faltinformationen überträgt und das ist halt nicht cool sonst wenn du das nicht machen würdest ich werde total bei dir du bist der Moderate ich bin der Radikalere und ich haue eher auf die Kacke aber du machst dann halt eben auf andere Art und Weisen greifst mit schmutzigen Mitteln die nicht so ganz koscher sind und die niemals zielführen werden okay dann haben wir doch einen schönen Kompromiss zum Ende wo wir uns jeder kriegt seine Hausaufgaben ich versuche noch ein bisschen besser auf meine Mittel zu achten dass ich nicht auch in die schmutzige Kiste greife und du guckst mal ob du irgendwie Einfluss hast auf Leute die vielleicht selber zu sehr schmutzigen Mitteln greifen dass wir da vielleicht nicht so eskalieren weil wie wir ja festgestellt haben die Ziele unterscheiden sich ja nicht nicht wirklich also er ist nicht ganz so unsympathisch wie er manchmal rüberkommt er hat ein paar Punkte die okay sind aber sagen wir es mal so er ist weniger schlimm als man manchmal denkt ist aber jetzt auch noch kein richtiges Lob reden über die Strategien also Dara ich habe viel von dem verstanden was du gesagt hast ich fand es war ein sehr gutes Gespräch war eine heftige Diskussion aber ich finde auf Augenhöhe und respektvoll ich danke dir dafür ich hoffe doch Sinan eine kurze Sache hier wir sind beide ziemlich sportliche Typen würde ich sagen und du lebst ja auch in NRW ich würde dir das Angebot machen dass ich dich auch mal besuchen komme und dann schreiben wir nochmal ich wollte gerade sagen ey man könnte morgen sich dann so ein Tweet absetzen so was meinst du denn da treffen wir uns dann mal stellen wir dir dann gerade so diesen Chuyoka Dings vor oder so wie willst du mir dann auf die Fresse hauen so wie war das so mit Monte und der Hand reichen Dara war das jetzt eine Drohung Sport Sport ist immer gut danach können wir ein kleiner Formate damit bedienen alles klar können wir gerne machen wir sind ja glaube ich örtlich nicht so weit auseinander wenn ich richtig informiert bin NRW ich sage nur viel NRW ja das kriegen wir hin alles klar dann danke dir und mach's gut bye bye schönen Abend noch ciao ei 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 das waren jetzt also ich habe gerechnet auf drei Stunden acht und ich habe es wahrscheinlich fast verdreifacht verzweieinhalbfacht glaube ich knapp acht Stunden oh Gott ich habe es echt durchgezogen ich habe kaum was getrunken ich muss auch mal ganz kurz auf Toilette und so weiter ich mache noch nicht gleich aus ne oh so erstmal die Aufnahmen ausmachen ja am Ende des Tages habe ich mir noch vorzuwerfen dass ich Dara verarscht habe mit am Ende des Tages das war mein mieser Move ist am Ende des Tages aber nicht so schlimm aber auch immer noch das war mir noch und dann ich habe noch mal